Hallo Freunde, wir hören den GOMMA-Mode für 10 Stunden. Ich habe mich hier eingekleidet. Ich freue mich sehr drauf und damit gehen wir los. Achso und bevor wir losgehen, Shoutouts an GOMMA-D, Shoutouts an GOMMA-D.net, Shoutouts an Lukas der Rapper. Danke für diesen wunderbaren, schönen Song. Ich freue mich riesig, die nächsten 10 Stunden, diesen Song zu hören. Ich habe ihn auf Loop für 10 Stunden. Ich brauche dafür keine Website. Danke für alles. Ich freue mich sehr. Ich bin vorbereitet. Ich habe Bock. Let's go and let's start. Fertig soweit, den Text habe ich. I'm done. Speed habe ich, ähm, ja, jetzt muss ich, was, ach ja, ins Mikrofon. Jetzt muss es los, ins Mikrofon, gut. So. Alles klar, ähm, dann kann ich jetzt loslegen. Und eins, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer von Lukas. Es wird schön. Ich... Ich liebe diesen Song. Ich liebe ihn. Dieses Intro, das macht mich wirklich glücklich, Alter. Die Lyrics habe ich auch mal eingeblendet für euch, damit ihr das seht. Er wird von gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich ein Gott, doch. Das ist eigentlich einfach so ein schöner Song. Ich freue mich. Ich freue mich. Keiner kann es wirklich beschreiben. Keiner weiß es. Viele berichten davon. Ich finde auch, dass Musik wieder richtig gut, muss ich sagen. Das ist nach 2022er Standard. Ich habe gut geschlafen, tatsächlich. Ja. Moin Knips. So, ich glaube, die Lautstärke geht fit. Ähm, ich muss eben mal kurz fixen mit TTS, wie das funktioniert. Lauf um dein Leben. Wenn der Gommemode angeht. Zieh nicht dein Leben. Wenn der Gommemode angeht. Zieh nicht dein Leben. Da hilft kein Reden. Wenn der Gommemode angeht. Ich sag's jetzt. So. Lauf um dein Leben. Wenn der Gommemode angeht. Zieh nicht dein Leben. Wenn der Gommemode angeht. 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 Ich hoffe, du findest wieder einen Lebenswillen. Ich habe den Lebenswillen gefunden. Hier ist er. Wenn der Gommemode angeht. Ach ja, das ist doch schön Das erste Gommemode Gleich haben wir es einmal durch Ich freu mich Gommemode angeht Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht Und nochmal Grüße an Lukas, der Rapper Ich hab ihm auf Insta geschrieben Er hat gesagt, er freut sich Aber er hat geschrieben, mein Beileid Lukas, der Rapper, der diesen Song gemacht hat Dem der Song eigentlich am meisten gefallen sollte Hat geschrieben, mein Beileid Zweiter Durchlauf Ich freu mich, ich höre ihn so gerne, diesen Song Ich liebe ihn Ich werde nicht gebrochen sein Ich freu mich riesig Ich geb übrigens den Mods frei Und den Editor frei So viele Emodes wie möglich So machen, wie ihr möchtet Es ist mir egal So schön Trolololololololol Ich höre 10 Stunden Diesen schönen Song Es gibt nichts besseres Ich werde nicht austappen Ich werde diesen Bildschirm So für 10 Stunden lassen Ich schummel nicht. Und ihr könnt mich jederzeit nach Headset-Kontrolle fragen. Moment, vielleicht hört ihr das. Ich hab mir extra meine Haare gegeben. So, schaut mal. Stromrechnung, wieso das denn? Ich mach doch nichts anderes. Ich hörte jetzt 10 Stunden. Lauf um dein Leben, wenn er komm am Hund angeht. Lauf um dein Leben, wenn er komm am Hund angeht. So ein guter Song, ehrlich. Ne, Jungs, ihr schreibt jetzt nicht alle 5 Minuten Headset-Kontrolle. Ja, ich bin doch nicht am Papagei-Verbönte. Ich find's auch schön. Ich find's auch schön, dass das einfach so ein Specs-Pubed-Craft-Video ist. Das gibt mir richtig Kraft, Alter. Naja, ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall Spaß habt. Ich hoffe, dass ihr das heute genauso enjoyed wie ich. Ich weiß, ihr habt übel Lust, jetzt im Stream zu bleiben. Ähm, ich hab das hier so angenehm wie möglich für euch gemacht. Wenn irgendwas zu laut oder zu leise ist oder ihr irgendwelche Wünsche habt, schreibt's rein. Wenn der Komma-Mod angeht. Komma-Mod! Praai-Mod! Trollolololo! Komma-Mod! Komma-Mod! Danke für dein Reset mit Twitch Prime im 6. Monat, Tubeoff. Ich fixe kurz die Yahoo. lauter soll lauter sein ja okay ich habe die stimme ich höre die stimme jetzt schon zweiter durchlauf löschen an es hat halt jetzt mann ich gucke mir den zehn stunden an farbe du hast absolut recht wo ist der rotwein in meinem stream würden werden keine drogen verherrlicht in meinem stream wird nur kaffee getrunken gerne jillens mach mal über gommemote als lördrein wenn du möchtest kaffee ist hier was heißt hier ich habe alles vorbereitet und ich kann euch eins sagen meine mutter ist stolz auf mich meine mutter ist stolz des todes eigentlich muss ich gar nicht mein headset zeigen eigentlich müsst ihr einfach nur hören wie ich mitsingen liebe zuschauer von lukas der gomme maut hat gerade die kontrolle übernommen schön 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 ich finde den song gut ehrlich gesagt ich habe also bis jetzt finde ich es gar nicht schlimm bis jetzt ist es super super heute ein stream mit qualitativ hochwertigem content endlich wirklich beschreiben keiner weiß es viele berichten davon dass ein licht aus dem kommt welches jegliches leben vernichtet und schon sehe ich wie er vor mir steht jetzt ist es wohl zu spät ich mach mal tds ein bisschen lauter wenn ihr damit übertreibt werde ich's muten warum ich nix dabei mache weil das eine bestrafung ist es wäre doch nix wenn ich den ganzen tag hören müsste einfach irgendwas zocken könnte habt ihr tiktok gesehen ja ich habe tiktok dazu noch hochgeladen ich bin so am ende da hilft kein reden ich sag's dir doch warte ist hat dann aus mensch lukas nicht mal die subtitle ist bei der mitte des videos also frechheit ich weiß nicht wieso ihr immer noch fragt ob ich heute noch was zocke sieht das so aus als würde ich heute irgendwas anderes machen kommt man die alerts jetzt tatsächlich ach aaron so jetzt sing mal mit tian ohne subtitle die hälfte des videos ist leider nicht zu abtitelt leider nicht man es tut mir wirklich leid ist ein bisschen doof aber das war lukas der rapper nicht ich ergänzt schön schön ja so die löschen irgendwie aus ich weiß nicht warum ich müsste mal ganz kurz fixen glaube ich audio monitor ja alles so wir machen das mal so kom sagt gibt es ja 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 liebe zuschauer von luka ach wie schön gerade die kontrolle übernommen warum ich das mache weil ich spaß können jetzt funktionieren ich finde auch das intro so schön ich mag auch dass das video alte gomme videos beinhaltet plus das intro plus das schönste texture pack in ganz minecraft ich freue mich viele berichten davon vor mir steht jetzt ist es wohl zu spät nee ehrlich ich glaube das ist schön für zehn stunden ich glaube ehrlich ich finde es schön pvp kein problem das ist noch die alte gomme lobby seht ihr das das sind memories freunde das in memory schaut mal die alte gomme lobby ist das wo noch jeder premium hatte das ist im chat ich sag's jedoch und ich glaube ehrlich dass ich heute einschlafen werde mit den hallenden wieder ein worten in meinem kopf nach den zehn stunden habe ich alles auswendig mal sehen ob ich später alles auswendig sagen kann also wann was kommt im video die einzige sorge die ich in laufe dieser nächsten zehn stunden habe leute die einzige sorge die ich habe ist dass das dort irgendwann youtube mich blacklistet oder irgendwie shadowband weil ich die ganze zeit dasselbe video höre und das als bot oder so durchgeht das ist meine einzige sorge sehr cool dass ich im spannen da kann immer weiter so bleibt wie du bist lg dankeschön lena dankeschön ja die löschen irgendwie gemutet ich versuche es zu fixen ich hab's und ins mikrofon was 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 fällt euch denn ein mod 2 34 liebe zuschauer von lukas der komo alle alert komo und kontrolle übernommen momen er hat seinen eigenen server seine eigene welt der typ ist freiwein keiner mehr hält ich finde den song schön genau das ist wie ein crusty stream nur das hat gomme mode in just chatting läuft genau custom tts sollte jetzt übrigens auch funktionieren schärft Achso, und wir müssen ab und zu mal schauen, ob ich noch mental anwesend bin. Ihr müsst mich ab und zu mal ansprechen. Im Laufe der 10 Stunden. Keiner weiß es. Scheint Song leise. Ja, dann hört ihr das. Wie geht's dir gut? Danke. Danke, Hadid. Ja, die 10 Stunden Version sind nicht mit dem Video, glaube ich. Ich hab nochmal sicher einfach seinen normalen Song genommen. Damit auch Lukas, der Rapper, davon Einnahmen bekommt. Wisst ihr? Ich schau's mir an 100.000 Mal. Wir müssen eben mal schauen, die Alerts sind immer noch leise. Wisst ihr was? Ich tu die Alerts jetzt einfach ins Video dir rein. So. So, ich filter, ich tu die Audio jetzt einfach auf die normale Spur, dann hört ihr das nämlich auch. Ach, Aaron, ist egal. Lukas hat gesagt, er freut sich, dass ich's mache. Ich sag's dir doch. Wenn der Gommermaut angeht. So, die Alerts müssen jetzt auch hörbar sein. Genau, das Video geht an sich 2,49. Ich hatte keinen Bock, das auszurechnen. Ähm, ich hab angefangen zu rechnen. Ich bin aber auch wegen Mathe in der 8. sitzen geblieben, falls ihr das nicht wisst. Das heißt, das spricht eigentlich Bänder. Äh, ich hab einfach keinen Bock gehabt, das auszurechnen dann. Aber ja. Gommermaut, 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 Gommermaut angeht. Ich wollte es auszurechnen, aber war zu faul und zu blöd. Meine Augen tun nicht weh, wenn ich ein Sommermüll anhabe. Ich glaube, es ist sogar besser für die Augen, als wenn ich eine normale Sicht auf diesem Bildschirm 10 Stunden lang hab. Gommermaut, Gommermaut, Gommermaut. Gommermaut, Gommermaut. Ihr könnt aber gerne einfach mal ab und zu fragen, wie es mir geht. Weil, wie gesagt, ich glaube, das gibt meiner Mentalität ein bisschen Kraft. Kann auch sein, dass ich einpenne, ne? Ich mein's ernst. Der hat sogar eine eigene Handyhöhle gehabt, Alter. Heftig. Boah, Alter. Ich finde, er war schon ein Stecher früher, ne? One taco. Tja, liebe Zuschauer. Ich hab doch drauf geantwortet, Gommermaut. Er hat sein eigener Server, seine eigene Welt. 10.000 Klaus damals noch gehabt. Superschön. Der Follow-Sound ist jetzt 11 Sekunden lang. Ja, hoffen wir mal nicht. Das ist nervig. Sehr schön. Ich hab auch Gommermauts geaddet. Ihr könnt gerne eigene noch machen, wenn ihr möchtet. Die Editors machen da schon was. Dann sieht man meine Maus. Wie gesagt, die Alerts sollen jetzt gehen. TTS soll jetzt gehen. In beiden, in beiden, ähm, Ausgaben. Wohl zu spät. Das ist keine Bestrafung. Das ist ein Segen. Ich mach das gerne hier. Truth heißt er. Ich lade das Ganze auch auf YouTube hoch, wahrscheinlich, die 10 Stunden. Mal sehen, wie lange das dann dauert zum Upload. 10 Stunden Mark Forster. Das ist keine Bestrafung. Also mein Traum wäre es ja, wenn Gomme in den Stream kommt, ne? Aber das wird halt nicht passieren, leider, glaube ich. Lauf um dein Leben. Zieh nicht daneben. Das lohnt's. Da hilft kein Reden. Der Gommermaut angeht. Mann. Ich sag's dir doch. Lauf um dein Leben. Wenn der Gommermaut angeht. Zieh nicht daneben. Wenn der Gommermaut angeht. Da hilft kein Reden. Wenn der Gommermaut angeht. Gommermaut. Gommermaut. Gommermaut angeht. Für die Leute, die das nicht verstehen, jetzt hier gerade, wieso ich das überhaupt mache. Ich hab ne Challenge gestern gemacht für 12 Stunden und mein Chat hat mich besiegt. Und deswegen muss ich das jetzt für 10 Stunden hören. Und ich hab erst überlegt, ob ich's nur aufnehme. Aber dann würden Leute irgendwie wieder irgendeinen Grund nehmen, zu sagen, dass es nicht echt ist. Ne, also Verlängerung bei sowas nicht, Aaron. Früher hätt ich gesagt, ja, aber ne. Gommermaut, 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 Gommermaut. Hast du es gestern verloren? Ne, ich mach's freiwillig. Ich denke mal, ich denke mal auch, ich hab mich hier angemessen angezogen. Also, ähm, ich glaube, ich bin hier gut gekleidet. Wir ignorieren mal, was ich für ne Hose anhab. Das passt nämlich leider überhaupt nicht dazu. Aber, wird keiner sehen. Ich werd nicht aufstehen. Ähm, ja. Ich freu mich. Wow. Trusted Shop Certificate. 4,4 von 5 Sternen. Fertig soweit. Ja, Text hab ich. Ich werd das nicht für euch nicht viel muten. Ja, jetzt muss ich. Was, ach ja. Ins Mikrofon. Moin Ducky. Jetzt muss das noch ins Mikrofon. 241 Mal soll ich das Ganze jetzt hören, sagt der Chat. Da bin ich mal gespannt. 1, 2, 3, 4. Tja, liebe Zuschauer. Ja, der Gommemode hat gerade die Kontrolle übernommen. Gommemode. Gommemode. Trollalalalal. Der Bann auch so schön. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist frei, weil ihn keiner mehr hält. Kein Rüppeln, nein. Nichts Zünischkeit. Verpunkeln, seine Miete reicht. Halb bis zum neuen Plan. Nee, zu denen die da leben. Das ganze Universum kennt ihn. Alter fragt jeden. Also ich verstehe nicht, wieso ihr sagt, dass ihr keinen Bock habt, das zu hören. Verstehe ich nicht, ehrlich. Finde ich auch ein bisschen, finde ich auch, finde ich auch wirklich bemerkenswert, dass ihr das nicht toll findet. That's simply true. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Hallo Sande. Und nochmal, ich verstehe nicht, wieso Leute überhaupt fragen, ob ich was anderes mache. Wenn ich hier sitze und das einfach nur schaue. Was denkt ihr denn? Dass ich jetzt mittendrin in Minecraft reingehe oder was? Das ist doch, also sinnbefreit des Todes. Das ist so naiv, dass man denkt, dass ich was anderes mache. Ich finde schon immer, das war mein Lieblingssong. Das hier war wirklich schon immer mein Lieblingssong. Schon immer. Ich bin schon immer sehr begeistert von diesem Song. Wenn der Gommermode angeht. Also ihr seht es jetzt nicht, aber da ist ein sexy Bild von Lukas der Rapper unter meinem Bild. Vielleicht könnte man auch einen Ausrufszeichen Lukas-Command machen mit K. Oder Ausrufszeichen Sänger oder sowas. Um einen Shoutout zu geben für seine Soul Shits. Nee, nee, ist ja nicht. Nun Kars. Gommermode angeht. Sehr schön. Und wie gesagt, ich glaube, es ist gar nicht so nötig, eine Headset-Kontrolle zu machen. Ich sing einfach mit. Jetzt ist es wohl zu spät, noch wird mein Leben in der Gommermode angeht. Wie das dein Leben in der Gommermode angeht. Wenn der Gommermode angeht. Gommermode angeht. Ja Sandro, absolut verständlich, man wird davon süßig von dem Song, muss ich ehrlich auch sagen. Tja liebe Zuschauer! Schön! Schön! Ich krieg grad richtig Dopaminausstöße, wenn das läuft. No joke, diese Anblicke von der alten Gommel-Lobby zu sehen, wisst ihr, die machen es für mich schon aushaltbar, erträglich, das ist so schon richtig schön, wirklich, ich find's so schon toll. Wie er dadurch die Gommel-Lobby läuft, dann Endergames spielt, oah. Ne, ich klicke auf keine Links-Naruto, so schön, genau, Start-Uhrzeit steht oben rechts, das ganze geht 10 Stunden, ich werde nichts machen als das so. Ich find's auch schön, wie Lukas seinen Twitter-Ad da oben so angegeben hat, wie ein Name, er hat da keinen Ad angegeben, er hat einfach, er hat einfach Lukas der Rapper hingeschrieben. Was ist denn da los, Lukas? Ad, Lukas, Komma, Leerzeichen, der, Leerzeichen Rapper. Ich sag's dir doch, scheiße, falsche Lyrics. Da, Bama, danke für den Follow. Wie gesagt, die Alerts werden jetzt mal angepasst, dass da nur die Stimme von Gomme ist. Alle Alerts, nur die Stimme von Gomme, egal welcher Alert. Da hilft kein Red, wenn der Gomme-Mode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gomme-Mode angeht. Gomme-Mode, Gomme-Mode angeht. Gomme-Mode. Weil du er doppelt? Ja, da kann ich mal schauen Also ich glaube Ich bin mir ziemlich sicher, Leute Ich werde heute Nacht Kopfschmerzen haben und nicht schlafen können Weil die ganze Zeit Lukas, der Rapper Und Gomme in meinem Kopf wiederhallen Aber wenn jetzt nicht Gomme Mode, das Jugendwort 2020 wird Also da bin ich sauer Da bin ich wirklich sauer Wirklich Ja, alles fertig soweit Ja, Text hab ich Beat hab ich Ach ja, ins Mikrofon Genau, Gomme Mode Soll der Alert sein Und 1, 2, 3, 4 Tja, liebe Zuschauer von Lukas Der Gomme Mode hat gerade Die Kontrolle übernommen Gomme Mode, Trollolololol Er hat seinen eigenen Server Seine eigene Welt Der Typ ist Flywein Keiner mehr hält Kein Rümpeln Nein, nicht zynisch Kein Fachsügel Seine Güte reicht weit bis Zu neuen Planeten Zu denen, die da leben Das ganze Universum Kein Dien, alter Frag jeden Ha, er wird von gar nichts gestoppt Von Memo, letro, lo, lo Das war ich ein Gott Und das liegt vor allem An seiner Geheimfähigkeit Von der man aber leider Bisher wirklich wenig weiß Keiner kann es wirklich Ja, so TTS Das ist irgendwie verpackt gerade Ich finde der Song ist super toll Shit, jetzt ist es wohl zu spät Perfekt, genauso Genauso Ja Sehr schön Nostalgie pur Ich werde mal, weil es im Hemd sehr, sehr warm werden kann Mir meinen Ventilator mach auf eins Mal sehen, ob ich Krankheit dadurch Mal sehen Mann Ich sag's dir doch Genau, zieht alle Hemd an Für den Anlass, finde ich, ist es auch angebracht Super Toll Go, ma, ma, ma Toll Schön Schön Boah, aber der Schweiß Und das war, glaube ich, Hero-Projekt Richtig Ist jetzt peinlich, wenn es falsch war Ja Ich hoffe, der Alert ist nicht mehr doppelt Super 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 schön Ah Dein Design Die, Lukas, der Rap im Gormamode Hülle Ja, natürlich ziehe ich das durch Alertex karma Genau, alle Alerts wurden jetzt zu Gormamode Trollololololololol Geändert Ich find's toll Alles klar Ähm Kann ich jetzt loslegen Hey 1, 2, 3, 4 Tja, liebe Zuschauer Tja, liebe Zuschauer von Lukas Der GoveMode hat gerade die Kontrolle übernommen So, ich hoffe, der Chat ist bündig Also, wirklich, ich sag's nochmal Wenn das nicht der Alert Wenn das nicht der Alert Wenn das nicht Jugendwort 2022 wird Nachdem ich diesen Stream hier gemacht hab Also, ich hab jetzt wirklich die Werbung des Todes für dieses Wort gemacht Ich habe so krass dazu beigetragen jetzt Mit diesem Stream, wenn ich fertig bin Wehe Außerzeichen Jugendwort Natürlich, den ich vergesse Meanwhile, ich guck grad, ob mir jemand auf Instagram geschrieben hat Und ich seh das Und Krassi Und da reicht's mir auch schon wieder Nee, Dionio, ich bin ja kein Weichling Ich mach schon richtig Ich find's echt toll, wie immer Die Leute fragen, ob ich 10 Stunden mache Nee, ich schreib 10 Stunden Gommemode im Titel Und schreib's überall rein Weil ich's nicht 10 Stunden mache Ich, ähm, also Ich bin erwachsen Und sitz hier im Hemd Und ner Praterbrille Und höre 10 Stunden lang Gommemode Gestern hab ich auch geschaut Welches Video dafür am besten geeignet wäre Ich hab jetzt einfach sein Video genommen Weil ich möchte ihn supporten Den lieben Lukas, der Rapper Bin wegen TikTok hierher gekommen Ja, ich hab mir gedacht Ich mach mal ein TikTok dazu Keine Ahnung Die Idee wurde mir gestern Von meinem View angegeben Die Brille hat nicht 500 gekostet Das war die günstigste, die ich gefunden hab Sing einmal komplett mit Kann ich machen Bald Also würd ich rauchen Hätt ich mir auch Zigarre geholt dafür Aber das mach ich nicht Sehr schön Ich erlaub euch, by the way Sämtliche Clips und alles mögliche Zu re-uploaden oder zu machen Ihr dürft machen, was ihr möchtet mit dem Ding Kennt ihr, wurde so gottlos von Illigella bezahlt Ich find das Ich find das Man merkt richtig an diesem Filter Dass das 2015 war Den Text hab ich noch nicht auswendig leider Noch nicht, noch nicht Man sieht richtig an diesem Filter Das haben früher alle gemacht Jeder Jeder hatte in seiner Cam so einen Filter Aus so Palle und so Das ist übrigens mein Beruf Er hat seinen eigenen Server Seine eigene Welt Sehr schön Ich find's toll Und wie gesagt Ich finde das Musikvideos das Beste Ich hab gestern auf jeden Fall beim Stöbern Durch die ganzen Gombe Mode Songs Und Versionen Eine Nightcore Version gefunden Ja, das war auf jeden Fall auch top Ich hab keine Schmerzen, Chris Absolut nicht Shit, jetzt ist es wohl zu spät Also ich würde auch Ich würde auch Ich würde auch wirklich sagen Das ist auch eigentlich der Song des Jahres Schau mal Der Song Der erweckt in jedem von euch Bestimmt eine Erinnerung Wird nur einer stehen Lauf um dein Leben Zieh nicht daneben Da hilft kein Reden Mehr Content als Crusty Ich sag's dir doch Lauf um dein Leben Und wie gesagt Wenn euch irgendwas zu laut Zu leise ist Oder irgendwas anpassen möchte Im Stream Im Overlay Im Sound oder sowas Sagt mir Bescheid Ich mach's gerne Also zu leise Digga Das ist fast bei Rot In OBS ist das fast bei Rot Wenn der Komma Mode angeht Wenn der Komma Mode angeht Da hilft kein Reden Ich mach's ein Stück Ich find's schön Ich würd gern diese Karten wegmachen Diese Videokarten Würdest du halt noch hundertmal sagen Oh ja Aber die Handyhüllen sehen gar nicht schlecht aus Wirklich nicht Die sind cool Was denkt ihr? Wie viele hat ihr davon verkauft? Von den Handyhüllen Beat hab ich Ja jetzt muss ich Ach ja Ins Mikrofon Drei Leute Lasst doch jetzt mal bitte Lukas den Rapper in Ruhe Was soll denn das jetzt Das ist frech jetzt von euch Vier Tja liebe Zuschauer Tja liebe Zuschauer von Lukas Der Go Mode hat gerade Die Kontrolle übernommen Go Mode Trolololololololololololol Ich mag den Song No Joke Also jetzt ohne Witz Außerhalb der Rolle jetzt Ich mag den Song Ich find den gut Nach den 10 Stunden werde ich ihn wahrscheinlich auf Spotify blockieren Ich meine, nein, natürlich nicht Ich bin doch nicht blöd, ne Aber super, als Blut Danke dir nochmal für deine Witze, du bist dann schuld Also wie gesagt, mein Favorit an der ganzen Sache hier ist wirklich Dass wir hier dieses Specs, Pure BD Craft 2015, Gomme, HD.net, Lobby Gameplay haben Das ist so schön Herr Bergmann, Debitur, Delay Wow Moin Moin, die Videos fürs Kanal Ne PvP, kein Problem So schön Diese Zeiten, als man sich Premium gekauft hat auf Gomme, um überhaupt auf den Server zu kommen Ja, Lukas, der Rapper müsste jetzt eigentlich wirklich für seine Promo auch einfach das überall performen Der macht ja jetzt richtige Musik, Lukas Lit heißt der Soweit ich weiß Wie gesagt, hab ich vorhin schon mal erwähnt, ich hab ihn auch gefragt, ich darf den Song benutzen hier Ähm Und er hat gesagt Mein Beileid Warte, ich hol kurz die Insta DM raus Er hat mir geschrieben Passt auf Er hat mir geschrieben Mein Beileid für die verlorene Wette Drei traurige Emojis mit einer Träne So Vier Kaffee sind intus Mal sehen, wie viele es heute noch werden Also ich glaube, besser kann man den Samstag auch einfach nicht verbringen Es gibt Menschen, die bei dem Wetter draußen sind, Eis essen gehen Ins Freibad gehen Sonstiges Super Super schön Boah, wenn ihr möchtet, könnt ihr Wette machen, ob ich es durchziehe Aber ich werde es durchziehen Also von daher Vielleicht können Leute ihre Punkte verlieren hier Und dann gibt es halt mich, ja Ich bin halt Tian Und ich höre das halt auch jetzt Und eins, zwei, drei, vier Tja, liebe Zuschauer von Lukas Der Gomme-Mode hat gerade Ich finde es ja auch cool, wenn man drüber nachdenkt Dass Gomme legit damals Der war ja voll Fame Also ist immer noch Fame Aber damals war der ja voll im Hype Lukas selber war klein Glaube ich Zumindest ist es jetzt eine Behauptung Ich weiß nicht, ob es so ist Ähm Eine Schätzung eher Und er hat einfach Gomme dazu gebracht Das einzusprechen Crazy Über 200 Mal nix Wie geht's glaube ich nicht so, oder? Doch, super Genau, ich glaube ich werde später übelst hart Hunger haben Ähm Aber meine Mom kocht was heute Vielleicht kann ich mir schnell was erst nieken lassen Oder mir was bringen lassen In dem Rahmen finde ich das berechtigt Jetzt ist es wohl zu spät Das Video geht 2,49 Wir werden es gerade über 200 Mal hören Irgendjemand hat es ausgerechnet vorhin Ich weiß noch nicht mehr Ich war als kleines Kind immer begeistert Man kann slash Gomme-Mode auf Gomme machen Angeht Und dann kommt so Gomme-Mode Drolololololololololololololololö Dankeschön Ich weiß nicht so Lauf um dein Leben Zieh nicht daneben Wenn der Gommemode angeht Wenn der Gommemode angeht Ich sag's dir doch Lauf um dein Leben Zieh nicht daneben Das ist schön Gommemode, Gommemode Gommemode angeht Das ist der Schikier geht auch Wenn der Gommemode angeht Wenn der Gommemode angeht Gommemode Ich enjoy das! Ich glaube, ich mach mal meinen Stuhl ein bisschen nach hinten. Oh, ja. Das Lächeln geht auch noch an. Dankeschön. Dank für deinem Ries am 8. Monat mit Twitch Prime. Kamonala. Grüß Sie. Ja, also Lukas hat auf jeden Fall eine großartige Entwicklung gemacht, glaube ich, ne? Der hat sich ein bisschen rebrandet, hat sich umgenannt und so weiter. Es ist sieben Jahre her, dass dieser Song rauskam und ich sage immer noch, es ist der beste Song. Es ist immer noch der beste Song. Morgen macht Krusty zehn Stunden Basti-Hymne oder sowas. Ja, no joke. No joke. Zehn Stunden hören und auch schauen. Also, wieso sollte ich denn hier das Video offen haben, wenn ich nicht schauen würde, Neuk? Denkst du, ich gucke die ganze Zeit auf Kraft weg oder was? Ach ja, ins Mikrofon. Nee, nix Warm-up. Ich höre mir das gar nicht. Ich schaue mir das Fade ab zehn Stunden an. Krusty schläbe währenddessen. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer von Lukas. Ach ja. Ich glaube, ich werde es nicht mal nach zehn Stunden komplett richtig haben vom Timing her. Der redet Offbeat. Ich sage, wie es ist. Gorme, was soll das? Lukas hat aktuell 15.000 Monate auf Spotify. Sein Top Song hat zwei Milo-Streams. Der Rest... Der Rest ist Top bei 500k. Ja. Also, wie gesagt, ich finde der schönste Part ist wirklich die Nostalgie. Schau mal, oben steht Skyblock. Sieht man ganz leicht in der Bossbar beim Ender Dragon. Ich weiß noch, als gorme, gorme, hd.net Skyblock rausgebracht hat. Ich nach der Schule nach Hause gerannt, um Skyblock zu spielen zum Release. Boah. Wow. Ist übrigens der erste Stream, wo ich kein Intro benutzt habe. Nee, stimmt. Kanalstrecke habe ich auch kein Intro benutzt. Da hilft kein Red, wenn der Gorme-Mode angeht. Daniel West, geiler Name. Danke dir. Ich finde, man hätte damals die Zeit mehr appreciaten sollen. Ja, ist gut. Wisst ihr, Leute, alle, die von euch irgendwie erwarten, dass ich währenddessen was zocke, als Unterhaltung, ich sage ehrlich, wie es ist, das mache ich nicht. Was hat denn das für einen Reiz? Gar keinen. Das ist doch wirklich für Pussys. Wenn der Gorme-Mode angeht. Wahre Männer hören Gorme-Mode zehn Stunden lang und schauen uns das Video an. Die alte Lobby auch, ne? Toll. Das war damals so top-notch. Ich nehme meinen Mund, glaube ich, nicht so voll, wenn ich sage, dass... Hive hatte das mit den Lobbys, glaube ich, vor Gorme-HD.tk damals. Wer von... Okay, schreibt mal eins in den Chat, wenn ihr wusstet, dass Gorme-HD.net früher Gorme-HD.tk hieß. Viele wissen es bestimmt nicht. Wenn der Gorme-Mode angeht. Das interessiert mich erstmal. Wer von euch schreibt jetzt eins? Gorme-Mode angeht. Gorme-HD.tk. Wow. Gorme-Mode.tk. Boah, das... Das weiß ich gar nicht. Kann sein, dass ich das nicht kannte. Also wenn ich den Link öffne... Ne, dann wird das da geöffnet. Ist nicht schön. Gorme-Mode. Gorme-Mode. Super. Ich find's lustig. Manche sagen hier, das ist ne Qual. Pfff. Nein. Absolut nicht. Das ist keine Qual. Ich leg hier meine Füße hoch. Ich hab hier unten so ein fettes Kissen für meine Füße. Mein Stuhl ist ein bisschen nach hinten gelehnt. Ist toll. Wirklich. Wirklich schön. Das einzige, was mich nervt mit ist der Schweiß. Glaub ich das Kissen sein? Gerne. Und eins, zwei, drei, vier. Ich bin mir sicher, es gibt ne 10 Stunden Version. Ja, liebe Zuschauer von Louis. Ähm, aber ich will den... Ich will das Musikvideo hören. Die Kontrolle übernommen. Gorme-Mode. Und siehst du so aus? Weil ich mich ordentlich gekleidet habe. Zum Anlass passend. Der Typ ist frei, wann keiner mehr hält. Ach, schön. Ich hab sogar meinen Kanaltext. Gorme Motrolololololololol lembrem! Ja, liebe Zuschauer von Louis. Der Gorme Mot hat gerade in Kontrolle übernommen. Gorme Mot. Ich hab. Er war nicht ein Gott, und es liegt vor allem auf seiner Hähnfähigkeit. Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben. Keiner weiß eh es. Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches Leben und den vernichtet und schon... Was ist Gorme Error? Seh, wie er vor mich schild. Genau, und macht ganz viele Emotes von jedem Part des Musikvideos. Ich finde, ich hätte noch einen YouTube-Short hochladen sollen. Ich mach's mal nebenbei. PvP. Also, ich finde es toll, dass ihr auch so mitfiebert. Wisst ihr? Ich finde es schön. Zieh nicht daneben! Ich bin 20! Ja, ich bin der berufliche Streamer. Und, naja. Ich glaube, auch nach diesem Stream haben wir ein richtiges Problem. Falls der liegt. Nein, ich habe das geöffnet, weil ich das jetzt re-upload. Trolololololololololololol! Ich finde es so schön. Ja, genau, ich hab nebenbei die Slots auf vier Bildschirmen aktiv, Digga. Oh, die Sonne, fünfmal. Zack, zack, Cashout. Ja. Ja. Hallo, Chris. Ich im Real Life? Was? Ich bin ehrlich, das Profilbild ist richtig cold. Hauptsächlich gibt's hier Musik ohne professionelles Studio. Alles wird von mir selbst. Scheiß mach ich. Also, ich finde, ihr solltet mal dankbar sein. Schreibt mal jetzt bitte alle Danke rein, wie wär's damit? Warum bedankt ihr euch nicht, dass ich euch sowas hier liefere überhaupt? Wisst ihr, wie viel Arbeit das war? Ja? Wisst ihr, wie einfallsreich das ist? Einfach mal Danke bitte in den Chat dafür. Also, ich finde, das ist nicht selbstverständlich, dass jemand sowas macht. So, bitteschön, ja, bitte. Damit wir hier mal auch ein bisschen die Rollen klar machen, ja? Die Rollen, die hier stattfinden, ja? Die hier auch existieren. Ah, nix, danke für dein Foto, ja. Dankeschön. GOMO, ERO INCOMING. GOMO, ERO INCOMING. GOMO, ERO INCOMING. 4 GOMO, ERO INCOMING. Boah, ich erschreck mich jedes Mal, wenn dieser Alert kommt. Dank für die 100 Bits. So toll. Hä? Wieso ist der Sound aus? Hallo, hört ihr mich? Okay, alles gut. Ah, mein Mischpult hat Sound ausgemacht, wieder. Ja, also heute Nacht werde ich da wahrscheinlich eingewiesen, ne? GOMO. Ist das eigentlich, ähm, ähm, verwerflich, wenn ich, wenn ich sage, dass ich hier vom Psychose bekomme? Kann mich, glaube ich, jemand auf Twitter weccanceln für. Sag mal kurz, call mal kurz. ja ja aber ich hab's ja nicht gesagt ja keine psychose das habe ich ja nie gesagt das habe ich nie gesagt leute ja also wie gesagt ich hab mein tweet gestern hat alles gezeigt das richtig schön dass wir auch die mode als anpassen ist toll ich danke dir vielmals wie gesagt ihr könnt auch hier rates klären für den stream und so weil ich finde das ist auch ein content der müsste auch mal gepusht werden ja probably faro dank für der vollum also ich finde ich finde ihr sollte auch wirklich der stream von jedem supportet werden ja uwe live ok das war's mit den büren ja also wenn wir nicht mindestens 5000 zuschauer haben die die referenz die checkt jetzt vielleicht nicht wegen uwe Trolololololol, danke für die Mies, haben wir 5 Monate. Hey, irgendwie 711, du kommst genau zum richtigen Stream, ja. So. Ich lade das gerade auf YouTube nebenbei hoch, deswegen nicht wundern, wenn ich tippe. Ich schaue das Video, ja. Ich mache das eben. Vertraut mir, ich schaue das. Wehe, vertraut mir jetzt nicht, Alter. Yeah, yeah, yeah. Och, Bullet, also. 4. Tja, liebe Zuschauer. Tja, liebe Zuschauer von Lukas, der Gomme-Mode hat gerade... Ich höre 10 Stunden lang. Gomme-Mode. Gomme-Mode. Guckst du auch 10 Stunden das Video? Nein, natürlich. Ich finde, das Video macht es besser. Ich weiß gar nicht, warum alle das so darstellen. Alle stellen das so dar, als sei das irgendwie eine Strafe, das Video zu schauen. Und gar nichts geschockt. Was soll das denn? Also, das finde ich eh schon schlimm von euch, ne? Ihr tut so... Das geht lang, weil du in der... Ihr tut so, als wäre es nicht schön für mich. Und wie gesagt, ihr macht so viele Modes draus, wie ihr möchtet, aus den verschiedenen Parts vom Video. Ich finde, das ist nämlich Unterhaltung. Wie gesagt, ich lade es gerade nicht mal auf YouTube hoch. Wenn der Gomme-Mode angeht. Wenn der Gomme-Mode angeht. Gomme-Mode, Gomme-Mode, Gomme-Mode angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht. Hier nicht dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gomme-Mode angeht. Gomme-Mode, Gomme-Mode, Gomme-Mode angeht. Sehr schön. Wenn du nur den Song hören müsstest, würdest du nicht 10 Stunden verschwenden. Wenn der Gomme-Mode angeht. Was meinst du? Achso, da meinst du, dann würde ich was anderes währenddessen machen. Nee, nee. Redest du ruhig noch schön? Nee, Horst, ich finde es toll. Mein War. Oh mein Gott. Feels strong, man. Mein War. Ich habe es so geliebt. Ich war richtig schlecht im PvP damals. Aber ich habe es geliebt. Es war so schön. Mein War. Oh. Hallo, Intect. Gomme-Mode. Trolololololololol. Wenn der Gomme-Mode angeht. Gomme-Mode angeht. Mow-War. Beast-Mode. Beast-Mode. Okay, eins in den Chat, wenn ihr Beast-Mode noch kennt. Ehrlich, bitte. Beast-Mode. Kennt ihr noch Beast-Mode? Bleiben wir voll durch. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn irgendein Alert kommt. Alter, ist das schlimm. Beast-Mode. Ober-Mode. 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 Beast-Mode. Das war damals Bad Wars. Bevor es Bad Wars gab, da hatte man so eine Bedrock-Welt. Und da war jeder in einem Drachenkopf. Mit seinem Team. Und dann Gold, Eisen, Bronze aus den Bedrock rausgeschwommen. Und dann die vier Villager mit den verschiedenen Items drin. Und dann hat man sich immer so... Und ich hab immer so Türme in den Ohren gemacht und so mit Bogen geschossen. Ich war so eklig. Ja, alles fertig soweit. Genau, Bett immer oben in der Ecke platziert. Ja, 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 genau. Ich freu mich weiter. Ach ja, ins Mikrofon. Also wirklich, das Video ist top-notch, Lukas. Alles klar. Dann kann ich jetzt loslegen. Ja, liebe Zuschauer von Gomme. Der Gomme-Mode hat gerade die Kontrolle übernommen. Gomme-Mode, Trollololo. So, ich hab jetzt auch ein Video-Book geladen. Jetzt werden alle verpestet damit, mit dem Stream. Gomme-Error. Also ist die Lauschecke okay für euch? Von allem, so die Verhältnisse. Wie gesagt, schreibt einfach. Ich würde so gerne das Video stoppen und schauen, wer da auf Tab zu sehen war. Mach doch 24 Stunden raus, du bist bescheuert. Spaß, war gar nicht. Du hast vielleicht ein bisschen den Schuss nicht gehört. Das war's. Für mich will ich in der Form, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet und schont. Willi, wie alle vor mir steht. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Wenn der Gopper Mord angeht, wenn der Gopper Mord angeht, da hilft keine Weh, wenn der Gopper Mord angeht. Wenn der Gopper Mord angeht, wenn der Gopper Mord angeht. Find's schön. PvP, kein Problem. Damals noch, die Spieler versteckt mit dem Blaze Road, mit der Blaze Road, das weiß ich noch. Wenn der Gopper Mord angeht, wenn der Gopper Mord angeht, wenn der Gopper Mord angeht. Tjörn, wie sag's dir doch. Hab ich gar nicht gesagt? Wenn der Gopper Mord angeht. Wenn der Gopper Mord angeht. Ich find's so toll. ich finde ich finde das ist richtig schön in meinen ohren auch das ist aber angenehm so jetzt finger von der maus ich habe es gerade auf youtube noch hochgeladen auf meinem kanal jetzt finger vom pc wie gesagt ich werde zwischendurch werde ich mal meine mama fragen ob sie mir schnell irgendwie ein apfel holt oder so ich werde nicht aufstehen kannst du einmal beim gomme mode wie turbo reparieren reagieren ach so das mache ich nicht so toll einmal schummeln gleich eine stunde länger schauen noch einmal so was schreiben eine stunde timeout so sind so nix das marsianer ich bin ehrlich die hüllen sehen cool aus also wirklich jetzt die hüllen hätte ich mir damals gekauft hätte ich davon wusste ich war fan ich war fan wirklich ja liebe zuschauer von lukas der gomme mode hat so die kontrolle übernommen er hat seinen eigenen server seine eigene welt der typ ist fly weil ihn keiner mehr hält kein rüppeln nein nicht zynisch keine lügeln seine güte reicht weit bis zu neuen planeten zu denen die da leben das ganze universum kennt ihn halt da fragt jeden ja er wird von gar nichts geschockt ja er ist wahrlich ein gott und an seiner geheimen fähigkeit das von lukas der leider wirklich wenig scheiß wenn sie wirklich beschreiben keiner weiß es viele berichten davon dass ein lichter so gut wird und wenn ich mich vernichtete und lichte den schon sie soll hier vor mir steht shit jetzt ist es wohl zu spät doch wird dein leben wenn der gomme mode angeht zieh nicht daneben wenn der gomme mode angeht es ist ein leben wenn der gomme mode angeht gomme mode gomme mode gomme mode angeht wird dein leben wenn der gomme mode angeht zieh nicht daneben wenn der gomme mode angeht hilft gern reden wenn der gomme mode angeht gomme mode gomme mode gomme mode angeht jede runde pvp kein problem es ist der modus aktiviert wie soll es keiner stehen es ist ein leben wenn der gomme mode angeht ZIEH NICH DANEBEN!! Da hilft kein redet wenn, der GOMMERMOD ANGEHT MAD, GOMMERMOD ANGEHT GOMMERMOD GOMMERMOD Der hilft kein' drehen, wenn der GOMMA-MOD angeht GOMMA-MOD, GOMMA-MOD, GOMMA-MOD angeht Der hilft kein' drehen, wenn der GOMMA-MOD angeht Schön zu verkackt Der hilft kein' drehen, wenn der GOMMA-MOD angeht GOMMA-MOD, GOMMA-MOD angeht GOMMA MODE Kennst du den? Ja, wieso? So schön! 15€ für ne Hülle! Kann man die noch kaufen? Eine Stunde schon Ich hab schon eine Stunde geschafft Ja das ist ja so easy Okay ich kaufe nur eigentlich Das ist überhaupt nicht easy Aber ich tu so als wäre es easy Ja klar Ja liebe Zuschauer von Gomme Der Gomme Most hat die Kontrolle übernommen sehr schön ja es war ich ein gott und ich finde das so schön ich mag den so früher wenn ich auch immer mit meinen freunden in der gomelagierung gelaufen habe so sieg ist gesucht und das mit den mit den ostereier secrets boah hört mir auf damit ja was ist wenn ich aufs klo muss dann muss ich die minuten stoppen sie ist heute sehr richtig sexy aus ja ich habe mich ein bisschen kein problem ist der modus aktiviert schau auf klo im handy weiter ja das wird ja keiner überprüfen können das geht ja leider nicht sie nicht daneben da hilft kein reden man ich sag's dir doch ich werde die ganze zeit hören müssen tatsächlich und ich werde auch keine ausnahmen machen leute ich bin keine posse hallo anix ach wie schön wie versteht ihr das eigentlich nicht es ist doch so simpel das prinzip da hilft kein red wenn der gomelagierung ist zu spät komm mal dir einfach hallo krassi wenn dein haus brennt ja selbst wenn ich schätze wenn mein haus brennt bleib ich sitzen ja oder nein schreibt es jetzt rein richtig ich bleib sitzen prioritäten müssen gesetzt werden ich sehe schon morgen kommen wie krassi ich sehe schon morgen kommen wie krassi oder so irgendwie zehn stunden die die keine ahnung die 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 nightcore version von gommel motor oder so also wie gesagt die hülle ist top lukas hast du gut gemacht damals dx racer übrigens rot schwarzer dx racer damals wirklich most sold wahrscheinlich bei denen 34 so so ein guter stuhl damals so nicht ich weiß nicht ob er gut ist aber damals war das so jeder hat den haben wollen oder bin ich blöd seine eigene welt das wollte auch jeder damals haben ich habe auch freunde die noch einen haben und den dann irgendwann weggeworfen wo auch damals diese steve köpfe mit diesem schweißband sieht man ganz leicht unten rechts das ist auch wirklich einfach nostalgie und der titel aus nee die habe ich an damit ihr mit mir die lyrics lernen könnt wenn der gummo mode angeht gummo mode gummo mode angeht pvp kein problem ach wie toll war das ok lyrics an oder aus was sagt ihr wenn der gummo mode angeht wenn der gummo mode angeht wenn der gummo mode angeht so sorry musste sein ich muss sagen lukas hat schon damals das video schon cool gestaltet mach mal die real talk in der zeit was was für real talk gummo mode 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 welche gummo modes haben wir jetzt alle haben wir gummo, gummo hd, gummo sagt, gummo mode gummo error ha 5 holy moly alter nicht schlecht hab die songs von lukas immer auf dem weg zur schule gehört ich nicht bin ich ehrlich ja wir haben schon eine stunde um also das ist ja bescheuert glücksrat Digga ich glaube du verstehst das prinzip nicht nauto ins mikrofon was kommt als nächstes machen wir jetzt Viewertalk währenddessen noch oder was dann kann ich jetzt loslegen yeah yeah eins, zwei, drei, vier tja liebe Zuschauer von Gummo ach man ich sag mal Gummo denkt ihr wir werden nach 10 Stunden immer noch tja liebe Zuschauer von Gummo sagen mal sehen er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt der Typ ist Flywein, keiner mehr hält kein Rümpeln, nein nicht zynisch, kein verprügeln das Intro das heilt in meinem Kopf ich hör die Musik gerade boah ich werd jetzt immer wenn der Tab öffnet andere Stellen von dem Tab öffnen äh mir anschauen und dann gucken irgendwann werde ich Spieler finden, die ich heute noch kenne oh komm, oh komm wirklich beschreiben keiner weiß es viele berichten davon dass ein Licht aus ihm kommt welches jegliches Leben vernichtet und schon sagst du denn sie hier was sagt meine Mutter dazu die finde das toll Wenn der Gummo angeht wenn der Gummo angeht das Ding ist, das ist auch wirklich ein Ohrwurm Herr Bergmann Ork stimmt, er hieß ja damals Herr Bergmann Ork ich weiß immer noch nicht warum kennt deine Mutter deinen Twitch-Kanal Nee, die kennt ihr nicht. Ich mach das heimlich hier. Lauf um dein Leben. Zieh nicht daneben. Die denkt, ich rede stundenlang jeden Tag mit mir selber. Die weiß nichts von meinem Twitch-Kanal. Die ist Prime-Sub, ja? Meine Mom ist Prime-Sub. Auch so ein richtig cooler Tag, den er da hat auf Insta. Loot zu dem Kass, aber mittlerweile ist der anders. Go-Memode, trodolol. So schön. Go-Memode, 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 Go-Memode angeht. Go-Memode, Go-Memode, Go-Memode. Go-Memode, Go-Memode, Go-Memode. Go-Memode, Go-Memode, Go-Memode. Go-Memode, Go-Memode, Go-Memode. Ja, war gerecht. Die Stimmen höre ich noch. Go-Memode, 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 Go-Memode. Ich finde also wirklich, der Song hat alles richtig gemacht. Alles. Alles richtig gemacht, der Song. Das ist so ein guter Song. Wirklich. Hochwertiger Druck für lange Haltbarkeit deiner Design. Alter, ich habe sogar noch Ad drin gehabt, Alter. Al-Quala. Also ich finde auch cool, guck mal, er hat so den Anfang so gemacht, als so noch ein kleines Musikvideo draus gemacht. Toll. Toll. Das ist einfach schön. Das ist einfach toll. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Waschbeerente. Boah, was war das denn hier? Bad Wars war das? Oder was? Für das Protokoll, wie geht's dir nach einer Stunde? Toll. Einfach aus Spaß, Nomi. Einfach aus Spaß. Keiner weiß es. Das einzige Problem ist, dass es bei mir sehr warm ist, aber das kriegen wir hin. Jetzt ist es wohl zu spät. Mein Lieblingsmodus auf Gomme früher. Gute Frage. Gute Frage. Ich glaube, es war Rage-Mode. Gute Frage. Oder Mide War. Aura fand ich langweilig. Sky Boss habe ich nie gefeiert. Hast du einen fetten Kater oder warum die Sonnenbrüde? Ich kann die auch abziehen, aber... Ha! Ne, werde ich nicht. In den 10 Stunden werde ich nicht die Sonnenbrüde abziehen. Ha! Ich fand Aura langweilig früher. Ich habe einen fetten Kater und habe die Sonnenbrüde auf. Mein Kater ist nämlich fett. Gomme Mode. Trololol. Benny HD. Ich rede aber nicht von 2021, wo du 10 warst, sondern ich rede von Zeiten, wo du noch nicht mal auf der Welt warst. Damals gab es noch andere Modi als Sky Wars. So behandle ich meine langjährigen Viewer. Okay, nicht langjährig, aber langmonatigen Viewer. Benny, das war ein Spaß. Okay. Weißt du. Ich schwöre, er hat gleich Sub gekündigt. Er hat sein Sub-Badges ausgestellt. Ich würde gerne diese User-Karte hier weg haben. Diese Karte hier, damit ich sein altes Ich sehe. Da hat er so ein Video verlinkt, wie er früher aussah. 10 Jahre, das ist nicht auf Twitch zulässig. Das war ja auch ein Witzchen. Ja, Text habe ich. Beat habe ich. Ach ja. Ins Mikrofon. Jetzt muss das noch ins Mikrofon. Gut. Der Detail ist klar. Dann kann ich jetzt loslegen. Hey, yeah. Gomme, Error. Warum ist meine Maus die ganze Zeit da? Tja, liebe Zulterer von Lukas. Der Gomme Mode hat gerade einen Troll übernommen. Gomme Mode. Trololololol. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist fly. Ich glaube, es nervt euch, wenn ich mitsinge, oder? Sag mir ehrlich, soll ich einfach mein Maul halten? Soll ich einfach mein Maul halten? Mann, die Maus. Ich tue die Maus auf dem anderen Bildschirm. So. Ja, bitte. Okay. ich finde auch schön dass die alerts alle gomme motor gololo sind das macht im weib nicht kaputt wissen wie gesagt nochmal ihr habt alle die erlaubnis alles hier aus dem stream hoch zu laden ihr dürft auch lukas hat nichts dagegen ich habe ihn auf insta die m angeschrieben hat kein problem damit wir dürfen das ja alles verwenden ja das ist eine frage dann? Das ist die Frage. Wenn ich aufs Flo gehen, muss ich wahrscheinlich die Minuten zählen. PvP. Mal sehen, ob ich morgen ein, äh, mal sehen, Leute, ob ich morgen ein, äh, auf-day brauch, wie's mit morgen geht. Zieh nicht daneben. Wenn der Gommemode angeht. Wenn der Gommemode angeht. Ich sag's dir doch. Ja, Leute, ich piss in die Flasche. So haben das Leute früher auch mit W.O.W. gemacht. Kennt ihr die, kennt ihr, kennt ihr die, ähm, Folge von South Park, wo Cartman W.O.W. zockt und in so'n Eimer kackt. Genau das. Gommemode. Trololololol. Da hilft kein Leben, wenn der Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Was um dein Leben, wenn der Gommemode angeht, wie nicht daneben, Gommemode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht. Meine Mame kommt mit Schüssel? Nein. Leute, also komm. Was läuft in deinem Leben falsch? Ihren, du bist hier Founder, ja? Benimm dich doch mal bitte ein bisschen. Ihr habt doch mal ein bisschen Respekt vor Älteren auch, ja? Du hast absolut recht. Aware. Gommemode, 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 Gommemode. Es ist so schön. Mama, hol die Schüsse. Klaffen. Habe ich, ähm, ja, jetzt muss ich, was, ach ja, ins Mikrofon, jetzt muss es los, ins Mikrofon, gut. Alles klar, ähm, dann kann ich jetzt loslegen. Hey, ja. Es ist so schön. Tja, liebe Zuschauer von Lukas, der Gommemode hat gerade die Kontrolle übernommen. Gommemode, Trollolololol. Mama, danke schön. Ja, ey, danke dir, ne? Danke, Mama, für dein Respekt im, äh, 11. Monat. Fähigkeit. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich nicht rede, ist es ein noch dober für euch. Keiner weiß es. Viele berichten davon. Aus dem Kommt, welches jegliches Leben vernichtet und stund. Seh ich, wie er vor mir steht, shit. Jetzt ist es wohl zu spät. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Wie nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Da hilft keine Reden. Wett, 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 wett Schulden sind Ehrenschulden, sagt man es nicht so? Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Wie nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Da hilft kein Reden, wenn der Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Ja, ich hatte eine Wette verloren gestern. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Wenn der Gommemode angeht. Das hier alles passiert. Lukas litt, ich gucke jetzt. Bist du die echte? So, jetzt schreibe ich. Null Follower, heute erstellt. Nice try. Gommemode, trololololo. Bist du schon, Cheatsun? Nee, super. Ich höre wahrscheinlich heute Abend, die Stimmen. Ja, das stimmt. also mein ziel ist halt das komme oder lukas ist halt reinkommen in stream aber ich glaube das wird nicht passieren leider ja ganz so schon um steht die startuhrzeit wir machen das ganze zehn stunden ich glaube der text ist noch nicht bündig oben da müssen wir einmal ganz kurz einmal noch die pfaltas nach links jetzt ist bündig oder mal sehen mal sehen ja alles fertig soweit danke chris also ich finde das hat auf ernsten guter song gefühlt sich gerade toll wie gesagt also ich hätte niemals gedacht dass ich das überhaupt machen muss ich hätte niemals davon ausgegangen dass wir es gestern nicht schaffen guten malgericht der banner auch so gut gezeichnet wer immer den damals gemacht der ist wirklich multis allein nicht das meinte doch wirklich ernst ist echt krass und bei tab ich erkenne kein bis jetzt schade wir werden noch herausfinden werde alles auf dem server war während der aufnahme wirklich beschreiben keiner weiß es richtig schön dass ein licht aus dem kommt welches jegliches leben vernichtet und schon sehe ich wie er vor mir steht schild jetzt ist es wohl zu spät coole aktion habe ich viele dms bekommen ja das problem ist halt leider dass das das ganze hier ja das das ganze ist halt leider nicht damit kann man begastet können wir kurz darüber reden und kritisieren wie ehrenlos die paar sauen von cross bad chick geklaut sind ist das so hallo dario ich muss echt mal überprüfen am ende wie oft ich was schon gesagt habe ich habe sogar extra weil ich finde das ist zum anlass auch wirklich fair ich habe zum anlass habe ich mein hemd bis oben zu geknüpft komme mord ich habe den gar nicht geschaut dieser gift starb in hero damals so op der wasserstab auch krass ich werde es noch hundertmal sagen ja leider habe ich keine gomme sticker auf dem brz konzert wo ich letztens war die instaarzen wissen bescheid da habe ich da haben auch alle so ein gomme kopf ich sag halt also lucas selber hat geschrieben mein beileid also er hat mir geschrieben mein beileid also von daher ich hätte das ganze nicht gemacht wenn es nicht dürfte sehr auch natürlich auch in der ich heute schon gewesen wenn ich jetzt heute morgen aufgewacht wäre und gehört hätte das nicht darf aber ich darf es so ein guter song bald habe ich alle in game names bei tab erkannt die in dieser einen sekunde geöffnet werden ich darf ja das video nicht stoppen vor allem an seiner geheimfähigkeit von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß keiner kann es wirklich beschreiben keiner weiß es viele berichten davon ich werde jeden frame auswendig können digga no joke jetzt ist es wohl zu spät warte ach so und ich lade das hier auf youtube hoch ne also ihr seid im video wenn ihr im chat schreibt wenn der gomme dann geht jede runde pvp kein problem die zehn stunden ja ich mach den bass nicht lauter früher als ich mein mikrofon bekommen habe ich habe oder kennt ihr das früher mit seinen homies wenn man ein neues mikrofon hat man hat erstmal den bass hochgestellt egal wie tief oder hoch die stimme war hey leute ich habe jetzt ein neues mikrofon hörte das so tief die stimme der bass so bätschig größer gomma und song also das ist jetzt schon eine freche behauptung weird champ aubi den fall Also wie gesagt, ich finde es eh frech, wenn Leute hier nicht heute mal irgendwie 10.000 Zuschauer-Rates und sowas geben, weil das hier eigentlich auch Top-Notch-Content. Peak-Content auf Twitch. Finde ich auch wirklich also frech, wenn das nicht hier supportet wird, der Stream. Muss ich ehrlich auch mal sagen. Ja, ich finde es auch krass, dass Crow den Beat von Lukas geklaut hat tatsächlich, ne? Kappa. Schaut doch mal auf Deutsch vorbei. Ja, alles fertig soweit. Ja, Text habe ich. Beat habe ich. Richtig. Gomme-Error incoming. Haben wir irgendwas noch, was wir als die Mode machen können? Eigentlich nicht, ne? Alles klar. Dann kann ich jetzt loslegen. Und eins, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer von Lukas. Der Gomme-Error. Gomme-Error. Gomme-Mod. Trollollollollolloll. Das ist ein guter Song. Ich finde es richtig schön. Also ich muss auch sagen, ich gehöre wahrscheinlich zu den einzigen Leuten, die damals nicht das Specs P-B-D-Craft-Texture gekauft haben, äh, gekauft, gedownloaded haben. Wo ist das sowas? Ich fand das immer schön, aber ich hab's mir nie selber geholt. Ich war immer, äh, also, ja, ich hab das, ich hab das, äh, ich war nie derjenige, der das gemacht hat. Wirklich. Ich hab das nie geholt, ich hab's immer geliebt, jeder hat's geliebt, gekannt. Aber es war für mich das YouTuber-Pack. Ich fand das immer hässlich, diese Herzform und so, aber es war so ein schönes Gefühl. Dieses Gefühl kann uns keiner mehr nehmen. Das haben wir alle in unserer Erinnerung, Leute, ja. Das ist einfach, ich find's einfach schön, wir haben's alle in unserer Erinnerung jetzt. Ist der Modus aktiviert? Ich werd nach diesen 10 Stunden die Lyrics immer noch nicht können, ne? Ich bin, ich bin zu beknackt dafür. Okay, eins in den Chat, wenn ihr mal Specs P-B-D-Craft auf dem PC hattet. Ich find's immer schön, aber ich hab's mir nie selber geholt. Aber mein Job. Das GLP-Pack mit Puffy, oh mein Gott. Boah. GOMMAMOT! Lollollollollolloll! Lollollollolloll! Ich bin erwachsen. Es gibt Menschen, mein Alter, die haben schon Kinder. GOMMAMOT! 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 Angeht! Lollollolloll! Wenn der GOMMAMOT! Angeht! Lollollolloll! Geht's dir gut, ja klar. Wenn der GOMMAMOT! Wenn der GOMMAMOT! Angeht! GOMMAMOT! 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 Also wirklich, wenn heute, wenn heute, ähm, Lukas Litt oder GOMMAMOT reinkommen, GOMMAMOT! Wenn heute Lukas Litt oder GOMMAMOT reinkommen, ist mein Traum erreicht. Dann ist mein Traum erfüllt. Ich kann in Ruhe sterben. Im Roadplay natürlich. Nicht in echt. Ich würd ja niemals in echt sterben. Ja, alles fertig soweit. Boah, also meine Beine kleben fest, ne? Wie hier hab ich, ähm... Ja, Dario, was soll's, fuck it. Wir sind alle, alle kleben gedieben. Jetzt muss das noch ans Mikrofon, gut. Alles klar, ähm, dann kann ich jetzt loslegen. Und eins, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer von Lukas. Der GOMMAMOT hat gerade die Kontrolle übernommen. Schaut mal, wie smooth das Profil mit nach links oben auf das Twitch, äh, auf den Banner fliegt. Er hat seinen eigenen Server. Seine eigene Welt. Der Typ ist frei, weil ihn keiner mehr hält. Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch. Kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zu neuen Platten. Zu denen, die da leben. Das ganze Universum kennt die Neid. Da fragt jeden. Ha, er wird von gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich ein Gott und... Das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit. Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben. Keiner weiß es. Also nochmal als Erklärung. Ähm, ich habe gestern zwölf Stunden gemacht. Äh, an der Challenge. Und, ähm, ihr konntet mit Bits, Subs, Raids, mein Ingame-Geschehen, äh, äh, entscheiden. Und ich hab nie gedacht, dass ihr so viel Geld reinsteckt. Und ich habe es verkackt. Weil ihr halt so viel Geld reingeballert habt, dass ich nichts mehr machen konnte. Ähm, hab ich die Challenge nicht geschafft. Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, ehrlich. Ähm, und hab mir gedacht, ja, da machst du halt zehn Stunden Gommemode-Songs hören. Als Bestrafung. Jetzt muss ich's machen. Ja. PvP, kein Problem. Ja, Benni hat ja keinen Unterschied gemacht. Aktiviert. Denkt ihr, das ist schlecht für die Augen? Trololololololololol, dank my voller. Da hilft kein reden. Ne, ich guck das walk'n, weil ich guck das, und hör mir das schön an. Ich genieß's. Ich lebe mich, glaub ich, mal ein bisschen zurück, und nehme ich mal ein bisschen mit. Das, mikrofon ist ein bisschen mit in Richtung. So, ist es ja auch. Hab' die Person will mir das nächste Sh cho, immer noch ein Main haben. Mich nervts dass in meiner Sonnenbrille das Licht wieder spiegelt. aber das kann sich ändern es geht nicht anders es geht nicht aus schauen ist das licht okay ja ist okay alter wenn ich ohne brille guckt es gab glaube ich 2015 kein minecraft youtuber die idee mit dem alert war super muss ich mich einfach noch mal bedanken war toll vorher wenn man dann in der klaren bin ja alles fertig soweit ja text habe ich habe ich ja jetzt muss ich was ach ja ins mikrofon dicker der hat den beat straight up von crow genommen nicht mal ernst wann geht es im anzug in die minions film also das hier ist ja nur ein hemd einen richtigen anzug wird dann schon anziehen für den anlass tja liebe zuschauer von lukas der die kontrolle übernommen ich weiß schon dass er bieter ist krass war das intro damals so krass ich glaube ich muss ein headset ein bisschen die ohren ein bisschen das mal eben ein bisschen weiten weil sonst tut das nämlich weh wirklich beschreiben keiner weiß es viele berichten davon ich enjoy das ja mal aber das hilft ne wirkt wundern ich bin nicht daneben wenn der common mode angeht wenn der common mode angeht common mode common mode angeht wenn der common mode angeht klar wenn ganz viele auf rp24 zu schauen wenn der common mode angeht 1 hat auch über 40k downloads jede runde pvp eins meiner packs war damals platz eins aber das war da war rp24 nicht so groß wie heute wundern leben ihr dürft by the way spammen ihr möchtet ne ihr dürft gomme mode emotes oder gomme emotes spammen ihr möchtet das ist mir egal also das ist mir wirklich egal heute ihr könnt的 vocês da kannten machen was ihr möchtet ihr werdet nicht gewandt das ist so schön x 22 kombinese ist also ich finde der fight ist ja auch sehr anzeigen irgendwie wie schlecht die auch im pvp waren ihr müsst verstehen dass man die modes nicht in einem wort schreibt weil sonst ist es ein bisschen weg der stream ist geil und channel points zu sammeln ohne sie zwischen und auszugeben ja ihr könnt ihr wort schnell points alles mögliche sammeln ihr könnt ihr im chat mitschellen und mir das erleichtern wir können es auch lassen wie ihr möchtet tts aktiv tts mit custom voice ist auch aktiv das einzige was nicht geht ist song request habe ich ausgemacht und glücksreiter sind auch aus hallo bric 234 tja liebe zuschauer von gomme ach mann ich sage mal komme mann ich sage es noch mal wenn das nicht jugendwort 2022 wird bin ich halt auch sauer ne zeige ich wie es ist bad chick von crow iceberg geheimfähigkeit von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß keiner kann es wirklich beschreiben keiner weiß es viele berichten davon dass ein licht aus dem kommt welches jegliches leben ich sehe vor mir steht shits ja der schweiß ist das einzelne was nervt aber das ist okay ich lass mir vielleicht ein handtuch bringen das mein ich ernst oder ein kissen warte mal kann ich das kissen zieh nicht daneben da hilft kein reden oh mit kissen ist angenehm oh ja viel besser Leute äh ihr sehn ihr profis ist das schlecht für meine augen wenn ich eine sonnenbrille habe während ich das anschaue von felix komme egal zehn stunden werden schon nichts machen mit meinen augen da ist nichts drin das ist aber nur getönt zu schreiben linus ich mache so was zu oft kann es davon ausgehen dass es nicht mehr so oft kommt wie es früher war wieso sollte ich weiß nicht oh ja dann wäre es ja dann wäre es ja keine challenge weißt du du zockst seit zehn jahren jeden tag 20 stunden freue ich ob das scheiße für die augen ist ja aber und das wird im laufe des tages noch ganz ehrenlos aber wisst ihr wisst ihr das einzige die einzige person wer das bockt ist glaube ich aron und ihr könnt dagegen steuern gut dann kann ich jetzt loslegen 1 2 3 4 ja liebe zuschauer ich bin ja wirklich gespannt ob ich davon jetzt wirklich heute schlechter schlafen ja es war ich ein gott und wie gesagt wenn ihr auf toilette gehen oder essen holen stopp ich und ich mache einfach atomuhr auf dem handy an ich schau mal ganz kurz ob es auf dem handy atomuhr gibt mit sekunden wo es genau steht weil dann würde ich die einfach kurz an machen und schauen wie lange ich weg war ganz easy atomuhr die bedient man ein handy atomuhr warum heißt es eigentlich atomuhr die einfach genau ist wie so atom sind da atome drin oder was Ich hab den Text über die Sonnenbrille gelesen Wenn der Gomme-Mode angeht Schnelle-Online-Info.de Urzeit.org Da Urzeit.org Yes Ich schau mal gleich, ob die genau stimmt Wenn ja, dann werde ich die Atomo nutzen Um die genaue Sekundenzahl der Versäumnis festzustellen Wie wär's mit dem Timer? Wie soll ich den jetzt noch einstellen? Okay, ich kann mich mal eben an den Timer setzen Ich muss eben nur kurz überprüfen 4, 3, 2, 1 Tatsächlich Es ist sogar genau die Uhrzeit Von meiner iPhone Ich guck mal eben, ob ich nebenbei Einen Timer öffnen kann Es öffnet sich das jetzt hier Ja, alles fertig soweit Ja, Text hab ich Beat hab ich Ja, jetzt muss ich Ach ja Ins Mikrofon Jetzt muss es noch ins Mikrofon Gut SNES Dann kann ich jetzt loslegen 1, 2, 3, 4 So Tja, liebe Zuschauer von Lukas Der Gommemode hat gerade Die Kontrolle übernommen Gommemode schreiben keiner weiß es, wie wir berichten davon. Wie gesagt, alle die TDS-Spam werden aber geteimertet. TDS dürft ihr benutzt, aber kein Spam. Hier ne Runde PVP, kein Problem, ist der Modus aktiviert, leider stehen, wenn der Gamma-Mod angeht. Nur 300 Aufrufe, cringe, mein Muffin. Ich tu hier wirklich, ich bin der größte, Gamma-Mod-Supporter, das ist in Deutschland mit der Aktion. Ich bin der größte Supporter. Es gibt keinen der sich mehr dafür einsetzt. Gamma-Mod, Trololololololololololol. Das hört sich echt an ein bisschen... Digga, Lukas Litz' Stimme hört sich damals an wie feister. Mords wollte ich in der Wette machen, eine halbe Stunde, ob ich das durchhalte. Gleich hab ich einen Timer übrigens. Gommemode, Gommemode, Gommemode. So, bis 22 Uhr 9. Ich mach einfach insgesamt 22 Uhr 10. Dann hab ich nämlich noch eine Minute Zeit, um auf Toilette zu gehen oder mir was zu essen bringen zu lassen. Das geb ich mir. So. Ja, jetzt muss ich was... Ach ja, ins Mikrofon. Jetzt muss es nur noch ins Mikrofon. Gut, alles klar. Dann kann ich jetzt loslegen. 1, 2, 3, 4. Was meinst du, Marbe? Machst du nun 24er-Gommemusk, wenn es das Jugendkontrolle übernimmt. Puh, das ist ein Mix da. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist Flywein, keiner mehr hält. Ja, Cox, du hieß doch anders. Das ist ein anderer Account, oder nicht, oder? Nee, tatsächlich. Willkommen zurück, Cox. Cox wurde unbanned. Alle meinen Clab in den Chat für Cox. Kennt ihr noch, Cox? Kennt ihr den Herren noch? Herzlichen Glückwunsch, nachträglich zum Geburtstag. Willkommen zurück, Digga. Danke, Aaron. Hallo, Saulty. Finde ich schön. Willkommen zurück, Cox. Der war ein paar Monate weg jetzt. So, gleich oben rechts ist ein Timer. Pass auf. Ich gehe nicht daneben, wenn der Gommemod angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gommemod angeht. Gommemod, Gommemod, Gommemod angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemod angeht. Hä? Lauf um dein Leben, wenn der Gommemod angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gommemod angeht. Gommemod, Gommemod angeht. Jede Runde, Pvd. So, 8 Stunden und 25 Minuten noch. Ist doch easy. Ist der Modus aktiviert. Wird nur einer steht. Copy path, so und jetzt kann ich nämlich Jetzt mach ich nämlich was Kurz wird's ein bisschen scuffed, Achtung StoneBilder, ich tanke dir doch Oh manno GOMMEMOD Du, Linus, es geht mir super Wenn der GOMMEMOD angeht Oh, ging, ne? Wie kaputt muss man eigentlich sein, dass man mir wegen sowas heute folgt? So, der Timer ist in wenigen Sekunden drin, Freunde, freut ihr euch? Wenn ich's finden würde GOMMOD 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 In wenigen Sekunden habe ich den Timer GOMMOD 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 Guys Sag ich das mal gerest? Style? Oder wegen dem weißen Flackern? Hm. Ich find's ja auch krass, also wie ist das immer passiert, dass ein Minecraft-Meme jetzt, ähm, Deutschland, also national bekannt ist, ne? Jeder, meine Mom kennt, meine Mom kennt's Gommemode, meine Mom, meine Mom. Fragt mich, was ist Gommemode? Das war's. Twitter sehr mächtig, ja. Meine Eltern nicht? Noch nicht, glaub mir. Fass da ist gut. Warte mal, ihr dürft heute wirklich Gommemode-Sachen spammen, aber nur Gommesachen. Nur Gommesachen, Gommes-Related-Sachen dürft ihr heute spammen. Digga, ich refresh gerade auf meinem Handy die Echtzeitaufwürfe von meinem Short, den ich hochgeladen habe. 1.566, 1.573, 1.577, 1.580, Digga, das geht absolut wie rein. Wir haben's geschafft, Chat, we made it. Bruder, we made it. Ja, jetzt muss ich, was, ach ja, ins Mikrofon. Jetzt muss das nur ins Mikrofon... Klar hab ich das überall hochgeladen, Digga. Man muss doch die Message spreaden, ja? Ihr müsst auch alle eure Message, die Message hier spreaden. Hier, teilt das, Digga. Bevor wir 5000 Zuschauen haben... Bevor wir 5000 Zuschauen haben, mach ich hier gar nichts. Ich sitze nur, ihr sitzt hier nur rum. Kannst du hiermit mal bezahlen? Ne, ist gescampt. Also Ziel ist heute, wie gesagt, Lukas Litz soll hier rein oder Gommel, ne? Das wär schön. Bitte nicht Tian Army, Digga. Könnt ihr damit aufhören? Digga, RedShare hat gestern Tian Army vorgelesen. Das ist das Schlimmste, was mir jeweils geschehen ist. Das ist wahrlich ein Gott und das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit, von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben. Keiner weiß es. Oh ja, Stein Army. Ich find's schön, dass ihr alle da seid, Chat. Ich dachte, ich bin ja einsam, aber ihr macht's doch toll. Ja, wann hat eigentlich Jillens den Dopamin-Mod auf Gommel-Mod eingestellt? Und auf Gommel-Error und so. Jillens, los. Guck mal, ohne meine Community würde ich hier das nicht aushalten. Ich würde verrückt werden. Ja, irgendwie schon auch, ne? Ja, war gerecht. Das ist auch gut so. Doch um dein Leben! Zieh nicht daneben! Warum tust du dir sowas an, Pendix? Die Frage ist... Warum hab ich's mir davor schon nicht angetan, weißt du? Das hier ist Dedication, das hier ist Lebens... Das hier ist mein Lebensmotto. Das ist mein Lebensinhalt. Das ist der Sinn des Lebens. Da hilft kein Red, wenn der Gommel-Mod angeht. 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 Also wenn ich ehrlich zu euch bin... Gommel-Mod... Da hilft kein Rät, wenn der Gommomot angeht Gommomot, Gommomot, Gommomot angeht Gommemodes, Gommemode Gommomodes, Gommomodes Gommemodes, Gommomodes, Gommemodes Gommemode, Gommemodes, Gommemodes Wie geht es hier mental? Also, ich muss jetzt mal ehrlich und transparent zu euch so einen Chat, okay? Ich bin jetzt transparent mit euch. Mir geht es in meinem Kopf gerade zu 90% gut. Anfang war 100, jetzt 90. Es heilt, also, ich habe ein bisschen Kopfweh, aber das geht. Yeah, yeah. Eins, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer von Lukas, der Gomme-Mode hat gerade die Kontrolle übernommen. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist Flywein, keiner mehr hält. Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zu neuen Platoneten, zu denen die Daten. Nee, also, Aaron, das mache ich niemals. Ja, es war nicht ein Gott und... Das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit, von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben. Keiner weiß es. Viele berichten davon, dass ein Licht aus welches jegliches Leben vernichtet und schon. Der, 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 der steht, shit. Jetzt ist es wohl zu spät. Ihr könnt ja den Hashtag Gomme-Mode immer in den Chat-Stats hochpushen, wenn ihr möchtet. Damit wir Erinnerungen haben an diesen Tag. Gomme-Mode angeht, Gomme-Mode, Gomme-Mode, Gomme-Mode angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht. Wenn der Gomme-Mode angeht, da hilft kein Rät, wenn der Gomme-Mode angeht. Gomme-Mode, Gomme-Mode, Gomme-Mode angeht. Jede Runde PvP, kein Problem. Ist der Modus aktiviert, wird nur einer stehen. Lauf um dein Leben, zieh nicht daneben. Wenn der Gomme-Mode angeht, da hilft kein Rät, wenn der Gomme-Mode angeht. Mann, ich sag's dir doch. Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gomme-Mode angeht. Leute, ich möchte, dass ihr alle diesen Stream hier hochpusht, ja? Wenn wir nicht 5.000 zuschauen, mache ich gar nichts hier. Ja? Wenn der Gomme-Mode angeht, wenn der Gomme-Mode angeht. Oh, mein Rücken hat es so schön geknackt gerade. Gomme-Mode, trololololol. Also mein Favorite ist ja immer noch, dass die Alerts Gomme-Mode sind. Ja, also mein Video, ich refresh gerade und es macht pro Sekunde 50 Aufrufe auf YouTube. Bescheuert. Ah! Trolololololol. Zehn Stunden Papp, viel Grusel, lachen. Oh nein. Ich hab gerade so einen Short hochgeladen, überall. Könnt ihr auch gerne mal anschauen und liken. Ich fand das nämlich lustig. Habe ich auf TikTok und auf YouTube hochgeladen. Und auf Insta. Ich hab, ich fand, ich musste da ernst bleiben, Digga. Ich musste so oft aufnehmen, weil ich die ganze Zeit lachen musste beim Aufnehmen. Ich glaube, ich ruf meine Mom gleich an. Und da schreibt meine Mom, dass sie mir bitte... Ich bin so ein Man-Child. Ähm, dann kann ich jetzt loslegen. Yeah, yeah, yeah. Und eins, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer von Lukas. Der Gomme-Mode hat gerade die Kontrolle übernommen. Gomme-Mode. Trololololololololol. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist Flywein, keine mehr. Okay, wir machen einen Deal, Leute. Wenn Gomme... Wenn Gomme-HD selbst in diesem Stream reinschreibt, sage ich hunderttausendmal Gomme-Mode. 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 Wenn er hier reinschreibt, sage ich hunderttausendmal Gomme-Mode. Wenn Gomme-HD, der echte Gomme-HD, hier in diesem Stream-Chat reinschreibt. Wenn Gomme-HD, der echte Gomme-HD, hier reinschreibt, sage ich hunderttausendmal Gomme-Mode im Stream. Doch, Auren. Wenn ihr das hinbekommt, wenn ihr das macht, mache ich das. Davor mache ich aber einen Off-Day, sage ich euch. Weil danach wird meine Stimme wirklich in Behandlung sein müssen. Ich mache das. Quartei-Ton-Clip. Wenn wir Gomme dazu bringen, mache ich das. Wenn Gomme sagt, musst du es eh machen. Ja, stimmt. Boah, ich muss... Eigentlich will ich das Video leiser machen. Das ist wünscht schon lauter. Boah. Wenn der Gomme-Mode angeht. Aber egal, ist, wie es ist. Äh, was? Wo, auf YouTube? Das muss ich jetzt nachschauen. Besser er konnte wie Kev. Alter, hallo Papel, was geht? Wann zehn Stunden? Leider. Niemals. Ja, also das ist komplett bekloppt, wie das Video gerade auf YouTube auch abgeht, ne? Ja, also so blöd bin ich nicht, wenn ihr jetzt irgendwelche Fake-Accounts macht. Es muss schon der verifizierte echte Gomme-HD sein, ne? Wenn ihr da reinschreibt, wenn ihr diesen Clip, ähm, hier, wenn ihr den Clip irgendwie, äh, dazu bringt, irgendwo zu posten, dass Gomme reinschreibt, mache ich das. Ich mache das. Ja, dann nehme ich hier so einen Timer und dann mache ich, nehme ich so einen Knopf. Bumm, Gomme-Mode, 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 ich mache das. Das ist nix, 100.000 ist nix. Mache ich denn sechs Stunden durch. Also 15 Euro für eine Hülle ist okay. Aber ob die so geschützt hätte oder hat damals, weiß ich ja nicht. Gomme-Mode to the moon. Scheiß mal auf Dogecoin oder Bitcoin. Gomme-Coins. Alles klar, ähm, dann kann ich jetzt loslegen. Und eins, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer. Banger Short, ja. Banger TikTok, Banger Short, Banger Real. Deutsche Monte. Also, spread the message. Ich mache das mit den 100.000, Gomme-Mode. Mach ich. Boah, diese Lobby, so schön. War als Premium gekauft, damit man überhaupt auf Gomme durfte, Alter. Ob wir zu Gomme sagen, was meinst du? Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben. Keiner weiß es. Viele berichten davon, wenn du dich probierst. Ach, Yoshi. Dank für deinen Twitch Prime. Nee, für deinen Prime. Ach, Digger, für deinen Sub einfach nur, Bro. Dank für deinen Sub. Im neunten Monat, ne? Jetzt ist es wohl zu spät. Was schreibst du? Trinke gerade Banger Kaffee. Boah. Ähm, Pablo. Sonst hätte ich ja nicht den Command drin, außer Zeichen Jugendfort. Na klar, Bro. Ich werd so schizophren sein danach. Also im Roleplay natürlich. Mach ich mich nicht über die Krankheit los. Ich würd' ich niemals machen. Hi, Jakob. Aktiviert. Lauf um dein Leben. Ist der Jugendfortkommand eigentlich aktiv? Und. Also die Kommentare unter meinem Short. Gebrochen. Trollolol. Stark. Tjan ist Linkshänder. Einfach Minecraft-Kopfform. Was soll das? Was soll das jetzt? Wenn du jede Sekunde einmal Gommemode sagst, brauchst du mehr als einen Tag. Shut up. Sammy kommentiert. Unban mich. Shut up. Wie wär's damit? Kommentiert mal alle unter dem Video. Gommemode oder so. Gommemode angeht. Wie nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Wenn der Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode, Gommemode. Gommemode, Gommemode. Es ist so schön, dieses Video. Ich lieb's. Ich find das richtig toll, dass der da so ein Video dazu gemacht hat. Imagine, wir müssen uns einfach nur ein Stampel anschauen. Wie doof wär das denn? Gommemode, Gommemode. Das wär ja so blöd. Das wär so doof. Stell dir das mal vor. Schaust du wieder auf 10 Stunden, dann machst du nur Gommemode als Hintergrund. Digga, ich schaue seit fast 2 Stunden das Video, also würde ich sogar auf 10 Stunden schauen, oder? Hab grad Gommel angeschrieben. Na, man muss sowas schon tweeten, leider, glaub ich. Das ist schon schwierig, an Gommemode ranzukommen. Aber wenn man ihm eine DM schreibt oder einen Tweet macht und ihn markiert, der sieht das. Gommel sieht das, wenn man ihn markiert. Aber ich will euch nicht dazu auffordern, wenn ihr das machen möchtet, gerne. Ich bin ehrlich, ich möchte nicht 100.000 Mal Gommemode sagen, aber ich will, dass ihr einmal in meinen Chat schreibt. Er hat seinen eigenen Server. 2 aus 10 Stunden, wie fühlst du dich? Recap, wir haben jetzt 2 Stunden erreicht, Leute. Fast 2 Stunden. Eigentlich in 6 Minuten erst. Ne, ich sag in 6 Minuten, wie ich mich fühle. Ich sag jede Stunde, wie ich mich fühle. Er wird von gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich ein Gott und das Lied vor allem an seiner Geheimfähigkeit. Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben, keiner weiß es. Viele berichten davon, dass ein Licht auf dem Kopf und ein schädliches Leben vernichtet und schon. Seh ich, wie er vor mir steht. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Wie nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Da hilft kein Weg, wenn der Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode angeht. Nach den 10 Stunden, bis wir von dem Lied so eine Krawatte haben. Ich werde so einen Schall haben nach dem Song. Gommemode, wenn der Gommemode angeht, kann der Gommemode angeht. Also, was geht? Ist der Modus aktiviert, wird nur einer stehen. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Zieh nicht, wenn der Gommemode angeht. Was ist denn, Großheimen? Ich sag's dir doch. Ich find's doch schön. Man erkennt bei dem Editing auch richtig die Trends von damals. So diese Filter. Oben links, ich mach mal ganz kurz Cam aus, dann seht ihr das. Da oben links, diese Kontur, diese Weiße um Lukas herum, super. Das ist genau das von früher. Diese Lyrics, ähm, diese, wie heißt es, diese Audio Line, ich weiß nicht, wie das heißt, diese Ausschlagdingens. Das ganze Editing, alles. Der Filter am Anfang über seiner Facecam. Hallo Pips. Gommemode, 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 Gommemode angeht. Gommemode. Also, wie gesagt, wenn Gommemode kommt, mach ich das. Wenn Gommemode in den Chat schreibt, sag ich 100.000 Mal Gommemode. Also Star Cookie. Ich werd das Lied im Gym heute Abend weiterpumpen. Er soll kommen. Also, kommen wollte Gommem jetzt nicht, aber... Ich glaub, ich muss gleich schon mal aufs Klo. Denkt ihr, man kann diese Handyhülle noch kaufen? Ja, alles fertig soweit. Ich darf nicht austappen aus dem Video. Gommemode, also Gommemode, komm jetzt glaub ich nicht, aber... Ich darf aufstehen, ich mach aber den Timer dann stopp. Gommemode hat gerade die Kontrolle übernommen. Gommemode, trolalalalalalala. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist frei, weil ihn keiner mehr hält. Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zu neun Platten. Zu denen, die Daten, das ganze Universum kennt. Ich moge den Chat geschrieben, als er gegestreamt habe. Er wird von gar nichts geschockt. Er meinte, viel Spaß und kam da nie wieder. Das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit. To the moon, Gommemode, to the moon. Ich geb dir das ab, wenn du das ganze Video fehlerfrei synchronisieren kannst. Mach ich heute noch. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. One honey. Gommemode angeht, Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Warte mal, ihr dürft wirklich spamen, wie ihr möchtet heute. Ist es mir so egal. Macht, was ihr möchtet. Wirklich. Wie alt ist Gommel? Ja, true. Wie alt ist er eigentlich? Denkt ihr, Gommel wird auf der Straße? Er kann, wenn er redet? Safe. Gommemode angeht, wenn er Gommemode angeht, wenn er Gommemode angeht, wenn er Gommemode angeht. Aber nichts gegen TOS, Bäm. Daumen hoch. So ist es. Ey, genau so ist es. Das, was, was du eben gesagt hast. schön dass wir von fünf verschiedene gummi maus haben gesagt macht mal so viele im aus ist geht für den tag heute mit euch genießen dürfen das nicht aussetzen wir müssen es genießen ich kann euch jetzt mal was sagen ihr seid vielleicht enttäuscht aber eigentlich hätte ich heute einen giveaway gemacht von zwei sachen mitten in diesem stream leider ging es aber nicht aus gewissen gründen deswegen noch sorry eigentlich hätte ich deswegen noch cooler gestalt für euch ich glaube nicht dass diese hüllen noch gibt heute zwei füße ich werde auch nicht die sommer abziehen ich glaube danach werden meine augen wehtun ehrlich wir wollen wir mal von 0 bis 100 prozent übereinstimmung von lukas der rappers und feisers stimme feststellen habe ich kann mir das denken dass da aussehen wird ich bin gespannt er ist heute erst mal zu einer hauspartner stuttgart eingeladen ich hab nichts lustig mit sieben friends hinzu angehören und dann auch angehören auf die party kann man doch vor mich mal anfangen das ganze universum kein dienalter fragt jeden er wird von gar nichts geschockt ja es war nicht ein glaubt doch seitdem ich meinen kommen und seine geheimfähigkeit von der mann aber leider ich bin extrem kopf hier auf eine abhängige kopfbilder kann fortes grundes ganz gut viele berichten davon dass ein licht aus dem kommt welches jegliches leben vernichtet und schon seh ich wie er vor mir steht zeig mal den bart von dir ich hab heute sogar extra mal meine haare nach hinten gegelt und alles damit ich in der rolle bin angemessen dem anlass halt auch ne kommi bitte schreib in den chat ich muss sagen gerade zwischenstand nach acht stunden wir haben jetzt acht stunden erreicht zwei stunden erreicht kopfschmerzen sind jetzt fünf prozent mehr als von der stunde ist okay her news time dicker wenn der news im video macht der 50 zuschauer via karaoke singt kann man durch weiß ich freue mich mein herz brennt der haas nein habe ich nichts geben das ist ein cooler typ sympathisch ist sympath ein wort für sympathische menschen ein sympath sag mal was ist denn das eigentlich da ist ein video ich mache kurz keller schaut mal unter mich ich zeige mich mit stegi bro du hast dich in dem video am anfang gezeigt mein herz brennt ich glaube es nicht so gesund hallo fabo ja hier kennt ihr kennt ihr rammstein song mein herz brennt spaß wir singen heute nichts anderes als kommen so ja alles fertig soweit ja text habe ich hab ich ja jetzt muss ich was ach ja ins mikrofon jetzt muss es noch ins mikrofon gut alles klar dann kann ich jetzt loslegen ja ja eins zwei drei drei rammstein ist kein kunstler ist ne band er hat seinen eigenen server seine eigene welt der typ ist frei weil keiner mehr hält kein rumpeln nein nicht zynisch kein verprügeln seine güte reicht weit bis zu neuen platten zu denen die da leben das ganze universum kennt ihn alter fragt jeden gestoppt ja es war nicht ein gott und geheimfähigkeit ich kann ja schon jedes einzelne pixel auswendig dead ass das originale lied ist glaube ich crow bad chick sie nicht daneben da hilft kein reden mann ich sag's dir doch nicht daneben was meinst du wo mein kopf tut ein bisschen weh gerade ist es wegen der sommer da wenn der kommer mode angeht wenn der kommer mode angeht kommer mode angeht kommer mode kommer mode angeht dieses 30 fps gameplay auch kommer mode hashtag platz äh platz eins in chat stats ja panics also mir geht's mir geht's gut da ist alles cool chat das wird so ein emotionaler moment später total schön wie macht es richtig freude gerade ja wirklich ob komme wirklich der beste mag ich weiß ich nicht mit der red bull gaming brille jetzt keine kopfschmerzen warte mal red bull hat eine gaming brille kommer mode wie geil er hat seinen eigenen server seine eigene welt der typ ist freiwein keiner mehr hält kein rüppeln nein nicht zynisch kein verprügeln seine güte reicht weit bis zu neuen platneten zu denen die da leben das ganze universum kennt die alter fragt jeden er wird von gar nichts gestoppt ja er ist wahrlich ein gott und ich habe keine lyrik wieder gemacht von seiner geheimfähigkeit von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß esel schreibt warum esel 174 ich kann dir sagen warum nicht das ist die bessere antwort auf deine frage seh ich wie er vor mir steht shit jetzt ist es wohl zu spät schön dass du da seid chat ihr macht das viel erträglicher digga ich habe schon befürchtet ich sitze hier alleine mit zehn zuschauern und jetzt schreibt doch bitte nicht die zuschauerzahlen rein das war jetzt nicht die intention aber ähm ich dachte ich sitze hier mit so fünf leuten gefühlt zähl mal wie oft Gommemode im song gesagt wird bro also dann kriege ich wirklich äh komplette dann ist dann kann ich danach eigentlich gehirnwäsche warte mal ich habe jetzt next 7 tv links äh aktiviert also geweiht das seit gestern Gommemode 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 Seine Geheimfähigkeit Keiner weiß es Vor mir steht Shit, jetzt ist es wohl zu spät Ich muss mal bald ne Pipi-Pause einlegen, glaub ich Auszeichen Joint, 16k, crazy Göni, der kriegt, der kriegt psychischen Kollaps, wenn er das hier mitbekommt Wenn Göni wüsste, was ich hier mache, Digga, der wird wirklich einfach ausziehen Der wird seinen Kaufer nehmen Mit seinem Lieblingsspielzeug und einem Döschen Und weg Damals mit Skype oder Haustelefon Freunde angerufen Seid ihr schon auf Gomme? Bist du? Kommst du drauf? Ja, ich hab nen Trick herausgefunden, wie man nicht gekickt wird Ja, ich hab nen Trick, wie man draufjoinen kann Du musst so und so oft refreshen Nein, du darfst nicht doppelklicken Du musst Join Server drücken Und immer die Bot-Vorwürfe damals Und immer gekriegt worden aus den Hobbys Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht Zieh nicht daneben, wenn der Gomme-Mode angeht Da hilft kein Red, wenn der Gomme-Mode angeht Gomme-Mode, Gomme-Mode, Gomme-Mode angeht Gomme-Mode, Gomme-Mode, Gomme-Mode Heute Gomme-Mode Tja Man freu ich mich auf die Gamescom Ich muss echt auf Toilette gleich Ich zöger's noch heraus Aber ich muss gleich auf Toilette und stoppen Ich kann schon mal planen, was ich schnell gleich aus der Küche raushole Einen Apfel, einen Protein-Shake Apfel, Protein-Shake, Kaffee Hallo Ferdi, was geht? Apfel, Protein-Shake, Kaffee Meine Mom kocht hat er am Nudeln, glaube ich Tja, liebe Zuschauer von Lukas Der Gomme-Mode hat gerade die Kontrolle übernommen Ja, früher, als man gekickt wurde, das war ganz schlimm, Bro Ja, ich find's schade, dass ich kein Raucher bin In dem Kontext, ich hätte gerne Zigarre, in der ich hier Paffe wäre Und das Das wird's nochmal kompliziert Aber rauchen ist wackshit Get it? Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß Keiner kann es wirklich nicht sein Keiner bei Höhe Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt Welches jegliches Leben vernichtet uns schon Wackshit, Kamado, wackshit Beta Jetzt ist es wohl zu spät Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht Zieh nicht daneben, wenn der Gomme-Mode angeht Komm mal vorn, der Dorn, du Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht Zieh nicht daneben, wenn der Gomme-Mode angeht Da hilft kein Red, wenn der Gomme-Mode angeht Gomme-Mode, Gomme-Mode, Gomme-Mode angeht Ich hab hier wichtige Dinge zu tun, Ferdi Ich weiß nicht, ob du das realisierst Timodia Fast hättest du mich bekommen Ich halte aber durch, ich resiste Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht Zieh nicht daneben, wenn der Gomme-Mode angeht Da hilft kein Red, wenn der Gomme-Mode angeht Wenn Gomme-Mode eine Elf-Mode rausfinkt Fang ich an zu rauchen Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht Zieh nicht daneben, wenn der Gomme-Mode angeht Hi, wir sind ja schon dead, so eine schnelle 24-Runde Wie wär's mit Gomme-Mode hören Für 10 Stunden Wenn der Gomme-Mode angeht Wenn der Gomme-Mode angeht Wenn der Gomme-Mode angeht Damit konntest du mich noch nie catchen, Freddy. Da hast du nen falschen Nerv getroffen, Horst. Gute Idee, Aron. Millionärs zu von Les. Auch süß. 64er ist gay, Bro. Holy fuck. Full Lobby mit Abos. Garma Mode. Mir geht der Song jetzt schon auf den Sack. Ja, Emek, also dann kannst du auch gleich verschwinden. Wie kann einen der Song denn auf den Sack gehen? Also, ich sitze hier seit 2 Stunden und 13 Minuten und höre den Song. Ja, alles fertig soweit. Ich habe angemacht und direkt gehört. Ja, jetzt muss ich, was, ach ja, ins Mikrofon. Jetzt muss es nur ins Mikrofon, gut. Alles klar, ähm, dann kann ich jetzt loslegen. Yeah, yeah. 32 mal 23, da kann ich mich nicht dran erinnern. Tja, liebe Zuschauer von Lukas, der Gomme Mode hat gerade die Kontrolle übernommen. Gomme Mode, trollololololol. Was soll ich jetzt sagen, weil du gestern Füße gezeigt hast? Das ist ein Gerücht. Also, deadass, alter. Wenn das geschehen würde. Seine Güte reicht weit bis zu neuen Planeten. Also, ich glaube, ich werde immer noch nach 10 Stunden nicht komplett mitsingen können. Weil es ist teilweise ein bisschen Offbeat. Und teilweise ein bisschen weird, die Lyrics. Sind nicht so perfektioniert. Ja, man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben. Keiner weiß es. Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet. Und schon sehe ich, wie er vor mir steht. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Wenn der Gomme Mode angeht. War da nicht irgendwas mit, ich will weniger streamen? Gestern 12 Stunden, heute 10. Mein Lembo. Pancake, was geht? Gomme Mode, trollololol. Das Traurige ist, dass ich heute mehr Follower machen werde, als in einer Woche. Das ist das Traurige an der ganzen Geschichte hier. Kein Problem. Ich darf die Maus nicht auf dem Mainbildschirm haben, sonst sieht man die die ganze Zeit. Wenn da nur einer steht Wisst ihr, eigentlich hätte ich heute gegen Wichtiger so ein Bett hier gemacht, aber ich glaube, das hier ist wichtiger Eigentlich wäre ich heute mit Freunden ins Freibad gegangen, aber das hier ist wichtiger Man muss halt auch Prioritäten setzen Das ist halt so die Sache Freaks AP? Kennst du noch Tom Schaffel? Leute sagen, heute sah ich früher aus wie Tom Schaffel, Digga Das haben schon mal ein paar Leute bei mir reingeschrieben Finde ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt Du siehst no joke heute fresh aus, ich weiß, extra dafür eingekleidet Was denkst du denn? So gehe ich in den Club ohne Brille Und meine Hose, wenn ich gleich aufstehe, einfach meine Hose ignorieren, ja, die ich anhabe Einfach ignorieren gleich Wisst ihr, man sieht das nicht Man sieht ja die Hose nicht in der Cam Gommemode hat gerade die Kontrolle übernommen Gommemode Er hat seinen eigenen Server Seine eigene Welt Ich hab ne Hose an Mensch, ich lauf gleich, ich steh gleich so auf, man sieht es mit meinem blanken Arsch Ja, er ist wahrlich ein Gott und Das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß Werner kann es wirklich beschreiben, keiner weiß es Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt Welches jegliches Leben vernichtet und schon Seht wie er vor mir steht Jetzt ist es wohl zu spät Ja, glaub ich, lögst drin Lauf um dein Leben Zieh nicht daneben Da hilft kein Reden Man, ich sag's dir doch Lauf um dein Leben Wenn der Gommemode angeht Zieh nicht daneben Wenn der Gommemode angeht Da hilft kein Reden Wenn der Gommemode angeht Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht Wenn der Gommemode angeht Wenn der Gommemode angeht Imagine, du bist das Kind von Gommem Gommemode Lalalalalal Mr. Outback, nicht Nilo Kiwi Kilian Däum Oh nein, okay, wie ist das? Wenn der Gommemode angeht Da hilft kein Reden Wenn der Gommemode angeht Bin ich schon, meine Geburt war ein Troll Scheiße Oh, es gab sogar wirklich Schutz bei dieser Hülle Es war nicht nur eine Designhülle, sondern eine Schutzhülle gleichzeitig Dicke, Lukas, der Rapper, damals schon ein Unternehmer Ja Ehrlich crazy Alles klar Dann kann ich jetzt loslegen Und Eins Zwei Drei Vier Tja, liebe Zuschauer Liebe Zuschauer von Lukas Der Gommemode hat gerade Die Kontrolle übernommen Gommemode Trollolololololol Er hat seinen eigenen Server Seine eigene Welt Der Typ ist Flywein Keiner mehr Held Kein Rüppeln, nein Nicht zynisch Kein Verprügeln Seine Güte reicht weit bis Zu neuen Planeten Zu denen, die da leben Das ganze Universum kennt ihn Alter, frag jeden Ha, er wird von ganzem Ich will immer noch wissen, was das für ein Spielmodus war da in der Lobby Das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß Keiner kann es wirklich beschreiben Keiner weiß es Ich muss langsam aufs Klo Moin Ebritil Moin Ebritil Lelda Scheiße, Mann Falsch ausgesprochen Ich krieg's noch hin Wenn der Gommemode angeht Wenn der Gommemode angeht Moin für YouTube Muss dein Handy zum Klo mitnehmen Es geht um Klo, es geht Ne, ne, ne Ähm, ich, ähm, ich Obwohl doch, es könnte sein Es könnte sein, es könnte sein Ähm, ich stopp gleich Timer und das Video Und dann geh ich schnell auf Toilette Und hol mir schnell meinen Shake und meinen Apfel Ich muss mich langsam sehr dringend aufs Klo Also ich krieg schon Gänsehaut Schnell, ich höre Naja, ich stoppe eh den Timer Boah, ich freu mich aufs Finale, ne Pia, was geht? Wie ist es dazu gekommen? Schau gestern Video dir an Ich will das nicht so oft erzählen Das kommt auch sehr, sehr oft die Frage Sorry Sag's ja, ich bin Spielmodus Ähm, ja, welcher Spielmodus das war? Ähm, der da, äh, bei den Schildern war Wo er am Anfang in der Lobby steht Das Hero Projekt, ne Ich hab mir immer so Früher so Schokomüsli mit Milch und Banane gemacht Und Nutella Das gemixt So, dieses Köln Schokomüsli Dieses ultrageile Digger Ähm, und dann, und dann hab ich da Hallo Steve, moin Wieso bist du, wieso sagst du Ich bin verrückt? Du bist im Gomme-Team, Digger Du solltest das supporten Was soll das? Ähm, genau Und ich hab dann immer das, äh, das geschaut Äh, gegessen Während ich Aura, Hero und so weiter geschaut hab Das war immer meine Standard Mein Standard-Setup Ich muss echt gleich aufs Klo, Leute Lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Ja, jetzt muss ich was... Ach ja, ins Mikrofon. Äh, ja. Alles klar, ähm... Das war falsches Timing, das war jetzt peinlich. Und eins, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer von Lukas, der Gomme-Mode hat gerade die Kontrolle... Jillens muss Dopamin-Bud für die Gomme-Emotes machen eigentlich. Schreibt mal Jillens an, dass er das machen soll. Wofür wird er eigentlich bezahlt, hä? Seine eigene Welt. TTT-Release stand da. Oh mein Gott. Damn. Seine Güte reicht weit bis zu neuen Planeten, zu denen, die da leben. Das ganze Universum kennt ihn, Alter. Frag jeden. Ha, er wird von gar nichts geschockt. Ja, er war der... Wir haben jetzt halt Jillens. Keiner wird ausgenutzt, der ist in meinem Keller. Jillens! Altes TTT-Was von... Keiner weiß es. Viele berichten davon. Sieht ja spaßig aus. Ich hab noch... Ey, ihr glaubt es mir jetzt wirklich nicht, Chat. Aber ich... Vertraut mir, ich... Es bringt ja nichts, euch anzulügen jetzt, ja? Wir müssen eh durch. Es macht mir gerade Spaß, hier zu sitzen. Ich mein, das ist gerade herz... Das hier macht mir mehr Spaß, als wenn ich irgendwie, keine Ahnung, als nächstes Skagos spielen würde oder so. Zum Glück macht sowas keiner mehr in 2022. Marken SGE. Damit werden wir dich einweisen lassen. Kein Problem. Wieso Respekt, Adrian? Das ist ein Segen, dass ich das hier machen darf. Bestrafung. Oh nein. Kennt ihr diese TikToks, wo die Leute so Hände verbunden, so auf dem Stuhl gefesselt sind und so sagen, die werden dazu verdammt, zehn Jahre lang, ähm... Wenn der Gommemod angeht... Du, 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 du zu machen? Ja, Digga, das ist bei mir legit Gommemod hören. Neu! Mach den Daumen hoch, wenn du Hilfe brauchst. was meine feister ich will den hänger kriegen ich habe ich schon ein hänger kein problem ist ich schon alles das clay martian geht es gut er macht dies freiwillig und wird nicht von seinem management dazu geknechtet nein nein mein partner wie du es komme bitte jetzt schreibt doch mal in den chat ja alles fertig soweit ja text habe ich hab ich ja jetzt muss ich was ach ja ins mikrofon jetzt muss es nur ins mikrofon gut alles klar kann ich jetzt loslegen 234 tja liebe zuschauer von lukas der gerade die kontrolle übernommen aron das ist eine arbeit einen server seine eigene welt der typ ist frei weil ihn keiner mehr hält ich höre das intro in meinem kopf wenn ich das sehe ich habe bock ist die niklas ich liebe es das ganze universum kennt ihn alter fragt jeden er wird von gar nichts der lukas rein schreibt sagst du noch mal lukas der rapper na ja jetzt ist es wohl zu spät ich glaube ich mag gleich kurz stopp während er tab öffnet damit wir diese spielernamen lesen können wenn es schon stand wird es während ich auf klo bin dann könnt ihr die namen analysieren die da stehen von den leuten damals vielleicht erkennt man ja jemand wieder dann habt ihr was zu tun während ich kurz zwei minuten weg bin wir hoffen doch panda ist der modus aktiviert auf unser leben zieh nicht daneben eigentlich hätte henry moinders hier machen müssen die waren ogs wissen wieso steve ich bin enttäuscht dass du es nicht unterstützt wie kannst du henry moind kennen ich habe sogar eine aufnahme mit ihm gemacht letztes jahr frühjahr ich sorge mich um deine gesundheit wieso das denn alles haben und ich bin so überzeugt von meinem von meiner arbeit dass ich das hier sogar auf youtube hochladen ich werde jetzt schnell auf klo rennen okay wenn wir denn wenn wir wenn er jetzt habt öffnet renne ich schnell aufs klo und drücke stopp ich bin bereit ja alles fertig soweit ja text habe ich bieter ich bin bereit jetzt muss es nur ganz mikrofon gut alles klar kann ich jetzt loslegen 1234 pass auf ja liebe zuschauer von lukas der gomme-mode hat gerade die kontrolle über sauf bin bereit er hat seinen eigenen server seine eigene welt der typ ist flywein keiner mehr hält kein rüppel nein nicht zynisch ach wisst ihr was ne wir merken uns einfach die uhrzeit atomuhr ist an wir merken uns einfach die uhrzeit ja nein stopp so ich geh schnell aufs klo ganz schnell aufs klo ganz schnell aufs klo ganz schnell die zeit wird nicht hinten dran gehängt okay perfekt weiter geht die post eine minute weniger zack so jetzt haben wir es genau wie fühlt sich das an als erwachsen war sich jemand anzuschauen der zehn stunden gomme-mode hört also ich glaube ihr unterschätzt alle die wichtigkeit dieses songs crack gomme daran erinnere ich mich ja ich habe das alles mitbekommen damals mon airfly airfly man muss halt auch prioritäten setzen das ist halt das ding ne omg clickbait lols marlon mod du bist ja ein richtig ähm raffinierter denkt ihr ja crazy boy du hast verstanden ist der modus aktiviert im menschen man denkt dass das dass das nice ist wenn man hier das hört sorry weißt du was weil du so aktiv chattest lass dich sogar aus dem timer draus ich mach fünf die moment headset kontrolle ja gerne wie mache ich das hat das gereicht aber wenn ich mit singe kann man's ja eh überprüfen Gommemode angeht, Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Noch um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Super. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Ach ja. Immer hat jemand Clickbait geschrieben. Wahrscheinlich dachte er, dass ich das einfach nur sage, aber es nicht höre. Really mad. Clickbait. Ach ja, Leute, wir genießen das Ganze hier doch wirklich in Ruhe, oder? Wer will seinen Samstag nicht so verbringen im Sommer? So, ich habe hier schön ein Protein-Shake gekühlt. Oh, Dicker. Äh, 2,0,21 Millisekunden. Okay, das ist gar nicht. Was sind deine Ziele neben Gommemode treffen? Ja, das ist ja der Text, hab ich. Beat, hab ich. Ja, jetzt muss ich, was? Ach ja, ins Mikrofon. Jetzt muss das los. Geil. Alles klar? Dann kann ich jetzt loslegen. Eins, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer von Lukas. Der Gommemode hat genade, die Kontrolle übernommen. Gommemode. Ja, Jero. Ihr seid alle im YouTube-Video. Wenn ihr euch jetzt im Chat verewigt. Wenn ihr was schreibt, das wird angezeigt. Ihr seid im Video. Reicht weit bis zu neuen Planeten, zu denen, die da leben. Das ganze Universum kennt ihn, alter Frag jeden. Ha, er wird von gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich ein Gott und... Das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit. Von der man aber leider bisher wirklich wenig weit. Keiner kann es wirklich beschreiben. Ja, mein Apfel ist nicht mehr so ganz frisch, aber... Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet und schon... Sehe ich, wie er vor mir steht. Shit, jetzt ist es wohl... Ich will jetzt auch nochmal... Nochmal vielen Dank, ne? An Lukas, der Rapper, dass er mir erlaubt hat, das zu hören. Wenn der Gommemode angeht. Da hilft keinem Weg, wenn der Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Stell dir einfach mal vor. Stell dir einfach mal vor. Ich wäre heute aufgewacht mit der Insta-DM von Lukas. Wenn der Gommemode angeht. Gommemode angeht. Nein, du darfst es nicht hören. Wenn der Gommemode angeht, jede Runde PVP. Aber es macht es ja noch mehr Hyped, also von daher glaube ich, es ist ein Win-Win. Keine Ahnung. Was ist dann? Hi, Kucki. Warum ist nicht das Tuch? Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Wenn der Gommemode angeht. Wenn der Gommemode angeht. Wenn der Gommemode angeht. Gommemode. Brolalala. Er eyelid nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Da hilft kein Rät wenn der Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode angeht. H организ nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht, Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht Gommemode, 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 Gommemode Okay, jetzt interessiert mich mal, was sind hier Leute, die mich noch nicht kannten davor, bevor ich das gemacht habe? Ist hier jemand von euch, der mich seit heute kennt? Weil hier haben viele so eine First Message geschrieben. Ach, shut up, Junge, jetzt schreibt jeder ich. Nee, egal, ich glaub's euch nicht. Nee, ja, schreibt alle ich, lustig. Funny, hab gelacht. Tiroan, ich hab ne Wette verloren. Hab gestern zwölf Stunden Content gehabt. Tja, liebe Zuschauer von Lukas, der Gommemode hat gerade die Kontrolle. Ich hab schon ne Wette gemacht und halt dann verkackt, also ne Challenge gemacht und dann verkackt. Ich hab immer Content. Der Typ ist Flywein, keiner mehr hält. Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zu neuen Platoneten, zu denen, die da leben. Ich hab kein Box für Atlanty-One, schau einfach, wie du die. Er wird von gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich ein Gott. Nächst, Nico schreibt, kennt sich seit vorher schon, aber letztens erst wieder entdeckt. Das ist geil. Keiner weiß es. Digga, was hast du geschrieben, Spoffo? Ich wäre gerne in Gommas Banner, der Zombie, der in den Fuß von ihm abbekommt, bro. Wie viele Psychosen hast du schon? Keine. Ich kenn dich von Hype, von XkillerX. Niemals. Das kommt so random, eigentlich muss das stimmen, wenn du das schreibst. Weil das kann man nicht erfinden, wenn man das nicht wirklich... Weil ich hatte mal Beef mit dem. Hör doch, Nightcore-Version! Ich hab die gestern gefunden. Abends hab ich alles vorbereitet. Szene, ähm, äh, Ding, Kommand und so. Und dann hab ich so eine Nightcore-Version gefunden. Und ich hab da einfach schon mal draufgeklickt. Na, haha. Ausrichtszeichen Jugendwort. Sollte gehen, oder? Benni. Moinayem. Wieso hostest du mich nicht? Was soll das? Wenn ich in 5 Minuten schaue, in dein Chatterino-Tab, und du nicht slash host Tian eingegeben hast, dann sperre ich dich aus meinem Chat. Okay? Können wir das nur machen? Gormamode. 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 Diese blöden Remixer. Ich, 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 ich enjoy es gerade. Boah, Alter. Man muss, ihr müsst mal vielleicht darauf achten, wenn es nochmal neu startet, das Video. Da ist dieses Showcase von dieser, ähm, von dieser Hülle. Genau, genau das. Bin mir jetzt grandios damit. Ich fand's ernst. Moin, Planeten, zu denen, die da leben. Das ganze Universum kennt ihn, alter Frag jeden. Ha, er wird von gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich ein Gott, und das liegt vor allem an der Welt. Sag jetzt hier, Juan. Ich habe jetzt zweieinhalb Stunden dasselbe gemacht. Also wer jetzt noch weitere siebeneinhalb Stunden macht, oder? Du bist nach fast drei Stunden an derselben Stelle. Moin, Bright. Cold. Es geht. Essen machen. Ich habe mir Essen vorbereitet in meinem Kühlschrank und ein bisschen geprept. Und mal im Abend kocht später. Heute genieße ich mein Leben mit euch zusammen, Chat. Ihr seid dabei. Ihr schreibt mit mir Geschichte. Zehn Stunden Gormamode. Ich mein's wirklich ernst, ich find das gar nicht schlimm. Ich find's toll. Aber bestimmt sag ich in ein paar Stunden, dass es mir scheiße geht. Kann ich mir vorstellen. Aber jetzt, gerade bin ich auf fünf Kaffee. Mein sechster ist hier. Gar nicht gewonnen. Moin, ich sag's dir doch. Lauf um dein Leben, wenn der Gormamode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gormamode angeht. Mittlerweile kenne ich die Lyrics einfach nur noch, weil ich das Video sehe und die Stelle. Das ist ja mal wirklich das krasseste, ne? Ich sehe wirklich die Stelle im Video und weiß deswegen, was für Lyrics kommen. Gormamode. Lalalalalalal. Ist eigentlich schon miserabel. Okay, TDS war ziemlich kurz, Berlin. Ich hör den Song. Also, klar, ich hör den Song, ne? Klar, ich hör den. Wie ihr auch. Aber ich... Der läuft schon gar nicht mehr... Der läuft schon ganz im Hinterkopf ab. Normal hab ich immer irgendeinen Play-Sign, wenn ich den Ziel zocke. Und jetzt hab ich das einfach an. Das ist super. Ihr supportet hier die New Wave, in dem ihr hier seid, wisst ihr? Trollololololol. Danke, Zaubercat Benji. Dankeschön. Chaos, mein Play-Through. Wäre auch noch mal mehr Content. Ich hab noch nie GTA angespielt, angezockt. Das einzige GTA-mäßige war Watch Dogs. Hab ich mal auf der Play-Sign gezockt bei meinem Pomi damals. Schaut jetzt hier, die alten Apps. Ach, sieht man gar nicht. Doch. Seht ihr das alte Layout? Trollololololol. Danke. By the way, übrigens, jeder Alert ist Gormamode. Trollolololol. Jeder Alert. Auch Sub. Sub-Gift, Raid, alles. Ja, dann kann ich jetzt loslegen. Yeah, yeah. Eins, zwei, drei, vier. Gormamode, Tja, liebe Zuschauer. Der Gormamode hat gerade die Kontrolle übernommen. Gormamode. Oha! Das war fast synchron. Kitty461. Du bist krass. Boah, Alter. Kitty. Was ist extra? Ich kann das alles nicht mehr. Wem sagst du das, Bro? Er ist wahrlich ein Gott und seine Geheimfähigkeit. Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben. Keiner weiß es. Die lebe richtig hin davon. Sieht man eigentlich, dass ich im Anzug bin? Seht ihr das überhaupt? Äh, im Anzug, im Hemd. Ich hab's bis nach oben zugeknöpft. Das macht man, für die, die noch ein bisschen jünger sind. Das macht man, wenn man auf ernste Veranstaltungen geht. Wenn der Gormamode angeht. Bis oben. Oh, ich hatte den Flieger an den Sauer. Mist. Aber ich hab nur ne Hellblaufliege. Das hat nicht gepasst. Bei der Hitze, ich hab nen Ventilator auf 3 hier. Und die Küten tut ich in Check. PvP, kein Problem. Ist der Modus aktiviert. Wird nur einer stehen. Lauf um dein Leben. Er sagt, dass er 10 Stunden kommen wird anzuhören. Wenn der Gormamode angeht. Warum hat er es nicht so genau ausgesprochen? Komisch, weil, kannst du. Lauf um dein Leben. Wenn der Gormamode angeht. Wenn ich daneben. Oha. Ich glaub, das ist der Clip, wo er die neue Premium-Lobby vorstellt. Kann das sein? Ja, Teco, Krawatte auch, ja. Hab schon genügend Schmerzen, wenn Kian streamt. Wem sagst du das? Wenn der Gormamode angeht. Moin, Flogammer. Wenn der Gormamode angeht. Gormamode, Gormamode, Gormamode angeht. Lauf um dein Leben. Wenn der Gormamode angeht. Wenn ich daneben. Wenn der Gormamode angeht. Ähm, Cyberdandy, der hatte vor sieben, äh, vor fünf Jahren schon 4 Millionen aufbewohnen. Jetzt hat er 4, irgendwas Millionen. Mein Zahnepain. Also, glaub mir, der war schon davor viral. Wer ist Steinflogammer? Kenn ich nicht. Gormamode, Gormamode, Gormamode. Gormamode, Gormamode. Digga, ich hab so Respekt vor allen von euch, die hier im Chat mitmachen die ganze Zeit, Alter. Wir sind ein Team. Dumm, 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 dumm. Ähm, ja, alles fertig soweit, ja, Text hab ich. Für mich wirst du immer Feuerstock von FXST bleiben. Ja, jetzt muss ich, ach ja. Die wahren Logis wissen, dass es Hashtag F4ST war, Flogammer. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Also, da, ähm, dann kann ich jetzt loslegen. Yeah, yeah. Eins, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer von Lukas. Bänger. Gormamode hat gerade die Kontrolle übernommen. Die Werbung ist immer ne Flashbang. Jetzt Box anschließend mitsingen. So muss das. Eigenen Server, seine eigene Welt. Kein Name hält. Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zu neuen Planeten, zu denen, die da leben. Das ganze Universum kennt ihn, Alter, frag jeden. Ha, er wird von gar nichts gestoppt. Ja, er ist wahrlich ein Gott und... Moin, Elisa. ...Geheimfähigkeit. Von der man aber leider... King? Du bist ein King. Keiner kann es wirklich beschreiben. Keiner weiß es. Ja, Flo-Gamer. Realization. Siehste mal. Wieder vor mir steht, shit. Jetzt ist es wohl zu spät. Einmal mach ich mal richtig mitsingen noch später. Und das. So eine sicke Matrix-Brille. Das ist eine geile Brille. Ich finde die auch sehr gut. Mich nervt es nur, dass die Keylights spiegeln. Aber was soll ich tun, Leute? Sauber entwickelt, finde ich geil. Respekt. Ich habe den Rest gelesen, Flo-Gamer. Will noch nicht zu viel labern. Dicker, danke. Dankeschön. Kommermode! Wäre auch traurig, wenn ich, oder? Wenn man hängen geblieben ist seit sechs Jahren. Ich will nicht dein Leben, wenn der Kommermode angeht. Ich will nicht dein Leben, wenn der Kommermode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Kommermode angeht. Kommermode, Kommermode, Kommermode angeht. Kommermode. 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 Mich triggert's bis jetzt immer noch, dass dieser Twitter-Ad, der da oben gezeigt wird und hier rechts, dass das einfach Wörter mit Leerzeichen sind. So kann kein Twitter-Ad aussehen. Da hat Lukas, der Rapper, irgendwas falsch gemacht. Einen guten Song auf die Beine gestellt, einen Banger hingestellt, auf die Beine gestellt, aber das nicht hinkriegen. Mann. So, ähm, ja, alles fertig soweit, ja, Text hab ich, Beat hab ich, ähm, ja, jetzt muss ich... Moin, Frank. Ach ja, ins Mikrofon, jetzt muss es noch ins Mikrofon, gut. Alles klar, ähm, steves Choran, zweiter Count. Eins, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer, der Gommemode hat gerade die Kontrolle übernommen. Bist du mental noch da? Absolut, mir geht's top, alter. Einen eigenen Server, eigene Welt, der Typ ist frei, keiner mehr hält. Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln, seine Güte reicht weit bis zu neuen Platoneten, zu denen, die da leben. Trolololololol MC Schäppht Danke, Dankeschön Flo, hauern Geheimfähigkeit Wen ich weiß, wenn ich beschreiben Ich bin erwachsen Ich bin 20 Jahre alt und das hier ist mein Beruf Seh ich wie er vor mir steht Shit, jetzt ist es wohl zu spät Wenn der Go-Mo-Mode angeht Lukas Music Records hat kommentiert auf TikTok Ja 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 Lukas Ist der echte? Ist der echte? Wo? Wo ist der Kommentar? Hallo? Da hilft kein Reden Neuladen? Da ist ein Kommentar Ich lese es vor, Leute Let's fucking go Hat er geschrieben unter meinem TikTok So nämlich Komma Mood Hallo Schmordi Gänsehaut am ganzen Körper gerade Jetzt soll er nur noch auf Twitch reinkommen Schmordi Es wurde zu viel Geld da gelassen Ich hatte keine Chancen Wie nicht dein Leben, wenn der Gommamod angeht Da hilft kein Reden, wenn der Gommamod angeht Gommamod, Gommamod angeht Gommamod, 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 Gommamod Wie kannst du so aktiv sein? Bin gerade erst aufgestanden Ich bin um 9 Uhr aufgestanden Hab mich dazu entschieden Nicht morgens ins Gym zu gehen Sondern geh später noch ins Gym nach dem Stream Also bin umsonst früh aufgestanden Und dann hab ich halt einfach vorbereitet Ich hab mich frisch gemacht Hab mir meine Haare gemacht und so Ach ja Also nach hinten gegählt Und Mir mein Outfit rausgeholt Noch gebügelt Weil das war zerknittert Ja, die müssen wir hier Tja, liebe Zuschauer von Jo, Lukas Ach ja, Mann Er hat gerade Die Kontrolle übernommen Gommamod Seine eigene Welt Flywein keinem hält Jonas Leute, der wird heute ganz viele Namen noch bekommen Aber nochmal ein dickes Herz für euch Von mir für euch Dass ihr alle da seid, Digga Meine Befürchtung war nämlich Dass hier keiner im Chat sein wird Ja Er ist wahrlich ein Gott und Das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß Keiner kann es wirklich beschreiben Keiner weiß es Viele berichten davon Davon, dass ein Licht aus ihm kommt Welches jegliches Leben vernichtet und schon Seht wie er vor mir steht Shit Jetzt ist es wohl zu spät Wovon wir leben, wenn der Gommamod angeht Wie nicht daneben, wenn der Gommamod angeht Da hilft keine Weh, wenn der Gommamod angeht Gommamod, Gommamod, Gommamod angeht Man sieht wie Jojo Das hier ist legit mein Hemd, was ich im Club anziehe, Digga Jetzt habe ich es zu einem wichtigeren Anlass an Ja, ich sag's dir doch Lauf um dein Leben, wenn der Gommamod angeht Zieh nicht daneben, wenn der Gommamod angeht Wenn der Gommamod angeht Gommamod, Gommamod, Gommamod angeht RP-Stimme? Nee. Nee. Gommemode, Gommemode, Gommemode. Weißt du, Lukas, der Rapper? Du hast uns einiges beschert mit diesem Song. Ich hätte gerne ganz viele Varo-Clips. Aber dann wäre doch schon wieder eine Varo-Watchparty und kein Gommemode-Watchparty. Mann. Wisst ihr, das ist halt wieder der Konflikt, den ich dann hätte. Eis, wo bist du gerade da? Was sind das für Emotes? Defibrillator. Tja, liebe Zuschauer. Er hat gerade die Kontrolle übernommen. Gommemode. Trollololololololololol. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt Der Typ ist fly, weil ihn keiner mehr hält Kein Rüpel, nein, nicht zynisch, keine Rügeln Seine Güte reicht weit bis zu neuen Planeten Zu denen, die da leben Sein Universum kennt ihn, der frag jeden Ja, er wird von gar nichts geschockt Ja, er ist wahrlich ein Gott und Das Wort ist auch einer an seiner Geheimfähigkeit Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß Keiner kann es wirklich beschreiben, keiner weiß es Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt Indes lebliches Leben vernichtet und schon Sehe ich, wie er vor mir steht Shit, jetzt ist es wohl zu spät Noch um dein Leben, wenn der Gommemaut angeht Sehe nicht daneben, wenn der Gommemaut angeht Das hilft kein Leben, wenn der Gommemaut angeht Gommemaut, Gommemaut, Gommemaut angeht Da hilft kein Leben, wenn der Gommemaut angeht Schmeuran wird von der Gommemaut angeht Ja, er ist der Hag? Wenn der Gommemaut angeht Gommemaut, Gommemaut, Gommemaut angeht Ich finde den Chat so schön unten, äh, den Ingame-Chat. Leider sieht man da nicht, wer da geschrieben hat, halt, ne? Mann, ich sag's dir doch. Danke, der Follower. Geil, komm, bitte, boll. GOMMOD! Trololololol! Mir ist ja gestern noch aufgefallen, als ich, ähm, nachgeschaut habe nach dem Song. Nach dem Stream um Null. Leute wie Mini-Me-Checker haben auch Songs gemacht. Sein Song hat eine Million Aufrufe. Hallo, Halbmond, Wolf. Das ist wirklich crazy. Diese ganzen Songs haben früher so viele Aufrufe bekommen. Heute ist es tot, das Thema. Heute gibt's nur noch krasse Songs. Genau, dieser Hacker-Song, ja. Also, ich frag mich ja bis heute, wie er überhaupt diesen Crowbeat samplen durfte. So, ähm, ja, alles, äh, fertig soweit. Ja, Text hab ich, Beat hab ich, ähm, ja, jetzt muss ich, was... Beat hab ich. Er sagt, Beat hab ich. Er hat den Beat nicht. Er hat den geklaut. Ja, ähm, dann kann ich jetzt loslegen. Yeah, yeah. Oder hat, er hat den gekauft, 100 Pro. Muss ja. Muss ja. Tja, liebe Zuschauer von Lukas. Der hat den Ali auch auf Spotify und so. Nice Idee. Ja, klar, Pommeslaut. Trololololololol. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist Fly, weil ihn keiner mehr hält. Kein Rüppel, keine Zynischkeit. Damals hat man Fly gesagt für cool. Damals hat man für cool Fly gesagt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das war damals cool. Das war damals einfach das Wort dafür. Ja, Mann, aber leider, bis er wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben. Keiner weiß es. Ich hör die Stimmen in meinem Kopf. Ich bin gleich bekloppt. Werte eingewiesen in die Psychiatrie. Seh ich, wie er vor mir steht. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Zieh nicht dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Da hilft keine Wäden, wenn der Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Lauf um dein Leben, wenn Tjano live geht. Lauf um dein Leben, wenn Tjano live geht. Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Jede Runde, POP, kein Problem. Ist der Modus aktiviert. Ich habe als kleines Kind dann immer auf Gommemode.net Slash Schinken gemacht. Und habe mich lustig gefühlt. Oder Slash Gommemode. Oder immer in den Chat geschrieben, wenn ich wollte, dass ein Freund von mir reinkommt, der nicht Premium ist. Ähm. Leute, macht mal Slash Hubschrauber. Hehehe. Wann haben die es gemacht, dann sind sie gelieft. Gommemode angeht. Powercraft, danke für dein Reset im dritten Monat. Du bist eine geile Sau. Hallo, Hustensaft-Zutup-Toast. Wenn der Gommemode angeht. Ich bin damals auch auf Slash Schubschrauber reingefallen. Ich war auch der Meinung, dass man in den Lobbys von den Minigames von Gommemode, die ja damals alle immer gleich waren, ganz am Anfang. Ich war immer der Meinung, dass man nicht gekickt wird, wenn man im Spawnbereich bleibt. Und dann habe ich immer gesagt, komm, versteck dich hinter dem Spawnbereich. Da wird man nicht gekickt hinten. Was heißt der macht? Sag mal, Hustensaft. Gommem ist in der Community. Leute, GLP ist gerade in der Community, in der Screenbox. Der Homebutton fehlt. Drei Stunden live, Leute. Gönnt ihr bei Gast. Zwei, drei, vier. Custom, es gibt immer noch Custom Screenboxen. Glaube ich. Tja. Am Plexiglas. Gommemode. Trolalalala. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist frei, weil ihn keiner mehr hält. Kein Rüppel, nein, nicht zynisch, kein... Wie viele Views hat das Video, meinst du jetzt, das Musikvideo hier, Moniaks? Das ganze Universum kennt ihn, Alter, frag jeden. Ha, er wird von gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich ein Gott und das liegt vor allem an seiner Welt. Das hat 4, irgendwas Millionen. Hat dieses Jahr erst 400.000 gemacht. Vor mir steht, shit, jetzt ist es so zu spät. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Da hilft kein Dreh, wenn der Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. 4,8 Mio. Wenn der Gommemode angeht. Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode angeht. Jede Runde PvP. Kein Problem. Das Ding ist, das Gommemode war so trash im PvP. Dieser Song war eigentlich so unakkurat. Hallo, Ferdrink. Das sollte man ja nur 8 Millionen haben, die Welt muss es kennen. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Oh, der erste Gena kam gerade. Gommemode, und Trololololol. Dein YouTube-Shot ist ja so kacke. Was soll das jetzt? Was fällt dir eigentlich ein? Gommemode, Gommemode, Gommemode. Ich bin im Video von Gommemode. Damn. Gommemode, 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 Gommemode. Leute, ich sag euch gleich was, was sich übelst triggern wird im Video. Oder soll ich es für mich behalten? Ich überleg gerade. Hm. Ah, ich sag's euch nicht. Ich lass es. Sonst enjoyt ihr den ganzen Alter heute nicht. Zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer. Da ist nämlich was unbündig in diesem Video. Sag, okay, sag ich am Ende. Prost ab, ein Lied mehr wäre viel nicer. Bringt nix. Nett hier, aber haben sie Hobbylos aus Spotify schon mit fünf Sternen bewertet. Purplefly. Diesen Song werden wir auch untersuchen, aber nicht in diesem Rahmen. Hier, okay. Ich sag's euch gleich, wenn das Video zu Ende ist, weil am Ende kommt es nämlich. Schaut am Ende kurz unter meine Cam. Also links unter meine Cam, da wo der Chat ist. Ach, das ist der Podcast von Wieso und Julien. Bam. Ist der Modus aktiviert. Wird nur einer stehen. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Da hilft kein Reden, wenn der Gommemode angeht. Mann, ich sag's dir doch. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Wissen eure Eltern vom Gommemode? Was denkt ihr? Ja. Gommemode angeht. Also meine Mom weiß davon. Gommemode angeht. Wenn der Gommemode angeht. Gommemode. 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 Super contentiert. Ja, freut mich, dass es dir gefällt. So, da seht ihr, hier, seht ihr, wie ungewöhnlich das ist. Da ist das Video zu Ende und da ist das Weiße. Habt ihr es gesehen? Ihr habt es eh nicht gesehen. Ich zeig's euch gleich nochmal. Ich zeig's euch gleich nochmal. Dann kann ich jetzt loslegen. Yeah, yeah. Tja, liebe Zuschauer. Digga, warum hat der da nicht mal irgendwas in der Hand, was ein Mikrofon sein könnte? Warum hat der da nur seine Hand? Hab's gerade irgendwie geschafft, 16 Stunden zu schlafen. Achso, du musst es noch 7 Stunden gucken und nicht mehr hören? Ja, was denkst du, wieso ich das seit 3 Stunden geoffen hab? Ja, er ist wahrlich ein Gott. Es liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit, von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben. Keiner weiß es. Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet. Und schon seh ich, wie er vor mir steht. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Ich muss sagen, ich find's krass. Ich find's krass, dass die, dass, ähm, der Style von Klamotten sich so geändert hat in den letzten 7 Jahren. 7 Jahre ist ja eigentlich nix. Aber wenn ich so das Outfit von den ganzen Leuten von 2015 YouTube-Zeiten mir anschaue und mir einfach mal überlege, Digga. Beim Refrain sagt er ganz, ganz leise Gommermode im Hintergrund. Ja. Äh, ist mir von auch aufgefallen. Ganz weird. Müssen wir doch warten. Wenn der Gommermode angeht, zieh nicht damit, wenn der Gommermode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gommermode angeht. Wann kommen's liebst du ihn nie wieder? Ähm, oder ich find irgendwie ne mentale Lösung, Digga. Keine Ahnung. So, mein Kaffee ist jetzt mittlerweile kälter, glaube ich. Weißer Streams, Leute Schaut, da ist diese Videokante Und da rechts daneben, unbündig Ist ich im Real Life, dieses Weiße Esser Apfelkuchen, Timo, was geht Boah, Digga, was würd ich tun für so'n Stück Kuchen jetzt Als Papier, das es nicht schlimm findet Wieder nicht gesehen, oh Mann, oh Naja, du hast noch sieben Stunden Zeit Ist hier rauszufinden Boah, ich hätt so Bock auf so'n richtig schönes Stück Essen heute Tja, liebe Zuschauer Boah, so'ne Pizza Er hat seinen eigenen Server Seine eigene Welt Keiner mehr hält Boah, wisst ihr, was ich meine Mom frage? Ist voll rotzfrech eigentlich Ne, ne, Moliax Der gönnt mir schon zu viel Ich glaube, ich frag meine Mom jetzt einfach auf WhatsApp schnell gleich Ob sie mir mein Gemüse warm machen kann Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß Keiner kann es wirklich beschreiben Keiner weiß es Viele berichten davon Denkt ihr, es gab damals Leute, die das gehört haben, während sie gezockt haben? Also auf Ernst, die so dachten Jetzt erst mal Nacht im Kindergarten GOMMEMOT! Ich, ich, ich? Okay Guck, was am Werk hier im Chat Moin Amaze, was kommen? Chat, wollen wir mal so tun, als würde ich schlafen? Und wenn dann gleich jemand Neues reinkommt Und jemand Oh mein Gott, sollen wir so tun, als würde ich schlafen? Soll ich Okay, wenn jemand fragt, ob ich schlafe, dann schlafe ich GOMMEMOT! Ja GOMMEMOT! Ja Ja geht... GOMOMOD 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 angeht Lauf um dein Leben wenn der GOMOMOD angeht Lauf um dein Leben wenn der GOMOMOD angeht Lauf um dein Leben wenn der GOMOMOD angeht Da hilft kein Red wenn der GOMOMOD angeht GOMOMOD 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 angeht Ich bin so, ich hab so'n Schaden, Alter, das ist wirklich insane Warum gibst du dir das? Laura, wieso fragst du denn eigentlich? Du kennst mich doch gut genug Du sagst doch immer, du kennst mich so gut Wieso fragst du mich denn überhaupt noch? Moin, Dachschieb Moin, Gänger, was geht? Die Kontrolle übernommen Boah, bitte, wenn mich jemand auf der Gamescom anspricht, bist du nicht der Gommemode-Typ, dann raste ich aus Das will ich nämlich eigentlich nicht Der Typ ist fly, weil ihn keiner mehr hält Wettschulden sind Ehrenschulden, Laura, das ist gut aufgepasst vor allem Ja, wer von euch kommt denn auf die Gamescom eigentlich? Viele berichten davon Ich schreib gleich meine Mama an, dass sie kommen soll Gegen mich selber, Heimchen, gegen meinen Chat Ähm, ich glaub ich weiß, dass das Video mittlerweile ausfällig ist, auch ohne wilden Ton Ja Wie kannst du da drei Stunden immer noch mitsingen? Das ist ein gottloser Airwurm Ist der Modus aktiviert Wird nur einer stehen Lauf um dein Leben Eisbloom, wenn du das machst Dann mach wenigstens im Gegenzug jetzt mal die schönen Bit Badges Guck mal, so viele haben gestern gecheert Die warten alle Die unscharfen Die scharfen man nicht Komm, Eisbloom Guck mal, es gibt auch keine bessere Samstagsbeschäftigung Trololol, IP, IP, IC Oder so, keine Ahnung IP, IP, Ace, dankeschön Ähm Genau, äh, du hast auch hier eine tolle Samstagsbeschäftigung Du schaust hier den Stream 10 Stunden Und machst währenddessen die Badges Wenn der Gommermode angeht Wenn der Gommermode angeht Ich weiß immer noch, woher ich die Standards herkriege Ähm Die findest du entweder auf twitchremode.com Oder such einfach danach Findet man Oder du gehst bei dir selber ins Twitch-Profil Da, wo man die Bit Badges einstellt Und lädst sie als Bild runter Ich würde gerne mit Gomm im Bett warsen Nicht schlecht Sehr schön Gute Schau Ja, alles fertig soweit Ja, Text habe ich Beat habe ich Ja, jetzt muss ich Beat habe ich Ja, jetzt muss ich Jetzt muss ich es nur noch ins Mikrofon Jetzt muss ich es nur noch ins Mikrofon Alles klar Dann kann ich es loslegen Boah, als man es das erste Mal gehört hat Muss dieser Gomme-Part so überraschend gekommen sein Gomme-Mode Ich mal gerade überlege, woher kam eigentlich das Trollolololololol? Woher kam das damals? Na, das TikTok hat über drei Karte also. Komm langsam, größere Schmerzen von den Jokes, die ich hier bringe jetzt vom Song. Ja, das glaube ich dir. Keiner weiß es, viele berichten davon. Ich erlaub euch, by the way, allen hier Stream-Ausschneider zu benutzen für eure Sachen, wenn ihr möchtet. Untertitel mach ich nicht aus. Nee, wir wollen ja lernen. 4chan. Da hilft kein Red, wenn der Gommermord angeht. Gommermord, 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 Gommermord angeht. Hier der Runde BVP, kein Problem. So, hier was geht. Aktiviert. Lauf um dein Leben. Zieh nicht daneben. Da hilft kein Red, Gommermord. Ich sag's dir doch. Wann kommt Klaus Thaler in den Sphinx? Wann kommt Klausi in den Sphinx? Und M-Zone. Willst du Bits? Gerne, her damit. GOMMEMOD! Ja, Mann, ich hätt's nicht gedacht, ehrlich gesagt. Also, an der Creed Real. GOMMEMOD angeht. Es gelbe nicht dein Leben, wenn der GOMMEMOD angeht. Es finns nicht dein Leben, wenn der GOMMEMOD angeht. Da hilft kein Rät, wenn der GOMMEMOD angeht. GOMMEMOD, GOMMEMOD GOMMEMOD ENGEHT. GOMMEMOD, GOMMEMOD GOMMEMOD, GOMMEMOD GOMMEMOD Willkomm's nicht, schade GOMMEMOD, GOMMEMOD GOMMEMOD Ich genieße es wirklich im Vollzügen, ne? Also, wie gesagt, es ist für mich nicht Schlimmes zu hören. Im Weit ist das ja alles ein Loop. Die Chatnachrichten sind auch alle programmiert. Ja, jetzt muss ich... Ach ja, jetzt muss es los. Jetzt muss es los. Alles klar. Dann kann ich jetzt loslegen. Ja, ja. Eins, zwei, drei, vier. Chat, beweist den neuen Zuschauern, dass ihr echt seid. Trololololololol. Null, hallo. Cursed lit, Craygasm, Cursed lit. Squid, eins, zwei, drei, vier. Keiner weiß es. Vor mir steht Shit. Jetzt ist es wohl zu spät. Laura, bist du noch da? Ich würde gerne was fragen. Da hilft kein Red, wenn der Gommamode angeht. Gommamode, Gommamode, Gommamode angeht. Lauf um dein Leben. Wenn der Gommamode angeht. Ich stehe nicht daneben, wenn der Gommamode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gommamode angeht. Gommamode, Gommamode, Gommamode angeht. Jede Runde PvP. Ich frage mich wirklich immer noch. Chat, wieso war Gommamode eigentlich darauf bezogen, dass Gommamode so krass im PvP ist? Der war damals so shit? Ja, es tut mir leid. Alle waren damals shit, ja. Aber Gommamode war immer, immer schlecht. Ich hätte wenigstens, was wir wollen. Bro. Ich gehe nicht daneben, wenn der Gommamode angeht. Damals gab es keine guten Spiele, ich weiß. Aber Gommamode, Gommamode, Gommamode angeht. Ihr habt ja recht. Irgendwie war jeder damals trash. Ihr habt recht. Ja, das muss man ja sowieso nicht besprechen, Modiacs. Damals war Minecraft noch in Ordnung, Freunde. Damals war es noch schön. Peace for die Nacht, der Schule einfach auf Gommamode. Für viele war Minecrafts erstes Spiel, ja. Wie altes kommen jetzt? Ist der 30 oder so? Beat hab ich, ähm, ja, jetzt muss ich was... Ach ja, ins Mikrofon. Ja, logisch, Moon. On the room. Alles klar, ähm, dann kann ich jetzt loslegen. Äh, yeah. Und eins, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer von Lukas. Sicher, ob du Treu-Videos? Ja, ja, das weiß ich, Gumbi-Bär. Das check ich schon. Ähm, aber das wird ja auch in dem Song so gesungen von ihm, dass er so krass war. Irgendwann was du Gommamode nie wieder hören? Das stimmt nicht, ich werd den immer hören. Vielleicht aber mal, äh, so, ja, in der Woche vielleicht mal ab und zu skippen. Die Brille. Das ist mal eine Brille. Ja. Frage, was ist heute für ein Stream? Der beste Stream der Woche. Gestern war ein schöner 2-Stunden-Sprim. Heute machen wir 10 Stunden Gommamode. Keiner weiß es. Mein erstes Game bei Reparty. Oh, Static, ich werd auch n' schlimmer Song. Wann kommt Gommamode das Game? Fragt Lemokon. PvP. Und wie gesagt, ihr habt alle die Erlaubnis zu spammen. Ihr werdet nicht getime-outet. Heute dürft ihr alles. Heute ist, heute ist Purge. Quasi. Ja. Ich sag's dir doch. Ich lese gerade die Kommentare auf dem TikTok. Digga, das, das fucking Lukas, der Rapper, da kommentiert er, das ist immer noch insane für mich. Wenn der Gommamode angeht. Guter Song. Leute, die Gommamode spammen mit MPC? Nein. Leute, die es nicht machen MPC. Wenn jetzt Lukas Litt heute noch auf Twitch hier reinschreibt. Oder sogar Gommamode angeht. Da hilft kein Reh, wenn der Gommamode angeht. Ich will's gar nicht aussprechen. Gommamode, Gommamode, Gommamode angeht. Gommamode. Leute, die Moliacs heißen MPC. Deadass. Deadass. Gommamode, 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 Gommamode. Gommamode. Gommamode, 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 Gommode, 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 Gommode Äh, yeah! Eins, zwei, drei, vier! Tja, liebe Zuschauer! Er hat seinen eigenen Server! Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist Flywein, keiner mehr hält. Kein Rumpeln, nein, nicht zynisch, kein Verpumpt. Wollen wir einen Gomemode, ähm, GIF bei den Alerts für heute? Na klar, CryEngel, was denn sonst? Ja! Motz! Motz! Viele berichten davon! Was muss sich jemandem denken, der sich gerade sieht? Frag halt die Leute hier! Spofo, das ist jetzt doof! Wenn der Gomemode angeht, Gomemode, Gomemode, Gomemode angeht. Ich finde das nicht so schön. Hier Hunde, PvP, kein Problem. Ist der Modus aktiviert? Wird nur einer stehen? Lauf um dein Leben! Zieh nicht daneben! Da hilft kein Reden! Mann! Wie sag's dir das? Lauf um dein Leben, wenn der Gomemode angeht. Zieh nicht daneben! Wenn der Gomemode angeht. Da hilft kein Reden! Ja! Woh, das ist ja alles. Wenn der Gomemode angeht. Wenn der Gomemode angeht. Wenn der Gomemode angeht. Wenn der Gomemode angeht. Lauf um dein Leben! Wenn der Gomemode angeht. Zieh nicht daneben! Wenn der Gomemode angeht. Da hilft kein Reden! Wenn der Gomemode angeht. Gommemote, Gommemote, Gommemote angehebt Gommemote, 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 Gommemote Yeah! Ja, alles fertig soweit, ja, Text habe ich, Beat habe ich, ja, jetzt muss ich, was, ach ja, ins Mikrofon, jetzt muss es los, ins Mikrofon, gut, alles klar, dann kann ich jetzt loslegen. Ja, ja, eins, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer von Lukas, der Gomme-Mode... Erst drei Stunden? Ne, schon drei Stunden. Ich genieße es in vollen Zügen, Lolo. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist Flywein, keiner mehr hält, kein Rümpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln, seine Güte reicht weit bis zu neuen Platoneten, zu denen, die da leben. Lernst, wieso Losinget, mir geht's super. Er wird von euch geschockt, ja, er ist wahrlich ein Gott und seine Geheimfähigkeit. Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß, keiner kann es wirklich beschreiben, keiner weiß es. Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet und schon, seh ich wie er vor mir steht. Shit, ja, jetzt ist es wohl zu spät. Und dann nehmt. Glaublich weitfisch? Nein, das ist absolut 222. wie wäre es, wenn wir alle mal chatowino homies machen und den gommemode badge reinmachen, wie wäre es damit, oder habt ihr respekt, habt ihr respekt verloren wo ich freude mich super auf das essen von meiner mommy Ich krieg mir den Rest von meinem kalten Shake. Hab ich gekleckert? Bisschen. Gorma Mord, Gorma Mord angeht. Gorma Mord, Gorma Mord. Gorma Mord. Alle mal strecken. Ähm... Rrrr! Rrrr! Da-da... Da-da-da... Ich find's... Also , no joke, mit Ventilator lässt sich das echt aushalten. Ah ja, ins Mikrofon. Von Ventilator auf Zwei. Alles klar, ähm, dann kann ich jetzt loslegen. Ye-yee-yea... Eins, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer! Der Gommemot hat gerade die Kontrolle übernommen, guck jetzt wie Sure das Mmmue geht Gommemot, Trololololololol! Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt Jede die Sekunde die du vom Musikvideos weg guckst 10 Stunden drauf Er ist wahrscheinlich ein Gott und Das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß Keiner kann es wirklich beschreiben, keiner weiß es Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt Welches jegliches Leben vernichtet und schon Seh ich wie er vor mir steht, shit Jetzt ist es wohl zu spät Lauf um dein Leben, wenn der Gommamode angeht Lauf um dein Leben, wenn der Gommamode angeht Gommamode, 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 Gommamode angeht Lauf um dein Leben, wenn der Gommamode angeht Wenn der Gommamode angeht Lauf um dein Leben, wenn der Gommamode angeht Lauf um dein Leben, Gommamode, Gommamode angeht Runde PvP, kein Problem Das zweite Opfer schreibt schon 3,5 Stunden, Lunate-Rip Wieso RIP? Ich sag's dir doch Lauf um dein Leben, wenn der Gommamode angeht Digger, stimmt! Wieso aktiviert man nicht einfach selber den Gommamode? Da passiert nichts Ah, wuuuuh! Rали hat ja nen RIP-Moment Gommamode! Gommamode! Digga, man wird im 10-Stunden-Video, was ich auf YouTube buchlade, wirklich sehen, wie ihr durchgehend durchspammt, Alter. Das ist so ein, wirklich Respekt an alle, die das hier mitmachen, Digga. Man wird das im Video sehen. In jeder Sekunde. Gormo-Mode. Kommt da mal was anderes als der Gormo-Mode? Moin, Espa. Gormo-Mode. Gormo-Mode. Gormo-Mode? Gormo-Mode. Kennt ihr dieses Meme-Format auf TikTok, wo Leute so Emojis oben haben? Und dann so Wörter sagen, in dem Moods, wie das Emoji ist. Warum macht man sowas nicht mit Gormo-Mode? Gormo-Mode. 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 Ich will das machen. Ich will das machen. Ich mach das. Patentiert. Gormo-Mode. Du schaust, ich bin Tiktok. Tja, ich bin eh kaputt. Tja, liebe Zuschauer. Gormo-Mode. Der Gormo-Mode hat gerade die Kontrolle übernommen. Gormo-Mode. Eine Runde übersteuert. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist Flywein. Keiner mehr hält. Kein Rüppeln, nein. Nicht zynisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zu neuen Platten. Zu denen, die da leben. Das ganze Universum kennt ihn. Alter fragt jeden. Ha, er wird von gar nichts geschockt. Ja, das war nicht ein Gott. Und es liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit. Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben. Keiner weiß es. Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet. Und schon seh ich, wie er vor mir steht. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Doch um dein Leben, wenn der Gormo-Mode angeht. Wie nicht daneben, wenn der Gormo-Mode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gormo-Mode angeht. Gormo-Mode, Gormo-Mode angeht. Gormo-Mode angeht. Doch um dein Leben, wenn der Gormo-Mode angeht. Wie nicht daneben, wenn der Gormo-Mode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gormo-Mode angeht. Gormo-Mode, Gormo-Mode angeht. Jede Runde... Hm, du bezahlst mir die Hörgeräte. Gormo-Mode. doch um dein leben ja ich sag's jedoch angeht ist das nicht der ist nicht der abminder es gab dort einen admin auf diesen einen owner auf gomme der hatte so einen namen mit so ganz vielen zahlen wie hieß der nummer kann das jemand herausfinden vielleicht ist euch übrigens aufgefallen ich habe den ich habe den die cam bisschen lauter gemacht lauter wahrscheinlich größer gemacht weil ihr wollt natürlich meine hässliche visage auch während des zehn stunden aktie ein bisschen größer sehen oder das hier ist eine vereinigung das hier ist eine sucht lukas 8 12 98 genau 1234 zeig deine augen der reptoloid wenn ich meine brille abnehmen seht ihr doch dass ich ein mensch das ist eine maschine bin ja das war ich ein gott und das liegt vor allem an seiner geheimfähigkeit von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß keiner kann es wirklich beschreiben keiner weiß es und jetzt alle noch von daneben wenn der kommer maut angeht wenn der kommer maut angeht scheiße ist der modus aktiviert wird nur einer steht lauf um dein leben wenn der kommer maut angeht wenn der kommer maut angeht wenn der kommer maut angeht Mein Gaming-Watcher Willkommen im Stream, yo Ist es eigentlich doof, dass jeder alert derselbe ist? Wenn jemand ein Gifted-Zapp macht, ist es derselbe alert, wie wenn jemand followt Machst du das 10 Stunden? Nein Ne, alles gut Jenkins, danke dir Ja, alles fertig soweit, ja Text hab ich, Beat hab ich, ja jetzt muss ich was, ach ja, ins Mikrofon Jetzt muss es noch ins Mikrofon, gut Alles klar, ähm, dann kann ich jetzt loslegen Ja, ja, geht's eigentlich gut, ja Tja, liebe Zuschauer Ich schreib jetzt mit meiner Mom auf WhatsApp Kein Verprügeln, seine Güte reicht weit bis zu neuen Platten, zu denen die da leben Das ganze Universum kennt ihn, alter Frag jeden, ha, er wird von gar nichts geschockt Ja, ja, das war nicht ein Gotto Das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit Von der man aber leider bisher will ich nicht weiß, keiner kann es wirklich beschreiben Wirklich beschreiben, keiner weiß es, viele berichten davon Ach, yeah, wie schön Seh ich, wie er vor mir steht, shit, jetzt ist es wohl zu spät Moin, FeiersteinTV Wenn der Gommermode angeht Wenn der Gommermode angeht Gommermode, Gommermode, Gommermode angeht Lauf um dein Leben, wenn der Gommermode angeht Wenn der Gommermode angeht Oh, meine Mom, meine Mom schreibt, dass sie mir was essen holt Benno, danke für ein Follower, Moment Jungs, hallo Liv Hallo Benno PvP Ich bin eine Minute am Handy und schreib meiner Mutter Wegen Essen Du würdest mir ein Riesen Wird nur einer stehen Lauf um dein Leben, wenn der Gommermode angeht Zieh nicht daneben, wenn der Gommermode angeht Da hilft kein Reden Man, ich sag's dir doch Lauf um dein Leben, wenn der Gommermode angeht Zieh nicht daneben, wenn der Gommermode angeht Da hilft kein Reden, wenn der Gommermode angeht Gommermode, 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 Gommermode angeht Wie kannst du noch ein neues Schild so sein, Simply, es geht super Mir geht's richtig gut, der Song ist toll Wenn der Gommermode angeht Reicht jetzt, Sims Reicht mal, hör auf zu spammen Leute, hör auf zu spammen, mein PC laggt Komm, wir gut Gommermode, Gommermode, Gommermode Hallo, Zappel Gommermode Was machen wir eigentlich, wenn es später vorbei ist? Das wird ja dann wirklich ein wahrer Despair-Moment Dann sitze ich hier Und dann so, ja Und jetzt So, ja, alles fertig soweit Den Text habe ich Beat habe ich Ach ja Hallo an alle neun, by the way Heute sind echt viele neue Leute dabei Woher kommen die neuen Leute eigentlich alle? Woher kommt ihr? Tja, liebe Zuschauer Klaus, danke dem Trollolololol! Schade, fast gesynkt. Der nächste Follower kann dann im nächsten Durchlauf kommen. Eigentlich müsste ich mich AFK in die Community stellen. Ich hoffe, was geht's? Ja, kenn ich von Fistar, nice. Ich lieb's. Keiner weiß es, viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet und stund, seh ich wie er vor mir steht, shit, jetzt ist es wohl zu spät. Doch um dein Leben, wenn der Gommermode angeht, hier nicht daneben, wenn der Gommermode angeht, da hilft kein Reden, wenn der Gommermode angeht, Gommermode, Gommermode angeht! Hey! 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 Da hilft kein Reden, wenn der Gommermode angeht, Gommermode, Gommermode, Gommermode angeht! Jede Runde PvP, kein Problem! Gestern hat er mich geskippt, weil ich das nicht noch mehr hören wollte, als 10 Stunden. Lauf um dein Leben, wenn der Gommermode angeht, zieh nicht daneben, wenn der Gommermode angeht, da hilft kein Reden, wenn der Gommermode angeht! Tja, ich sags' dir doch! Lauf um dein Leben, wenn der Gommermode angeht, zieh nicht daneben, wenn der Gommermode an geht, Gommermode, Gommermode, Gommermode angeht! Was geht denn fass? Was poppin? Du kommst hier nICHt als erster Nachschreiben und sagst hier, dass Teams richtig. Hast du das Blaue Gott auch! Na 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 na! Gommermode! Trolololololololol! Lauf um dein Leben, wenn der Gommermode angeht, zieh nicht daneben, wenn der Gommermode angeht! Da hilft kein Reet, wenn der Gommermode angeht, Gommermode, 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 Gommemode. Ich habe jetzt meiner Mama eine Anleitung gegeben, wie sie das zubereitet, was ich möchte. Meine Mama hat jetzt eine Anleitung bekommen. Ich habe hier gerade legit einen halben Roman geschrieben, wie sie das zubereitet, was ich essen möchte. Holy shit. Sonst mache ich mal den Haushalt. Heute kann sie mal machen. Based. Ja, jetzt muss ich, was, ach ja, ins Mikrofon. Jetzt muss es los, ins Mikrofon, gut. Alles klar, ähm, dann kann ich jetzt loslegen. Äh, hier, eins, zwei, drei, vier. Ne, ne, Eisblut, schon bis, äh, bis drüber, bitte. Mach alle am besten. Wenn schon, denn schon. Weißt du, du wirst es, du wirst es, du wirst es, du wirst es bereuen, wenn nicht. Oder wieso, sagst du, bis 600.000? Wieso? Ab irgendeinem Zeitpunkt kommen dann so komische Diamanten da rein und sowas. Du kannst die Diamanten eigentlich auslassen. Oder du machst einfach überall das Gesicht rein. Am besten wäre überall. Keiner kann es wirklich beschreiben. Keiner weiß es. Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben wird und schon, seh ich, wie er vor mir steht. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Mir geht's super, Stella. Zieh nicht daneben, wenn der Gommermode angeht. Ich, 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 ich genieße es gerade. Leute, genießt ihr es auch? Sag mal. Da hilft kein Red, wenn der Gommermode angeht. Gommermode, Gommermode, Gommermode angeht. Jede Runde, PvP, kein Problem. Ist der Modus aktiviert. Meine Mom bringt mir gerade legit mal Mittagessen. Ich hab sie so lieb dafür. Excusiert. Wenn ich daneben Gommermode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gommermode angeht. Mann, ich sag's ja noch. Bip, bip. Eigentlich finde ich, dass Gönig hier dabei ist. Wenn der Gommermode angeht. Gommermode, Gommermode, Gommermode angeht. Irgendjemand müsste eigentlich so, so ein gestelltes TikTok machen. Alter, der Typ ist ja so, der Typ ist ja so komisch. Was geht denn mit dem? Was hat bitte das Jugendwort mit uns angestellt? Er hört 10 Stunden Gommermode. Wenn der Gommermode angeht, wenn der Gommermode angeht. Wenn der Gommermode angeht. Alter, das Hero-Projekt, ne? Wenn ich dieses Gameplay seh. Ich will das wieder spielen mit meinen Freunden. Ich hab damals extra Hexit geholt dafür. Trolololololol, Sandro, danke für den Raid. Dankeschön. Macht doch, dass man Emotes im Stream auftauchen. Das wär too much. Amogos, ich glaube, das gibt's nur bei Langenscheid in Deutschland. Krass, Alter. Wieder die Schmerzen erleiden. Tabo. Das sind keine Schmerzen. Das sind... Das ist ein Blessing, okay? Damit das klar ist. Ja, liebe Zuschauer. Die Kontrolle übernommen. Gleich, meine Mann wird mich so jumpscaren, Alter. Die wird gleich reinkommen. Ich übelst hart erschrecken, glaube ich. Ich hab so Respekt vor allen, die bis jetzt da sind, ne? escucha. Teech wie er vor mir steht. Shit. Jetzt ist es wohl zu spät. Womm ben lebt, wenn der Kommermode angeht. Wie nicht dein Leben? Limbokong? Warum nicht? So. Wenn der Kommermode angeht. Kommermode. Kommermode. Kommermode angeht. Wir Petra. Der�. Der�. Ilkey. PVP kein Problem ist der Modus aktiviert wird nur einer schön lauf um dein Leben nur noch sechs Stunden ich würde es auch 20 Stunden noch so ist zehnstag ehrlich was es gibt Gommemode Trolololololol Lauf um dein Leben wenn der Gommemode angeht da hilft kein Rät wenn der Gommemode angeht Gummimote, 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 Gummim Also ich genieße es so hart gerade, wirklich. Ich finde es richtig toll. Yeah, yeah. Ich will, dass Gomme wieder Videos macht. Der Typ ist Flywein, keiner mehr hält. Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zur neuen Zeit, zu denen die da leben, das ganze Universum kennt ihn, Alter, frag jeden. Gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich ein Gott und es liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit, von der man aber leider bis er wirklich wegfällt, weil der Sonne es wirklich beschreiben, keiner weiß es. Sebastian, mach und TikTok. Wir sind hier versammelt zu einem wichtigen Meeting, Leute. Ich wünsche mir, dass ihr alle das hier ernst nehmt und hier keine Spaßveranstaltung los macht. Ich habe empfühlt den Song seit vier Stunden, mein Respekt. Ja, wieso Respekt? Sebastian, was tut man nicht alles für seinen Lieblingsführer? Lauf um dein Leben! Zieh nicht daneben! Mann, ich sage es ja doch. Fußhunter LP, danke der Welt. Du lebst meinen Traum, ich lebe euren Traum. Ja, das ist normal. Gommemode! Tralalalalal! Was machen wir am Ende, wenn wir es geschafft haben? Nochmal machen, oder? Nochmal zehn Stunden. Gommemode angeht, Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Ich bin jetzt theoretisch der Weltrekordhalter, für den meiste Zeit Gommemode-Song am Stück hören, oder? Könnte ich doch jetzt einen Guinness World Record-Eintrag haben. Morgen macht Krusty so einen Stream. Äh, ich höre elf Stunden, der Gommemode. Hab ne Idee, Leute. Prostab, hundert Mal Gommemode hören. Bist du stolz? Ich bin super stolz. Gleich ist mein Essen fertig. Ohne, dass ich den Raum verlassen muss. Meine Mom ist doch nicht die Beste. Ähm, ja, alles fertig soweit. Ja, Text hab ich. Beat hab ich, ähm... Ach ja, der... Dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Die Zeit wird uns niemand nehmen können, die wir erlebt haben, Leute. Die Zeit wird uns nicht wirklich beschreiben, keiner weiß es. Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet uns schon. Seh ich wie er vor mir steht, shit, jetzt ist es wohl zu spät. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht, zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht, Gommemode, Gommemode angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht, zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode angeht, jede Runde PVP, kein Problem. Ja, vielen Dank für die Spielempfehlung, wir schauen es mal. Lauf um dein Leben, zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht, da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht. Ich glaube, Gommemode ist sehr dankbar, dass wir ihm Push geben gerade, oder? Denkt ihr, er sagt danke? Gommemode angeht, wenn der Gommemode angeht, wenn der Gommemode angeht. wenn der komme mord angeht wenn der komme mord angeht da hilft kein red wenn der komme mord angeht komme mord komme mord komme mord komme mord komme mord 10 aus 10 findet hallo danke dir ist echt traurig dass ich heute so viele follower mache wieso achtest du da eigentlich immer drauf finden als wäre das schlimm du heißt halt so ich mache heute einfach mehr verloren an einer woche als in einer woche der gar heute ist kommens amstag ja alles fertig soweit ja text hab ich hab ich da das was auch her in mikrofon gut bis loslegen 12ibal musikgeschmack und tegern ich weiß... Ja, liebe Zuschauer von Gomme! Gomme Mode hat gerade die Kontrolle übernommen. Gomme Mode! Ja? Stell's einfach hin! Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist Flywein, keiner mehr hält. Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zu neuen Planeten, zu denen, die da leben. Das ganze Universum kennt ihn halt, doch frag jeden. Ha, er wird von gar nichts geschockt. Meine Mama hat mir legit Essen gebracht jetzt, Jungs. Moment! Los, 10 Sekunden! Ich mach die 10 Sekunden im Timer rein. Ich mach die 10 Sekunden drauf, schaut auf sie die Sekunden. Ist drin! Jetzt ist es wohl zu spät! Geil, Sebastian, schaut euch das an. Oh, dick. Gemüse mit Frischkäse. Wenn der Gomme Mode angeht. 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 Digga, meine Mom hat ein Blatt drauf gelegt. Als würde das das besser machen. So Gourmet Shit, Alter. Ich werde das absolut einfach nicht essen. Spaß, Digga. Keine Essensverschwendung, Leute. See you on Twitter, Tian. Wenn der Gomme Mode angeht. Wenn der Gomme Mode angeht. Oh, ist viel zu heiß. Ich sag's dir doch. Gomme sagt, schmeiß das Essen weg. Ja, okay, wenn Gomme sagt. Wenn der Gomme Mode angeht. Wenn der Gomme Mode angeht. Wenn der Gomme Mode angeht. Ja, okay, alles cool und so. Aber wann kommt Lukas, der Rapper in meinen Stream rein? Ja, so kommen wollte ich jetzt eigentlich nicht, sagst du, Siege? Der sagt 21 mal Gommemode, das weiß ich übrigens schon auswendig. Der sagt 21 mal Gommemode am Ende. Gommemode, 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 Gommemode. Erste Chatnachricht, Gomme sagt, sing einmal komplett mit. Will jemand mitsehen, wie oft der Gommemode in einem Song sagt und dann können wir vergleichen am Ende? Also Gommemode jetzt nicht, aber... Ja, ja. Tja, liebe Zuschauer von Lukas, der Gommemode hat gerade die Kontrolle übernommen. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt, der Typ ist Flywein, keiner mehr hält, kein Rümpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln, seine Güte reicht aus. Mit diesem Stream revolutionieren wir übrigens Twitch. Geht zu denen, die da leben, das ganze Universum kennt ihn, alter frag jeden, ha, er wird von gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich ein Gott und das liegt vor allem an seiner Geheimlichkeit, von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß, keiner kann es wirklich beschreiben, keiner weiß es. Viele Musiken davon, dass ein Licht aufs kommt, ich ist jeglich das Leben vernetet und schon, seh ich wie er vor mir steht, shit, jetzt ist es wohl zu spät. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht, zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Ich bin noch lange nicht schizophren. Wenn der Gommemode angeht, zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Mann, ich sag's dir doch. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Okay, wie schnell können wir alle Gommemode spammen, also das, was alle die ganze Zeit spammen. Wie schnell schaffen wir es? Wie schnell kann der Chat werden? Wir machen jetzt Vollgas, auf die Pedale, bumm. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht, zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Boah, das sind mindestens 100 km h gerade im Chat. Auf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht, zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Ja, 120 km h schon. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Oh ja, ja, das geht schon sehr, sehr schnell gerade. Ist schon, ist schon Vollgas. Also die Handbremse wurde jetzt angezogen. Definitiv, äh, nicht mehr angezogen. Was ist das Gegenteil von nicht mehr angezogen? Losgelöst. Shit. Gommemode. Geil. Döhm, döhm, döhm. Döhm, döhm, döhm. Döhm, döhm. Döhm, döhm. Döhm, döhm. Döhm, döhm. Döhm, döhm. Leute, was denkt ihr? Wie oft haben wir den Song jetzt schon gehört? Wir sind seit 4 Stunden live in genau... Döhm, jetzt muss das noch ans Mikrofon, gut. Genau! Döhm, dann kann ich jetzt loslegen. Döhm, ja, ja, ja. Diesen Moment! Döhm, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer von Jürgen, dass der Gommemode hat gerade die Kontrolle übernommen. Gommemode. Trololololololol. Endlich 4H fertig. Nur nach 6 Stunden. Gommemode. Trollolololol. Kleiner ist drei. Kriksen. Schnauze. Tja, für den doof, ne? Döhm, du bist ein Macher. Alle, die TikToks hier rüber hochladen, sind Macher. Wie ich weiß, keiner kann es wirklich beschreiben, keiner weiß es. Viele berichten davon. Dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet und schont. Seh ich, wie er fällt. Vor mir steht, shit. Jetzt ist es wohl zu spät. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Wie nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Wie nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht. Ist es egal, Sie was machen Sie wissen. Jede Runde, PvP, kein Problem. Es wird 54 mal Gommemode gesagt. Crazy. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Zieh nicht daneben. Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht. Mann, ich sag's dir doch. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht. Gommemode angeht. das musikvideo ist wirklich spannend ich mal als ernst ist gut das musikvideo stelle ich mal vor leute wir würden die ganze zeit nur auf einem bildschirm stand auf ein bild oder so eigentlich muss ich sagen aber das hier ist noch schlimmer addiktiv als tik tok ja leider ne ja alles fertig soweit ja text habe ich digga diese kappen waren damals so in es gibt heute nur noch zwei youtuber die das rocken auf serious paar looten und fix und das durch den song von 50 minuten sind gleich 6 ok mark forster die kontrolle gehört von 6 bro dank für den euro nico danke ja aber heute noch so an die hüllen hat der kann die für eine million verkaufen ist ähnlich günstig ähnlich so viel wert meine ich wie so ein handy mit flappy bird und der man aber leider bisher wirklich wenig weiß keiner kann es wirklich beschreiben keiner weiß es viele berichten davon dass ein licht aus dem kommt welches jegliches leben vernichtet und schon sehe ich wie er vor mir steht shit jetzt ist es wohl zu spät dass ich noch nicht geshadowband wurde von youtube pricks nicht weiß es ist alles nur für das jugendwort das war echt lecker danke mammy lauf um dein leben zieh nicht daneben da hilft kein reden da hilft kein reden man gehe Axt jedoch, lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht, zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht, da hilft kein Reden, wenn der Gommemode angeht, Gommemode, Gommemode angeht, wenn der Gommemode angeht, Gommemode, tradeladeladelä. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht! Zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht! Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht! Gommemode, 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 Gommemode angeht! Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht! Zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht! Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht! Gommemode, 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 Gommemode angeht! Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht! Ich genieße es wirklich in vollen Zügen. Außerzeichen Jugendwort, vergesst natürlich nicht für das Jugendwort des Jahres 2022. Beim Langschild Verlag zu stimmen für Gommemode, ne? Zwei, drei, vier. Ja, liebe Zuschauer! Ventilator auf 2 zu machen war eine gute Entscheidung. Das war bei Danny, hörst du schon die Stimmen? Denkt ihr, Gomme HD wird heute, wenn er redet, auf der Straße irgendwo erkannt? Muss eigentlich, oder? Gomme hört sich aber so special an. Bestimmt irgendjemand, bestimmt. Dir geht's nicht mehr gut, Knicky? Nimm das sofort zurück. Wenn der Gomme-Mode angeht, zieh nicht daneben. Wenn der Gomme-Mode angeht, zieh nicht daneben. Wenn der Gomme-Mode angeht, wenn der Gomme-Mode angeht. Gomme-Mode, Gomme-Mode, Gomme-Mode angeht. Jede Runde. PvP, kein Problem. Ist der Modus aktiviert? Wird nur einer stehen. Lauf um dein Leben. Zieh nicht daneben. Wenn der Gomme-Mode angeht. Da hilft kein Reden. Bei Basti auch so? Na. Basti hört sich nicht so krass anders an. Also ich glaub, Gomme hat schon eine sehr prägnante Stimme. Wenn der Gomme-Mode angeht. Gomme-Mode angeht. Wenn der Gormo Mode angeht, Gormo Mode, Gormo Mode, Gormo Mode angeht. Gormo Mode, Gormo Mode. GEP hat doch immer über Angst, dass die ins Falle der andere öffentlichen Orte gegangen. GEP ist doch eh in die draußen. Oder? Ich glaube, das ist tatsächlich so. Gormo Mode, Gormo Mode, Gormo Mode. So, ähm, ja, alles fertig soweit. Ja, Text habe ich, Beat habe ich, ähm, geklaut. Ach ja, ins Mikrofon. Jetzt muss es noch ins Mikrofon, gut. Alles klar, ähm, dann kann ich jetzt loslegen. Äh, yeah. Eins, zwei, drei, vier. Bam. Ja, liebe Zuschauer. Der Gormo Mode hat gerade die Kontrolle übernommen. Gormo Mode. Tralalalalal. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist Flywein, keiner mehr hält. Kein Rüppeln, kein Lünisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zu neuen Platten. Der gab, wie aktiv ist bitte dieser Chat eigentlich auch. Weiß sowas. Wie geht's denn ab vier Stunden? Ich finde, ich bin klar. Ja, wer ist wahrlich? Ein Gott und Geheimfähigkeit. Von der man aber leider bisher wirklich... Wen nicht weiß. Tralalalalal. Malik, danke. Keiner weiß es. Viele berichten davon. Ich bin gestern, als ich die Einnahmen von dem Stream gesehen habe, wirklich in Ohnmacht gefallen, Alter. Mein Lone Matrix. Ich bin wirklich in Ohnmacht gefallen gestern, Digga. GOMMode angeht. GOMMode angeht. wie viel ist der Modus aktiviert aber jetzt mal ganz ehrlich das ist doch eine borderlose Frechheit dass die Subtitles ab der Hälfte des Videos aufhören sag mal Lukas sag mal Lukas was fällt dir ein nicht den ganzen Song zur Subtitle 5k ComaMode trololololol Wenn der commaMode angeht Wenn der commaMode angeht CommonMode from Adult anno When der commaMode angeht when der commaMode angeht from Adult Schau, bekommt gerade 5 Videos, Views die Sekunde. Sehr stylisches Ausfeld ausgesucht. Sag mal, frierst du damit nicht? Ich schwitze des Todes. Tatsächlich. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Wer liebt das Lied nicht von euch? Das ist die Frage. Chat, soll ich den Knopf zumachen? Eigentlich nicht, es ist ja schon eine ernste Situation hier, oder? Den ersten Knopf aufmachen. Ich habe extra bis ganz nach oben zugemacht. Ich finde, es ist schon ein wichtiger Anlass hier. Nee, ich lass zu. Das wäre sonst respektlos gegenüber Gommel. Toll, mit was geht. Bam, jetzt einfach seine eigene Welt. Der Typ ist Fly, weil ihn keiner mehr hält. Wenn es zu warm wird, ich tue alles für Gommel. Hey, Fly, Mo. Wenn du das auf YouTube hochlädst, vergiss nicht, Timecodes zu machen, damit die Leute wissen, wann welches Lied kommt. Stimmt. Hier, mich dabei, sorry. Lauf um dein Leben, wenn der Gommelmord angeht. Da hilft kein Reden, wenn der Gommelmord angeht. Gommelmord, Gommelmord, Gommelmord angeht. Diese Runde, PVP. Ey, ey. Ist der Mord aktiviert, wird einstehen. Lauf um dein Leben, wenn der Gommelmord angeht. Immer als ich Gommelmord im Chat gemacht habe, ist nichts passiert. Doch, es ist was passiert. Ich zieh nicht daneben, wenn der Gommelmord angeht. Da hilft kein Reden, wenn der Gommelmord angeht. Gommelmord, Gommelmord, Gommelmord angeht. Wenn der Gommelmord angeht. Trolololololol, Alex, danke. Wenn der Gommelmord angeht. Wenn der Gommelmord angeht. Gommelmord, Trololololol. Lauf um dein Leben, wenn der Gommelmord angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gommelmord angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gommermode angeht. Gommermode, Gommermode, Gommermode angeht. Ich lauf um dein Leben, wenn der Gommermode angeht. Ich zieh nicht daneben, wenn der Gommermode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gommermode angeht. Gommermode, Gommermode, Gommermode angeht. Gommermode, 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 Gommermode? Ah, ich hab dir wirklich vergessen. Gommermode, 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 Gommermode. Gorma Mode, Gorma Mode Wie scheiße geht's dir? Veto, falsche Frage Wie scheiße geht es dir? Ich drehe den Spieß um Wie scheiße geht es dir? Dass du erstens kein Sub hier bist Und zweitens, dass du nicht Gorma Mode mit uns hörst Alles klar, dann kann ich jetzt loslegen Yeah, yeah Eins, zwei, drei, vier Gorma Mode Tja, liebe Zuschauer von Gorma Ach man, ich hab's schon wieder falsch gesagt Gorma Mode Das ganze Universum kennt ihn halt, da frag jeden, ha, er wird von ganzem gestoppt, ja, er ist wahrlich ein Gott und, das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit, von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß, keiner kann es wirklich beschreiben, keiner weiß es. Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet und schon, seh ich wie er vor mir steht, shit, jetzt ist es wohl zu spät, doch um dein Leben, wenn der GOM沒 medo, angeht! Es hilft kein Wett, wenn der GOM おMод an geht! GOM O MО 統 ide Cristованオ holder, 14 Personen! Willkommen in den Party! Die Party.. Takei, Alter, was das cringe, was geht? PVP Kein Problem! Bei Swer罰 aktoriert. Lauf um dein Leben. Mann, ich sag's dir doch. Lauf um dein Leben. Wenn der Gommermode angeht. Wenn der Gommermode angeht. Wenn der Gommermode angeht. Gommemodes. Lauf um dein Leben. Wenn der Gommermode angeht. So schön gerade. Gamma Maut Ist echt toll. Ist wirklich toll. Was war's damit gerade? Seit vier Stunden ist es doch schon schön hier. Ja, voll. Voll. Und ja, ich habe keine Hose an, übrigens. Ach ja, ins Mikrofon. Ich habe keine Hose an. Alles klar. Ich habe Hemd und Brille, aber keine Hose. Meine Haare gemacht, aber keine Hose. Ja, liebe Zuschauer. Der Gommemode hat gerade die Kontrolle übernommen. Richtigstes Megperson. Trollolololol. Steh mal auf, nur. Für einen Zapf, steh ich auf. Wann keiner mehr hält. Kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis. Das ganze Universum kennt ihn, alter. Frag jeden. Er wird von gar nichts gestorben. Er ist war durch ein Gott und. Seine Geheimfähigkeit. Wen ich weiß Keiner weiß es Viele berichten davon Streamen elements heute Dopamin war true PVP kein Problem Ist der Modus aktiviert Ich habe jetzt schon Ohrwärm von diesem Song Bro wir hören den seit 4 Stunden Wenn du nicht schon Ohrwärm davon hättest Würde es mich auch wundern Wenn der Gommemode angeht Nach diesem Stream seid ihr alle in den Chats Top 2 oder so Wenn der Gommemode angeht Gommemode Nein Wenn der Gommemode angeht Wenn der Gommemode angeht So wirst du es sehen Chit Ihr seid alle im Video verewigt Ich weiß zwar nicht ob das überhaupt jemand anklicken wird Aber ich lad das hoch Gommemode 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 Bumm 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 Ne ich habe nicht genug Betox Digga das ist ein Banger Es ist ein regelrechter Banger. Wieso sollte ich keine Lust mehr drauf haben? Es tut echt gut, mal die Beine kurz hochzutun. Was soll ich sagen? Eigentlich hatten wir heute was anderes im Stream vor, aber ich find's ganz cool. Yeah, yeah. Eins, zwei, drei, vier. GOMERO! Ja, liebe Zuschauer von Lukas, der GOMEMODE hat gerade die Kontrolle übernommen. GOMEMODE hat gerade die Kontrolle übernommen. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist frei, weil ihn keiner mehr hält. Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis... Dadadadadada, dadadadada. Das ganze Universum kennt ihn, alter Frag jeden. Ha, er wird von gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich ein Gott und... Und seine Geheimfähigkeit, von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben, keiner weiß es. Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet uns schon. Sehe ich wie er von mir geht. Du hast seine Stimme in den Worten in Emmerlaut. Ja, das ist insane. Wow, wehe, 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 wehe. Sehe ich nicht daneben, wenn der Gommermode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gommermode angeht. Gommermode, Gommermode, Gommermode angeht. Chat, habt ihr die Stimme gerade gehört? Die Shadow-Stimme? Sehe ich nicht daneben, wenn der Gommermode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gommermode angeht. Gommermode, Gommermode, Gommermode angeht. Jede Runde PVP. Ich hab die aber nicht gehört. Mit TF? Kurz mal beprüfen. Lob um dein Leben. Zieh nicht daneben. Kaiser, was geht? Wie wär's, wenn du TikToks machst? Wenn du jetzt schon arbeitslos bist. Kaiser, du kriegst 10% der Einnahmen. Ich hab das ehrlich gesagt. Äh, nicht gehört, die Stimme. Wenn der Gommemode angeht, GOMMODE TRL includes Was für Einnahmen. 2 Cent. Wenn der Gommemode angeht, Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Also meine Angst ist ja immer noch, dass YouTube mich shadow baden wird. Im Laufe der 10 Stunden. Weil, ja, dann kann ich halt nichts machen weil da bin ich halt am arsch jetzt höchstet ihr es auch das machen naja weil ich halt seit fünf stunden selbst 42 49er song ich war einmal beim arzt und denke habe ich damit kohle eingesteckt online sie ist egal auf youtube wenn ich das machen würde hätte ich kein partnerrang mehr auf wird wie oft habe ich schon gehört über 100 mal bestimmt kommen wir waren nicht drin jona macht doch mit digga was wir seit fünf stunden amk ja es war nicht sein gott und geheimfähigkeit was geht alle am start gerade keiner weiß es viele berichten davon meine hände meine 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 brille spiegelt nicht tatsächlich man sieht meine augen durch hallo rumin was geht das geht ja klar beacu denkt ich bin der pussy ich halte ich bin der mann ich halte mein bord wenn schon seine ehrenschuld meine freunde denkt die ärzte auf die ziehen nicht durch digga ich heiße noch nicht krass die berge ist die hälfte und sprungt aus wird nur einer stehe lauf um dein leben zieh nicht daneben da hilft kein reden mann ich sag's dir doch lauf um dein leben wenn der gummoat angeht zieh nicht daneben wenn der gummoat angeht da hilft kein reden wenn der gummoat angeht gummoat 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 angeht ich habe lukas der rapper auf insta gefragt er hat mir erlaubt das zu machen michael das ist die new wave gummoat 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 lukas der rapper hat mir erlaubt und hat gesagt mein beileid mit drei traurigen emojis ich habe lust ich muss mir was zu trinken gleich steh mal auf nee dann seht ihr ja mein schwanz auslose-zeichen uptime bocht auf dem wohnung ich habe keine hose an schaut her hab ich ja jetzt muss ich was ach ja ins mikrofon jetzt muss es noch ins mikrofon alles klar ähm loslegen 3 2 ach scheiße alter tja liebe zuschauer tja liebe zuschauer von lukas der gummoat hat gerade die kontrolle übernommen ich kann es nicht auswendig ohne noch nicht er hat seinen eigenen server seine eigene welt der typ ist frei weil ihn keiner mehr hält kein zübel nein nicht zynischkei verprügeln seine güte reicht weit bis hin die vom regen sondern ob ich benutzen darf nein die machen das nicht sehr berotisch wenn neue kanäle 4h watchtime für monetarisierung brauchen wir einfach ein video und 10h loopen er ist wahrlich ein gott und das liegt vor allem an seiner geheimlichkeit ähm ne ist nicht 4h sondern 4.000 minuten werkung äh 4.000 stunden keiner weiß es viele berichten davon dass ein licht aus dem kopf geht jetzt ins gym viel spaß dir ja ich geh später nach dem stream vor mir steht shit jetzt ist es wohl zu spät saß lauf um dein leb wenn der gummoat angeht bkls blau 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 Ich mag das Gameplay voll. Ist der Modus aktiviert. Lauf um dein Leben. Denkt ihr, wenn ich das hier auf YouTube-Buch lade, dass ich das da monetarisieren darf? Was ist das, Kaiser? Wenn der Gommemode angeht, Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Ne, Lukas wird das claimen. Wenn der Gommemode angeht. Gommemode! Tralalalalalalal! Du musst auch das Video schauen. Du hast erstens, wieso ist das deine erste Nachricht? Was solltest du? Zweitens, natürlich, Digga. Ich mach's seit viereinhalb Stunden, schau ich das Video. Hell nah. Imagine, wann ist so ne Pussy und hört nur den Song und macht irgendwas dabei. Bro, die New Wave ist 10 Stunden hier zu sitzen und das zu schauen. Wettschulden sind Ehrenschulden, Kollege. Und jetzt lass ein Follow da, Suze. Sonst mach ich meinen Follow bei dir weg. Ich würd's mir überlegen. Bro, die New Wave ist 10 Stunden hier. So. So. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Digga, diese Kappen. Es gibt wirklich noch zwei Menschen, die sowas tragen heute. Marc Forster auch. Go, go, go. Suze, danke. Alles klar. Dann kann ich jetzt loslegen. Marc Forster. Drei. Paluten. Und Fix. Paluten sieht aus wie vor acht Jahren. Und Fix sieht immer noch aus wie vor sechs Jahren. Eigener Server. Seine eigene Welt. LeFloid auch? Ja, krass. Also Live-Go ist wirklich wie Paluten zu enden. Ein Haus bauen, einen Podcast mit seinem besten Homie haben. Und über Familiegründen nach dem Ding. Und einfach nur wandern gehen und so ein Schild. Ich bin Michelle, was war im Praxwort. Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben. Keiner weiß es. Viele berichten davon. Seh ich wie ihr vor mir steht. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Lauf um dein Leben, wenn der Gomma-Mode angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gomma-Mode angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gomma-Mode angeht. Gomma-Mode, Gomma-Mode, Gomma-Mode angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gomma-Mode angeht. Ey, 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 ey. Da hilft kein Reb, wenn der Gomma-Mode angeht. Gomma-Mode, Gomma-Mode, Gomma-Mode angeht. Jede Runde P-Pers, geht kein Problem. Ist der Modus aktiviert. Wird nur einer stehen. Lauf um dein Leben. Lauf um dein Leben, wenn der Gomma-Mode angeht. Ha, ich sag's dir doch. Das ist gegen Partner-Kaiser. Sonst hätt ich das gemacht. Sonst hätt ich das gemacht. Ich hätt's gerne auf TikTok noch mitgenommen, ja. Aber ich darf das nirgends strenen. Ich weiß, dass das genau passen würde, ja. Das Einzige, was ich machen darf, ist sagen, yo, Jungs, macht mal irgendwie TikToks oder sowas. Aber ich darf selber keine Streams machen währenddessen. Ich darf nur auf Twitch streamen. Und natürlich will ich auch nur auf Twitch streamen, weil Twitch ist die beste... Ähm, ja, ist einfach die beste Fluffung. Bei einer Rakete muss ich von vorne machen. Leute, bitte keine Rakete. Paris, der Typ ist völlig durch den Kopf failfisch. Können wir alle mal einen failfisch in den Chat haben, dafür, wie durch ich im Kopf bin. Oh, Mann, Alter, ich bin so durch. Nee, du hast schon recht, Paris. Oder Paris? Du hast schon recht, Digga. Ich gebe dir recht. Komm, ich lasse es dir doch. Ich lasse es dir doch, Bro. Ich enjoy das. Also, ich finde, die Hüllen... Die Hülle sieht wirklich cool aus. Ja, alles, fertig soweit. Ja, Text habe ich. Beat habe ich. Ja, jetzt muss ich... Ach ja. Ja, ins Mikrofon. Jetzt muss es noch ins Mikrofon. Gut. Alles klar. Wow, wie toxisch. Hä? Ich sage doch, ich gebe dir recht. Wieso toxisch? Absolutes Gegenteil. Was ist das Gegenteil von toxisch? Ungiftig. GOMMEMODE! Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist frei, weil ihn keiner mehr hält. Kein Rüppel, nein, nichts zynisch. Hier ist nichts toxic. Wir sind hier alle family-friendly und freundlich zu jedem neuen Kümmling. Er ist wahrlich ein Gott und... Das liegt vor allem an seiner geheimen Fähigkeit. Von der man aber leider... Das ist cool, das ist cool, das ist cool. Keiner weiß es. Viele berichten davon. Kaiser, lass das. Ich würde gerne meine Füße auf den Tisch legen. Aber dann habe ich Angst, dass man was sieht, was man nicht sehen darf. Ich bin so dieser Trade-Offer-Typ. Ist der Modus aktiviert, wird nur einer schlägt. Nein, meine Füße. Wenn der GOMMOD angeht, zieh nicht daneben. Wenn der GOMMOD angeht, da hilft kein Reden. Wenn der GOMMOD angeht, Mann, ich sag's dir doch. Lauf um dein Leben. Wenn der GOMMOD angeht, zieh nicht daneben. Wenn der GOMMOD angeht, da hilft kein Reden. Wenn der GOMMOD angeht, GOMMOD, GOMMOD, GOMMOD angeht. Wenn der GOMMOD angeht. GOMMOD, tralalalalal. Ich finde das so schön gerade. Er hat die Brille abgenommen, wie unseriös. Und vor allem, wie respektlos auch gegenüber GOMMOD. Neri, ich mache nichts anderes nebenbei. Ich bin tatsächlich die ganze Zeit nur... Wenn der GOMMOD angeht, GOMMOD, 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 GOMMOD. Seit wann läuft bei dir gute Musik? Themes, finde ich toll. GOMMOD, GOMMOD. Stimmt, Amarind schaut doch nebenbei immer so Filme und sowas, ne? Während die streamt. Amarind hat wirklich Business durchgespielt, Digga. Die schaut die ganze Zeit Filme, während sie das macht und so. Serien und so'n Shit. Und ich habe einmal mitbekommen, wie Amarind exklusiv geschaut hat, während sie gestreamt hat. Dann war exklusiv drin und Amarind musste lachen, weil Amarind von ihm gebastelt wurde. GOMMOD, tralalalalal. Hallo, Bobo. Sein eigenen Server, seine eigene Welt, der Typ ist Flywein, kein Rüppelgleich. Denkt ihr in 2022 hat irgendjemand Fly als cool benutzt? Reicht weit bis zu neuen Platoneten, zu denen, die da leben. Das ganze Universum kennt ihn, alter Frag jeden. Ha, er wird von gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich ein Gott und das liegt vor allem an seiner Gartenfähigkeit, von der man aber leider nicht mehr beschwungen. Keiner kann es wirklich beschreiben, keiner weiß es. Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet. Ich mach mal den Ventilator auf eins. James, bringen wir Essen. GOMMOD, GOMMOD, GOMMOD angeht. Kann nicht sein, doch, Sami, das kann absolut sein. Und damit willkommen zu streamen. Wenn der GOMMOD angeht, GOMMOD, 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 GOMMOD angeht. Jede Runde, PVP, kein Problem. Kaiser, aktiviert. Lauf um dein Leben. Zieh dich daneben. Lest mal den Chat da unten. GOMMOD, 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 Screen, Screen. Digga, das wird ja niemals mehr sein, so, wenn jemand auf dem Server joint. Lila würde einfach nur noch schreiben. Alter, Lila, wie peinlich. GOMMOD, GOMMOD, GOMMOD angeht. Wenn der GOMMOD angeht. Einfach, damals war alles besser. GOMMOD, Trollololololol Immer wenn ich mit meinem YouTuber-Reim irgendwo reinjunne, ich werd gefrontet. Hallo, Paki. Nächstes Mal wichtiger Song, nur immer meine Leiche. Wenn der Gommermode angeht Muss man dich kennen? Hehehe, Anna. also die schlimmste phrase die man sagen kann heutzutage ist ist wirklich muss man ist also muss man nicht kenne nix die stoppen hier und ne leitstellung bieter hat nicht mal mikrofon das hätte doch machen können fürs video 123 also gibt es keinen sinn der wird das ja niemals in nichts rein sprechen das video ergibt vorne und hinten kann sehen was soll das die kontrolle über ja hier digga teilt den stream was soll was soll ich sagen war gerecht das ist die new wave an content was ist denn hier für ein radau wie geil was ein radau hallo meister gegeben was geht habe gerade popcorn wurde ich habe auch überlegt gestoppt ja er ist wahrlich ein gott und fähigkeit kann das wirklich beschreiben keiner weiß es viele berichten davon wir haben aus der zeichen jugendwort kaiser vor mir steht jetzt ist es wohl zu spät ich wollte es eben mal langschalt punkt de von euch damit ihr das auch reinschreiben dürfte ich bin gerade richtig drin ich habe so bock gerade pvp kein problem ist der modus aktiviert lauf um dein leben sie nicht daneben ich sag sie doch nur loser würden jetzt hier einschlafen dabei nix machen alter und später gehe ich wenn es der stream aus wenn der stream aus ist gehe ich ins gym und hört es dort weiter klar klipsen wieso fragst du richtig mal stärker zehn stunden insgesamt ich liebe diesen song ich genieße es also wirklich das ist ein schöner so langenscheidt punkt de ist gewaltig ist ich habe mal jemand den link von gombo mode rein sollte gehen tja liebe zuschauer gerade die kontrolle übernommen typisch live in keiner ach so kommen oh punkt com gg's gar nichts gestoppt ja er ist wahrlich ein gott und an seiner geheimen fähigkeit von der man aber leider bisher wirklich wenig wagen keiner kann es wirklich beschreiben keiner weiß jetzt ist es gewaltt ist es viele berichten davon immer in zehn stunden was richtiges investiert richtig mal stärke und deswegen lässt du jetzt ein follow da shit jetzt ist es wohl zu spät habt ihr eigentlich noch irgendwelche webseiten die wir allowen müssen ne ne seht ihr jetzt hat er sogar gefollowed alter ein paar haben so ist zwinge die leute dazu sachen pvp kein problem ist der modus aktiviert super twitter gute idee mann siems Ich geh mal auf die Seite. Tatsächlich. Dankeschön. Gomme, wann kommst du endlich, damit ich 100.000 Mal Gomme-Mode sage? No joke, wenn Gomme... Steinjahn, danke dir. Wenn Gomme-HD hier reinschreibt, der originale Gomme, der echte Gomme, in diesem Stream, mach ich 100.000 Mal Gomme-Mode. Im Stream. Ich hab's gott, was geht. Ja, alles fertig soweit. Ja, alles fertig soweit. Beat hab ich... Ach ja. Ach ja. ...ins Mikrofon. Jetzt muss das los ins Mikrofon. Gut. Alles klar. Dann kann ich jetzt loslegen. Drei, eins, zwei, drei, vier. Gomme, Ero! Tja, liebe Zuschauer von Luca... ...heil Chris! ...heil Chris! Ho, Gomme! Gomme-Mode! Trololololol Danke für den Follow Bauernhof, Digga Das war nicht ein Gott und Das liegt vor allem an seiner geheimen Fähigkeit Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß Wie keiner kann es nennen Wirklich beschreiben keiner weichstes Viele berichten davon Habt ihr noch irgendwelche Seiten, die ich erlauen soll? Shit, jetzt ist es wohl zu spät PVP Nee, also. Sieh mich Ist der Modus aktiviert Wird nur einer stehen Lauf um dein Leben! Mann! Ich sag's dir doch! Mann, die Klasse. Ich muss mir gleich was zu trinken holen. Das war's, geht's dir gut? Zieh dich daneben, wenn der GOMMA-MOD angeht! GOMMA-MOD, GOMMA-MOD, GOMMA-MOD ANGEHT! Was passiert hier? Meintest du dein TikTok ernst? Naja, woher sieht's denn aus? GOMMA-MOD, GOMMA-MOD, GOMMA-MOD GOMMA-MOD, 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 GOMMA-MOD Warum machst du das? Warum machst du das? Warum hab ich's da vorne nicht gemacht? Ja, alles fertig soweit. Ja, Text hab ich. Beat hab ich. Ja, jetzt muss ich was... Ach ja, ins Mikrofon. Jetzt muss es nur ins Mikrofon, gut. Alles klar. Dann kann ich jetzt loslegen. 1, 2, 3, 4. Oh oh. Tja liebe Zuschauer von Lukas Der GOMMA-MOD hat gerade die Kontrolle übernommen. GOMMA-MOD! Trololololololololol! Ja Lukas Lukas gönnt sich. Ist das wirklich aus dem Video gekopiert? Tatsächlich? GOMMA-MOD GOMMA-Ärore Das ganze Universum kennt ihn, alter frag jeden Ha! Er wird von gar nichts geschockt Jap Er ist wahrlich ein Gott und das liegt vor allem an seiner geheimen Fähigkeit von der man aber leider bisher wirklich hinweist keiner kann es wirklich beschreiben keiner weiß es viele berichten davon jetzt ist es wohl zu spät lauf um dein Leben wenn der GOMMA-MOD angeht wenn der GOMMA-MOD angeht mein Thomas wenn der GOMMA-MOD angeht GOMMA-MOD, GOMMA-MOD, GOMMA-MOD angeht wenn der GOMMA-MOD angeht wenn der GOMMA-MOD angeht wenn der GOMMA-MOD angeht wenn der GOMMA-MOD angeht GOMMA-MOD, GOMMA-MOD, GOMMA-MOD angeht jeder Runde PVP kein Problem ist der Modus aktiviert wird nur einer stehen da ist äh dankeschön da hilft kein Red wenn der GOMMA-MOD angeht Mann, wie sag's dir das Lauf um dein Leben wenn der GOMMA-MOD angeht zähl nicht daneben wenn der GOMMA-MOD angeht wenn der GOMMA-MOD angeht GOMMA-MOD GOMMA-MOD, GOMMA-MOD caffeine ja finde es schön wie die Patient ich genieße es wirklich in vollen zügen wir sind schon bei der hälfte nein also wie gesagt ich bin der festen überzeugung das schönste achievement dieser ganzen sache ist dass lucas der rapper bei mir auf tik tok kommentiert hat 1 2 3 4 tja liebe zuschauer gerade die kontrolle übernommen oh mein gott ist was du bist du bist im video verheb ich jetzt das ist synchronisiert das schönste ist dass ich mir keine gedanken machen muss ob ich das darf oder nicht was ich mache keiner weiß das was für wirbel mode jetzt ist es wohl zu spät ich finde sie auch echt toll dass ihr hier alle dabei magst du danke dir und danke für die 15.800 von der lasse jetzt einem foto da wenn ihr das hört ananas bombe dank empfehlung die folgen jetzt an wenn der komme mode angeht sie nicht daneben mir tut das leid wenn streamer die actual content machen die sich mühe geben actually weniger view als ich na gut ist unser problem ja die zuschauer die bestrafung mitgenommen das hier ist keine bestrafung das hier ist ein historisches ereignis später wenn es vorbei ist digga ich höre dann schon so die despair music in meinen ohren alter es ist es ist ja wirklich ein traumspiel dann ja liebe zuschauer von lukas der gomme mode hat soeben die kontrolle übernommen kommer mode er hat seinen eigenen server seine eigene welt der typ ist freiwein keiner mehr hält kein rüppeln nein nicht zynisch kein verpfiffeln seine güte reicht weit bis zu neuen platnähten zu denen die da leben das ganze universum kein dienalter fragt ob ich den song später noch höre i don't know ja er ist wahrlich ein gott und das liegt vor allem an seiner geheimfähigkeit von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß keiner kann es wirklich beschreiben keiner weiß es viele berichten davon das ist jetzt ist es zu spät na was ja ich habe gestern zwölf stunden heute zehn stunden geschrieben nach den zehn stunden gehe ich definitiv offline ich habe auch noch sachen zu schneiden ich produziere gerade für gamescom vor und ich habe auch noch ein leben es wurde mal gesagt dass man nach drei bis vier stunden keinen bock mehr auf einen song hat wenn man den durchgehen hört das beweist was anderes richtig aktiviert aktiviert lauf um dein leben lauf um dein leben zieh nicht daneben da hilft kein reden ja ich sag's dir doch also ich würde ich würde auch wirklich mich schämen an der stelle von allen streamern die mich nicht hosten jetzt no joke wie kann man die dreistigkeit besitzen aber ne grantiger das gibt es nicht keiner ist ja so doof keiner hat so wenig leben oder gold die detailsен musikvideo sind aber auch insane da muss man sich einfach nachgehen er schreibt genau dann gommermort in den chat als er gold gold sagt ich habe gerade darauf geachtet also leute folgt lukas der auf twitter twitter lukas, der lehrzeichenrapper du weißt gar nichts ich genieße es wirklich gerade im vollen zügen es ist so schön es ist wirklich so also fertig soweit ins mikrofon ja alles klar dann kann ich jetzt loslegen 1 2 3 4 ja liebe zuschauer die kontrolle übernommen er hat seinen eigenen server seine eigene welt feels strong man schaut mal oben da steht wir sind noch in der testphase schaut mal oben schaut mal oben da stand eben gomma hd.tk ist noch in der testphase also noch mal realtalk aus der zentrale digitanics wir haben wirklich tolle zeiten hinter uns die zeiten damals youtube prime gomma prime ich sage es ist es gibt nichts schöneres hallo kenji heute spam übrigens erlaubt ihr dürft alle sparen ist es komplett okay ihr dürft auch 20 mal hintereinander sparen ist mir so egal gomma hatte mal die tk domain domain ja ich sag's dir doch ich sag's dir doch wenn der gomma mode angeht ich enjoy den song jedes mal mehr jeder play ist wirklich ein enjoy punkt mehr kann man das so sagen nein kann man nicht was darfst du wieder tian du bist erwachsen hallo apfel ne jetzt mal ernsthaft chat cool dass ihr da seid und dass wir das gemeinsam hier zelebrieren man muss halt auch einfach sagen es ist einfach wunderschön gerade ja ich genieße es wirklich und ich sag ich mein es wirklich ernst gerade ich finde den song überhaupt nicht mehr schlimm so die ersten 20 mal war nervig so ähm ich find's fein ja alles fertig soweit ja text hab ich beat hab ich ähm ja jetzt mich ich was ach ja man kann den song lange hören weil er halt irgendwie immer dieselben wörter hat dann kann ich jetzt loslegen 1 2 3 4 tja liebe zuschauer gg ableiser galops digger das war wieder das war wieder synchronisiert mit dem inn game mit dem video danke永 weio für Neon ich du wiesn'r wie live du jubel das war sogar aus versehen synchron ja Er ist wahrlich ein Gott und das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit, von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß, keiner kann es wirklich beschreiben, keiner weiß es, viele berichten davon, an alle neun, lassen follow da, ihr dürft Swam, macht was ihr möchtet, tollolololol, genau, shit, jetzt ist es wohl zu spät, nein, no joke, Lukas hat damit einen richtigen Knüller rausgebracht, man kann sich den Song stundenlang hören, Also anhören, wenn der Gomme-Mode angeht, wenn der Gomme-Mode angeht, wenn der Gomme-Mode angeht, Gomme-Mode, Gomme-Mode angeht, jede Runde, PVP, ist der Modus aktiviert, wird nur einer stehen, lauf um dein Leben, zieh nicht daneben, mein bester MC-Spieler, ich sag's dir doch, Geil, ich freu mich echt schon auf die Nudeln, meine Mama macht glaube ich so Süßkartoffel oder Nudeln, später, Könnte sein, dass das vor allem beim Radio läuft, boah, ich weiß nicht, ich glaube, ne, Hallo, mein justuskartoffel oder Nudeln, gespannt, okay,'s gut, wie Justuskartoffel oder Nudeln gibt super Kommen-Mode angeht, wenn der Gomme-Mode angeht, dann hilft kein Red, wenn der Gomme-Mode angeht, Gomme-Mode, Gomme-Mode angehtzemδier du detector? im mädchen ist auf der autobahn der song läuft oder man ist mit einem man ist mit einer freundin auf dem date mit einer auf dem date stelle ich das mal vor niemals schafft er das timo also die haben gleich halbzeit wie niemals schafft er das ja alles fertig soweit der disco wie jetzt habe ich ja jetzt muss ich was ja ins mikrofon 1 2 3 4 ja liebe zuschauer von lukas gerade die kontrolle übernommen fast er hat seinen eigenen server seine eigene welt ist frei weil den kann er mehr hält kein rüppel nein nicht zynisch kein kleine güte reich weit bis zu neuen planeten die da leben das ganze universum kennt ihn halt doch frag jeden maß was geht er wird von gar nichts geschockt ja er ist wahrlich ein gott und das liegt vor allem an seiner geheimfähigkeit von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß keiner kann es wirklich beschreiben keiner weiß es viele berichten davon dass ein licht aus ihm kommt welches jegliches leben vernichtet und schon ich finde immer noch geil dass wir alle alerts mit gomme mode geändert haben ist wohl zu spät lauf um dein leben wenn der gomme mode angeht jetzt alle zusammen wenn wir heute keine 5000 zuschauer schaffen dann gehe ich nicht wieder live mach's fertig hast du halt fünf stunden schon machst aber nochmals sind leute die mitspam ich sag's dir doch mir fällt gerade erst auf Ja lolol, jetzt muse ich die TTS. KOMMEMOD! Trolololololol! Oh, der Mist. Bis jetzt laut Twitch über 5 Stunden live. Ja, aber ich hab nicht direkt angefangen. Und ich hab einmal 2-3 Minuten gestoppt, weil ich auf Toilette war und mir was zu essen geholt hab. Ich werd später nochmal auf Toilette gehen. Und da stopp ich natürlich zum Timer. Ich scamm natürlich nicht. KOMMEMOD! 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 Ja, Tiroan, das Leben muss schön sein, ne? Aber erstmal vorstellen, Leute. Was passiert dann eigentlich, wenn's später vorbei ist? Was mach ich dann? Dann sitz ich hier im Dunkeln. Was machen wir dann alle, Leute? Was machen wir später? So, ähm, ja, alles, äh... Well, live, live. Lucky, das, was du sagst. Und jetzt alle zusammen. Ins Mikrofon. Jetzt muss es noch ins Mikrofon, gut. Alles klar? Ähm, dann kann ich jetzt loslegen. Yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, 4... Tja, liebe Zuschauer von Lukas. Der GOMMEMOD hat gerade die Kontrolle übernommen. GOMMEMOD! Trollolololololololol! Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist Fly, kann keiner mehr hält. Kein Rüppel, nein, nicht zynisch. Parasozial, was wir machen? True. Meine Güte reicht weit bis zu neuen Planeten, zu denen, die da leben. Das ganze Universum kennt ihn, alter Frag jeden. Ha, er wird von gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich ein Gott und das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit, von der man aber leider bisher wirklich... Wenn ich weiß, denn es wird dich beschreiben, keiner weiß es. Viele berichten davon. Lass ein Licht aus ihm kommt, welches endlich das Leben eröffnet und schon. Wenn sie hier vor mir steht, shit, jetzt ist es wohl zu spät. Sie hat es weh. Alter, Abo, ein Chor, geh mal. Ist wirklich peinlich, dass ich heute schon 40 Follower gemacht habe oder so. Wenn der GOMMOD angeht. Wenn der GOMMOD angeht. GOMMOD, GOMMOD, GOMMOD angeht. Jede Runde PvP, kein Problem. Ist der Modus aktiviert. Wird nur einer stehen. Lauf um dein Leben. Zieh dich daneben. Achtet mal, darauf ist mir gerade eben aufgefallen, wie traurig der das jetzt sagt. Hört das hin, wie traurig. Lauf um dein Leben. Zieh dich daneben. Wenn der GOMMOD angeht. GOMMOD, GOMMOD, GOMMOD angeht. Vor allem Rollplay drin. Junge, der in dem Song ist mehr fort, als man denkt. Wenn der GOMMOD angeht. GOMMOD, GOMMOD, GOMMOD. Lauf um dein Leben. Wenn der GOMMOD angeht. Zieh dich daneben. Wenn der GOMMOD angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gomomode angeht. Gomomode, Gomomode, Gomomode angeht. Gomomode, Gomomode, Gomomode. Gomomode, 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 Gomomode. Ich verstehe übrigens bis heute nicht. Erstens, Dario fällt mir gerade auf, hat das Gomomode-Emote geedit, was ich wirklich crazy finde. Zweitens, warum macht er den Gangnam Style Song, äh, den Tanz? Warum? Ähm, so. So, also, ja, so. Trollololololol. Beat hab ich geklaut und, äh, in das Mikrofon jetzt. Ja, in das unsichtbare Mikrofon. Lukas Wann, really mad. Trollolololol, sie war's, danke. Huuu, Gomero. Der Zuschauer von Lukas, der Gomme-Mode hat gerade die Kontrolle. Die Kontrolle war nun. Nein, Gomme! Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ für sein Leben der Welt. Kein Rümpeln, nein nicht zynisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zu neuen Planeten, zu denen die da leben. Das ganze Universum kennt ihn, alter frag jeden. Ha, er wird von gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich ein Gott und... ...an seine Geheimfähigkeit. Von der man aber leider bisher wirklich... Wen ich weiß... ...wirklich beschreiben, keiner weiß es. Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet. Noch nicht, Philipp. Gleich haben wir die Hälfte geschafft, Chat. Noch 30 Sekunden. Jetzt ist es wohl zu spät. Mein Pro. Zieh nicht daneben, wenn der Gomme-Mode angeht. Wenn der Gomme-Mode angeht. Gomme-Mode, Gomme-Mode, Gomme-Mode angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gomme-Mode angeht. Da hilft kein Reden, wenn der Gomme-Mode angeht. Gomme-Mode, Gomme-Mode, Gomme-Mode angeht. Ja, Gomme-Mode, Gomme-Mode angeht. Da hilft kein Reden, wenn der Gomme-Mode angeht. Gomme-Mode, Gomme-Mode, Gomme-Mode angeht. Gomme-Mode, Gomme-Mode, Gomme-Mode angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gomme-Mode angeht. Ganz ehrlich, wer das nicht gerafft hat und einfach die Blödsinn ist, um es zu checken. Egal, welche Meinung man hat, man muss das checken, den Tweet. Ist man einfach, ist man einfach. Dann braucht man mehr und nicht folgen, so. Die Leute müssen mir nicht folgen. Immerhin heißt es nicht Greek und hab irgendwie 2000 Follower pro Tag weniger. Ja, das ist wirklich so. Das ist wirklich crazy. Gomme-Mode, 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 Gomme-Mode. Gomme-Mode, Gomme-Mode. Bam, 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 bam. Ich genieße es. Ach ja, ins Mikrofon. Ins Mikrofon, ach ja. Alles klar, ähm, dann kann ich jetzt loslegen. Jääääää. Eins, zwei, drei, vier. Ja, liebe Zuschauer von Gomme,... Schatz ist schon wieder doppelt gesagt, alle kanntenruhen. Gomme-Mode, trolalalalalal. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt Toll Mir fällt gerade auf Mir fällt gerade auf, dass das ganze Musikvideo wahrscheinlich aus einem Video von Gommel genommen wurde Zumindest mal die erste Hälfte Und dann die Fight-Phasen Dann aus verschiedenen Videos Viele berichten davon Oh, Magero Shit, jetzt ist es wohl zu spät Wenn der Gommel-Mode angeht Wenn der Gommel-Mode angeht Rare Magero-Message, Digga Wieso pre-shedet das eigentlich keiner hier? Gommel-Mode, Gommel-Mode, Gommel-Mode angeht Jede Runde PVP Kein Problem Ist der Modus aktiviert Wird nur einer steh'n Lauf um dein Leben Wenn der Gommel-Mode angeht Zieh nicht daneben Wenn der Gommel-Mode angeht Da hilft kein Reden Wenn der Gommel-Mode angeht Wenn der Gommel-Mode angeht Wenn der Gommel-Mode angeht Wenn der Gommel-Mode angeht Gommel-Mode Tralalalalala Lauf um dein Leben Wenn der Gommel-Mode angeht Zieh nicht daneben Wenn der Gommel-Mode angeht Da hilft kein Reden Wenn der Gommel-Mode angeht Gommel-Mode, Gommel-Mode, Gommel-Mode angeht Ich hätt gern noch nen Kaffee Aber nee Nee Oder doch Gute Frage Hol ich mir noch nen Kaffee Ja alles fertig soweit 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 Ach ja Ins Mikrofon Ist nicht der achte Kaffee Nein Alles klar Dann kann ich jetzt loslegen Yeah yeah Eins, zwei, drei, vier Gommel-Error Tja liebe Zuschauer von Lukas Der Gommel-Mode hat gerade Die Kontrolle übernommen Gommel-Mode Tralalalalala Was macht Gommel eigentlich heute? Was arbeitet der? Was macht Gommel? Was macht der? Ausgesorgt niemals? Ausgesorgt niemals War nicht ein Gott doch Das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit Von der man aber leider bis er wirklich wenig weiß Keiner Kaffee Gommel gehört ihm schon lange nicht mehr der Server Und seine Videos macht er auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr so richtig Und früher war der CPM bei Videos niedriger als heute auf YouTube Ich würde gerne wissen was Gommel macht Gommel-Mode angeht Gommel-Mode 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 angeht PVP Kein Problem Ist der Modus aktiviert Wird nur einer stehen Lauf um dein Leben Gommel-Mode angeht Gommel-Mode angeht Gommel-Mode angeht Mann Ich sag's dir doch Ender Games Zombies Seht ihr die Game Modes Die Lobby war auch so schön Gommel-Mode 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 Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Gommemode. Hallo, hallo. Hey, Mac. Surfer, ein super Modus damals. Top-Notch-Video, Top-Notch-Song, alles. Apfel, ich schaffe es. Was denn sonst? Weil mir gibt es nicht Schaffen oder nicht Schaffen Apfel. Das hier ist ein Segen für mich. Da gibt es kein Nichtschaffen. Wieso stellst du es überhaupt in Frage? Ich muss es nur ans Mikrofon, gut. Alles klar, dann kann ich jetzt loslegen. Eins, zwei, drei, vier. Gommemode! Schau mal von Lukas, der Gommemode hat gerade die Kontrolle übernommen. Gommemode, Gommemode. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist Flywein, keiner mehr hält. Kein Rümpeln, nein. Nicht zu nisch. Ich sage euch, Leute. Ich älte jetzt ne neue Sie-Mode. Ich älte jetzt Gommo. Ich kann's zum Universum. Kein Dien, alter Frag jeden. Ha, er wird von gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich ein Gott und... Das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit, von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben, keiner weiß es. Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet und schockt. Pass auf, ich älte es. Raus, schweiß ich. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Hier nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Emote von Punky geaddet. Gommemode angeht. Gommemode. Gommemode angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Wenn der Gommemode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Jede Runde, PvP, kein Problem. Ist der Modus aktiviert. Wird nur einer stehen. Lauf um dein Leben. Zieh nicht daneben. Da hilft kein Red. Gommemode angeht. Ich sag's doch Oben rechts ist Coming Soon, was kam da für ein Modus? Wisst ihr das noch? Boah man, ich sehe gerade erst diese Transition wieder von Rage Mode mit dem Bogenschießen auf die Kampfsituation im Hero Projekt mit dem Bogenschießen gegangen ist. Ist eigentlich echt verrückt. Hallo Chris. Da ist echt mehr Thought in dem Video als man denkt. Moin Dacron. Da ist viel mehr Thought in dem Musikvideo als ihr denkt Leute. Ich glaub bis jetzt haben wir alles entdeckt, oder? Alle Secrets, alle Features und so. One life. Gorma Mode, Gorma Mode, dumm. Dumm, 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 dumm. Schön. Siehst aus als hättest du ne gar keine Mission. Ich höre Gorma Mode. Achja, ins Mikrofon. Jetzt muss es nur ins Mikrofon. The Lab, oh stimmt, der Fall auf Modus, Anulack. Drei, zwei, drei, vier, GOMME HERE RUM! Tja, liebe Zuschauer von Lukas, der GOMMODE hat so gerade die Kontrolle genommen. Trolololololololol! Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist Flywein, keiner mehr hält. Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zu neun Platten. Jan, wie geht es hier so psychisch? Gut! Hi, gibt es hier Hurenz? Was heißt das? Lauf um dein Leben, wenn der GOMME MODE angeht. Wenn der GOMME MODE angeht. He hieß es dir daneben. Wenn der GOMME MODE angeht. Da hilft kein Reed, wenn der GOMME MODE angeht. Wenn der GOMME MODE angeht. Ziem nicht daneben Da hilft kein Reden Ha! Ich sag's dir doch! Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht Ziem nicht daneben, wenn der Gommemode angeht Da hilft kein Reden, wenn der Gommemode angeht Ja! Alles gut, ich habe ja was noch sagen Wenn der Gommemode angeht Gommemode! Trolololololol! Ne, Rock ist das natürlich nicht. Uwe macht Abschiedsfilme. Wow. Gormo Mode, Gormo Mode, Gormo Mode, Gormo Mode, Gormo Mode, Gormo Mode. Gibt es hier Lappen. Weißt du? Ich behandle dich jetzt wegen deines Namens, damit ich nicht in die Versuchung komme, ihn vorzulesen, wenn ich auf dich eingehe. Weil ich weiß, dass es ein Bait ist, um ein böses Wort zu sagen. Ins Mikrofon, jetzt muss das nur ins Mikrofon, gut. Alles klar, dann kann ich jetzt loslegen. Eins, zwei, drei, vier. Uwe, Gormo Mode. Tja, liebe Zuschauer von Lukas, der Gormo Mode hat Gormo Mode. Hallo Razer, die Kontrolle übernommen. Gormo Mode. Lalalalalal. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist Flywein, keiner mehr hält. Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zu neuen Platten, zu denen die da leben. Das Ganze ohne die Welt. Da, 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 da. Ja, er ist wahrlich ein Gott und die Veranerfähigkeit. Kann der kann es wirklich beschreiben? Keiner weiß es. Viele berichten davon. Seh ich, wie er vor mir steht. Es ist wohl zu spät. Wenn der Gormo Mode angeht. Wenn der Gormo Mode angeht. Da hilft kein Weg, wenn der Gormo Mode angeht. Geh er weg? Wenn der Gormo Mode angeht. 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 Hier der Runde PVP, kein Problem. Ist der Modus aktiviert. Lauf um dein Leben. Zieh nicht daneben. Da hilft kein Reden. Man. Mann, das ist der Axt hier doch. Lauf um dein Leben. Zieh nicht daneben. Wenn der Gomermode angeht. Da hilft kein Reh'. Ja Gomermode angeht, GOMM MoT, L-L-L-L-L, my bad dwaß'. Wenn der Gomamod angeht alles fertig soweit und ja jetzt hab ich jetzt auch und ja so lange haben wir das 1234 tja liebe zuschauer nee 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 handtuch wie lange noch xt er hat seinen eigenen server seine eigene welt der typ ist freiwein keiner mehr hält kein rümpeln nein nicht zynisch kein verprügeln seine güte reicht weit bis zu neuen platneten zu denen die da leben das ganze universum kennt ihn alter fragt jeden er wird von gar nichts geschockt ja er ist weil ich ein gott und das liegt vor allem an seiner geheimfähigkeit von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß keiner kann es wirklich beschreiben keiner weiß es viele berichten davon dass ein licht aus dem kommt meine ohren tun nicht weh jetzt geht das richtig los viele vor mir steht jetzt ist es wohl zu spät was ist denn jetzt auf einmal lustiger als in den letzten fünf stunden kein problem ist der modus aktiviert lauf um dein leben zieh dich daneben darf kein reden mann ich sag's dir doch wenn der komer mod angeht zieh dich daneben darf kein reden ha ja amt olaf scholz komer mod trolala olaf scholz war ein jugendwort der komer mod angeht Gommemote, 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 Gommemote. Irgendwie spielen wir es auf Gomme. Ich glaube, das war dann... Doch, Nico, tatsächlich. Willst du dich mal in diesen 10 Stunden nützlich machen? Ja, was denn? Ich mach mich doch gerade nützlich, Aaron. Was soll das jetzt? Ähm, 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 was soll ich gerade sagen? Living Spiels auf Gomme war wahrscheinlich mein War. Biot danse ich, ähm, Biot danse ich. Ach, gute Brillen hat. Sollen wir mal auf Englisch lesen? Alles klar. Ähm, dann kann ich jetzt loslegen? Und 1, 2, 3, 4... Oh! Wow, meine herrlosen Viewers! Gommemote hat bereits den Kontrollen. Gommemote, tralalalalalalal... Hier ist ein eigenes Gommemote... Ach, scheiß drauf. Und ich weiß nicht, wie man das verpacken soll, ohne zu verraten, worum es geht. Hi, Hip-Hop. Ja, es war nicht ein Gott und an seiner Geheimfähigkeit. Wen ich weiß, keiner kann es wirklich beschreiben. Keiner weiß es, viele berichten davon. Seh ich, wie er vor mir steht, shit, jetzt ist es schon zu spät. Tja, Ron. Ich hab jetzt Durst, Leute. Ich hab Durst. Wie machen wir das? Wenn der Gommemode angeht, da hielt's kein Red, wenn der Gommemode angeht. Ist das mal möglich? PVP, kein Problem. Ist der Modus aktiviert? Warum dein Leben? Ist das peinlich, Leute? Ist das peinlich, Chat, dass ich meine Lyrics immer noch nicht kann? Wenn der Gommemode angeht, zieh nicht daneben. Wenn der Gommemode angeht, da hilft kein Red. Wenn der Gommemode angeht, Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Wenn der Gommemode angeht, war schön im Seeschwimmen. Was hast du in der Zeit gemacht? Gommemode, trollololololol. Wenn der Gommemode angeht, zieh nicht daneben. Wenn der Gommemode angeht, da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Gommemode, 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 Gommemode. Heimre. Schön. Der Ventilator wird wieder auf die zweite Stufe gestellt. Mir ist warm. Schon längst heißt Glück. Hey, yeah. Eins, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer von Lukas. Der Gommemode hat gerade die Kontrolle übernommen. Gommemode, trollololololol. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist frei. Wann ich keiner mehr hält. Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch. Kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zu neuen Planeten. Zu denen, die da leben. Das ganze Universum kennt ihn. Halt, frag jeden. Er wird von gar nichts geschockt. Er ist wahrlich ein Gott und... Hallo, Lisa. Vor allem an seiner Geheimfähigkeit. Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben. Keiner weiß es. Viele berichten davon. Dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet und schont. Sehe ich, wie er vor mir steht. Shit. Jetzt ist es wohl zu spät. Hallo, zu Alpenzo. Wenn der Gomme-Mode angeht. Hier. Schau, Sandro. nochmal. Zieh nicht daneben. Ja, du kannst mal reden. Ha, ich sag's mir noch. Du hast doch nichts bekommen, geil. Wenn der Komma-Mod angeht. Zieh nicht daneben. Wenn der Komma-Mod angeht. Wenn der Komma-Mod angeht. Komma-Mod, Komma-Mod, Komma-Mod angeht. Wenn der Komma-Mod angeht. Wenn der Komma-Mod angeht. Wenn der Komma-Mod angeht. Trololol. Scheiße. Jetzt hab ich die Lügigkeit vergessen. Ist ja so schwer. Zieh nicht daneben, wenn der Komma-Mod angeht. Da hilft kein Rät, wenn der Komma-Mod angeht. Komma-Mod, Komma-Mod, Komma-Mod angeht. Doch um dein Leben, wenn der Komma-Mod angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Komma-Mod angeht. Da hilft kein Rät, wenn der Komma-Mod angeht. Komma-Mod, Komma-Mod, Komma-Mod angeht. Komma-Mod, 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 Komma-Mod. also ich sage ich wie gesagt ehrlich es ist komplett fein für mich ich finde das richtig schön gerade alles ja alles fertig soweit ja text habe ich jetzt muss ich was ach ja ins mikrofon ihr klärt euren eltern eigentlich was heute gemacht habt 1 2 3 4 ja klar seine eigene welt der typ ist frei war den kann er hält viele berichten davon sich wie er vor mir steht jetzt ist es wohl zu spät sieh nicht daneben wenn der gummo mode angeht wenn es später vorbei ist gibt es eine richtige ansprache alter ist der modus aktiviert nur vom dein leben sind der thorax und boris mit jetzt super es geht ich hoffe es sieht auch gut tralalalalalalal eight bait gummo mode gummo mode gummo mode angeht gummo mode tralalalalal ich bin erwachsen gummo mode gummo mode gummo mode angeht hallo ist es hast du schmerzen ne hast du schmerzen dass du erst jetzt dazu gestoßen bist ha 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 ich bin verrückt hu huu ha ha digga no joke ich glaub ich wer zwar bescheuert von diesem ding hier gerade aber ich glaube das lohnt sich Es ist ne Investition. Wie lange? Wie lange auch? Keine Ahnung, wo ist das? Most same personal twitch drawing. Warte mal, Gomme verkauft Sticker? Ich dachte, die wären von Leuten und von Fans. Tja, liebe Zuschauer von Lukas, der Gomme-Mode. Greenlight, äh, oh, ey, schau mal oben rechts. Was denn da? Was ist da? Timer? Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist Flywein, keiner mehr hält. Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zu neuen Planeten, zu denen, die da leben. Das ganze Universum kennt ihn, alter Frag jeden. Ha, er wird von gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich ein Gott und... Das liegt vor allem an seiner geheimen Fähigkeit. Von der man aber leider bisher wirklich nicht weiß. Mein Drachen. Keiner weiß es. Viele berichten davon. Ja, ja, ha? Seh ich wie ihr vor mir steht, shit. Jetzt ist es wohl zu spät. Lauf um dein Leben, wenn der GOMMA-MOD angeht, hier nicht daneben, wenn der GOMMA-MOD angeht. Jede Runde PvP, kein Problem. Sicher? Ist der Modus aktiviert. Lauf um dein Leben, ha, zieh nicht daneben. Sollen wir bei den Alerts eigentlich jetzt noch GOMMA-MOD GIF einfügen, wenn die schon andere den gleichen Sound haben? Editor, ihr wisst Bescheid. GOMMA-MOD angeht, GOMMA-MOD angeht, GOMMA-MOD angeht, GOMMA-MOD angeht. GOMMA-MOD 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 G Gaube Maut, Gaube Maut. Moins Gary. Was denken eigentlich Leute, die mich jetzt nicht kannten, bevor sie heute im Stream waren? Was denken die? Dank, was geht. Ja, alles fertig soweit. Ja, Text habe ich. Die Stimmen, sie werden lauter. Hast du schon 5 Stunden lang dir das gegeben? Richtig. Gaube Maut war leider noch nicht da. Ja, ja. Ich habe langsam viel Durst. Gaube Maut hat gerade die Kontrolle übernommen. Tralalalalal. Gaube Maut. Wo kommst du denn darauf? Die Blüte reicht weit bis zu neuen Planeten, zu denen die da leben. Das ganze Universum kennt ihn, alter Frag jeden. Ha, er wird von gar nichts geschockt. Ja. Er ist wahrlich ein Gott und das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit. Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben. Keiner weiß es. Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet und schon. Sehe ich, wie er vor mir steht. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Maut angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht Jede Runde PvP Kein Problem Ist der Modus aktiviert Wird nur einer stehen Lauf um dein Leben Zieh nicht daneben Da hilft kein Red Gommemode angeht Ich sag's dir doch Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht Zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht Wenn der Gommemode angeht Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht Wenn der Gommemode angeht Wenn der Gommermod angeht Gommermod Lalalalalal Wenn der Gommermod angeht Der hilft kein reden Wenn der Gommermod angeht Gommermod 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 angeht Jede Runde bevor P Kein Problem ist der Modus aktiviert So schön gerade eben der Run Das war gerade wirklich ein schöner Run Den habe ich richtig genossen So Ja alles fertig soweit Den Text habe ich Beat habe ich Ach ja Ins Mikrofon Jetzt muss es noch ins Mikrofon Gut Alles klar Dann kann ich jetzt loslegen Yeah yeah Eins Zwei Drei Vier Oh Tja liebe Zuschauer Der Gommermod Hat gerade Die Kontrolle Lalalalalal Eigenfollow Er hat seinen eigenen Server Seine eigene Welt Der Typ ist fly Weil den keiner mehr hält Kein Rümpeln Nein Nicht zynisch Kein Verprügeln Seine Güte reicht weit bis Zu neuen Blatnähten Zu denen die da leben Das ganze Wurde was geben Kein Diener fragt jeden Ha Er wird von gar nichts geschockt Ja Er ist wahrlich ein Gott Und Das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß Keiner kann es wirklich beschreiben Keiner weiß es Viele berichten davon Dass ein Licht aus ihm kommt Welches jegliches Leben vernichtet Lalalalalalala Dankeschön Shit Jetzt ist es wohl zu spät Ja ich glaube ich gehe mal gleich kurz in die Küche Mach ne Minute Pause und hol mir was zu trinken Mein Hase Aber ich will keine Pause machen Ne wisst ihr was? Okay Danke Danke Follow Ist der Modus aktiviert Wird nur einer stehen Warum dein Leben? Wenn der Gommermode angeht Zieh nicht daneben Zieh nicht daneben Da hilft kein Reden Wenn der Gommermode angeht Wenn der Gommermode angeht Hallo let's play Was poppen Was denken sie von euer Vorloher? Keine Ahnung Guck so weit Wenn der Gommermode angeht Wenn der Gommermode angeht Gommermode 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 angeht Ich enjoy es jeden Tag Ja Gommermode Gommermode Digger Ich habe so einen Knacks Das ist insane Trolololololol Wenn der Gommermode angeht Findet ihr es schlecht Wenn ich kurz auf Toilette gehe Und mir was zu trinken oder? Oder ist es dann Cheating? Was sagt ihr? Ja Gommermode 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 Ja aber aufs Klogan an sich Sollte ja kein Cheating sein Gommermode 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 1, 2, 3, 4. Ja, liebe Zuschauer! Nein! Der Gomme-Mode! Nein! Darfst du erst auf die Toilette, wenn Gommi in den Chat schreibt. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Slash Me-Pucky. Der Typ ist Flywein, keiner mehr hält. Kein Rümpeln, nein. Nicht zynisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zu neun Planeten. So ein Zeichen wie gesagt. Das ganze Universum kennt ihn halt. Da frag jeden. Ha, er wird von gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich ein Gott. Und das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit. Von der man aber leider bisher wirklich gar nicht weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben. Keiner weiß es. Slash Me und dann die Nachricht. Danke. Jetzt ist es wohl zu spät, Leute. Hört ihr eigentlich, dass der da im Hintergrund Gommi-Mode flüstert? Das habe ich erst vor einer Stunde oder zwei realisiert. Da hilft jede Runde PvP. Kein Problem. Ist der Modus aktiviert. Wird nur einer stehen. Die Bidelserchen haben nur die Leute, die hier dabei sind. Viel Spaß, Peter. Da hilft kein Reden. Wenn der Gommi-Mode angeht. Da hilft kein Reden. Wenn der Gommi-Mode angeht. Gommi-Mode, Gommi-Mode angeht. Lass um dein Leben, wenn der Gommi-Mode angeht. Zieh nicht daneben. Wenn der Gommi-Mode angeht. Da hilft kein Reden. Wenn der Gommi-Mode angeht. Wird es heute ein Moments-Badge geben? Wolltet ihr eins heute haben? Wollt ihr heute ein Moments-Badge haben? Ja oder nein? Muss ich überhaupt erklären, was es ist? Man kann quasi einen Moment festlegen und dann bekommt jeder ein Bedge vor seinem Namen. der dabei war. Ja okay, dann gibt es am Ende eine Moments-Badge. Oder irgendwann mittendrin, was ist besser? Ja mittendrin ist besser, weil man halt echt die Leute belohnt, die dabei sind. Oder nur Tower 3, ich überleg gerade mal. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Das Gute ist, das sind auch wirklich nur Leute, die da sind, weil die müssen das nämlich claimen. Man muss dann draufklicken, das ist voll krass. Ja seems, hm, ich weiß nicht. das war nicht ein Gott und das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit. Like Crusty, Crusty vergibt Safe Moments-Bads, wenn er mal was anderes gemacht, außer einem dessen das Video das Hatoxien. Vor mir steht, shit. Jetzt ist es wohl zu spät. Hunky und Thames waren die ganze Zeit da, Hunky Stone zumindest. Jeder ohne PvP, kein Problem. Ich wünsche man könnte so Tagesliederworts haben vom Watchtime her. Lauf um dein Leben. Alter, tut meine Augen weh, wenn ich nicht mit der Sonnenbrille gucke. Holy... Mann! Ich sag's dir doch! Okay, ich teste jetzt was. Krieg ich einen Follower, wenn ich sage, lass den Follower da. Lass den Follower da! Hahahaha, es hat funktioniert! Alex, danke dir, vielen, vielen Dank! Danke für deinen Support. Lizenzgeist, wir haben dich alle vermisst. Willkommen zurück. Das war kein neuer Follower erwischt. Ey, Sushi! Wer das hier nicht genießt, hat auch keine, hat einfach keine Kultur. Ströhnen ... Ich glaube, ich muss mal eben ganz kurz, gleich zwei, dreie Minuten weg und den Timer pausieren, weil ich muss wirklich, glaube ich, mal auf Toilette und Trinken holen. Da-dam 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 Ähm, ja alles fertig soweit Ja, Text hab ich Beat hab ich ähm Ach ja, ins Mikrofon Jetzt muss es los ins Mikrofon, gut Alles klar, ähm, dann kann ich jetzt loslegen Ja, ja, ja Drei, zwei, ach man, ich sag's aber wieder falsch Tja, liebe Zuschauer Der Gammemote Gammemote Lalalalalal Er hat seinen eigenen Server Seine eigene Welt Das Buckthorn Xperia Was, schwieriger, das oder Submarathon? Submarathon, das hier ist leicht Chat, wir schreiben hier gerade alle Geschichte Ich lad das Video hier hoch, ihr seid alle auf Youtube verewigt Wenn das ein Jugendwort wird, hier, das ist hier das Geschichte, ihr werdet euch ein Jahr noch dran erinnern, das Video anschauen Und euch im Chat sehen Keiner weiß das Tschüss, Monare Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet und schon sich wie er vor mir steht Shit, jetzt ist es wohl zu spät Lauf um dein Leben Wenn der Gammemote angeht Hier nicht daneben, wenn der Gammemote angeht Da hilft keine Red, wenn der Gammemote angeht Gammemote, Gammemote, Gammemote angeht Jede Runde PvP Kein Problem Moine Naxo Aktiviert Lauf um dein Leben Wenn der Gammemote angeht Zieh nicht daneben Wenn der Gammemote angeht Da hilft kein Red Ausdurchzeichen Jugendwort, wer das noch nicht gemacht hat Lauf um dein Leben Wenn der Gammemote angeht Da hilft kein Red Ja Lauf um dein Leben Wenn der Gammemote angeht Trolll ở storing wenn der Gammemote angeht Da hilft kein Red, wenn der Gammemote angeht Äh, ja umEC Super Wenn der Gammemote angeht Wenn der Gammemote angeht Der Gammemote angeht Ja, man sieht das in Chatterino, ja. Das ist der Hyperflex, wenn man sowas hat. Es gibt wieder auf den Anfang, wenn du diese Nachricht liest, scheiße. Ich muss aufs Lohn, muss mir das zu Trink holen. Es ist langsam echt ein bisschen dringend. Toll. Ja, alles fertig soweit. Ja, Text habe ich, Beat habe ich, ja, jetzt muss ich, was, ach ja, ins Mikrofon. Jetzt muss es nur ins Mikrofon, gut. Alles klar, dann kann ich jetzt loslegen. Und eins, zwei, drei, vier. Error! Tja, liebe Zuschauer von Lukas. Oh, krass. GOMMEMODE! Er hat seinen eigenen Zerber, seine eigene Welt. Der Typ ist Flywein, keiner mehr hält. Kein Rumpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zu meinen Gartneten, zu denen, die da leben. Das ganze Universum kennt ihn, Alter, frag jeden. Ha, er wird von gar nichts geschockt. Er ist wahnsinnig ein Gott und das liegt vor allem an seiner Geheimfügigkeit. Von der man aber leider bisher wirklich nicht weiß. Ich hab wirklich, weil du ja die höchste Achtung vor euch. Du kannst dein Leben zum Besser machen, wenn du jetzt dein Prime dalässt. Ja, also alle, die jetzt hier Twitch Prime haben, warum macht ihr jetzt kein Sub, warum macht ihr jetzt nicht? Jetzt ist es wohl zu spät. Wenn der GOMMEMODE angeht, zieh nicht dein Leben, wenn der GOMMEMODE angeht. Da hilft kein Red, wenn der GOMMEMODE angeht. Wenn der GOMMEMODE angeht. GOMMEMODE angeht. GOMMEMODE angeht. Wenn der GOMMEMODE angeht. Lauf um dein Leben, wenn der GOMMA-MOD angeht. Wie nicht dein Leben, wenn der GOMMA-MOD angeht. Da hilft kein Red, wenn der GOMMA-MOD angeht. GOMMA-MOD, GOMMA-MOD, GOMMA-MOD angeht. Haben wir das eigentlich Tonköpfe im Titel, wenn du es enjoyst? Gute Frage. Man kann für sechs Monate Subcompro, es geht sogar. Chat, was würdet ihr eigentlich tun, wenn ich euch gerade alle trollen würde? Was ist, wenn alle diese Nachrichten hier gerade, die manche... Also ich habe es nur mit zwei, drei Leuten abgesprochen, dass sie dann und dann im Bot programmiert hier Nachrichten reinschreiben. Alles wäre vorprogrammiert, vorge-recorded und ich würde gar nicht hier sitzen. Ich bin gerade eigentlich am chillen am Strand. Die ganzen Follows sind fake. Stell dir das vor. Hallo, Rommel. Yeah, yeah. Eins, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer von Lukas. Der Gomemode hat gereiert. Tja, Jenkins. Das ist natürlich die Sache. Trolololol. Trololol. Er hat seinen eigenen Server. Seine eigene Welt. Der Typ ist Flywein. Keineine MÖHELT. Kein Rümpeln, NEIN. Nicht zynisch. Kein verprügeln. Seine Güte reicht weit. Bis zu neuen Platten. Zu denen, die da leben. Das ganze Universum kennt ihn. Alter frag jeden. Huh? Er wird von gar nichts geschockt Ja, wer es war nicht ein Gott So, wie das hier vor allem an seiner Geheimfähigkeit Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß Keiner kann es nicht schreiben, keiner weiß es Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt Welches jegliches Leben vernichtet und schont Seh ich wie er vor mir steht Shit, jetzt ist es wohl zu spät Ich laufe um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht Hier nicht daneben, wenn der Gomme-Mode angeht Da hilft kein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht Gomme-Mode, Gomme-Mode, Gomme-Mode angeht Laufe um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht Zieh nicht daneben, wenn der Gomme-Mode angeht Es gibt nichts schöneres, Rolle Gomme-Mode, Gomme-Mode, Gomme-Mode angeht Jede Runde PvP Also am meisten vermisse ich den Mine-Ware-Modus, definitiv Laufe um dein Leben, zieh nicht daneben Mh, da hilft kein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht Mann, ich sag's dir doch Laufe um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht Zieh nicht daneben, wenn der Gomme-Mode angeht Da hilft kein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht Der Gomme-Mode angeht, Gomme-Mode, Gomme-Mode angeht Jenkins, so ist es. Trollololololol! Gormamowd, 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 Gormamowd ... Soll ich euch mal was sagen, Freunde? Mich stört gerade nur eine Sache. Eine Sache stört mich gerade. Eine einzige. Und zwar stört mich der Tanz vom Gomme in dem Remote. Das meint ihr ernst. Irgendwie nervt mich dieser Tanz. Aber das ist mir egal. Ihr könnt machen, was ihr möchtet. Ach ja, ins Mikrofon. Jetzt muss es noch ins Mikrofon. Gomme ist halt immer geil. Alter, wie lange habe ich das nicht mehr gesagt? Yeah, yeah. Eins, zwei, drei, vier. Aber was? Tja, liebe Zuschauer von Lukas. Wieso eigentlich die Zuschauer, wenn er doch eigentlich nur ein Sänger ist und der Zuhörer hat? Komisch. Das ist mein Lieber. Wie kann es eigentlich sein, dass wir noch vier Stunden und zehn Minuten nur noch das hören müssen? Das kommt mir gar nicht davor. Es war nicht ein Gott und wir sind vor allem an seiner Einfähigkeit. Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben. Keiner weiß es. Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet. Und schon sehe ich, wie er vor mir steht. Shit. Jetzt ist es wohl zu spät. Ich versuche die ganze Zeit zu rätseln, welcher YouTuber mit YouTuber-Rang gleich in den Chat schreibt. Bei dem Part vor dem Kampf jetzt. Hier, wo der eben war. Lass uns mal gleich entziffern, wer das ist. Wenn der Gomme-Mode angeht. Wenn der Gomme-Mode angeht. Gomme-Mode angeht. Gomme-Mode angeht. Gomme-Mode angeht. Wenn der Gomme-Mode angeht. Rage-Mode. Und direkt danach spielt er was anderes, aber immer den Bogen in der Hand mit derselben Textur. Und sieht aus wie ein richtig smoother, ähm, smoother Übergang. Wenn der Gomme-Mode angeht. Wenn der Gomme-Mode angeht. Mann, ich sag's dir doch. Lauf um dein Weg. Wenn der Gomme-Mode angeht. Zieh nicht daneben. Wenn der Gomme-Mode angeht. Da hilft kein Reden. Wenn der Gomme-Mode angeht. Gomme-Mode angeht. Wenn der Gomme-Mode angeht. GOMMEMOT! GOMMEMOT! Tralalalalal! Hallo Dietze, super. Jetzt hier die Transition, digga. Slash me, da kommt. GOMMEMOT! 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 Ach nimm du weißt du 12 Stunden muss man nicht. Och NUUMI! Tralalalalalalal! Tralalalalalal. Danke für das follow! Ja alles fertig soweit wir haben Chext hab ich. Boah, ich muss nur aufs Klo. Boah, Daniel. Dann kann ich jetzt loslegen. Eins, zwei, drei, vier. GOMME HERE RUM! Nein! Die Kontrolle übernommen. Ich überleg grad echt noch eine Moments-Badge zu vergeben. Krass, Fabo! Ja, er ist wahrlich ein Gott und das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit. Ich würde am Boden liegen und weinen, Fabo, dann hast du leider einfach das falsche Mindset, weißt du? Keiner weiß es. Viele berichten davon. Erstens, schaut jetzt welcher YouTuber in den Chat schreibt, wer es erredet, ist cool. Zweitens, man muss das hier genießen. Das ist gar nicht Strafel, Fabo. Jetzt unten links, wer ist das? Irgendwas mit HD, glaub ich, oder LP, weil da sind am Ende so zwei große Buchstaben. Ich hör den Song legit später im Gym weiter, ne? Nach dem Stream. Da hilft kein Reden, wenn der GOMME MODE angeht. Da hilft kein Reden, wenn der GOMME MODE angeht. Wenn der GOMME MODE angeht. Wenn der GOMME MODE angeht. Jede Runde PVP, kein Problem. Ich hab Durst. Aktiviert. Na, so, danke dem. Das ist's. Da hilft kein Reden, wenn der GOMME MODE angeht. Ich frag's dir das. Da hilft kein Reden, wenn der GOMME MODE angeht. Hallo Korsi. Ja, der wird super. Da hilft kein Reden, wenn der GOMME MODE angeht. Wenn der GOMME MODE angeht. mein scp das meinst du da kommen wie meinst du das w dario dass du diese mord geändert hast bei der wäge lang das drin sind ich daneben wenn der gummo mode angeht gummo mode 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 alter ich darf nicht auf dem bildschirm es ist so hell ohne brille holy fuck ich kann die brille nicht mehr aufsetzen absetzen meine ich tiktok hat fast 10.000 aufrufe habe ich vorhin gesehen digga das ist so dumm ja eins zwei drei vier tja liebe zuschauer der gummo mode hat mich übernommen die kontrolle übernommen denkt ihr durch mich pushen wir auf jeden fall das jugendwort schon oder ich schreibe die titel aus zeichen jugendwort nicht ich lass es ich lass es wenig kraft du hast einen youtuber entschlüsselt oh mein gott du bist ein inszener macher keiner weiß es so viele berichten davon dass ein licht aus ihm kommt welches jegliches leben vernichtet und schon seh ich wie er vor mir steht shit jetzt ist es wohl zu spät glaubt um dein leben wenn der gummo mode angeht da hilft keinem wenn der gummo mode angeht gummo mode gummo mode gummo mode ich hab spaß ehrlich heute viel lustiger wäre es wenn ich während der 10 stunden nichts sagen würde aber dann wäre es nicht schön für den stream da ist wieder das ding wenn man wie mr beast zum beispiel irgendwie is everyday bro 10 stunden lang hört dann ist wieder was anderes weil man das ja macht ähm als in der aufnahme dann kann man natürlich auch ohne reden dann braucht es ja kein ähm aber wenn ich das jetzt mache und nicht reden würde dann wäre das doch scheiße für euch das ist ja kein twitch stream dann das ist ja keine interaktion mann ich sag's dir doch wenn der gummo mode angeht wenn der gummo mode angeht vergeht wenn der gummo mode angeht wenn der gummo mode angeht wenn der gummo mode angeht trolalololololol ehm hat er eigentlich die copyright Julius von crow Oh ja klar, sonst hätte er dann nicht 4 Millionen Aufrufe und das auf Spotify. Ich habe auch, wie gesagt, ähm... Ich habe Lukas auch gefragt. Der hat nichts dagegen, dass wir das machen. Hallo Chicken. Ich zieh dich daneben, wenn der Gommamode angeht. Gommamode, Gommamode, Gommamode angeht. Gommamode. Oh, das interessiert mich jetzt. Ich lade das hier auf YouTube hoch. Wenn du mich jetzt hörst... Jonas, sagen wir dem Resub in 17 Monaten. Ähm, ich mache jetzt einen Test an alle, die auf YouTube sind und das kommentieren. sollten. Wenn ihr das hört, schreibt jetzt I'm done in die Kommentare. Mal sehen, wie viele I'm done schreiben. Und bitte keiner vom Stream jetzt. Sondern ich will wirklich nur, dass es nur die Leute reinschreiben, die das auf YouTube sehen. Ja, jetzt muss ich was... Ach ja, ins Mikrofon. Jetzt muss es nur ins Mikrofon. Gut. Da, da, da. Dann kann ich jetzt loslegen. Yeah, yeah. Eins, zwei, drei, vier. Gommi-Error! Wow. Gommi-Error. Gommi-Mode hat gerade... Die Kontrolle übernommen. Gommi-Mode. Trollololololololol. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist Flyward. Ich glaube, ich vergebe echt einen Moments-Batch gleich. Ich glaube, ich mache es. Also, das ist es schon wert, oder? Obwohl... Das ganze Universum kennt ihn, Alter. Frag jeden. Ha. Er wird von gar nichts geschockt. Wie oft will Gomm eigentlich noch die Kontrolle übernehmen, Alter? Das liegt vor allem an seiner kleinen Fähigkeit. Okay, Leute. Es ist gleich wirklich zu weit. Ich muss jetzt gleich wirklich mal kurz Pause machen. Zwei, drei Minuten. Hallo, Erik. Und auf Toilette gehen und was trinken. Viele berichten davon. Nee, Brian. Ich bin jetzt hier und schau das Video, Digga. Ich mag gar nichts, Brian. Ich muss ja sagen, ich finde es sehr frech, dass Gommi die ganze Zeit die Kontrolle übernimmt, ja? GAMERS REACT Ist der Modus aktiviert, wird nur einer stehen. Lauf um dein Leben. Ziel nicht daneben. Mann, ich sag's doch. Lauf um dein Leben, wenn der Gommi-Mode angeht. Ziel nicht daneben, wenn der Gommi-Mode angeht. Da hilft kein Reden, wenn der Gommi-Mode angeht. Gommi-Mode, Gommi-Mode angeht. Wenn der Gommi-Mode angeht. Wenn der Gommi-Mode angeht. Wenn der Gommi-Mode angeht. GOMMAMODE GOMMODE 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 ANGEHT Ich glaub, stützt den Song aus, wenn ich da auch zu sagen Ich glaub schon Ich muss ehrlich sagen, die Lyrics, die kommen mir gar nicht so ähm, also Die Lyrics sind nicht so leicht gedenkt irgendwie Ich hab einfach ein Björn von RumiQ von Null oder so Was ist der GOMMODE? Mords Bantin Ich kenn den Namen und welcher, ich weiß aber nicht woher Bum 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 4 Stunden haben wir nur noch, 4 Stunden Marke ist erreicht Ich glaub, was der GOMMODE ist, das kannst du jetzt eigentlich hier einfach entnehmen, dem Song, hör einfach zu Alles klar, ähm, dann kann ich jetzt loslegen 1, 2, 3, 4 Oh! Der GOMMODE Der GOMMODE hat gerade die Kontrolle übernomm' GOMMODE Trollolololololololol Seine eigene Welt Der Typ ist fly Kein Rümpeln, nein, nichts zynisch Kein Verprügeln Seine Güte reicht weit bis zu neuen Platten Zu denen, die da leben Das ganze Universum kennt ihn Alter, frag jeden Ha, er wird von gar nichts geschockt Ja, er ist wahrlich ein Gott und Das liegt vor allem, um Fähigkeit, ey, 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 wirklich beschreiben, keiner weiß es, viele berichten davon. Seh ich wie er vor mir steht, shit, jetzt ist es wohl zu spät. Hört ihr, wie er im Hintergrund GOMMOD flüstert? Jede Runde PvP, kein Problem, ist der Modus aktiviert, wird nur einer stehen, lauf um dein Leben, zieh nicht daneben, da hilft kein Reden, wenn der GOMMOD angeht, Mann, ich sag's dir doch, lauf um dein Leben, wenn der GOMMOD angeht, zieh nicht daneben, wenn der GOMMOD angeht. Wenn der GOMMOD angeht, 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 wenn der GOMMOD angeht. Ein Jahr Sub, Zimpfwirbel, schön dich zu sehen, du bist ein VIP, Alter, alle meinen, Tian A in den Chat für Zimpfwirbels, ein Jahr Sub, Alter, das ist wirklich crazy, danke dir. Vielen, vielen Dank, du kommst genau zum richtigen Moment. Wenn der GOMMOD angeht, GOMMOD, GOMMOD, GOMMOD angeht, lauf um dein Leben, wenn der GOMMOD angeht, zieh nicht daneben, wenn der GOMMOD angeht, da hilft kein Reden, wenn der GOMMOD angeht. GOMMOD angeht, GOMMOD, GOMMOD, GOMMOD angeht. GOMMOD, 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 GOMMOD. GOMMOD, 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 GOMMOD. So, ähm, ja, alles, äh... Mir geht's toll. Wieso fragt ihr so oft? Hallo, okay, okay, na, was geht? Heute waren übrigens schon zwei Leute mit einem N-Wort-Namen hier drin, die versucht haben, rauszubeten, dass ich das N-Wort sage. Schon nice, oder? Ich bin total im GOMM-Mode bis heute. GOMM-Hero! Schöne, liebe Zuschauer von Lukas. Der GOMM-Mode hat so irgendwie die Kontrolle übernommen. GOMM-Mode. Oh, der letzte GOMM-Mode durchlaufen wird richtig episch. Er hat seine eigene Welt. Der Typ ist Flywein, keiner mehr hält. Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zu neuen Platten, zu denen, die da leben. Das ganze Universum kennt ihn, alter Frag jeden. Ha, er wird von gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich ein Gott und das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit, von der man aber leider bisher wirklich wenig hält. Nee, GOMM-Mode war leider noch nicht hier drin. Ich kann wirklich beschreiben, keiner weiß es. Viele berichten davon. Wenn der GOMM-Mode angeht. Wenn der GOMM-Mode angeht. GOMM-Mode, GOMM-Mode, GOMM-Mode angeht. Lauf um dein Leben, wenn der GOMM-Mode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der GOMM-Mode angeht. Da hilft kein Red, wenn der GOMM-Mode angeht. GOMM-Mode, GOMM-Mode, GOMM-Mode angeht. Jede Runde PvP, kein Problem. Ist der Modus aktiviert. Trololololololol. Was geht's? Lauf um dein Leben, der GOMM-Mode angeht. Hey, was geht's? Zieh nicht daneben. Wenn der GOMM-Mode angeht. Da hilft kein Red. Wenn der GOMM-Mode angeht. Mann, ich fach's dir doch. Lauf um dein Leben, wenn der GOMM-Mode angeht. Zieh nicht daneben. Wenn der GOMM-Mode angeht. Da hilft kein Red. Wenn der GOMM-Mode angeht. Ja. trallalalalala, slowly, wenn der Komma-Maut angeht. Komma-Maut, trallalalalala. Komma-Maut angeht. Oh, leck, mein Eier. Danke für dein Follow. Christian, was geht? Chet, habt ihr von Riechern gehört? Gegen wen hast du verloren? Gegen euch? Riechern, meine Eiern. Hallo, Oschen. In welchem YouTube würdest du gerne mal Minecraft spielen? Komm. Ja, jetzt muss ich was machen. Ach ja. Amokos. Oh, Klammern, ein Eiern. Zwei. Drei. Vier. Ja, liebe Zuschauer. Der Komma-Maut hat die Kontrolle übernommen. Die Kontrolle übernommen. Komma-Maut, trallalalalala. Gamers React. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist Flywein, keiner mehr hält. Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zu neuen Planeten, zu denen, die da leben. Das ganze Universum kennt ihn, alter Frag jeden. Ha, er wird von gar nichts geschockt. Ja, es war nicht ein Gott und seine Geheimfähigkeit, von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß, keiner kann es wirklich beschreiben. Keiner weißt es, viele berichten davon. Komm, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet und schont. Seh ich, wie er vor mir steht, shit, jetzt ist es wohl zu spät. Wenn der Komma-Maut angeht, wenn der Komma-Maut angeht. Komm, dass der Komma-Maut angeht, jede Runde bin, kein Problem. Und der Titel habe ich für euch. Komm, wir kommen, wir kommen, wir kommen. Ist der Modus aktiviert. Und der Titel habe ich extra für euch drin. Hallo, hier noch. Lauf um dein Leben, der Komma-Maut angeht. Zieh nicht daneben, der Komma-Maut angeht. Da hilft kein Reden, der Komma-Maut angeht. Mann, ich sag's dir doch, doch um dein Leben, der Komma-Maut angeht. Zieh nicht daneben, der Komma-Maut angeht. Nee, mir geht's super. Komma-Maut angeht, Komma-Maut, Komma-Maut angeht. Komma-Maut angeht, Komma-Maut angeht. Komma-Maut angeht. Wieso schon was geht? Komma-Maut. Tralalalalalaa. Hihihihihiiii. Ah, ja. Da hilft kein Reden, wenn der Komma-Maut angeht. Komma-Maut, Komma-Maut angeht. Wisst ihr was lustig findet? Ähm, MrBeast hat sowas ja mal mit diesem Logan Poison gemacht vor sieben acht Jahren. Der ist da eingeschlafen währenddessen. Komma-Maut, Komma-Maut, Komma-Maut angeht. Wie kann man währenddessen einschlafen? jetzt mal ehrlich so sorry ich glaube was aber sehr wach hält ist hat der chat muss man auch einfach dazu sagen hallo linus alles super bis auf schlau läuft alles super hast du den song schon mal gehört ist every day bro 1 2 3 4 hat so eben die kontrolle übernommen seine eigene welt der typ ist fleiber den keiner mehr hält schweinchen ist einfach daran zu erkennen ja es war nicht ein gott und seiner geheimfähigkeit das darf man nicht kapern so gute songs die müssen original bleiben jetzt ist es wohl zu spät ich habe unerträgliche schmerzen pvp kein problem ist der modus aktiviert ich muss mir gleich schnell ganz kurz trinken und trinken und die pause machen ich staue auch den timer dafür natürlich hallo durcheinander also wirklich ich sage euch die challenge also das ist ja eine wettverlust wie heißt das wettbestrafung das was gestern passiert ist das konnte nicht umgänglich es war unumgänglich er hatte zu viel geld ich habe das nicht gedacht ich weiß nicht die bitmatch werden heute übrigens neu gemacht von eisblumen das ist dann schärfer weil so viel geschehen zu gestern wie laut sind die stimmen schon keine ahnung die zeit geht so schnell um leute irgendwie will ich das nicht irgendwie will ich das nicht das zeitgegen zu schnell um egal alles klar dann kann ich jetzt loslegen 1 2 3 4 tja liebe zuschauer von lukas der gomma mode hat gerade die kontrolle übernommen und eine eigene welt der typ ist frei bei den karl am erhält der rüppel nein ich zynisch kein verfrügel seine güte reicht weit bis zu neuen planeten zu denen die da leben das ganze universum die neid der fragt jeden er wird von gar nichts geschockt ja weil es war nicht ein gott und das liegt vor allem an seiner geheimfähigkeit von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß keiner kann es wirklich beschreiben keiner weiß es viele berichten davon dass ein licht aus ihm kommt welches jegliches leben vernichtet und schockt also ich muss ehrlich sagen ich bin auch sehr impressed von lukas der rapper wie das musikvideo einige secrets und kleinigkeiten eingebaut hat die man gar nicht sieht wenn man es nicht 10 stunden schaut wie wäre es wenn du dein zimmer komplett ab du willst die musik lauter machst und so dass es nichts mehr ist für zwei tage lukas wieso absolut nicht genießt es mit uns setz dich zu uns pvp kein problem ist der modus aktiviert lauf um dein leben ziel ist daneben da hilft kein reden warum steht da in den hashtag staatsbürger kommunismus da kannst du mir den irgendwo schicken bitte per dm oder sowas wir können jetzt nicht anklicken wenn der gommer mode angeht wenn der gommer mode angeht wenn der gommer mode angeht da hilft kein reden sobald ein drittel durch haben in 20 minuten haben ein drittel durch und ganz ehrlich leute jetzt mal real talk aus der zentrale digger natürlich nicht wenn ich besoffen wäre es noch lustiger aber wir sollen auch hier keine drohen kmdd.de iten depois auf 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 tja liebe zube wir vermissen nicht die kontrolle übernommen die jenaks digger seinen eigenen server seine eigene welt der typ ist frei weil ihn keiner mehr hält was ihm ist jetzt weg und wir müssen jetzt für sims weiter spämen ich kenne schon ausländisch ja er ist wahrlich sein gott und das liegt vor allem und seiner geheimfähigkeit ist wirklich ein guter song keiner weiß es viele berichten davon vor mir steht jetzt ist es wohl zu spät die letzten paar songs singen wir mit richtig viel freude alle zusammen hört ihr dieses ganz leise gomma motto mit der runde ich glaube auch zu wenig ist der modus aktiviert sie nicht daneben sie was geht mann ich sagte auch lukas ich habe mehr drauf als ich denke david du hast den schuss wenn der gomma maut angeht mal sehen wie viele leute mich die abonnieren wenn ich das hier auf youtube hochladen ich will ich will ich finde das war lustig die idee dass man sagt jo wir gehen am ende zusammen in corn singt das zusammen wollen wir wollen wir wollen wir nach den 10 stunden noch mal alle ganz kurz am ende zusammensingen mit view und das kommt ja alles fertig soweit der text habe ich baby das geht ja julian schön zu sehen lena danke kann das kritisch werden du hast recht 234 nein gomma error nein ihr habt recht das ist schon risky das geht eigentlich wollte ich mir noch ein kaffee holen aber das waren jetzt nur sechs kaffee heute leute bitte nicht nachmachen ich gehe aus dem stream mit 100 gehirn seien weniger aus ne 100 gehirn seien mehr das hier ist intellektuell und das liegt vor allem an seiner geheimfähigkeit von dem man aber leider bisher wirklich wenig weiß keiner kann es wirklich beschreiben keiner weiß es so viele berichten davon dass ein licht aus ihm kommt welches jegliches leben vernichtet und schon seh ich wie er vor mir steht shit jetzt ist es was du bist wenn der gomma maut angeht wenn der gomma maut angeht wir sind gerade 6,5 stunden in wir machen das noch bis wir 10 stunden voller oben rechts die verbleibende zeit ja philipp alle tage ASD und nicht schlafen in einem zimmer pvp ich hörte ihn schon so oft den song dass ich die lyrics schon wieder falsch sag ich bin echt irritiert gerade aber ich kann nicht aufhören jaja jakob kommt auch alle tage chat ich kann nicht aufhören ich bin ähm ich kann nicht aufhören äh das video anzuhören und äh zu schauen ich kann nicht aufs vloggen ich kann nicht es ist es macht süchtig findet ihr auch der song macht süchtig gomma maut trolalal jaja philipp ja ja philipp wir haben es ja so wie geht bist du auch da philipp meine prognose war ja gewesen dass ich 20 zuschauer hab und ähm keinem chat aber digger der chat ist aktiv ihr seid da ist alles cool mal maxi mann schweinchen rest in peace das ist ja das set poro dank für deinen twitch fans am zweiten monat maxi schön dass du da bist willkommen zurück freitag samstag erreicht ja so ähm ja alles fertig ja alles fertig soweit ja alles fertig soweit beat hab ich beat hab ich ja jetzt muss ich was ach ja ins mikrofon ins mikrofon reden ins mikrofon gut alles klar dann kann ich jetzt loslegen ins unsichtbare nicht existente mikrofone mann lukas das nervt mich weißt du das ist so ansässiges fein dass er da nix in der hand hat im storytelling gibt es ja gar keinen sinn dass er von gomma abgebrochen wurde beim singen wenn er noch nicht mal was in der hand hat ach philipp dank wieder wie es hat im dritten monat ey digga das kommt jetzt sehr plötzlich dankeschön der typ ist fly weil den keiner mehr hält vielen dank war fast synchron und da war es perfekt ja er ist wahrlich ein gott und seine geheimfähigkeit von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß keiner kann es wirklich beschreiben keiner weiß es viele berichten davon dass ein licht aus dem kommt welches jegliches leben vernichtet und schwarze dickes l an alle die das hier nicht immer anzuhören diesen song das ist wie der minions film man muss das so machen und geht es mir maxi ich hoffe die auch nicht immer so machen wenn der kombin und dann geht irgendwie nicht allein wenn der kombin und dann geht jetzt Clae wenn der kombin und dann geht komme komme und dann geht jede runde pvp kein problem Ist der Modus aktiviert, da hilft kein Reden, da hilft kein Reden, da hilft kein Reden. Mann, ich sag's doch. Komma Mode, tralalalalala. Geil. Eigentlich bräuchte ich mir doch so'n troller Loll-Emote. Komma Mode, Komma Mode, Komma Mode. Leute, wir entleeren uns langsam dem Ende. Ich kann das nicht fassen. Wir halten das hier gemeinsam durch. Geil. Wobei es ist für euch eher durchhalten. Für mich ist es eher ein Segen. Muss ich auch ehrlich gestehen. So schlimm ist es nicht. Oh, da tu ich's grad nur so. Ich hab vorhin gehört, Lola ist in Frankfurt. Natürlich schade, dass sie das nicht mit mir in Frankfurt stehen. Dabei haben wir geschrieben. Ich hab sie verpasst. GG. Alles klar. Dann kann ich jetzt loslegen. Und eins, zwei, drei, vier. Tschau liebe Zuschauer. Tschau liebe Zuschauer. Der Gomme Mode hat gerade die Kontrolle übernommen. Gomme Mode, tralalalalal. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist Flywein, keiner mehr hält. Kein Rumpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zu neuen Planeten. Zu denen, die da leben. Das ganze Universum kennt ihn. Alter, frag jeden. Ja, bist du ja auch einfach. Alles. Kommen wir, Mod. Ähm, ja, ich bin auch Kommunist. Ja, natürlich. Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben. Keiner weiß es. Viele berichten davon. Wenn der Gomme Mode angeht. Wenn der Gomme Mode angeht. Wenn der Gomme Mode angeht. Es ist so schön. Es ist so angenehm. Hallo Tango Lewis, willkommen im Stream. Lauf um dein Leben, wenn der Gomme Mode angeht. Zähl nicht daneben, wenn der Gomme Mode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gomme Mode angeht. Gomme Mode, Gomme Mode, Gomme Mode angeht. Jede Runde PvP, kein Problem. Ist der Modus aktiviert. Wird nur einer stehen. Lauf um dein Leben. Zieh nicht daneben, wenn der Gomme Mode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gomme Mode angeht. Ich sag's dir doch. Hallo Tango. Lauf um dein Leben, wenn der Gomme Mode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gomme Mode angeht. Da hilft kein Red. Wenn der Gomme Mode angeht. Gomme Mode, Gomme Mode, Gomme Mode angeht. Wenn der 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 Gomme Mode angeht. GOME MOT ANGEHT. GOME MOT! angeht wenn der gomma mode angeht da hilft kein red wenn der gomma mode angeht gomma mode gomma mode gomma mode gomma mode gomma mode man weiß wo ich zu wix kann alle leute nur noch dreieinhalb stunden man das ist ja echt schade mir fehlt der stream heute abend mir fehlt der heute abend ja alles fertig soweit ja text habe ich biet habe ich ja jetzt muss ich was ach ja ins mikrofon jetzt muss es noch ins mikrofon gut jetzt nur noch ins mikrofon ins nicht existente 234 tja liebe zuschauer von gomma hat gerade die kontrolle übernommen oh man der gomma mode seine eigene welt ja er ist wahrlich ein gott und also wenn ihr das nicht mindestens genauso genießt wie ich dann bin ich auch wirklich enttäuscht von meiner community muss ich auch einfach mal so sagen jetzt hier ne viele berichten davon seh ich wie ihr vor mir steht shit jetzt ist es wohl zu spät lauf um dein leb wenn da ninguna mode angeht zieh ich im Moment wenn der gomma mode angeht wenn der gomma mode an geht gomma mode go kannst du das Video lauter weil deine stimme viel zu laut fl Joe push ne istja nicht doof wenn der gomma mode angeht gomma mode gomma mode Gomma mode angeht Kein Problem Ist der Modus aktiviert Also ich finde wir brauchen einen toller Lolli-Mode Mann Ich sag's dir doch Ist noch Motivation da? Absolut WTF? Merkst du's nicht? One Klasse Man verkauft's für eine Zeit KommaMode Lollollollolloll Wenn der KommaMode angeht Dann hilft kein Rät Wenn der KommaMode angeht KommaMode 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 Ich würde gerne gerade entziffern, was da im Hintergrund geblurrt ist. Das versuche ich schon seit einer Stunde oder so. Ich kann das nicht entziffern. Ist das die Lobby? Das könnte sein. Ja, diese Drachen und so. Ja, ja, ja. Das ist die Lobby. Dominus leider nicht. So. Ja, alles fertig soweit. Ja, Text habe ich. Beat habe ich. Ja, jetzt muss ich. Ach ja, ins Mikrofon. Jetzt muss es nur ins Mikrofon. Gut. Alles klar. Alle hatten damals diesen Filter auf der Kamera. Eins, zwei, drei, vier. Damals war ein Filter eh immer overkill. Jeder hat immer diese superfarbigen Filter genommen. Bei mir gibt es auch noch Selfies. Die kennt ihr. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist Flywein. Keiner mehr hält. Kein Rümpeln, nein. Nicht zynisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis. Zu neuen Planeten, zu denen die da leben. Das ganze Universum kennt ihn, alter Frag jeden. Ha. Er wird von gar nichts geschockt. Ja. Er ist wahrlich ein Gott und... Das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit. Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben. Keiner weiß es. Viele berichten davon. Dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet. Und schon sehe ich, wie er vor mir steht. Shit. Jetzt ist es wohl zu spät. Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich Durst und Toiletten dran habe. Jede Runde PvP, kein Problem. Cox, ich habe gestern 12 Stunden, heute 10 Stunden lang gestreamt. Ich werde heute nichts anderes gestreamen. Zieh nicht daneben. Mann, ich sag's dir doch. Kann man nicht jetzt am Handy auch schauen, wie lange man schon live ist? Ja, ne? Trolololololololol. Soll ich eigentlich, wenn ich gleich auf Toilette bin, die Musik an- oder auslassen? Die Zeit füge ich natürlich zum Teil mal hinzu. Ist ja klar. Okay, ich lasse die an und merke mir dann die Zeit. Ich nehme einfach die Atomuhr und schreibe die Uhrzeit. Ihr merkt die euch und dann komme ich zurück und dann sehen wir es. Ähm, ja, alles fertig soweit, ja, Text habe ich, Beat habe ich, ähm... Ich werde nur, ich werde nur eine Pause brauchen. Ich werde nur eine Pause brauchen. Ins Mikrofon. Jetzt muss es nur... Nur eine Pause noch. Also insgesamt haben wir dann zwei Pausen in 10 Stunden. Dann kann ich jetzt loslegen. Die ging ja zwei Minuten in die letzte Pause. Eins, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer von Go-Lukas, der Gommemot hat gerade die Kontrolle genommen. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist Flywein, keiner mehr hält. Immer Gommemands? Ei, ei, ei. So am Ölen. Ja, er ist wahrlicher Gott und das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit. Von der Leute, was denkt ihr, wie fühlt es sich für Gommem an, dass sein Song, das ist ja für ihn irgendwie, dass sein Song Jugendwort 2022 wird. Zieh nicht daneben, wenn der Gommemot angeht, wenn der Gommemot angeht, Gommemot, Gommemot, Gommemot. Schon verrückt, wenn man drüber nachdenkt, oder? Zieh nicht daneben, wenn der Gommemot angeht, da hilft kein Red, wenn der Gommemot angeht, Gommemot, 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 Gommemot. Das ist wirklich crazy. Jede Runde PvP, kein Problem. Ist der Modus aktiviert. Wird nur einer stehen. Lauf um dein Leben. Zieh nicht daneben. Da hilft kein Red. Ja, ich sag's dir doch. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemot angeht, zieh nicht daneben. Wenn der Gommemot angeht, da hilft kein Red. Wenn der Gommemot angeht, Gommemot, Gommemot angeht. Wenn der Gommemot angeht, wenn der Gommemot angeht, wenn der Gommemot angeht. Gommemot, tralalalalal. Ich kann mich gar nicht an die Szene erinnern in dem Hero, die da gerade zu sehen ist im Video Super Hanky, was geht? Go on the mode, go on the mode, go on the mode, go on the mode Die Szene sind legendär, Rupert, dann erklär mir das jetzt mal Rupert, 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 Rupert Ist einfach schön Grabe statt Gelb, waren das oder nicht? Boah, Alter, ich bin da ganz raus vom Mindset her Crazy Ach ja, ins Mikrofon, jetzt muss das noch ins Mikrofon, gut Alles klar, ähm, dann kann ich jetzt loslegen Yeah, yeah Eins, zwei, drei, vier Tja, liebe Zuschauer Trollolol Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt Der Typ ist Flywein, keiner mehr hält Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln Seine Güte reicht weit bis zu neuen Planeten Zu denen, die da leben, ist der Rupert Rupert, Rupert Keiner kann es wirklich beschreiben Keiner weiß es Viele berichten davon Davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet Und schon, seh ich wie er vor mir steht Shit, jetzt ist es wohl zu spät Luisa ist auch im Haars-Sinn, Alter Da hilft kein Red, wenn der Gommermode angeht Gommermode, Gommermode, Gommermode angeht Lauf um dein Leben, wenn der Gommermode angeht Lauf um dein Leben, wenn der Gommermode angeht Da hilft kein Red, wenn der Gommermode angeht Gommermode, Gommermode, Gommermode angeht Jede Runde PvP Kein Problem Ist der Modus aktiviert Lauf um dein Leben, wird nur einer stehen Lauf um dein Leben, jetzt ist das helft Nen ewigen Ohrwurm haben, Scheiße Lauf um dein Leben, wenn der Gommermode angeht Trololololol, Lugenda, dann wieder Follow Lauf um dein Leben, wenn der Gommermode angeht Gommermode, Trololololol Lauf um dein Leben, wenn der Gommermode angeht Zieh nicht daneben, wenn der Gommermode angeht Da hilft kein Red, wenn der Gommermode angeht Gommermode, 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 Gommermode angeht Lauf um dein Leben, wenn der Gommermode angeht Zieh nicht daneben, wenn der Gommermode angeht Da hilft kein Red, wenn der Gommermode angeht Gommermode, Gommermode, Gommermode angeht Gommermode, 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 Gommermode Gommermode, 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 Gommermode Ausrufe Zeichen Jugendwort, nochmal kurze Erinnerung, Leute. Damit das klar ist. So, ähm, ja, alles fertig soweit, ja, Text hab ich, Beat hab ich, ähm, ja, jetzt muss ich, was, ach ja, ins Mikrofon, jetzt muss das nur ins Mikrofon, dann gut. Bis dahin, ich kann ich es loslegen, ja, eins, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer, es ist so ein Fest, gerade. Wie geht's denn nach sechs Stunden, 43 Minuten, super. Trololololololol. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist Fly, weil der Typ ist, wie keiner mehr hält. Kein Rümpeln, nein, nicht Zynisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zu neuen Platten, zu denen, die da leben. Das ganze Universum kennt ihn, alter fragt jeden Ha, er wird von gar nichts geschockt Es war nicht ein Gott und Das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit Von der man aber leider bisher wirklich viel weiß Keiner kann es wirklich beschreiben Keiner weiß es Viele berichten davon Wie hier vor mir steht Shit, jetzt ist es wohl zu spät Toll Kein Problem Ist der Modus aktiviert Lauf um dein Leben Ziel nicht daneben Da hilft kein Reden Man, ich sag's dir doch Lauf um dein Leben Wenn der Gommemort angeht Ziel nicht daneben Wenn der Gommemort angeht Da hilft kein Reden Gommemort KOMMEMOD 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 Was macht Lukas eigentlich jetzt für Musik? Macht er immer noch solche Hymnen? Niemals Oder macht er noch so Deutsch-Pop? Interessante Frage KOMMEMOD So Ja, alles fertig soweit Ja, Text habe ich Beat habe ich Ach ja, ins Mikrofon Jetzt muss es los Navi, siehste mal Alles klar Geil jetzt loslegen 1, 2, 3, 4 GOMMEMOD Ja, liebe Zuschauer von Lukas Der GOMMEMOD hat gerade Die Kontrolle übernommen GOMMEMOD KOMMEMOD ist das ein licht aus dem kopf welches selbst als zweiter gemacht jetzt sind wir gut zu spät wenn der kummer mode angeht wenn der kummer mode angeht wenn der kummer mode angeht kommen und kommen und kommen und angeht wenn der kummer mode angeht wenn der kummer mode angeht wenn der kummer mode angeht jede runde pvp kein problem ist der modus aktiviert wird nur einer stehen lauf um dein leben zieh nicht daneben da hilft kein reden mann ich sag's dir doch lauf um dein leben wenn der kummer mode angeht zieh nicht daneben wenn der kummer mode angeht 200 klicks auf den smashweizung interessant wenn der kummer mode angeht gurmer leute Lauf um dein Leben ... Wenn der Gommermort angeht ... Keil Ich finde es sehr schön. Oh, ich rieche nach Essen bei uns, Leute. Ich glaube. Ich glaube. Ich rieche es. Und eins, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer. Der Gommemode hat die Kontrolle übernommen. Gommemode. Lollollolloll. Dicke, ich bin so durch nach diesem Video. Rock, mir geht es super. Der Typ ist fly, weil ihn keiner mehr hält. Magst du das Lied noch? Geht. Ist okay. Alles klar, Junge. Junge. Er wird von gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich ein Gott. Und das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit. Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner weiß, dass er sich beschreiben. Keiner weiß es. Viele berichten davon. Ich weiß nicht, was schlimmer ist der Song nach sechs, vier, fünf, zwei, oder dein Gesicht mit. Der Brill nach der Zeit. Kaiser, ich weiß nicht, wieso ich immer weiß, wenn du eine TTS machst. Ich kann es immer nach deiner Sprechart wissen. Wenn der Gommemode angeht. Wenn der Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Wenn der Gommemode angeht. Da hilft kein Rät, wenn der Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Jede Runde. PvP, kein Problem. Ey, ey. Ist der Modus aktiviert? Ja? Ha? Ha? Wenn der Gommemode angeht. Wenn der Gommemode angeht. Da hilft kein Rät, wenn der Gommemode angeht. Mann, ich sag's dir doch. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Da hilft kein Rät, wenn der Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. War weg. War es jetzt eigentlich auf Klo? Ne, noch nicht. Wenn der Gommemode angeht. Wenn der Gommemode angeht. Gommemode, trollololololol. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Ich glaube, ich werde sehr starke Kopfschmerzen haben später, aber der Rest ist okay, ich bin ehrlich. Hi, Punky. Gormo-Mode, Gormo-Mode, Gormo-Mode. Was passiert eigentlich, wenn ich auf Stop drücke beim Timer? Ich will es nicht wissen. Wenn ich gleich trinken und essen hole und aufs Klo gehe, ziehe ich die Zeit natürlich ab. Also, tu sie drauf. Es ergibt Sinn. Da-da-dum. 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 Da kann ich jetzt loslegen. Yeah, yeah, yeah. Eins, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer von Lukas, der Gormo-Mode ist gerade... Halbstunde. Die Kontrolle übernommen. Gormo-Mode. Oh Mann, war es ein Jammer aber auch. Dieser Banner sieht so gut aus. Aber du bist ja immer noch an der Stelle, ey. Auf 90 Schrank. Aber du hast recht, Kasse. Der Gormo-Mode reicht weit bis zu neuen Darknähten, zu denen die da leben. Das ganze Universum kennt ihn, alter fragt jeden. Ha, er wird von gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich ein Kind. Und das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit. Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben, keiner weiß es. Viele berichten davon. Boah, das Essen und das Trinken wird mir richtig Kraft geben, glaube ich. Shit. Okay, 19 Uhr. 19 Uhr. Ich werde die Zeit nach 19 Uhr hinten dran hängen. So. Fünf Minuten tun wir drauf. Ein paar Sekunden extra können ja eh nicht schaden. 22.19 Uhr ist jetzt die Zeit. Nichts schummeln. Nichts schummeln. Aber danke fürs mitzählen, Leute. Aber ich tue einfach ein paar Sekunden drauf. Ist egal. Als Strafe. Kero, danke dir. Danke dir. Wenn der Gommermode angeht ... Pro not the Gommermode angeht ... I love the Gommermode, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Sehr shame. Das ist extra限. Alle Abgelenktes. Hallo Propoli. Hallo Naif. Was geht Kero? Was geht Penny? Was geht Steffla? Let's go Ich weiß es nicht, Paki, ich kann mich nicht entscheiden, wirklich nicht Go on the mode, go on the mode So, ich war gerade auf Toilette, hab mir was zu trinken geholt Ist nur einen Liter, reicht wahrscheinlich nicht aus, mal sehen Trinken ist, äh, Essen ist in einer halben Stunde fertig, freu ich mich sehr drauf, kann ich sagen Wie lange musst du noch? Schau rechts Wenn da jetzt kein weißer Hintergrund wäre Also, Lukas, der Rapper, sollte mir dann schon mal ein paar hunderttausend abgeben, jetzt würde ich sagen, danach Alles klar, ähm, dann kann ich jetzt loslegen Yeah, yeah Tja, liebe Zuschauer von Lukas, der Go on the mode hat gerade die Kontrolle übernommen So auf die Idee gekommen Keine Ahnung, was in meinem Kopf abgeht Schöner Song, würde ich sagen, oder? Ja, ja Er ist wahrlich ein Gott und Das ist für ihn mit seiner Geheimfähigkeit Und der Mann aber leider bisher wirklich wenig weiß Keiner will nicht beschreiben Keiner, weil wir berichten davon, dass ein Licht aus dem Konkurs ist Ich bin enttäuscht von dir, dass mein Prime nicht mit mir gehört Dein Prime nicht mit mir gehört Weißt du, du hast dich auch verändert in der Zeit, wo du nicht mehr da warst Nach zwei Wochen MC auf Gommel gespielt, kein Bock mehr Ändert sich halt alles Ein Prime hat die dir gehört? Ja, das ist ein Problem Das macht mich doch trauriger, Bro, Kili Wer hat denn deinen Prime, ha? Wenn der Gommel-Mode angeht Mann, ich sag's dir doch Lauf um dein Leben, wenn der Gommel-Mode angeht Zieh nicht daneben, wenn der Gommel-Mode angeht Da hilft kein Leben Wenn der Gommel-Mode angeht Gommel-Mode, Gommel-Mode angeht Wenn der Gommel-Mode angeht Wenn der Gommel-Mode angeht Wenn der Gommel-Mode angeht ich weiß nicht ob das hier auf main oder zweitkanal kommt hab den song vor zwei tagen für circa zwölf stunden gehört wieso das denn ach brokkoli ja alles fertig soweit beat habe ich ja liebe zuschauer gerade die kontrolle übernommen kaum noch Woher? Kehrung. Teil dir was geht. One Endless Frame. Ja, er ist wahrlich ein Gott und von Detroit. Scheiße. Und wie geht's dir? Ähm, mir geht's doch richtig gut, Alter. Hallo Peep is live. Moin. Bist du geistig? Ja. Seh ich wie er vor mich steht. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Laf um dein Leben wenn der GommeMode angeht, Wenn der GOMME-MOD angeht Wenn der GOMME-MOD angeht Jede Runde PvP Ist der Modus aktiviert Wird nur einer stehen Lauf um dein Leben wenn der GOMMOD angeht zieh nicht daneben da hilft kein reden Mann, ich sag's so lauf um dein Leben wenn der GOMMOD angeht zieh nicht daneben wenn der GOMMOD angeht GOMMOD 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 angeht wenn der GOMMOD angeht wenn der GOMMOD angeht wenn der GOMMOD angeht GOMMOD GOMMOD damals 8 Stunden Dubsed Intro auf GAP gehört okay also da wirst du wirklich bekloppt Es geht nicht daneben wenn der GOMMOD angeht wenn der GOMMOD angeht da hilft keine reden wenn der GOMMOD angeht GOMMOD 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 Wenn der Kehrmode angeht, gibt es kein Eis bei uns zuhause, weil ich halt auch gern Eis gerade Also diese Handyhöhle, die ist aber auch sehr attraktiv in meinen Augen Ja, alles fertig soweit, ja, Text habe ich, Beat habe ich, ja, jetzt muss ich was, ach ja, ins Mikrofon Halt aufs Herz, würdet ihr dieses 10-Stunden-Ding jetzt auf YouTube auf dem Hauptkanal mit 18,9 tausend Abonnenten hochladen Oder auf den zweiten Kanal mit dreimal Abonnenten Tja liebe Zuschauer von Lukas, der Gombe Mode hat gerade die Kontrolle übernommen Gombemode, trollollollolloll Er hat sein eigener Server, seine eigene Welt Of Pyink, ich glaube das second ist besser Nein, nicht zynisch, kein Verprügeln, seine Güte reicht weit bis zu neuen Platten, zu denen die da leben, das ganze Universum kennt ihn, alter Frag jeden, er wird von gar nichts geschockt, er ist wahrlich ein Gott und seine Geheimfähigkeit, von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß, keiner kann es wirklich beschreiben, keiner weiß es. Jungen, jeder Alert erschreckt mich einfach, boah dieses Wasser jetzt hier zu haben, ist so schön, es ist zwar nur Leitungswasser, aber boah. Hängt den Kanal von GOM und lacht's da hoch. Ja, okay, ruhig, klar, ne? Grat, was Lukas, was meinst du? Mann, ich sag's dir doch. Wenn der GOM und Mord angeht. Wenn der GOM und Mord angeht. Hast du fast sieben Stunden geschafft, hast du kranker Mensch? Oh, ich find's schön. Ich finde sie auch schön, dass sie alle mitfiebert die ganze Zeit. Es heilt in meinem Kopf. Morgens der Song auf dieser Blacklist. Könnte gut sein. Ja alles fertig soweit, Text, Beat und Musik und alles mögliche. Ja jetzt eigentlich nur noch ins Mikro. Tja liebe Zuschauer von Lukas, der GOMMODE hat die Kontrolle übernommen. Schauen wir mal was geht. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Den letzten Song singen wir richtig zusammen mit. Wo ist die MLG Brille? Den letzten Song sind wir alle richtig, beim letzten Durchlauf gehen wir alle richtig ab nochmal zusammen. Er wird von gar nichts geschockt. Er ist wahrlich ein Gott und das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit. Also insgesamt sind es glaube ich über 300 Bar die wir das hören. Oder 200 Bar? Wenn wir die Brille habe ich keine. Jetzt ist es wohl zu spät. wasser fliegt! GOMMODE muss das Jugendgebob 22 22 werden tun? Killermäller, du kannst dafür was tun. Kannst hier reinfolgen. Folgen drücken. Mir geht's super, Boris. Wenn der Gommemode angeht. Wie oft haben wir jetzt Gommemode reingeschrieben eigentlich? Außer Zeichen und Hashtag Gommemode. Wenn der Gommemode angeht, wenn der Gommemode angeht. Gommemode. Lol, 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 lol. 60.000. Heute 100k. Geh'n Maud, Geh'n Maud, Geh'n Maud an geht Geh'n Maud, Geh'n Maud, Geh'n Maud, Geh'n Maud Geh'n Maud, Geh'n Maud Du hast echt keine Ebenhunger, Junge? Samon, wie fällt dir das jetzt ein gerade? Was soll das? Geh'n Maud, Geh'n Maud, Geh'n Maud, Geh'n Maud, Geh'n Maud Geh'n Maud GOMM hat meinen Tweet geliked, jaaaa Jaaaa, GOMM hat den Tweet geliked, jaaaa So, alles erreicht eigentlich jetzt, oder? 1, 2, 3, 4, ha, tja, liebe Zuschauer Wie gesagt, wenn GOMM reinkommt, ich sag 100.000 Mal GOMM-Maud Wenn GOMM in den Chat reinschreibt, irgendwas reinschreibt mit seinem Account Sag ich 100.000 Mal GOMM-Maud im Stream Er hat seinen eigenen Zauber, seine eigene Welt Der Typ ist fly, weil ihn keiner mehr hält Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln Seine Güte reicht weit bis zu neuen Planeten Zu denen, die da leben, das ganze Universum kennt ihn Alter frag jeden, ha, er wird von gar nichts geschockt Ja, er ist wahrlich ein Gott noch An seiner Geheimfähigkeit Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß Keiner kann es wirklich beschreiben Keiner weiß es Viele berichten davon Na, dass ein Licht aus ihm kommt Welches jegliches Leben vernichtet und schont Seh ich wie er vor mir steht Shit, jetzt ist es wohl zu spät Lauf um dein Leben Wenn der GOMM-Maud angeht Wenn der GOMM-Maud angeht Wenn der GOMM-Maud angeht Wenn der Gommemode angeht, Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht, jede Runde PvP, kein Problem, ist der Modus aktiviert, wird nur einer stehen, lauf um dein Leben, zieh dich daneben, da hilft kein Reden, wenn der Gommemode angeht, man, ich sag's dir doch, lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht, zieh dich daneben, wenn der Gommemode angeht, wenn der Gommemode angeht, Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht, wenn der 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 Gommemode angeht, Trolololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol der gomma mode angeht da hilft kein red wenn der gomma mode angeht da hilft kein red wenn der gomma mode angeht ich finde es lustig dass er den tweet geliked hat ich finde es echt verrückt eigentlich ne gomma mode gomma mode gomma mode als kleines kind ich wäre umgefallen hallo rotoner gomma mode gomma mode also ich finde das schönste an dem part ist dass sie auch den respekt hier zeigen gegenüber gomma hd dem gott bzw gomma.net bzw lukas dem rapper ohne anzug und brille sollte man auch diese sonnenschirm so ja alles fertig soweit ja text habe ich habe ich ja jetzt muss ich was ach ja ins mikrofon jetzt muss das mikrofon gut da 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 1 2 3 4 tja liebe zuschauer das könnte sein dass heute davon träumen von dem song aber das ist immer noch ein schöner traum das ganze universum kennt ihn alter fragt jeden er wird von gar nichts geschockt ja er ist wahrlich ein gott und das liegt vor allem an seiner geheimen fähigkeit von der man aber leider bis er wirklich wenig weiß keiner kann es wirklich beschreiben keiner weiß es viele berichten davon dass ein licht aus dem kommt welches jegliches leben vernichtet und schon sehe ich wie er vor mir steht shit jetzt ist es wohl zu spät lukas dann wieder folgen so viele rein wenn ich so eine kacke mache eigentlich guck mal normaler content ich setze mich hin gibt mir mühe ich plan die streams wenige leute bis gar keine folgen rein da war ich sowas so dumm dankeschön zieh nicht daneben mann ich sag's dir doch lauf um dein leben wenn der gommermode angeht zieh nicht daneben wenn der gommermode angeht wenn der gommermode angeht wenn der gommermode angeht gommermode trolalalaloi sie nicht erleben wenn der gommermode angeht wenn der gommermode angeht da schnitt sie mich da hilft kein reden wenn der gommermode angeht gommermode gommermode angeht hallo gommele hd nice try netter versuch kollege was ist eigentlich immer ich bin immer so also momentan ist so 13 14 ich will aber wenn sommerferien bei allem vorbei sind einführen mal mit 16 uhr jeden tag zu starten oder ich gehe noch mal auf 13 zurück 1 2 3 4 9 hat mal wieder die kontrolle übernommen ich werde so bescheuert also was denkt denn eigentlich meine mutter die ist seit stunden in meinem zimmer neben dem zimmer und hört wie ich das sage die ganze zeit was denkt die sich denn nicht zynisch kein verprügeln seine güte reicht weit bis zu neuen platten zu denen die da leben das ganze universum kennt die neid der fragt jeden er wird von gar nichts geschockt ja es war nicht ein gott und das liegt vor allem an seiner geheimfähigkeit von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß ich stehe doch nicht fest was ich morgen mache mutter stolz ist ja es kann sein dass ich morgen mit lola in frankfurt streame es kann auch sein dass ich morgen hier streame zu hause es kann dann dass ich morgen auf der mache ich muss morgen entscheiden spontan wenn der gomme mode angeht wenn der gomme mode angeht legt aber das denke ich richtig magier pvp kein problem ist der modus aktiviert dankeschön tamira noch um dein leben wenn der gomme mode angeht ja ich sag's dir doch Es ist so ein Banger Song. Man muss auch einfach feststellen, es ist ein schöner Song einfach. Es ist ein richtig toller Song. Gorma Mode, Gorma Mode, Gorma Mode, Gorma Mode. Tja, nach Schmerz hat gefolgt. So, ja, alles fertig soweit. Ja, Text habe ich, Beat habe ich, ja, jetzt muss ich, was, ach ja, ins Mikrofon. Jetzt muss es nur ins Mikrofon, gut. Alles klar? Ich bin mir nicht sicher, Arktikum. Hi, Ente. Ja, ja, eins, zwei, drei, vier. Tja, Nerro, ey, Gorma Erro, ach scheiße. Digga, ich bin schon wieder komplett bescheuert im Kopf. Ich sage schon Tja, Nerro dazu. Ich bin schon ganz beknackt. Habt ihr T-C? Ab jetzt respektlos, wer das hier in normalen Klamotten hört, den Song. Ja, er ist wahrlich ein Gott und das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit, von der man aber leider bisher wirklich wegweist. Keiner kann es wirklich beschreiben. Keiner weiß es. Viele berichten davon. Das ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet und schon. Sehe ich, wie er voll in den Dead shit, aktiviert. Glaub um dein Leben. Zieh nicht daneben. Mann, ich sag's dir doch. Felix, die Schmerzen sind mal 0%. Entweder ich mach die Moments Batch random oder ich mach ihn gar nicht. Ja, so danke dir für den Follow. Danke für die ganze Verlust-Fallung. Gorma Maut! Tralalalalala! Digga, ich bin so ein... Ich hab so einen Schaden eigentlich, ne? Das realisiere ich gerade. Ich höre gerade 10 Stunden einen Song, der aus Meme entstanden ist. Hallo Shayan! Doch, ich mach das absolut ernst. Gorma Maut angeht. Gorma Maut angeht. Gorma Maut, Gorma Maut, Gorma Maut. Gorma Maut, Gorma Maut, Gorma Maut, Gorma Maut, Gorma Maut. Wie gesagt, also, dass Gorma HD mein Tweet geliked hat, es ist schon... Also, das macht mir schon alles eigentlich. Das macht schon alles. Das hat schon, äh... Das hat den Vibe vor dir gerettet. Mir ist alles egal. So. Ähm, ja, alles, äh, fertig soweit. Ja, Text, hab ich... Es sind nur noch 10 Stunden. Ne, ne. Ach ja, ins Mikrofon. Jetzt muss ich los... Shayan, ich bin so bekloppt. Ich würde es mir sogar selber zutrauen, sag ich ehrlich. Ja, klar. Dann kann ich jetzt loslegen. Yeah, yeah. Eins, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer. Luxus, natürlich zieh ich durch. Ich mache... Ich hab noch nie was angefangen, nicht aufgehört auf Twitch. Hab ich noch nie. 100 Stunden Stream, nix da. 176 Stunden Stream, nix da. 24 Stunden, 36 Stunden Stream, das hab ich alles schon gemacht. Nix da. Brauch ich nicht. Ich brauch nicht abzubrechen. Nur Pussis brechen diese Dinger ab. Vor allem Gorma Maut ist ein Ding, wenn man das abbricht, hat man auch einfach so gesündigt. Ja, er ist wahrlich ein Gott und... Keiner weiß es. Ich bin auf der Gamescom aller Tage, ja? Ich werde auf Insta meine Storys wahrscheinlich dann tweeten, äh, posten, wo ich bin. Die Clips in den Videos sind wunderschön. Da kommt was geht. Das ist auch so ein Grund, wieso ich es enjoye. Ähm, ich hab gestern, 12. und heute singen geschrieben, Felix, ich bin da noch aufgeschont. Wir machen ein schönes gemeinsames Ende. Wir singen da mal alles schön. Machen alle einen richtig tollen Abschluss. Warte, danke. Hallo, Hecker. Ähm, kann man davor machen? Nee, nee. Der Song muss unberührt sein. Aber ich sagen würde, ja, also das macht es auf jeden Fall viel, viel schöner, den Song hier so zu, ähm, zu... zu lesen. Äh, zu lesen, genau. Ja, hat es ja. Ausgelacht. Ähm, zu hören und zu schauen, wenn die, denn das Video so schön ist. Mann, ich sag's dir doch. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Da hilft kein Reden, wenn der Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Geht's noch gut? Absolut. Mir geht's toll. Ehrlich. Und gleich gibt's Essen. Gommemode, trolalol. Ja, das ganze hier kommt auf den Zweitkanal. Hab ich gerade entschieden. Was denkt ihr, wie lange brauche ich für 10 Stunden wieder zum Hochladen? Boah. Kili, was geht? Schauen wir nach 3 Stunden mal wieder rein. Bist du noch ein Pental noch da? Ja, natürlich, Digga. Absolut. Ich find's aber auch wirklich mal jetzt abseits von meiner Leistung, dass ich mir das hier gerade leider antue. Oh nein. Ähm, Lukas, der Rapper, singt seit 10 Stunden durch. Wollen wir das mal pre-shaden? Ich hör's schon siebeneinhalb Stunden. Oben rechts ist der Timer. Wie lange wir noch bis zu den 10 Stunden brauchen? Ich habe alle Toiletten, Essens- und Trinken-Hohlpause mit einberechnet. Immer Timer gestoppt. Bam, bam, bam. Ach ja. Ins Mikrofon. Jetzt muss es noch ins Mikrofon. Gut. Alles klar. Dann kann ich jetzt loslegen. Yeah, yeah. Eins, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer von Lukas. Der Gommamaut hat gerade die Kontrolle übernommen. Gommamaut. Rollalalalalala. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist fly, weil den keiner mehr hält. Der hat ein Rüppel. Nein, nicht zynisch. Kein Vertrügen. Seine Güte reich bald bis. Doch nur in Planeten, denen sie da leben. Das ganze Universum kennt ihn, hat er fragt jeden. Ha, er wird von gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich ein Gott und das liegt vor allem an seiner geheimen Fähigkeit. Von der man aber leider bis er wirklich wenig weiß. Oh, na, ist gut. Ich will es wirklich beschreiben. Alle weiß es. Viele berichten davon, dass er sich doch so gut ist. Ja, okay, ja, so langsam. Ich finde es krass, dass du Töne triffst. Ja, meine Halshundwähigkeit noch viel besser. Noch nicht Schizo? Ne, ja, ist cool. Traurigerweise halte ich sowas gut aus. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht, dass ich sowas aushalte, aber ja. PvP, kein Problem. Ist der Modus aktiviert? Ja, Aaron, das ist alles super. Mir geht es wirklich, wirklich gut. Ich bin, wenn es mir schlecht gehen würde, wäre ich ehrlich mit euch. Ich sag's dir doch. Ich finde es ja immer noch schön. Ich schwärme davon, ich weiß. Aber GOMMA hat jetzt gerade meinen Tweet geliked. Das ist das Einzige, was ich in meinem Leben erreichen wollte, ja. Und jetzt hat er diesen Tweet geliked. Mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich nicht in meinem Leben, okay. Wenn der GOMMA MOT angeht, Wenn der GOMMA MOT angeht. GOMMA MOT! Trololololo! Chiants, ich kann da noch zustimmen. Wike, ich kann's nicht versprechen. Da hilft kein Red, wenn der GOMMA MOT angeht. GOMMA MOT angeht. Wie gesagt, Leute, am Ende machen wir mal richtig fett noch ne Party. Gormo Mode, Gormo Mode, Gormo Mode, Gormo Mode. Ich glaube leider, dass die Hoffnung gestorben ist, dass Gormo heute nochmal hier in den Stream kommt, weil der hat den Tweet geliked und ja, spätestens jetzt hätte er ja kommen sollen. Tut mir leid. Leute, leider heute keine Prominenten, keine Prominenten als Versuch. Ach ja, ins Mikrofon. Wie geht's eigentlich gerade so im Erteil? Blitz? Was geht? Bekommst du? Danke der Nachfrage und interessante Frage. Mir geht's eigentlich gut. Wenn's mir schlecht geht, würde ich's hier sagen. Ich bin hier ganz transparent. Mir geht's gut. Ich hab wirklich grad Spaß, weil ihr halt da seid, weil ihr mich unterstützt. Wie noch? Er hat seine eigene eigene Server, seine eigene Welt. Der Typ ist fly, weil ihn keiner mehr hält. Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln, seine Güte reicht weit bis zu neuen Planeten, zu denen, die da leben, das ganze und nie wird. Die Neiter fragt jeden. Ha, er wird von gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich ein Gott und an seiner Geheimfähigkeit. Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben, keiner weiß es. Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet und schont. Seh ich wie er vor mir steht, shit, jetzt ist es wohl zu spät. Ist der Modus aktiviert. Ob ich den Text auswendig kann? Ja. Aber ich glaube, ohne Beat würde ich nicht singen können. Obwohl, ne, ich glaube, ich weiß, ich bin jetzt ehrlich mit euch, das ist wirklich peinlich, aber ich glaube, ich kann den Text nicht ausfällig. Cry, danke mir, da gibt's jetzt ab. Womit habe ich es verdient? Hallo, Sunframe, wir kommen ins Stream. Äh, Anjins ist cool. Ey, du hast doch gerade gefordert erst. Dankeschön. Die Nerds sind heute special angepasst an den speziellen Anlass hier. Normalerweise hätten wir anderen Nerd drin. Danke dir. Ja, keine Fixe. 10-10. Wenn der Gommemode angeht. Wenn der Gommemode angeht. Boah, ich habe Solos aufs Essen gleich. Ich riech's die ganze Zeit. Wenn der Gommemode angeht. 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 Hashtag Gommemode hat bald 100.000 Uses hier in dem Channel. Für diese kranke Gönnung muss ich einfach ein Sub geben. Ex-UCL. Ex-UCL zurück, Broski. Sympathische erste Nachricht mit Ex-UCL. Hast du Schmerzen? Nö. Ich sag wie es ist. Mir macht es nicht so viel aus wie ihr denkt, ne? Ich bin so resistent. Ich bin so abgehärtet mittlerweile. Ich bin so abgehärtet Chat. Ähm. So. Alles fertig soweit. Die Texte habe ich. Beat habe ich. Ähm. Ja jetzt muss ich. Ach ja. Ins Mikrofon. Es ist ein gutes Lied. Ja das ist halt das Ding. Ähm. Leute sagen es ist seine Qual. Oh nein. Äh. Es ist ein gutes. Es ist ein gutes Lied. Zwei. Drei. Vier. Es ist ein gutes Lied. von Lukas. Der Gobemode hat gerade die Kontrolle übernommen. Gobemodes Trollolololololololol. Hihiihihi Trollololol. Seine eigene Welt. Der Typ ist flyer, bei den keiner mehr hält. Kein rümpeln, nein nicht zynisch, kein verprügeln. Seine gute reichte reicht weit bis zu euremter. Das ganze Universum kein Diener. Der frag jeden Leid. Ja. Der wurde sogar nichts geschockt. Ja. Er ist warlich ein Gott und sie vor allem und seine geheimen fähigkeiten. Lukas Music, das schon mitbekommen? Ja, der hat kommentiert und wir haben eine DM geschrieben drüber. Viele berichten davon. Seh ich, wie er vor mir steht. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Ich, also, ich kann es nicht auf jeden Fall nicht sagen. Ich find es eher cool, dass ich gerade höre. Wenn der Gommemode angeht, da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Jede Runde PvP, kein Problem, ist der Modus aktiviert. Wird nur einer stehen, lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Wenn der Gommemode angeht, Mann, ich sag's dir doch. Wenn der Gommemode angeht, wenn der Gommemode angeht. Wenn der Gommemode angeht, Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Wenn der Gommemode angeht. Wenn der Gommemode angeht. Wenn der Gommemode angeht. Gommemode, tralalala. Wenn der Gommemode angeht, zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Wenn der Gommemode angeht, zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Wenn der Gormemode angeht, Gormemode, Gormemode, Gormemode angeht. Gormemode, Gormemode, Gormemode. Dem, 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 dem. Es ist einfach schön. Es ist einfach, es heilt einfach so schön in meinem Kopf wieder dieses Wort Gormemode. Ist einfach toll. Ich genieße es im Vollzüge. So, ähm, ja, alles fertig soweit. Ja, Text habe ich. Für dich, Sunpen. Beat habe ich, fertig, der Text. Ach ja, ich muss, äh, ins Mikrofon, ja. Das Mikrofon, alles klar. Dann, äh, leg ich jetzt mal los, ne? Eins, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer. Ich gebe Ihnen zu Wort, Lukas. Der Gormemode hat gerade die Kontrolle übernommen. Willst du noch das Badge geben? Gormemode, Trollolololololololololololol. Ich, äh, ich entscheide das wirklich spontan. Ich weiß es nicht. Er ist sein eigener Server, seine eigene Welt. Der Typ ist fly, weil ihn keiner mehr hält. Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch. Kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit. Ey. Zu neuen Platten, zu denen, die da leben. Das ganze Universum kennt ihn, alter Frag jeden. Ha, er wird von gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich ein Gott und das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit. Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben, keiner weiß es. Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet und schon. Sehe ich, wie er vor mir steht. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Lauf um dein Leben, wenn der Gormemode angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gormemode angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gormemode angeht. Gormemode, Gormemode, Gormemode angeht. Lauf um dein Leben, wenn der 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 Gormemode angeht. Ist der Modus aktiviert Wird nur einer stehen Lauf um dein Leben Zieh nicht daneben Da hilft kein Reden Ja Ich sag's dir doch Lauf um dein Leben Wenn der Gommemode angeht Zieh nicht daneben Da hilft kein Reden Wenn der Gommemode angeht Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht Wenn der Gommemode angeht Wenn der Gommemode angeht Wenn der Gommemode angeht Der Goma Me Mode angeht Goma Mode Goma Mode Goma Mode Goma Mode Goma Mode лежIT Goma Mode Goma Mode Goma Mode Goma Mode Goma Mode Hallo ihm Moin. Die Handyhüllen sehen wirklich gut aus, ich sag's noch einmal. So, ähm, ja alles fertig soweit, ja Text hab ich, Beat hab ich, ähm, ja was muss ich, ach ja, ins Mikrofon. Jetzt muss es los, ins Mikrofon, gut. Alles klar, ähm, dann kann ich jetzt loslegen. Yeah, yeah. Eins, zwei, drei, vier. Ja, dem Zuschauer von Lukas, der Gomme-Maut hat gerade die Kontrolle übernommen. Chat, by the way, ähm, ich muss echt sagen, ich muss echt sagen, mich nervt es, dass das so Offbeat am Anfang ist. Gomme redet da so Offbeat. Das ganze Universum kennt ihn halt, der fragt jeden, ha, er wird von gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich ein Gott und das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit, von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben, keiner weiß es. Viele berichten davon. Ja. Ha. Ha. Seh ich wie er vor mir steht, shit, jetzt ist es wohl zu spät. Maschinen! ulauch um dein Leben, wenn der Gomme-Maut angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Maut angeht. Gomme-Maut. 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 S умis Ngaye kein Problem. Lauch um dein Leben, wenn der Gomme-Maut angeht. Die Gomme-Maut angeht. Da hilft kein Reh, wenn der Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode. Kein Problem. Oh man, schoss, krass, was geht. Aktiviert. Wird nur einer stehen. Lauf um dein Leben, der Gommemode angeht. Zieh nicht daneben, der Gommemode angeht. Da hilft kein Reh, wenn der Gommemode angeht. Mann, ich sag's dir doch. Marian, du Bekloppte. Zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Hi, I, B, M, H, W, Y. Wie spät ich mich aus? Trolololololol. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Da hilft kein Reh, wenn der Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gormo-Mode angeht Gormo-Mode, Gormo-Mode, Gormo-Mode angeht Gormo-Mode, Gormo-Mode, Gormo-Mode Es ist Balsam für meine Seele, Leute Es ist wirklich, wirklich Balsam für meine Seele Wunderschön, wunderschön So, ähm, ja, alles fertig soweit Ja, Text habe ich, Beat habe ich, ähm Tja, liebe Zuschauer Gormo-Mode, trolalalalalal Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt Der Typ ist fly, weil ihn keiner mehr hält Kein Rüpel, nein, nicht zynisch Kein Verprügeln, nein Wie muss das eigentlich für Leute sein, die jetzt gerade hier reinkommen? Die hören ja jetzt das zum ersten Mal Wie toll muss ich das anhören? Er ist wahrlich ein Gott und das liegt vor allem an seiner geheimen Fähigkeit Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß Keiner kann es wirklich bescheiden, keiner weiß es Viele berichten davon Geil, freut mich Vor mir steht, shit, jetzt ist es wohl zu spät Also, ich glaube, es ist fertig Macht doch lauter, noch lauter, dann hört ihr meine Stimme noch gar nicht mehr gut Wenn der Gommemode angeht Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht Zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht Da hilft kein Reh, wenn der Gommemode angeht Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht Jede Runde PvP, kein Problem Ist der Modus aktiviert Schon seit Anfang, Eisberg Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht Zieh nicht daneben Komm, aus dem Gym ist das das Beste, was man da noch ziehen kann, Schnulli Ich weiß nicht, wie es ist, du bist eine Legende Mann, ich sag's dir doch Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht Ist denn nur noch zweieinhalb Stunden? Krank Also, das ist komisch Wie kann das denn nur noch zweieinhalb Stunden dauern jetzt? Dun, dun Dun Dun, dun, dun Gommemode, tralalalal Die Zeit geht wirklich Also, ich mein's jetzt ernst Die Zeit geht zu schnell um Ich mein, gestern haben wir was gemacht Und die zwölf Stunden haben ultra lang gedauert Aber das hier sind wirklich Ey, komm mit dir schliegen Aber das hier sind wirklich Noch schnellere Zehn Stunden, als gestern die Zehn Stunden Wo wir gestern was gemacht haben Die anderen Songs von Lukas kenn ich ja Aber nicht alle Mann, hast du hinter dir? Schau um rechts Ich kann's nicht sagen, Bro Gamble halt Ich glaub, man sammelt eh AFK ein Wenn man im Stream ist So, ähm So, ähm Ja, also Ähm, ja, Text und so, ne Ja, und jetzt Ach ja, ins Mikrofon Jetzt muss es noch ins Mikrofon Gut Dann, dadadam Dann, ähm Dann kann ich jetzt loslegen Ja, ja, ja Eins, zwei, drei, vier Tja, liebe Zuschauer von Lukas Ach man, ich sag immer Gomme Die Kontrolle übernommen Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt Der Typ ist Flywein, keiner mehr hält Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln Seine Güte reicht weit bis zu neuen Platten Ja, Bro Ja, er ist wahrlich ein Gott und das liegt an seiner genanen Fähigkeit Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß Keiner kann es wirklich beschreiben Keiner weiß es Viele berichten davon Ja, die Stimme passt zu 100% zu dem Beat Ähm, und auch zu, 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 zu der Tonlage Es ist alles schön, ähm Also Lukas kann auch gut singen Unabhängig davon, wie anspruchsvoll der Song jetzt hier ist oder nicht Für die Stimme Upsaladario Ähm, Lukas, der Rapper kann einfach gut singen Also er heißt ja nicht mal Lukas, der Rapper, sondern Lukas Lid Ich finde es auch krass, dass er Lid heißt, Alter Imagine, du heißt Lid mit Nachnamen Yo, Lid Lauf um dein Leben Schöne Brille, Dankeschön Wenn der Gomme Mode angeht Du kannst auf Instagram übrigens auch begutachten Außerzeichen Instagramer Lauf um dein Leben Wenn der Gomme Mode angeht Zieh nicht daneben Wenn der Gomme Mode angeht Dann hilft kein Rät Wenn der Gomme Mode angeht Ja Gomme Mode, Gomme Mode, Gomme Mode angeht Wenn der Gomme Mode angeht Wenn der Gomme Mode angeht Wenn der Gomme Mode angeht Geh' nicht daneben, wenn der Gommamot angeht, da hilft kein Red, wenn der Gommamot angeht, Gommamot, Gommamot, Gommamot angeht. Gommamot, 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 Gommamot. Dum, dum, dum. Einfach schön. So, ähm, ja, alles fertig soweit, ja, Text hab ich, Beat hab ich, Döhm, da-da-da, ah ja, ins Mikrofon, jetzt muss das noch ins Korn. Punkist, hau, bist du da? Alles klar, ähm, das ist unfassbar, Digga. E eins, zwei, drei, vier. Das ist wirklich unfassbar, Digga. Ja, die gewünsche Schummer von Lukas. Der Gommel-Mode hat den Atem. Ist wirklich insane, Alter. Punkist, hau, ist halt anfangen, dabei! Gommel-Mode. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt, der Typ ist frei, weil ihn keiner mehr hält. Ich werd's so davon träumen, same. Ich hab das Heimband, äh, ich hab das Heimband. Ja, er ist wahrlich ein Gott und das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit. Ja, weißt es, viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet und schon seh ich wie er vor mir steht, jetzt ist es wohl zu spät. Ich zieh nicht daneben, wenn der Gommamode angeht. Ich zieh nicht daneben, wenn der Gommamode angeht. Ich zieh nicht daneben, wenn der Gommamode angeht. Moin, unser Sori. Gommamode, Gommamode, Gommamode angeht. Jede Runde PVP. Kein Problem. Ist der Modus aktiviert. Wird nur einer stehen. Lauf um dein Leben, wenn der Gommamode angeht. Gommamode, Gommamode, Gommamode angeht. Gommamode, Gommamode, Gommamode angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gommamode angeht. Will nicht dein Leben, wenn der Gommamode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gommamode angeht. Gommamode, Gommamode, Gommamode angeht. Gommamode, 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 Gommamode. Ja, ist einfach stimmig. Der Song ist einfach stimmig von vorne bis hin durchdacht, ne? Muss man auch einfach zugeben. Der Song hat einfach, ähm, hat was Tolles an sich. Was richtig Tolles. Ich, äh, kann's nicht ganz beschreiben, aber irgendwas macht diesen Song einfach phänomenal. Ähm, ich bin kein Musikanalyst oder wie auch immer. Aber ich sag euch, dieser Song hat einfach irgendwas krasses. Die Rohren muss proben. Yeah, yeah. Eins, zwei, drei, vier. Gomm, ey, Rohr! Nein! Tja, liebe Zuschauer von Lukas, der Gommamode hat man wieder die Kontrolle übernommen. er hat seinen eigenen server seine eigene welt der typ ist frei weil die keiner mehr hält denn rüppeln einen südisch sein verbrügeln seine güte reicht weit bis dddn da ddn ddn speedy boy weißt du das mit julie bernouds kommer? seine geheimfähigkeit keiner kann's wirklich beschreiben ich glaub ich brauch doch nen Liter aber ich will nicht noch mal aufstehen und timer verlängern jetzt ist es wohl zu spät ist der empfehlenswert ist der modus aktiviert man ich sag's doch wenn der gummo mode angeht Was wäre, wenn GOMM jetzt einfach wieder Videos machen würde? Denkt ihr, die würden gut ankommen? Was glaubt ihr, Chat? Denkt ihr, diese Videos würden jetzt angeklickt werden? Seventil, die hohen Waldkatze. So gehen, acht Stunden, bitte. Ich glaube, wenn GOMM jetzt Videos machen würde, die würden nicht mal mehr die 100.000. Erreichen, also mit so Minecraft-Videos zumindest. Außer er macht so ein Let's Play mit so Shader, so auf ConCrafter-like oder Papa Platter ist jetzt auch dieses Let's Play da. Er hat im Stream gesagt, dass er bald wieder Videos macht. Ich weiß gar nicht, was er jetzt überhaupt macht. So, ja, alles fertig soweit. Ja, Text habe ich, Beat habe ich. Ich sehe das, weil ich gerade sehr klang. Im Stream sieht man es ja auch. Ins Mikrofon, jetzt muss es noch ins Mikrofon, gut. Bam, 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 bam. Alles klar, ähm, dann kann ich jetzt loslegen. Yeah, 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 yeah. Was ist das für ein Song? Drei, vier, vier, fünf. Ähm, das ist, ähm, GOMMEMODE. Tatsächlich. GOMMEMODE. Und nochmal ihr habt alle die Erlaubnis zu spammen, heute dürft ihr alles. Ihr habt heute die komplette Erlaubnis von mir. Keiner kann es wirklich beschreiben, keiner weiß es. Viele berichten davon. Essen ist fertig, hat meine Mutter geschrieben. Leute, Essen ist fertig. Kann jemand die Atomuhr wieder rausholen? Warte, wenn die Uhrzeit umschlägt, renne ich mir schnell zu Essen holen. Und dann tun wir die Zeit wieder drauf, ihr wisst, wie es läuft. Wenn es auf 58 umschlägt, die Uhrzeit. Was geht Frimi, Levia, was geht Rickes, Drillbrust, Poppen? Yes. Da hilft kein Reden. Wenn der Gommemode angeht, Mann. Ich sag's dir doch. Lauf um dein Leben. Wenn der Gommemode angeht. Zieh nicht daneben. Wenn der Gommemode angeht. Da hilft kein Reden. Wenn der Gommamot angeht Gommamot, Gommamot, Gommamot angeht Lauf um dein Leben, wenn der Gommamot angeht Zieh nicht daneben, wenn der Gommamot angeht Da hilft kein Red, wenn der Gommamot angeht Gommamot, Gommamot, Gommamot angeht Gommamot, Gommamot So, ähm Ja, alles fertig soweit Ja, Text hab ich Beat hab ich, ähm Ach ja, ins Mikrofon Jetzt muss es hoch, ins Mikrofon, gut Alles klar, ähm, dann kann ich jetzt loslegen Und eins, zwei, drei, vier So, anderthalb Minuten mehr Tja, liebe Zuschauer Von Lukas, der Gommamot Hat gerade die Kontrolle übernommen Gommamot Lolloll Lass dir schmecken, mein bester Ach so, Meister Och, hätte ich nicht mein bester gemeint Anderthalb Minuten mehr, tue ich grad drauf Schaut oben auf den Timer, ich betrüge euch nicht So, 40 20 So Nix hier, nix hier mit Schummeln Zack, zack Und alles mit Zweitnamen Malte, ha? Oh Oh Wenn das Krusty hören würde, Alter So, und jetzt esse ich das Essen nicht nur mal, das Maik ein bisschen weiter weg So, Wetter verloren? Ja Steht! Schild! Jetzt ist es wohl zu spät! Endspurt! Boah, das Essen sieht gut aus Das ist, ähm, Kartoffel, Karotte, Sahnesauce, Süßkartoffel, Erbsen Ja, ich will euch ja nicht weg ekeln, ne? Deswegen Maik ein bisschen weiter weg So Und Emil Jede Runde PvP Kein Problem Ist der Modus aktiviert Wie oft haben wir jetzt Hashtag Gommemode im Chat gehabt? Hat's schon die 100.000 erreicht? Oder sind wir noch am Pushen? Da hilft kein Reden Wenn der Gommemode angeht, Mann Ich sag's dir doch Ich kann schon mal sagen, morgen gibt's entweder nen Off-Day oder nen IRL-Stream mit Quite Lola, falls ihr die kennt Wie genau oder was genau, werden wir dann schauen Gommemode Tralalalalal Die von ChanceFort, ja Die von ChanceFort, ja Die von ChanceFort, ja Wenn der Gommemode angeht Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht Wenn der Gommemode angeht Wie nicht daneben, wenn der Gommemode angeht Alle Hashtag Gommemode pushen, Leute Wir wollen heute die 100k erreichen 100.000 Mal Hashtag Gommemode Geil Wir schreiben damit Geschichte Die Chat-Sets halten für immer Wir verewigen quasi diesen Moment In 5 Jahren schauen wir uns das an, denk uns Hauli Wie bekommen wir Pi, Franki So Wer cool, obviously was ein Joe vor dir grade, oder? Ja, alles fertig soweit, ja, Text hab ich So Ach ja, ins Mikrofon Jetzt muss es nur noch ins Mikrofon Ja, das ist schummeln Alles klar Dann kann ich jetzt loslegen Hey Eins Zwei Zwei Vier Gommemode Nein Schau mal von Lukas Der Gommemode hat gerade Die Kontrolle übernommen Gommemode So seine Stelle Er hat seinen eigenen Server Ich muss echt sagen, das Essen ist viel zu warm noch Keiner mehr hält Kein Rümpeln Nein, nicht zynisch Kein Verprügeln Seine Güte reicht weit bis Zu neuen Planeten Zu denen die da leben Das ganze Universum kennt ihn Alter fragt jeden Ha Er wird von gar nichts geschockt Ja Er ist wahrlich ein Gott und Das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit Es könnte sein, dass ich morgen nochmal ein Early Kick oder so Wenn ich weiß, dass wir morgen kein IL in Frankfurt machen mit Lola Falls wir aber morgen ein IL in Frankfurt machen Dann gibt's kein Early Es geht jetzt Wie er vor mir steht Jetzt ist es wohl zu spät Das ist die Beispiel Schaltung Insta Ich stelle vor du hast jetzt mit Verlängerung gemacht Ja, das wurde ja vorgeschlagen Das wurde ja tatsächlich vorgeschlagen dass jeder Dass jederes Hub einmal mehr hören ist oder so Das Ding ist, das sind ja drei Minuten, ist eigentlich gar nicht so weit weg von dem Subathon, aber irgendjemand würde dann halt gottlos viele Subs giften und ich wäre ja wirklich verzweifelt. Bro. Lagen wir da voll auf. Gommemot, Gommemot, Gommemot angeht. Wenn der Gommemot angeht. Da, da, da. Da, da, da. Gommemot, tralalalalala. Hi, Julia. Und der Zahn sieht viel besser aus bei dir. Gommemot, Gommemot, Gommemot angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemot angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gommemot angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gommemot angeht. Gommemot, Gommemot, Gommemot angeht. Gommemot. Gommemot. More broken. Ah, ich würde mich gerne strecken. So ist es, Julia, so ist es. Wisst ihr, ich habe eh alles erreicht. Ja, Lukas, der Rapper hat meinen Kommentar, hat bei mir kommentiert unter dem TikTok. Gegen meinen Chat-Punky, gegen euch, habe ich eine Wette gestern verloren. Und Gommemot hat meinen Tweet geliked, ja. Mehr brauche ich gar nicht. Jetzt muss das Loch ans Mikrofon, gut. Alles klar, dann kann ich jetzt loslegen. Eins, zwei, drei, vier. Sieht komisch aus, weil du schwarze Hände trägst. Und dann, der Stuhl auch schwarz ist, wie sieht's komisch aus. Gommemot hat gerade die Kontrolle übernommen. Gommemot, trollololololol. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist fly, bei dem keiner mehr hält. Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zu neun Platz. Du hast alle Lebenszülle, die möglich sind erreicht. So ist es, Gast. Den alten Frag jeden. Ha, er wird von gar nichts gestoppt Ha, er ist wahrlich ein Gott und Hi JJ Vor allem und seiner Geheimfähigkeit Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß Keiner kann es wirklich beschreiben Keiner weiß es Viele berichten davon, yeah Dass hier kommt welches jegliches Leben vernichtet Und schon Seh ich wie er vor mir steht Shit, jetzt ist es wohl zu spät Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht Wie nicht dein Leben, wenn der Gommemode angeht Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht Zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht Gommemode angeht, Gommemode angeht Gommemode angeht Jede Runde PvP Kein Problem JJ ist das extra so, es gab diese Mode Aktiviert Wird nur einer stehen Lauf um dein Leben Zieh nicht daneben Wenn der Gommemode angeht Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht Ja, ich sag's dir doch Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht Zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht Gommemode angeht Ich hab noch 2 satte Stunden vor mir Und ehrlich, mir ist das so egal Es können noch 4 sein Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht Mach doch hier nö Wenn der Gommemode angeht Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht Mir geht's dir so, super, ey, no joke Ich find's lustig Ähm, die meisten kommen hier rein und fragen Wie geht's dir nach so und so vielen Stunden Sie sind nach 8 Stunden Gommemode hören Wie geht's dir jetzt denn noch mit 2 Stunden extra Rewrap, mir geht's wirklich am Arsch vorbei Mir geht's wirklich gut Ähm, klar, dröhnt der Kopf ein bisschen, wenn man 8 Stunden Dasselbe hört und nur sitzt und die ganze Zeit eine Sonnenbrille Auf dem Bildschirm schauen hat Ähm, aber das macht einen wirklich gar nicht so kaputt, wie man denkt Weil der Song ist halt auch gut, das ist stimmig Die Stimmlage passt genau Zum Song, zum Beat Das Musikvideo ist unterhaltsam Es ist cool Achja, ins Mikrofon Ich bin sehr lieb von dir, dass du mir Seeds hier reinschreibst Aber das ist gerade ein bisschen schlechtes Timing, glaub ich Mach ab jetzt 1 abgleich einmal mehr hören, du 1, 2, 3, 4 Hallo Honeymoon Frap, Digga, ich kann nicht reden Hallo Honeymoon, moin Du bist ja alles so schön Ne Krusty, ich würde dir das privat danach genauso sagen Ehrlich Trollololololol Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt Der Typ ist fly, weil ihn keiner mehr hält Kein Rüpel, nein, nicht zynisch Kein Verprügler, seine Güte reich weit bis Zu neuen Planeten Die neuen da leben Ach Digga, ich hab den schon zu oft gesungen heute Ja Dennis Ja, er ist wahrlich ein Gott Und das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß Der Plan ist wirklich bescheuert Scheiß, Alter Viele berichten davon Also ich bin ehrlich, ich hätte wirklich gedacht Ähm, dass mir das ekel, also dass mir das richtig weh tut im Ohr irgendwann Das geht aber irgendwie fit Und Hashtag Gommermode hat bald in meinen Chat-Stats 100.000 erreicht Deswegen push it to the limit Ihr dürft Spam, ihr kriegt keinen Kick Keinen Kick, ne, ja wahrscheinlich Ihr kriegt gar nichts Und ich find's lustig, dass seit 8 Stunden der Chat Ultra aktiv ist Digga Das ist wirklich lächerlich Aktiviert Zieh nicht daneben Es tut mir bisschen leid, irgendwie die Aussage ist jetzt böse Ihr dürft ihr gar nicht böse nehmen, weil G-Time ist ein lieber netter Kerl Aber Digga Ich hab legit innerhalb von 2 Minuten hier in diesem Stream Mehr Chat-Nachrichten als G-Time im ganzen Stream Ja Ich habe das Gefühl, dass deine Stirn sich um 200% vergrößert Das tut dir echt nicht gut Das liegt daran, dass meine, ähm Das liegt daran, dass meine, wie soll ich das sagen Dass meine, ähm Ja okay, jetzt erkenn ich gar nichts mehr im Stream Ich erkenn nichts mehr Ich, ähm Jungs, ich erkenn nichts mehr im Chat Ich, ja okay Ähm, also Auf jeden Fall, ähm Ich habe, ähm Ne Brille auf Das macht die Stirn größer Weil das meine Augen und meine Augenbrauen verdeckt teilweise Plus, ich hab, ähm Den Winkel ein bisschen anders, weil ich mich grad nach vorne beuge Plus, ich hab meine Haare nach hinten gegelt Und das macht's auch nochmal größer Als wenn ich sie offen tragen würde Mit Sicherheit liegt das nicht daran, dass ich am Balden bin, oder Leute? Ha, das wäre doch lächerlich Ich bin noch nicht am Balden Niemals würde das auf mich zutreffen Niemals Es liegt bestimmt nicht daran, dass meine Haarline langsam nach hinten geht Ähm So Ähm Ich seh mich so fett gleich kleckern Hallo Daniel Ich seh mich so fett gleich kleckern Und mein ganzes Hand ruinieren Jetzt muss das Loch ans Mikrofon Gut Alles klar Ähm Dann kann ich jetzt loslegen Und Eins Zwei Drei Vier Ja liebe Zuschauer von Lukas Der Gommemode hat gerade die Kontrolle übernommen Gommemode Trolololololololol Er hat seinen eigenen Server Seine eigene Welt Der Typ ist Flywein Keiner mehr hält Kein Rüppeln Nein Haben meine Nachbarn meine Twitch-Namen? Ich hoffe nicht Bis zu neuen Planeten Zu denen die da leben Das ganze Universum kennt die Neid Der fragt jeden Ha Er wird von gar nichts geschockt Ja Ja es war nicht ein Gottlohn Das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß Keiner kann es wirklich beschreiben Keiner weiß Ich kann legit wegen Krusty Nachrichten nicht mehr sehen Du denkst auch die würden dich nicht finden True Und da sollte ich lieber sagen Krusty du Hund Keine Aufgabe Wie heißt das Lied? Keine Ahnung Sieh nicht daneben! Ich sag's doch! Moin, Vinnie! Es geht! Ciao, Julia! Mann, Penix! Ah, du warst schon da! Ja, Gomme kommt doch nicht mehr! Der hat mein Tweet geliked ist gegangen! Hi Ludwig! GOMMEMOD! Tralalalalalali! Ja klar, jeder weiß das Streamer. Moin, wei- WT PF. Wenn du es weißt? Klar. Jeder aus meinem Umfeld weiß, dass ich Streamer. Jeder, jeder, jeder. Adios. Garmamode, Garmamode. So. So. Ähm, ja, alles fertig soweit. Ja, Text hab ich. Ja, Text hab ich jetzt auch. Ja, jetzt muss ich was. Ach ja. Ins Mikrofon. Jetzt muss es noch ins Mikrofon. Gut. Ja, jetzt nur noch ins Mikrofon. Dann kann ich jetzt loslegen. Yeah, yeah. Eins, zwei, drei, vier. Wäre das ne Möglichkeit, dass Melvin dann Mellon spielen kann? Nee. Er hat seinen eigenen Server. Seine eigene Welt. Der Typ ist flyer, wenn keiner mehr hält. Jetzt wird schon von Kenji geklaut. Wenn das Melvin noch macht, dann ist es ja noch unbesonnen. Noch, noch, ähm, noch, ähm, wie heißt das? Wichtig? Unwichtiger. Wie heißt das denn? Unexklusiver. Ja. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber eine gewisse große Person hat auch ne gewisse andere Sache von mir jetzt, äh, äh, sehr, sehr, vor sehr, sehr kurzen Zeit, äh, geklaut. Äh, und da sag ich halt auch einfach nichts mehr zu. Viele berichten davon. Ich sag aber nur, dass, äh, dass ich ein bisschen meine Sachen, ähm, für mich behalten will. Weil ich weiß, dass ich, äh, dass ich da Einfluss hab. Und weil es cool ist, was es eigentlich ist zu haben, was keiner hat. Genau. Ich will, ich will das jetzt nicht hier nennen. Oh, hier kommt so ein Stimme, ich mach mal, was ich hier umkommt, wenn 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 ich hier umkommt. Sagen wir den Follow, du bist wirklich ein Gommonist. Oskar, wenn du es keinem sagst, schreibe ich dir jetzt. Ja, ich sag's dir doch. Oskar, 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 danke für den Red. Ne, Oskar ist laut dem Vertrau ichwerke. Ich hab zu vielem vertraut und bin oft auf die Fresse gefallen. Ich vertraue nicht mal aktiven Chattern bei mir. Micho, willst du mir sagen, dass Pommeschlok vorhin im Stream bei mir drin war? War der 33 schon live, geil? Ist so, ist so. Ich hab schon so oft Leuten vertraut, die da irgendwas gelabert haben. Äh, ja, genau. Das ist cool. NDA-Vertrag. Ich freue mich echt aufs Finale. Ich sag's keinem Mann-Chef. Ich habe es nur ausgeheizgeschrieben. Wurde ich schon mal gebannt wegen dem der Müll gelabert hat? Nee, ich habe aber oft mal richtig hart auf die Fresse dafür bekommen. Äh, und? Und ich wurde schon mal gebannt auf Twitch. Yeah, yeah. Eins, zwei, drei, vier. GOMERO! Tja, liebe Zuschauer. Der GOMOMOD hat gerade die Kontrolle übernommen. GOMOMOD! Trolololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol gar nichts geschockt es war nicht ein gott und das liegt vor allem an seiner geheimfähigkeit von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß ich muss doch gar nicht wie man kann ich doch eh denken oder viele berichten davon dass ein licht aus dem kommt welches jegliches leben vernichtet und schon so sorry fürs essen ist es mal jetzt ist es wohl zu spät so mikrofon wird wieder hergeholt da seid ihr wieder ich sag keine große ich gehe jetzt nicht mehr auf ein thema wechseln mann ich sag's dir doch ich schwitz jetzt echt ich schwitz jetzt wirklich was gab's süßkartoffeln kartoffeln karotten erbsen sammelsauce misch marsch ja später gibt es noch lecker quark so wenn sie later wird auf drei gestellt mein mein körper hitzt gerade ultra wegen des essens was auch noch heiß war meine freunde herrscher kommen zu den runden zu der top 100.000 schaffen heute noch nicht mal ventilator ich sage ich auch dieses bei der hitze ist es wirklich auch essentiell ich lebe wie ein könig mit meinem bett in meinem zimmer mach mal kommen und leise aber hört sich kaum das ist ja der sinn ja geil dumm 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 ja liebe zuschauer ich habe so einen fetten ohrwurm alter es ist echt insane ja das liegt vor allem an seiner geheimfähigkeit von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß keiner kann das wirklich beschreiben keiner weiß es viele berichten davon dass ein licht aus ihm kommt welches jegliches leben vernichtet und schon seh ich wie ihr vor mir steht shit jetzt ist joh zu spät wieso rückenschmerzen wieso denn wieso denn ich habe doch schon 176 stunden am stück hier gesessen was ist das für eine frage hoffe ich weiß ganz wie doch kein Problem ist der modus Lauf um dein Leben, erziehe nicht daneben. Mann, ich sag's dir noch, zwei Stunden. Ja, nee, das ist so schlimm. Soll ich tun? Weißt du, Opfer sind zu erbringen für Gommer. Gommermode, trollolololol. Also du sagst mir, dass du schon acht Stunden Gommermodes vergehört hast. Ja, Bengelfeier. Stimme höre ich noch nicht, nee. Peter, was geht? Shining Pearl playthrough. Leute, das, also aktive, dass du überhaupt noch im Kopf hast, das ist crazy. Richtig produktiv, danke. Noch 45 Mal ungefähr anhören, dann haben wir es geschafft. Ist ja nix. Ja, wir machen Shining Pearl playthrough noch. Das machen wir noch. Kopium. Mach mal die Version von diesem kleinen Jungen, du meinst von Henry Moin, der ist ja auch mehrmals Sub schon gewesen. Und ich hab ne Aufnahme mit ihm. Ja, ich bin Stargast, Jungs. Yeah, yeah. Eins, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer von Lukas. Ja, also wie gesagt, wie gesagt, also Zuschauer sind das nicht, sondern Zuhörer. Er hat kein Mikrofon am Anfang in der Hand. Das sind zwei Sachen, die mich nerven. Wir haben ja mittlerweile das Video so oft geschaut. Wir haben ja alles auszusetzen jetzt. Äh, Mere des L-Take. Spaß. Mere des Moderations. Ah, da kommt er kurz durch. Keiner weiß es. Viele berichten davon. Dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet und schont. Seht wie ein Song besteht. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Da hilft kein Lied, wenn der Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Nee. Also ich muss sagen, das Musikvideo an sich ist gut durchdacht. In vielerlei Hinsicht. Auch Sachen, die man wahrscheinlich nicht mal merkt beim 20 Mal anschauen. Die, ähm, Transitions, die sind durchdachter, als man denkt. Die, ähm, ich sag mal, die Sections in dem Video. Auch Wanden, die Gommemode sagen sowas, passt auch teilweise zum Video-Inhalt. Ähm, aber wie gesagt, diese zwei Detailfehler, die nerven mich da schon. Und dass er seinen Twitter-Ad legit da oben ohne Ad gemacht hat, Sondern einfach nur Lukas, Komma, Leerzeichen, der, Komma, äh, Leerzeichen, Rapper. So, Bro, hä? Das ergibt nicht so Sinn. Versteht ihr? Wenn der Gommemode angeht, wenn der Gommemode angeht. Wenn der Gommemode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht Gommemode, 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 ich liebe diesen Song Gommemode, Gommemode Boah, hab ich mich gerade geschnitten an meiner Flasche, ernsthaft? Ich hoffe nicht So, ja alles fertig soweit, den Text hab ich, den Beat hab ich, was, ach ja, ins Mikrofon, jetzt muss es nur ins Mikrofon, gut Seht ihr, da ist kein Mikrofon Dann kann ich jetzt loslegen Yeah, yeah, 1, 2, 3, 4, Gommemode Ja liebe Zuschauer von Lukas, der Gommemode hat gerade die Kontrolle übernommen Ja, er ist wahrlich ein Gott und es liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit Von der man aber lernt, dass er wirklich wenig weiß Keiner kann es wirklich beschreiben, keiner weiß es Viele berichten davon Dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet und schont Lässt ihr vor mich steht, shit, jetzt ist es wohl zu spät Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht Wenn der Gommemode angeht, Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Wenn der Gommemode angeht, da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Jede Runde, PvP, kein Problem. Ist der Modus aktiviert, wird nur einer stehen. Lauf um dein Leben. Zieh nicht daneben, Gommemode, Gommemode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht. Mann, ich sag's dir doch. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Wenn der Gommemode angeht. Wenn der Gommemode angeht. Wenn der Gommemode angeht. Gommemode, tralalalalalala. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht. Wunderbarer Song. Ich finde es auch toll, wie der Song ausfadet. Bist du am Ende wie so Pieps? Was soll denn sein? Was ist? Ja, das ist fertig soweit. Ja, Text habe ich. Beat habe ich. Ach ja, ins Mikrofon. Jetzt muss es noch ins Mikrofon. Alles klar. Dann kann ich jetzt loslegen. Eins, zwei, drei, vier. Komero! Nein! Tja, liebe Zuschauer, der Gommemode hat gerade die Kontrolle übernommen. Gommemode, trololololo. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist Fly, wenn ihn keiner mehr hält. Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch. Kein Verprügeln, seine Güte reicht weit bis zu neuen Platten. Zu denen, die da leben, das ganze Universum kennt ihn. Alter frag jeden Rümpel. Er wird von gar nichts geschockt. Jab, er ist wahrlich ein Gott und das liegt vor allem, Und seiner Geheimfähigkeit Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß Keiner kann es wirklich beschreiben Keiner weiß Bengo, es macht mir übel viel Spaß Ich sag ehrlich, es ist super, super geil Boah, meine Augen, wenn ich die Sonnenbrille abnehme Ei, 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 der Welt schon bist so Hey, what the fuck Ich hab extra schon ein Licht abgewendet Ist die Beleuchtung schön so? Was sagt ihr? Ich hab ein Licht mal jetzt auf die Wand gerichtet Und eins noch zu mir Reefed hat nämlich den Tipp gesagt Hat mir den Tipp gegeben Eins auf die Person Und eins auf die Wand Gomm hat nur meinen Tweet geliked Aber war nicht im Chat leider Pieps Der Modus aktiviert Lauf um dein Leben Zieh nicht daneben Trotzdem ein W Mann, ich sag's dir doch Lauf um dein Leben Wenn der Gommarmort angeht Zieh nicht daneben Wenn der Gommarmort angeht Da hilft kein Red takie Wenn der Gommarmort angeht Gommarmort, Gommarmort, Gommarmort angeht Wenn der Gommarmort angeht Wenn der Gommarmort angeht Bäm, bäm, bäm Gommarmort Trolalal specified Lauf um dein Leben, wenn der Gommamode angeht, zieh nicht daneben, wenn der Gommamode angeht, da hilft kein Red, wenn der Gommamode angeht, Gommamode, Gommamode, Gommamode angeht. Gommamode, 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 Gommamode. Wie oft haben wir das Hashtag Gommamode in den Chatstats? Das ist insane. Warum wollte ich gerade aus dem Vollbildmodus rausgehen? Ich wollte schummeln, Leute. Ich wollte schummeln wie ein ekelhafter Schummler. Haben gerade meine Arme geknackt, während ich einfach nur so gemacht habe. Habt ihr das gerade gehört? Habt ihr das gehört, Leute? Also das ist wirklich der endgültige Beweis, dass ich mal wirklich rausgehen sollte. Auf das Mikrofon, jetzt muss es los, auf das Mikrofon, gut. Alles klar, dann kann ich jetzt loslegen. Profi, was geht? Zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer von Lukas. Gommamode hat gerade die Kontrolle genommen. Gommamode, trollololololololol. Trollolololololol. Dankeschön für den Follow. Kommt, wir haben es mal für die Gelenke, Shirley. Ja, natürlich, Simpli. Aber ich sage auch ehrlich, es ist Simpli. Es ist wirklich keine Tortur. Es ist so schön. Ja, das war nicht ein Gott und das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit. Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beweisen. Keiner weiß es. Wir berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet. Ja, ich merke mir gerade ein bisschen die Lyrics, weil ich die immer noch nicht ganz durch habe. Im Kopf. Ganz drin habe. Und dann werden wir beim letzten Durchlauf alle gemeinsam richtig fest in meinem Chat abgehen und nochmal alles zusammen singen. Ja, ich sage es dir doch. Mann, ich sage es dir doch nicht Jahreswechsel. Wenn ich beim letzten Mal nicht fehlerfrei schaffe, bin ich ein dummer Idiot. Dum, dum. Dum. Dum, dum. Gommemot. Trollololololol. Also, okay. Glaubt ihr, dass ich es beim letzten Durchlauf fährt? Okay, wir können ja Wette machen. Wollen wir... J, Z, H, D, M, C. Dankeschön. Wollen wir, wenn nur noch eine halbe Stunde ist, Leute, wollen wir dann eine Wette machen. Mir geht's super. Ähm, wollen wir dann eine Wette machen, ob ich es schaffe, dieses Lied fehlerfrei zu singen. Das machen wir. Das ist eine gute Idee. Eine richtig gute Idee sogar. Ja, das ist gut. Gommemot. 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 Dum. Dum, dum, dum. Dum. Dum, dum, dum. Sehr nice. So. Ähm, ja, alles fertig soweit. Ja, Text habe ich. Halbe Stunde vor Ende, ja. Ach ja, jetzt muss ich was... Ach ja, ins Mikrofon. Jetzt muss es noch ins Mikrofon, gut. Alles klar. Dann kann ich jetzt loslegen. Yeah, yeah. Eins, zwei, drei, vier. Gommemot. Tja, liebe Zuschauer von Lukas. Der Gommemot hat gerade die Kontrolle übernommen. Gommemot. Tralalalalalala. Er hat sein eigenes Server, seine eigene Welt. Der Typ ist fly, weil ihn keiner mehr hält. Kein Rüpel, nein, nicht zynisch. Kein Plan prügeln. Seine Güte reicht weit bis. Zu neuen Planeten. Den Dauerleben. Zu seinem Universum. Kein Hineiterfahr geben. Ja, er wird von gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich ein Gott. Und das Leben so allem an seiner Geheimlichkeit. Von der man aber lachen. Keiner kann es wirklich beschreiben. Keiner weiß es. Viele berichten davon. Bisschen Licht. Oh, es ist echt schwierig, finde ich. Weil manche, manche Wörter gehen so weg irgendwie. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemot angeht. Wie nicht daneben, wenn der Gommemot angeht. Da hilft keinem Leben, wenn der Gommemot angeht. Gommemot, Gommemot, Gommemot angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemot angeht. Wie nicht daneben, wenn der Gommemot angeht. Da hilft kein Dreh, wenn der Gommemot angeht. Gommemot, Gommemot, Gommemot angeht. Jede Runde, PvP, kein Problem. Ist der Modus aktiviert, wird nur einer stehen. Wird nur einer stehen. Wenn der Gommemot angeht. Zieh nicht daneben. Der Hose ist nass. Nein, Spaß. Boah, ich glaube, ich werde es fehlerfrei am Ende schaffen, glaube ich. Wir machen die Wette in einer halben Stunde. Wenn der Gommemot angeht, da hilft kein Dreh. Wenn der Gommemot angeht, Gommemot, Gommemot, Gommemot angeht. Wenn der Gommemot angeht. Wenn der Gommemot angeht. Wenn der Gommemot angeht. Gommemot, trolle lol. Wenn der Gommemot angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gommemot angeht. Da hilft kein Dreh. Wenn der Gommemot angeht. Gommemot, Gommemot angeht. Wenn der Gommemot angeht. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich es schaffe am Ende. Ob ich es am Ende schaffen sollte, diese Hymne fehlerfrei vorzusingen. Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht, dass er das aushält, Freelie, du kennst mich doch mittlerweile, oder? Ich sage immer einmal zu früh, ja, ja, dann kann ich jetzt loslegen, ja, ja, eins, zwei, drei, vier, tja, liebe Zuschauer! Der Gommemode hat gerade die Kontrolle übernommen. Gommemode, tralalalalala! Hä? Was ist denn gerade passiert? Der Typ ist frei, weil ihn keiner mehr hält, kein Rümpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln, seine Güte reicht, drei bis zu neun Platten. Es ist... Ich möchte aber jetzt nochmal loswerden, ne? Der Song ist ein absolut regelrechter Bänger. Der ist so durchdacht, man denkt das gar nicht am Ende, am Anfang. Aber ich kann, ich glaube, wenn jemand darüber jetzt urteilen darf, oder kann, dann bin ich das. Man kann es wirklich beschreiben, keiner weiß es. Viele berichten davon, dass ein Lichter sie kommen, wenn sie wirklich leben vernichtet und schon 80, wie er vor mir steht. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Gommemode angeht. Gommemode angeht. Gommemode angeht. Gommemode angeht. Gommemode angeht. Gommemode angeht. Übrigens, jeder von euch, der am Ende nicht dabei ist, ist wirklich ein Loser. Hab ich ja so gesagt. Hab ich ja so einfach gedroppt, die Info. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Gommemode angeht. Gommemode. Oh, schon wieder falsch. Das krasse ist halt, ähm, ja natürlich, Legend Swarm, schau doch mal auf die Uptime und oben rechts ist noch die verbleibende Zeit. Hallo, du, du. Ich hab vergesst was ichierno. Ah genau, wenn man das seit acht Stunden und 29 Minuten hört, wie ich jetzt, dann ist das, was mich nur sagen, Shit, dann ist das, ähm, der Beat ist immer derselbe. der ändert sich ja nicht über die ganze runde also der ist ja noch am ende weg der ist ja immer dasselbe und das immer wieder und wenn man das achten halb stunden lang hört irgendwann weiß man nicht mehr wann ende ist wenn der gummo mode angeht welcome back dennis gummo mode gummo mode gummo mode gummo mode gummo mode ändere die geschwindigkeit vom video du bist ja bescheuert machen wir rap battle draus oder wie auf zweifach geschwindigkeit ja lucas war in meinen tik tok kommentaren aber mehr nicht so einmal nightcore hören ja ja alles fertig soweit dann ach ja ins mikrofon gut alles klar dann kann ich jetzt loslegen und 1 2 3 4 tja liebe zuschauer auf 1,5 fachiger geschwindigkeit hört es an und er hat seinen eigenen server seine eigene weg der typ ist frei weil keiner mehr hat kein rumpeln in der form der form steht jetzt ist wohl zu spät auf dem leben wenn der gummo mode angeht auf dem leben wenn der gummo mode angeht zieh dich daneben wenn der gummo mode angeht bleib kurz reden wenn der gummo mode angeht gummo mode gummo mode gummo mode angeht wie runde pvp kein problem wie er vor mir vor mir steht ach scheiße man unter dem leben zeh dich daneben da ich sagte doch da ich bin so blöd blöd gummo mode gummo mode gummo mode angeht angeht wenn der gummo mode angeht gummo mode Alter! Gommemaut, 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 Gommemaut. Wollen wir auf zweifach einmal kurz hören? Zweifach! Seid ihr bereit? So, ja alles fertig soweit, den Text hab ich. Wie hab ich... Ach ja, ins Mikrofon, jetzt muss das noch ins Mikrofon, gut. Alles klar, dann kann ich jetzt loslegen. Eins, zwei, drei, vier. Ja, liebe Zuschauer, der Gommemaut, Gommemaut! Gommemaut! Er zeigt, eigenes Server sein, eigene Welt, das tut es weiter, den keiner mehr hält, das tut es ... 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 Ähm, ja, alles, äh, fertig soweit, ja, Text hab ich, Beat hab ich, ähm, ja, was, ach ja, ins Mikrofon, jetzt muss es nur ins Mikrofon, gut, alles klar, ähm, kann ich jetzt loslegen, Ja, liebe Zuschauer von Lukas, der Gommemot hat mein Eier die Kontrolle übernommen, Gommemot, tralalalalalalal. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt, der Typ ist frei, weil keiner mehr hält, kein Rumpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln, seine Gute reicht, Dein bis zu neuen Planeten, zwingen die da leben, das ganze Universum kennt ihn, er frag jeden, ha, er ist unwerlich ein Gott, und, ja, er ist wahrlich ein Gott, Und, André, danke für den 6 Monat. Er fliegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit, von der man aber leider, bis er wirklich wenig weiß, keiner kann es wirklich beschreiben, keiner weiß es. Wieder berichten davon, bis er nicht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet und schon, seh ich, wie er vor mir steht, shit, jetzt ist es wohl zu spät. Ich halte das. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemot angeht. Zeh mich dein Leben, wenn der Gommemot angeht. Dann hilft kein Leben, wenn der Gommemot angeht. Gommemot, Gommemot, Gommemot angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemot angeht. Dann hilft dein Leben, wenn der Gommemot angeht. Dann hilft kein Leben, wenn der Gommemot angeht. Gommemot, Gommemot, Gommemot angeht. Jede Runde, PvP, kein Problem. Ist der Modus aktiviert, wird der Gommemot angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemot angeht. Zieh mich dein Leben, wenn der Gommemot angeht. Dann hilft kein Leben, wenn der Gommemot angeht. Mann, ich sag's dir doch. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemot angeht. Zieh mich dein Leben, wenn der Gommemot angeht. Dann hilft kein Leben, wenn der Gommemot angeht. Gommemot, Gommemot, Gommemot angeht. Gommemot, 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 Gommemot. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemot angeht. Haben wir schon gehabt, schon. Zieh mich dein Leben, wenn der Gommemot angeht. Da hilft kein Leben, wenn der Gommemot angeht. Gommemot, Gommemot, Gommemot angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemot angeht. Zieh mich dein Leben, wenn der Gommemot angeht. Der Heft kann drehen, wenn der Gommemot angeht. Gommemot, Gommemot, Gommemot angeht. Gommemot, Gommemot, Gommemot. Ich weiß es nicht, hast Gommemot, aber auf Zeitkanal. Gommemot, Gommemot, Gommemot. Gommemot, Gommemot, Gommemot. Gommemot, 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 Gommemot. Ja, welcher Highlights, Aero? Wie zweitkanal? Ja, mein armer Main-Channel. So, und jetzt auf doppelte Geschwindigkeit, seid ihr bereit? Ja, alles fertig soweit, jetzt muss das Mikrofon, gut. Alles klar, kann ich jetzt loslegen. Ehm, ja, zwei, drei, vier. Ciao liebe Zuschauer von Gommemot, der Gommemot hat aktiviert. Gommemot, 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 Gommemot. Gommemot, 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 Gommemot. Er hat sein eigenes Server, seine eigene Welt, der Typ ist Flywein, keinem erhält, kein Rüppel, nein, nicht, nur durch keinen Fall probieren, wenn wir eine Rüte, weiß was, wir sind zu einem Planeten, die da am Leben, und wir werden so mit der Frage gehen, ja, wirklich, Gott. Ja, dann fahre ich das auch, und es gibt eine Fähigkeit. Es gibt eine Fähigkeit, 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 es gibt eine Fähigkeit. Gommemot, 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 Gommemot angeht, Gommemot angeht, Gommemot angeht, Gommemot angeht. Das war's, ich mach nochmal. Wir hören jetzt, wir, wir misshandeln den Song nicht weiterhin. wir genießen jetzt in vollen zügen wir genießen jetzt in vollen zügen für weitere eineinhalb stunden noch und da gibt es final in einer stunde gibt es eine fette kanalwette und habe es immer schön so paper moment wenn ich vor um 707 mb am meisten arbeitsspächer verbraucht habe 24 prozent vom arbeitsspächer genutzt wird gaben keine ahnung was immer noch da ist ich habe ich ja jetzt muss ich was ach ja ins mikrofon gut alles klar kann ich jetzt loslegen ja ja eins zwei drei vier ja liebe zuschauer vorgaben gerade die kontrolle war übernommen er hat seinen eigenen server seine eigene welt der typ ist frei bei keinem hält kannst du dabei tanzen der hat doch gar kein mikrofon er hat richtig eisberg das nervt mich das macht mich sauer malo was sagen würde ähm gomme hat doch wirklich den lifehack den infinite money glitch gefunden damals er hat leute bezahlt modi zu programmieren die er selber nicht mehr ausgedacht hat wahrscheinlich dann hat er geld vom server bekommen für die sachen die er mit seinen videos promotet hat also werbung für seinen eigenen server mit dem er auch geld verdient hat und das heißt er hat keine werbung bezahlt weil er nämlich so fein war dass sein eigenes server die werbung von sich selbst bekommen hat und dann haben seine youtube ist auch noch geld angespielt und dann sind immer mehr auf dem server durch seine videos und dann sind immer mehr auf seinen youtube kanal wieder das ist eigentlich insane respekt vor dem morgen ganz kurz da und du hast es bis jetzt durchgeschoben gezogen und der name ich erinnere habe ich noch und ja dankeschön ich halte mein wort ich bin wirklich verblüfft von der tatsache dass gomme so smart war ja leute also wir müssen uns nichts vormachen gomme ist aber eine bekendung leider hältst du der mord ja samon wir sehen uns gomme maut angeht gomme maut 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 spaß ja luisa du hast recht nochmal respekt an alle die die ganze zeit dabei sind und mit mit weibendiggern ich sag ehrlich du hast so einen schaden samon wieso bin ich denn zwitschst ja was denkt ihr wieso ich zwitschstrimmer bin ja alles fertig soweit weil ich normal im kopf bin oder was wie jetzt habe ich ja jetzt muss ich was ach ja ins mikrofon jetzt muss es nur ins mikrofon gut da 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 ist klar dann kann ich jetzt loslegen ja ja eins zwei drei vier ja klar pablo liebe zuschauer von lukas der gomme maut ich möchte nie wieder einen anderen song haben nie wieder warte auf jetzt hat es eine stunde youtube streamen mit youtube autoplayer aktiviert und die zuschauer können abstimmen wenn du wegen einem video vom kirchenband wirst kein rüppeln nein nicht zynisch kein verprügeln seine lüte reicht weit bis zu neun platten zu denen die dastehen ach so du meinst irgendwelche videos smart fragt er wird von gar nichts geschockt ja er ist wahrlich ein gott und das liegt vor allem an seiner geheimen fähigkeit von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß keiner kann wirklich beschreiben keiner weiß was poppin viele berichten davon wilo soft wilo 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 w ach der gash ja was geht was geht ab zieh nicht daneben wenn der gomme mode angeht alle wλα kopf wie nicht daneben wenn wir kommen mode angeht alle habe ich wünsche dir gute genesungswünsche glaubst du gehst die psychische schäden hier raus ich hab eh schon genügend Schäden in meinem tja ich sag's doch wenn der gommermode angeht wenn der gommermode angeht also wie gesagt noch mal wegen morgen entweder ich mache morgen auf der oder ich mache ihr stream mit quite lola in frankfurt mal sehen eins von beiden ihr werdet morgen im off-chat oder meine insta-story fahren ich kann jetzt noch nichts versprechen ich weiß nicht gestern zwölf stunden heute zehn stunden gespielt ich weiß nicht wie stehe ich das machen kann jeden tag 10 bis 16 stunden oder exklusiv mit täglich irgendwie 15 stunden oder trainwax mit täglich irgendwie 20 stunden ich verstehe es nicht also ja ich sage euch ehrlich digga was kontakt mit quite lola vor ihrem halb hatte ich hatte ich kontakt mit digga also das ist wirklich also wie leute so krank viel stream können also mein peak war ja 230 monat monat stunden also stunden einem monat und danach direkt 200 also ich habe jetzt juni und juli insgesamt 215 in average gestreamt das ist schon über sieben stunden am tag aber noch mehr kann ich mir nicht vorstellen ja alles fertig soweit ja text habe ich vor allem wie kann man das streamen dann noch ein join wenn man jeden tag zehn stunden ich würde dann irgendwann genug von kriegen glaube ich langfristig ist es nicht glaube ich so gut loslegen 1234 tja liebe zuschauer von lukas der gomma mode hat gerade die kontrolle übernommen gomma mode er hat seinen eigenen server seine eigene welt der typ ist frei weil ihn keiner mehr hält kein rüppel nein kein südisch kein verprügelt sein mit wem hattest du kontakt bevor er halb bekommen hat mit quite lola es ging gerade darum weil ich morgen mit ihr eventuell streamen in frankfurt deswegen von gar nichts geschockt ja er zwar ist ein gott und das liegt vor allem an seiner geheimfähigkeit von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß keiner kann es wirklich beschreiben keiner weiß es viele berichten davon dass ein licht aus ihm kommt welches jegliches leben vernichtet und schon die letzte runde singt mir komplett mit jetzt ist es wohl zu spät ich habe überlegt ob ich auf main oder second kanal hochladen main kanal dann kriege ich ganz viele d abos dann bin ich nämlich nicht mehr so nah an den 20.000 sondern eher näher an den 10.000 als in den 20.000 sag ich ehrlich das ist ich glaube ich mache es eher auf einen zweiten kanal ich mache es auf einen zweiten kanal aktiviert ich will ja diesen monat noch zu 20.000 auf youtube aber mit so einem zehn stunden video wird das glaube ich eher nichts außer das gibt viral aber eh nicht deswegen ich lade es um den zweiten kanal hoch dann ist es sie nicht daneben dann hat der zweiten kanal hochladen dann hat der zweiten kanal hochladen Hallo, das ist wieder Ende. Dann hat der Zweitkanal bei der Abusatz der Mail niemals. Ja, Marvel, ich habe auch viel geschafft. Ja, genau. Ihr seid alle verewigt. Wenn ihr jetzt eine Nachricht in den Chat schreibt, in den nächsten 1 Stunde und 22 Minuten, wenn ihr dann eine Nachricht in den Chat schreibt, dann seid ihr verewigt im VOD, im Video, 10-Stunden-Video, was ich auf meinem Zweitkanal hochladen. Pipo happy. Ja, ich glaube, ich lade es auf den Zweitkanal hoch. Weil ganz ehrlich, ich glaube, das ist für den Erstkanal, ich spamm den eh schon mit Shorts voll. Es macht mir Spaß, ja, aber ich spamm den eh schon mit Shorts voll, dann mache ich das lieber auf den Zweitkanal. Ich lade es wahrscheinlich morgen schon hoch. Mal sehen, ob ich es heute noch gerendert kriege. 10 Stunden rennen, dauert ja dann wohl bestimmt mal 2 Stunden, oder? Obwohl, wie lange er rennt hat bei mir in dem Video? Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Keine Ahnung. Egal. Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln. Boah, ich habe noch so einen coolen Special-Stream geplant, aber ich glaube, ich mache den erst nach der Gamescom. Also, einen richtig fetten Stream. Das wird was richtig ekelhaft, also ich muss dann noch auf Amazon Sachen für bestellen, aber das wird echt hart. Und JK, was geht? Fähigkeit. Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben. Keiner weiß es. Ne, durcheinander. Also, Leute, ich glaube wirklich, also ich verstehe, wenn ihr mir es nicht glaubt, ist vollkommen okay. Ich glaube aber, ich könnte mir den Song locker noch 2 Stunden mehr anhören, ohne Kopfschmerzen zu bekommen. Der ist nicht so schlimm, wie ihr sagt. Lüge, so jetzt reicht's. Der Song ist halt gut. Dann skipp ihn in den Songkast nicht die nächste Mal. Oh ja, okay. Mann, ich sag's ja doch. Wenn der Gommermode angeht. Zieh nicht daneben. Wenn der Gommermode angeht. Da hilft kein Rät. Wenn der Gommermode angeht. Jetzt reicht's. Really mad. Dann. 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 Gommermode. Tralalalalal. Penix besagt es. Frau, wie lange bleibt verloren. Jeder Follower, jeder Abo, jeder Raid. Alles macht Gommermode, Tralalalalal Sound. Tja, Bro. Tja. Nee, ähm, zwölf Stunden hab ich keinen Bock. Ich hab, ich find zehn Stunden ist gut. Hört sich schön an. Ja, das ist fertig soweit. Ja, Text hab ich. Beat hab ich. Ja, jetzt muss ich was. Ach ja. Ins Mikrofon. Jetzt muss es nur ins Mikrofon. Gut. Alles klar. Hört noch ein altes Gommermode im Schrank rum. Oha. Eins. Zwei. Drei. Vier. Bumm. Gommerror. Tja, liebe Zuschauer. Der Gommermode hat gerade die Kontrolle übernommen. Gommermode. Tralalalalal. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist Flywein, keiner mehr hält. Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zu neuen Platten, zu denen die Daten sind. Ich bin eher genervt von den Leuten, die die ganze Zeit fragen, hab ich genervt verliebt bin. Er wird von gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich ein Gott und das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit. Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben. Keiner weiß es. Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet und schon sich wie er vor mir steht. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Wenn der Gommermode angeht, zieh nicht daneben, wenn der Gommermode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gommermode angeht. Gommermode, Gommermode, Gommermode angeht. Darf um dein Leben, wenn der Gommermode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gommermode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gommermode angeht. Gommermode, Gommermode, Gommermode angeht. Jede Runde PvP. Kein Problem. Ist der Modus aktiviert. Wird nur einer stehen. Lauf um dein Leben, wenn der Gommermode angeht. Scheiße, versprochen. Wenn der Gommermode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gommermode angeht. Ja, ich sag's dir doch. Lauf um dein Leben, wenn der Gommermode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gommermode angeht. Da hilft kein Red. Wenn der Gommermode angeht. Gommermode, Gommermode, Gommermode angeht. Wenn der Gommermode angeht. Wie viele Hashtag Gommermode haben wir schon im Chat? Wenn der Gommermode angeht. Gommermode, tralalalalala. Lauf um dein Leben, wenn der Gommermode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gommermode angeht. chính symone hier President Obama und angehe nicht daneben und der 꺼 ב moet am arlos god mod Dom morts af wo Get Pro Karma Mode, Karma Mode, Karma Mode, Karma Mode! Eins, zwei, drei, vier Ich frage mich gerade, kommen die ganzen neuen Follower und Zuschauer heute durch irgendwelche anderen Plattformen oder kommt ihr alle von Twitch? Alle, die heute mal gefollowed haben, mal reinschreiben, das würde mich wirklich mal interessieren Weil, also, hä? Also, wenn Uwe mich radet, dann glaube ich wirklich, kann ich vom Glauben ab Der radet doch niemanden Ja, der hat doch heute sein letztes Stream Kind von Fabo, aber nie befollowed Frechheit, André, aber jetzt hast du ja nicht mehr gemacht Fabel kommt von TikTok, okay TikTok, Steinjahn Da war es doch gar nicht so dumm, die Idee von meinem Chat Sie haben nämlich gestern gesagt, ich soll ein TikTok-Gruppladen Ich habe als Rentner auf meine Viewer gehört Ich bin übrigens 20 an die Neuen, also, ich bin nicht so alt, wie ich es immer sage Aber Wenn der Gommemode angeht, zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht Chris, shut up Ich bin 20, ich bin nicht 40 Es gibt also Viewer hier, die kennen mich nicht ohne Brille, interessant Aufپ, kein Problem Ist der Modus aktiviert Wird nur einer stehen Lauf um dein Leben Gommemode, Gommemode angeht Gommemode, Gommemode, Gommemode Gommemode, Gommemode, Gommemode Gommemode المode Uwe hat ge-trollt, er hat alle gebannt, die sich verabschiedet haben Warte mal, er hat nicht den letzten Stream gemacht Und er hat alle gebannt, die gesagt haben, tschüss oder was Gommemode, Gommemode angeht Ich habe keine Frühkansion When der GOMMEMODике. Zwitsch. Wenn der GOMMEMODтив. Was gehtshweibl? Es gibt UweTs hora und verküppte die giveboys undçaß. Dieter, ich verstehe bis heute nicht, wer das lustig fand. Ich war wirklich die ganze Zeit nie der Meinung, dass das lustig war. nie. Kennt ihr das Meme, oder? Das kennt ihr. Ich kenne den von Feuerstein. Das war gut. Hallo, Verkennspolizei. Boah, ich schwitze so wie ein ekelhaftes Schwein. Du hast es in einem alten Video benutzt. Ich! Woher weißt du das, wenn ja? Und ich fand es ja, schick mal bitte, das ist nämlich wirklich, weil ich fand das eigentlich nicht lustig. Ich fand das nie lustig. Digga, das ist so dumm, dieses Video. Das war so eine nervige Kacke, dieses Meme früher. Ich kann mich richtig erinnern, wie mich das genervt hat. Alle in der Schule immer. Ey, John, uwe, 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 uwe. Digga, geh mich auf den Piss. Es ist unlustig. So, Leute heißen halt legit einfach so und dann ist das halt so. Der arme Guy. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist frei, weil keiner mehr hält. Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch. Kein Verprügeln, seine Güte reicht weit bis zu neuen Blattnähten, zu denen, die da leben. Das ganze Universum kennt die Neid. Boah, das insistige, ich seh nicht, ob ich das echt mal irgendwo reingestellt habe, weil dann bin ich ja voll doppelmoralisch. Ich denke, hey, hab ich vielleicht zwei Vorstellungen gesehen. Ich meine, du hast was verpasst. Keiner kann es wirklich beschreiben. Hat YouTube schon ein Auge gemacht? Nee, ich wurde noch nicht geschallowiert. Wir berichten davon. Really mad, so doppelmoralisch. Shit. Jetzt ist es wohl zu spät. accompagnin kommt entlang. Wenn der GOMMOD an geht. Wenn der GOMMOD angeht. Da hilft kein Drobbeden, wenn der GOMMOD angeht. GOMMOD, GOMMOD, GOMMOD angeht. Lauf um dein Leben. Wenn der GOMMOD angeht. Lieen nicht daneben, wenn der GOMMOD angeht. Da hilft kein Red, wenn der GOMMOD angeht. GOMMOD, GOMMOD, GOMMOD angeht. Du bist das Pain. Kein Problem ... Ist der Modus aktiviert! Wird nur einer stehen! Lauf um dein Leben! Zieh nicht daneben! Da hilft kein Reden! Mann, ich sag's dir doch! Lauf um dein Leben! Zieh nicht daneben! Wenn der Gommemode angeht! Wenn der Gommemode angeht! Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht! Oh Mann! Und noch eine Stunde und zwölf Minuten! Wenn der Gommemode angeht! Wenn der Gommemode angeht! Gommemode! Person, die sich jemals geradet hat. Mein bekanntester Raid war wahrscheinlich Ronny Berger, ja. Und zwar gestern. So. Ja, alles fertig soweit. Ja, Text habe ich. Beat habe ich. Ach ja, ins Mikrofon. Jetzt muss es los, ins Mikrofon, gut. Alles klar, dann kann ich jetzt loslegen. Ja, ja, ja. Ne, die letzte Runde singen wir richtig mit, Jonah. Die letzte Runde singen wir. Wir machen bei einer halben Stunde, wenn nur noch eine halbe Stunde übrig ist, da machen wir eine Wette, ob ich es schaffe, beim letzten Durchlauf alles federfell mitzusingen. Und ihr spammt dann alle richtig mit. Wir singen nochmal richtig schön und zelebrieren den letzten Durchlauf. Oh, jetzt habe ich gelegt, dass ich keine Hose an habe. Scheiße, nein. Ey, bin kurz zu wanken und komme gleich wieder. Wurde ich noch nicht schon mal von Amon Gus geradet? Wer ist Amon Gus? Digga, so gut. Die Kinder sind so fucking sexy. Ich weiß. Und siehst du die Squads? Ja, ich bin auch Squad Master des Jahrhunderts, Alter. Digga. Das ist auch richtig gut, ja, Schweinchen. Props? Ah, ich liebe Twitch, Digga. Wegen so Sachen liebe ich Twitch immer. Hey, ha, TikTok Guys. Ausdruckzeichen, 7TV. Ausdruckzeichen, Instagram, Ausdruckzeichen, Reddit, Ausdruckzeichen, Discord. Schweinchen, MVP heute. Und der PvP ist kein Problem für mich. Ja, dann ist halt der Modus aktiviert und... Ja! Dann steht halt auch keiner mehr. Lauf doch echt, renn um dein Leben, wenn der Gombot angeht. Zieh auch nicht daneben, wenn der Gombot angeht. Und da hilft auch wirklich kein Rennen, wenn der Gombot angeht. Und ich sag's doch. Lauf um dein Leben, wenn der Gombot angeht. Uga, Uga, IQ 0. Leute, also jetzt langsam ist wirklich der Endspurt und ich habe so einen Motivationsbusch gerade. Wow. Wenn der Gombot angeht. Wenn der Gombot angeht. Wenn der Gombot angeht. Gombot! Tralalalalal. Ach, das ist ein bisschen. Tanzen. Tschau, ich hab sie, schlaf gut. Ich freu mich echt auf die Nets aus Finale jetzt. Das wird richtig emotional. Der Song wird auch immer schneller. Ihr bildet euch das nicht ein. Ich verstimm. Der Song wird schneller. Ich bild's mir ein. Ne, der wird nicht immer schneller. Boah, ich muss mal. Ich muss kurz anders setzen. Sorry. Wenn ihr mein Ding jetzt seht. Ja, fertig soweit. Ja, Text hab ich. Halt. Halt. Digga, ach du heilige. Alles klar. Dann kann ich jetzt loslegen. Yeah, yeah. Eins, zwei, drei, vier. Junge Ja, liebe Zuschauer. 116.000 Mal. 116.000 Mal. Hat jemand ein Bild von der Psychiatrie? Auf 112 mal 112 zufällig. Hat jemand das? Ich brauche das für eine Hausaufgabe. Für die Schule. Äh, Studium. Ich bin ja auch Student. Da wollen wir leben. Zieh nicht daneben. Da hilft kein Reden. Ey, aber ich bin jetzt mal transparent mit euch. Ich habe gestern, ich bin heute aufgewacht. Und ich habe legit in meinem Kopf gehabt. Ey, ich habe überhaupt keine Lust, jetzt diese 10 Stunden das zu hören. Ich bin heute Morgen aufgewacht mit der Sonne in meinem Gesicht. Hi Moritz, moin. Ich wache mit der Sonne in meinem Gesicht auf. Und, ähm, Vögel zwitschern. Ähm, Freund fragt mich, wollen wir ins Gym? Ich so, nee, ich stream gleich. Und dann habe ich so drüber nachgedacht. So, dann sehe ich noch Instas läufig von Leuten, die hier am Strand sind und so. Und dann realisiere ich, ich muss gleich 10 Stunden hier sitzen und Gormo-Mode hören. Gormo-Mode. Äh, weh, aber Tian, du hast die Hälfte der Zeit das gar nicht gehört. Weh, das ist voraufgenommen. Ich finde es gerade so entspannt, hier so zu sitzen, ehrlich. Es ist so schön gerade. Es ist so schön. So, ähm, ja, alles fertig soweit. Ja, Text habe ich hier. Ist es eigentlich sexualisierend, wie ich hier gerade sitze? Nee, ne? Sollte ja nicht so sein, eigentlich. So, ins Mikrofon, gut. Alles klar, ähm, dann kann ich jetzt loslegen. Yeah, yeah. Eins, zwei, drei, vier. Nee, nee. Screenshot, screenshot, screenshot. Tja, liebe Zuschauer von Lukas, der Gormo-Mode hat gerade die Gormo-Mode. Gormo-Mode. Er ist Lestian Hot. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der typische Treiber hat keine mehrheit. Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zu neuen Planeten, zu denen, die da leben. Das ganze Universum kennt ihn, Alter, frag jeden. Ha, er wird von gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich dein Gott und das wird das wird das wird Da-bam-bam-bam-bam Seh ich wie er vor mir steht Shit, jetzt ist es wohl zu spät Noch unterlebt, wenn der Gomme-Mode angeht Nichts daneben, wenn der Gomme-Mode angeht Da hilft kein Red, wenn der Gomme-Mode angeht Jo, heute machen wir wieder Kissing-Pranks Alter, die müssen wir uns anschauen Ist der auf Twitch gebannt? Sag mal, tja, tja, ein richtig schnell-tetter Noch unterlebt, wenn der Gomme-Mode angeht Da hilft kein Red, wenn der Gomme-Mode angeht Gomme-Mode, Gomme-Mode angeht Wir haben die PvP, kein Problem Ist der Modus aktiviert Wie es gerade steht Lauf unterlebt, wenn der Gomme-Mode angeht Zieh es daneben Da hilft kein Red Langsam hinterfragt mal die Zeilen im Lied Ein bisschen, ja Als ich kein Stimmbuch hatte, ich konnte eins zu eins Eifelstein machen Aber ich hab mein Stimmbuch mit 14 schon bekommen Da war das Problem Wobei es gibt ja auf meinem YouTube-Kanal noch Videos mit höherer Stimme Trolololololol Tian plays Minecraft Old Tian Es ist auch noch so gut Weil es ist halt auch noch so Das ist ein Selfie Folgt mir auf Facebook Dieses Selfie ist so legendär Als ich das gesehen habe Es gibt Selfies noch ganz tief verborgen In irgendwelchen iCloud Sachen oder so Ganz tief noch Selfies von mir Die ihr noch nicht kennt Eigentlich muss ich mich mal hinsetzen Und alles lösen Es kommen solche Schätze bei raus Den Beat habe ich Ins Mikrofon Alles klar Dann kann ich jetzt loslegen 1, 2, 3, 4 Ja liebe Zuschauer von Go 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 Trolololololololol Hashtag mich hält er von als da. Zwei Minuten noch. Es könnte sogar sein, dass es genau zur Sekunde, wenn es aufhört, dieser Durchlauf, genau auf einer Stunde steht. Das könnte von der Zeit her hinkommen. Lass jetzt mal schauen. Die Realization, dass wir den Song nur noch 22 Mal oder 21 Mal hören, ist echt crazy. Ist der Modus aktiviert, wird nur einer stehen. Lauf um dein Leben, zieh nicht daneben, da hilft kein Reden. Tja, ich sag's ja doch. Freunde, noch eine Minute und zehn Sekunden. Gommemode, tralalalalala. Moin Mod. Schnell, ihr macht das super, ihr macht das toll. Moin angeht. Gommemode, 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 Gommemode. Und, ist es bei einer Stunde fertig? Mal sehen. Ah, mein Haut hat geklebt. Ah, ah, ah. Ich glaube leider, dass der Song nicht genau bei einer Stunde losgeht. Nein, schade. Eine Stunde und zehn Sekunden noch. So, ähm, 5, 4, 3, 2, 1, eine Stunde noch. Let's go. So. Bei genau 30 Minuten wird eine fette Wette gemacht. Und 1, 2, 3, oder bei so 35 oder so. Tja, liebe Zuschauer. Tja, liebe Zuschauer von Lukas. Der Gommemode hat gerade die Kontrolle übernommen. Gommemode, tralalalalal. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist Flywein, keiner mehr hält. Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zu neuen Planeten, zu denen, die da leben. Das ganze Universum kennt die Neid auf Fragen. Man kriegt Lukas eigentlich schon Trace Feature, das ist absolut richtig. Das soll eigentlich schon sauer und wahr sein. Er ist wahrlich ein Gott und das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit, von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben, keiner weiß es. Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet und schon sehe ich, wie er vor mir steht. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Mein Babau. Ich finde es echt krass, wie aktiv der Chat ist bei so einem Trash-Stream. Es ist ja Trash. Es ist ja legit kein Content. Ich sitze hier nur und mache lustige Sachen. Lauf um dein Leben! Frames, danke dir. Wie viele Follower haben wir heute gemacht? Das ist so gottlos. Wir haben heute schon 83 Follower gemacht. Glaubt ihr, dass wir es schaffen? Ey, das ist jetzt wirklich dumm, ne? Schau oben rechts, Frames. Glaubt ihr, dass wir es schaffen, heute die 100, also noch 17 Follower zu machen? Das wir heute 100 gemacht haben. Dann sind wir bei, 15870. Zäh' sich daneben, wenn der GOMMA-MOD angeht! GOMMA-MOD DEGOMMA-MOD 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 Sag aber, wie soll in folgenden Boom 17 Follower dazu, folgt jetzt rein, jetzt auf Folgen drücken, jetzt. Mod, ich muss das eventuell 10 Stunden schauen, weil ich gestern ne Wette verloren habe, aber in meinem 12 Stunden Stream. Eventuell. So, ja, alles fertig soweit, ja, Text hab ich, Beat hab ich, ja, jetzt muss ich... Also vor 8 Jahren, 7 Jahren, als der Song rauskam, hätt ich niemals gedacht, dass ich mit 20 hier im Anzug und Prada-Brille sitze und diesen Scheiß-Song höre. Das ist echt... Ich muss mal, ich, also meine Sonne, meine Brille ist legit dreckig, glaub ich. Warte mal. Shit. Gehört zum Weg, dass es erwachsen werden soll, den Song 10 mal zu hören, ja. Ich will davon, dass dein Licht aus ihm kommt, welches hebliches Leben vernichtet und schon Montrepper. Vor mir steht shit, jetzt ist es wohl zu spät, nein! Lauf um dein Leben, wenn der GOMMA-MOD angeht, zieh nicht daneben, wenn der GOMMA-MOD angeht, da hilft kein Reden. Wenn der GOMMA-MOD angeht, GOMMA-MOD, GOMMA-MOD angeht. Lauf um dein Leben, wenn der GOMMA-MOD angeht, zieh nicht daneben, wenn der GOMMA-MOD angeht. Da hilft kein Reden, wenn der GOMMA-MOD angeht, GOMMA-MOD, GOMMA-MOD angeht. Noch zwei Zerstören? Crazy. Also war sie an. Ich rühre das leider, weil das so was zu spammy. Da steht zwar nicht wie man so denkt, dass du was laufen lasst, aber ist okay. Dir geht's nicht gut oder doch? Sehe ich traurig aus oder geht's mir gut? Da hilft kein Reden, wenn der GOMMA-MOD angeht. Mann, ich sag's dir doch! Wenn der GOMMA-MOD angeht, wenn der GOMMA-MOD angeht, GOMMA-MOD, GOMMA-MOD, GOMMA-MOD angeht. Jill, das ist Dedication. Das ist, wenn man ein wahrer Crafter ist, wie es ist. Wenn der GOMMA-MOD angeht, GOMMA-MOD angeht. GOMMA-MOD, tralalalalalala. Wenn der GOMMA-MOD angeht, wenn der GOMMA-MOD angeht. Ich drehe ein Kissen um. Mann, ich bin wirklich super gut gelappt. Ich sag's nochmal. Ich sag's nochmal. Das, was sagt dein Host, Chrissy. Ich sag's nochmal. Ja. Ich habe in diesen 10 Stunden bis... also 9 Stunden, sorry. Bisher super viel Spaß gehabt. Weil ihr wart nämlich immer dabei. Das ist keine Qual für mich. Ich bin nicht wie MrBeast und schlaf ein bei nem Musikvideo. Nein, ich bin wacher als heute Morgen. Kommt das auf YouTube? Ja, war's ja da. Ja. Das kommt auf YouTube auf nen Zweitkanal, denke ich mal. Ja. Ähm. Ja, alles fertig soweit. Ja, Text hab ich. Beat hab ich. Ähm. Ja, jetzt muss ich was... Ach ja. Ins Mikrofon. Jetzt muss es nur ins Mikrofon. Gut. Alles klar. Ähm. Dann kann ich jetzt loslegen. Yeah, yeah, yeah. Und eins, zwei, drei, vier. Komm Zero. Die liebe Zuschauer, vergomme. Der Globo Award hat mal wieder ... Globo Award.... Globo Award... Glo lo 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 ... Er hat seinen eigenen Server. Seine eigene Welt. Der Typ ist exclusive diere . Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch. Kein verprügeln, seine Güte reicht zweit bis zur neuen Platne. Wenn der IV hơn in was ganz Universum kein Kinein erklärt. Von Markus. Er wird von gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich ein Gott und das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit, von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß, keiner kann es wirklich beschreiben, keiner kann es wirklich beschreiben. Längstes Abo-Aubzeichen hier, 18 Monate von Magero, schlusser an den besten Mod. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht, zieh nicht dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht, da hilft kein Reden, wenn der Gomme-Mode angeht, Gomme-Mode, Gomme-Mode angeht, jede Runde PvP, kein Problem, ist der Modus aktiviert, wird nur einer stehen. Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht, zieh nicht dein Leben, da hilft kein Reden, Mann, ich sag's dir doch. Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht, zieh nicht dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht, dann wird der Gomme-Mode angeht, wenn der Gomme-Mode angeht, wenn der Gomme-Mode angeht. Also die Wette, ob ich es schaffe, das in Fehlerfreiheit zum letzten Durchgang durchzusingen. Ey, Ian, es ist nicht falsch gelaufen, es läuft alles genau nach Plan. noch 16 folger dann haben wir heute 100 gemacht also was jetzt mal ein von oder wie das darunter go main mode amort go main mode come on mode go main mode amort bro das waren aber 15,000 Beat hab ich... Ach ja, ins Mikro... Jetzt muss das los, ins Mikro schon, gut. Alles klar, dann kann ich jetzt loslegen. Und eins, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer! Der Gomme-Mode hat gerade die Kontrolle genommen. Gomme-Mode, trodolololol! Trodololol! Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist flyerbar in Karamehens. Kein Rümpel, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zu neuen Platten, zu denen, die da leben. Das ganze Universum kennt ihn, alter Frag jeden. Ha, er wird von gar nichts gestockt. Ja, er ist wahrlich ein Gott. Und das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit. Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner konnte so ein wenig scheiden, in der Freizeit. Viele Berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet und schon... Nicht wie er vor mir steht. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gomme-Mode angeht. Ich find people dann so trash. Aber gut, 15 Stunden Punkte und es gehört dir. Ich glaube jetzt ist wieder ein schlechtes Mod raus. Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gomme-Mode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gomme-Mode angeht. Wenn der Gomme-Mode angeht. Ich bin noch lange nicht schizophren. Wenn der Gomme-Mode angeht. Jede Runde PvP, kein Problem. Ist der Modus aktiviert. Wird nur einer stehen. Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gomme-Mode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gomme-Mode angeht. Mann, sag's dir doch. Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gomme-Mode angeht. Da hilft kein Red, wenn der Gomme-Mode angeht. Was soll ich gerade sagen? Sag doch, Lauf um dein Leben, wenn der Gomme-Mode angeht. Ähm, was ich gerade sagen wollte, genau. Ähm, ja, Spam ist erlaubt. Ihr dürft komplett Spam, Leute. Kommt, ihr dürft heute in diesem Stream gottlos Spam. Gummammoth, Trollallallallo Gummammoth angeht Gummammoth angeht Heute ist der letzte Subtag morgen wird es non Jude es ist aber ludwig editiert die ganze zeit irgendwelche mauts der fkdrehen gomme nimmt nämlich keine gefangenen so ist das jetzt hat jetzt hat du tatsächlich tian hs mit seinen punkten geredet anstatt mich zu überreden naja super das ging nicht naja du musst halt auch den link aus wir haben ich habe es jetzt schon zweimal gesagt und es steht ja auch in der beschreibung von der kanalpunktbelohnung es gibt immer diese beiden zurück bitte du kannst du erwarten dass er weiß welches im auto meinten 1234 ja liebe zuschauer von gerade die kontrolle übernommen mach ein tiktok und markier lukas der rapper der hat schon kommentiert bei mir unter meinem tiktok das ganze universität die neid da fragt jeden er wird von gar nichts geschockt ja es war nicht ein gott und es liegt vor allem an seiner geheimfähigkeit von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß keiner kann es wirklich beschreiben keiner weiß es viele berichten davon dass ein licht aus dem kommt welches jegliches leben vernichtet und schon sich wie ihr vor mir steht jetzt ist so zu spät wie wird es eigentlich jetzt gleich sein mal absolute stelle zu haben ich habe ja wirklich zehn stunden still es wird gleich ganz komisch die runde pvp kein problem ist der modus aktiviert wird nur einer stehen laufen dein leben sie nicht daneben kommen und angeht man ich sagst du doch wenn der komment angeht sie nicht daneben der komment angeht da hilft kann der komment angeht komment angeht wenn der komment angeht gut wenn du tab drückst hast du automatisch die richtigen emotes komment angeht wenn der komment angeht ja die clip sind echt cool in dem video ich sag ehrlich zu deiner frage ob ich den text schon auswendig kenne chat ihr werdet es mir nicht glauben ja es ihr werdet es mir nicht glauben aber ich kann den text nicht auswendig glaube ich wir haben gleich eine wette am laufen die eine halbe stunde geht es macht euch bereit in fünf minuten gibt es eine fette wettbewerbs das überlebt ihr kein zehn stunden happy tree friends ich hasse happy tree friends ich kenne happy tree fans er hat seinen eigenen server seine eigene welt also seid gleich bereit eure ganzen punkte zu setzen oder seine güte reicht weit bis zu neuen planeten zu denen die da leben das ganze universum kennt ihn alter fragt jeden er wird von gar nicht geschockt er ist wahrlich ein gott und es liegt vor allem an seiner geheimfähigkeit von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß keiner kann es wirklich beschreiben keiner weiß es viele berichten davon dass ein licht aus ihm kommt welches jegliches leben vernichtet und schon sehe ich wie er vor mir steht shit jetzt ist es wohl zu spät wenn ich einen kleinen fehler mache wo er nur schlafen verkackt ja genau really man gib mir jetzt einen moment noch sind wir clean noch haben wir keine momente im chat ich will das moment was ganz besonderes sind bei unseren show ist ja kein problem ist der modus aktiviert wird nur einer stehen lauf um dein leben zieh nicht daneben wenn der kommermode angeht da hilft kein reden da hilft kein reden da hilft kein reden wenn der kommermode angeht wenn der kommermode angeht auch ne lucas alles cool Pipo wie auch was poppin GOMMEMOD Trrrrrr Lalalalalalalal Halt schon Da hilft kein Reden der Gommo Mode angeht Gommo Mode, Gommo Mode, Gommo Mode angeht Gommo Mode Gommo Mode, Gommo Mode Gommo Mode, Gommo Mode Gommo Mode, Gommo Mode Gommo Mode Sind wir ehrlich, das Gommo Controll ist das beste, ja Träums wir noch von diesem Song? Ne, ich geh gleich erstmal schön ins Gym, dicha Und dann träum ich erstmal von gar nichts anderem als den Gewichten Und dann fahre ich wahrscheinlich tot ins Bett. Ob ihr es glaubt oder nicht, das hier ist anstrengend für meinen Körper. Weil 10 Stunden hier zu sitzen und das zu hören ist schon... Er war nicht im Spiegel. Und eins, zwei, drei, vier. Ese, mach es mal nach. Dann weißt du, was ich meine. Das ist zu schwierig, ist ja klar. Er hat keinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist Flywein, keiner mehr hält. Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zu neuen Platten, zu denen die da leben. Das ganze Universum kennt ihn, alter Frag jeden. Ha, er wird von gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich ein Gott und es liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit. Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben. Keiner weiß es. Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet. Und schon sehe ich, wie er vor mir steht. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Noch um denn lebt, wenn der Coman-Mode angeht. Wenn der Coman-Mode angeht. Der Song geht 249. also wenn ich jetzt den schmerzensgrad am jeweiligen meiner körperteile messen müsste dann tut am meisten weh mein ohr meine ohren also in und außen an der ohrmuschel wegen meines headsets dann ein arsch weil ich ja 10 stunden sitze ich weiß nicht du hast alles verpasst der zug ist abgefahren und was tut dann noch am nächsten weh mein kopf generell und danach kommen wahrscheinlich meine stimme mein hals wenn der komer mode angeht wenn der komer mode angeht laut sprecher der griechen anzeigen ich verbrenne 10.000 galorien in dem stand und wenn sie die latest dann ist sie wahrscheinlich nur so ein paar sekunden ich deaktiviere kurz mal die cam dann sollte es wieder gehen hallo hallo jetzt geht es wieder besser und 1,2,3,4 GOME JUNGO! der GOMEMODE hat gerade die kontrolle übernommen GOMEMODE TROLOLOLOLOLOL er hat seinen eigenen server seine eigenen ich dachte eigentlich das internet sei gut das trust kein rüppeln nein nicht zynisch kein verprügeln seine güte reicht weit bis zu neuen platneten zu denen die da leben das ganze universum kennt ihn alter fragt jeden er wird von gar nichts geschockt also ein handy der letzte befinden zwar 20 250k bei soul device gesehen was aber leider bisher wirklich wenig weiß keiner kann es wirklich beschreiben keiner weiß es wieder berichten davon dass ein licht aus dem kommt welches jegliches leben vernichtet und schon seh ich wie er vor mir steht shit jetzt ist es wohl zu spät lauf um dein leben wenn der GOMEMODE angeht jede runde pvp kein problem ist der modus aktiviert wird nur einer stehen lauf um dein leben wenn der GOMEMODE angeht da hilft kein reden man ich sag's dir das lauf um dein leben wenn der GOMEMODE angeht sieh nicht daneben wenn der GOMEMODE angeht da hilft kein reden ja GOMEMODE TROLOLOLOL Mods, machen wir bitte eine Wette jetzt. Jetzt geht's ab. Leute, Wette, Wette, Wette. Mods, Wots, 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 Wots. Bitte, Mods, ich bitte euch. Ähm, eine Wette. Singt Tian fehlerfrei den letzten Durchlauf. Batsch, Koto. Warum kenn ich deinen Namen? Ich weiß nicht, danke für den Follow. Wie siehst du ohne Brille aus? Guck mal, das ist so das Ding. Es gibt Leute, die kennen mich erst seit heute. Weil ich hoffe, heute habe ich fast 100 Follow gemacht. Alle mal reinfolgen. Ich zeige euch jetzt, wie ich ohne Brille aussehe. Digga, das ist so komisch. Das ist so komisch ohne Brille. So. Ähm, ja, alles fertig. Ah, ich setze wieder auf. Richtige Lehrer, so, jetzt reicht's. Ja, jetzt muss ich was... Ach ja, ins Mikrofon. Jetzt muss es noch ins Mikrofon, gut. Alles klar. Ja, ähm, dann kann ich jetzt loslegen. Fürs ja, Alter, shut up. Eins, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer von Lukas. Der Gommemode hat gerade... Ich bin... Digga, ich muss mich so strecken gleich. Seine eigene Welt ist mittlerweile in der Wette da. Kennen wir noch nicht. Ich liebe meine Motz. Kein Problem. Ich mach's dir selber. Singt Tjann. Den letzten... Durchlauf. Fehlerfrei. Ja. Nein. 30 Minuten Wette. Ja, da rein da. Wette. Wette, 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 Wette. Und ich sag euch mal einen ernsten Tipp, ne? Es ist nicht so leicht, wie ihr denkt. Das schaffst du, was dabei. So, Robin. Jetzt, jetzt lässt er aber mal den Follow hier da jetzt, ja? So, damit das jetzt auch mal hier kreist. Wenn der Gommemode angeht. Durch, durchziehen jetzt. Boom, 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 boom. Zack, 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 zack. Jede Runde. PvP. Kein Problem. Ist der Modus aktiviert. Wird nur einer stehen. Lauf um dein Leben. Zieh nicht daneben. Da hilft kein Reden. Ha! Ich sag's dir doch. Ha, ha, ha. Lauf um dein Leben. Wenn der Gommemode angeht. Zieh nicht daneben. So, meine Friends. Modus-Badge. Ihr könnt nicht machen. Nichts da. Also, erstens. Wir haben Weltrekord. Zweitens. Wir, äh, für die meisten Gommemodes an Stück. Für die meisten Gommemode-Songs an Stück hören. Zweitens. Wir haben den Weltrekord für die krasseste Psychose. Drittens. Wir sind alle bescheuert. Oben rechts steht. Wir haben noch 35 Minuten. Jetzt gibt's ne Wette. Alle eure Wuppermatzen rein. Rein in die Wette. Teams, willkommen zum Finale, Vika. Was geht? Das hier ist Geschichte in der Tian-Streaming-Geschichte. Ja, genau so sagt man das, oder? Gommemode. 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 Bie, bwie, bie, bie. Gommemode. Komm, wir machen. Leute, wir machen nochmal hier. 1,25er, neue Resil losers. Jetzt Rap Battle, passt auf. Alles klar, da kann ich jetzt loslegen. Ja, 1, 2, 3, 4. Tja, liebe Zuschauer von Lukas, der GOMOMOBOT hat gerade die Kontrolle übernommen, GOMOMOBOT Er hat sein eigener Server, seine eigene Welt, der drückte es frei, weil er keiner mehr hält Denn du willst deine stünde schneiden, dann flühen deine Güte, der reich bist, zu den Planeten, zu denen die da leben Es gibt so viele Leute, keine Frage gegen, ja, bin schon gar nichts geschockt, ja, es war nicht ein Gott und Es ist auch dann seine Geheimfähigkeit, von der man aber leider will es nicht, ich weiß, keiner weiß, ob es sich also beschreiben, keiner weiß es Viele berichten davon, dass er vor mir steht, shit, jetzt ist wohl zu spät Wenn der GOMOMOB angeht, er hat kein Reden, wenn der GOMOMOB angeht, wenn der GOMOMOB angeht, angeht, angeht Er hat kein Reden, wenn der GOMOMOB angeht, GOMOMOB, GOMOMOB angeht, jede Runde PvP, kein Problem, ey, ey Er hat kein Reden, wenn der GOMOMOB angeht, GOMOMOB, GOMOMOB, GOMOMOB angeht GOMOMOB, 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 GOMOMOB angeht Wir machen jetzt noch mal 20 Minuten Chill, dann machen wir noch mal einen Bösen. Yo, Phil, wo's poppin? Phil, Chat, benehmt euch. Twitchen wir da bei deinem Chat. Jetzt benehmen. Jetzt benehmen. Keine bösen Wörter. 1, 2, 3, 4. Tja, liebe Zuschauer von Lukas, der GOMOMODE hat gerade die Kontrolle übernommen. GOMOMODE! Wie gesagt, kurz vor dem letzten Durchlauf, so zwei Durchlafe davor, machen wir noch mal Rap Battle. Dann noch einmal chillen und dann zack. Die Untertitel lasse ich an, es sind Ehlers Hälfte da. Wir müssen ja auch rüberprüfen. Ja, es war nicht ein Gott und das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit. Ey, 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 ey. Wirklich beschreiben, keiner weiß es. Ich hab nen Schaden in meinem Kopf. Seh ich wie er vor mir steht. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Lauf um dein Leben, wenn der GOMOMODE angeht. Hey, warst du eigentlich auf der Twitch-Con? Du hast mich geschlossen, ey. Wie kannst du mit den Chat lesen, wenn du noch das GOMA-Mod bestätst? Ich bin's gewohnt, wenn die scheiße spammen. Aber manchmal überlese ich was. So, geht mal in die Wette rein. Zack, 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 Leute. Rein in die Wette. Boom. Zieh dich daneben. Da hilft kein Reden. Wir müssen uns gleich... Eigentlich muss ich jetzt mal kurz auf die Lyrics konzentrieren. Weil ich will den letzten Lauf mit euch federfrei machen. Wir machen alle im Chat. Spammen wir mal richtig durch. Wir singen nochmal perfekt am Ende. Wir machen nochmal richtig Ramazamba im letzten Durchlauf. Das sind die 10 Stunden schon wert, finde ich. Ich hoffe, dass mich niemand fragt, was ich heute gemacht habe. Ja. Fragt mein Punkystone, welcher 10 Stunden hier am Stück mit mir gespann... Also mit mir hier geschildert. Siehens. Ich bin so mentally ready, gleich richtig zu... Abzuliefern, ja. Hättest du nicht gedacht, dass du gut wegsteckst? Ja, also mir geht's wirklich gut. No joke, mir geht's wirklich insane gut dabei. Ja, den Text hab ich. Ja, den Text hab ich. Hab ich ja gefunden. Ja, jetzt muss ich... Ja, jetzt muss ich, ah ja, die... Ins Mikrofon. Das ist Mikrofon. Das ist Mikrofon, gut. Das ist Mikrofon, gut. Alles klar. Alles klar? Okay. Dann kann ich jetzt loslegen. Yeah, yeah, yeah. Und eins, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer von Lukas. Der Gomme-Mode hat gerade in die Kommission. Gomme-Mode! Haha! Trololololololol! I'm done. Er hat sein eigener Server, seine eigene Welt. Der Typ ist Flywein, keiner mehr hält. Der Tian ist dumm. Ich bin 20 Jahre alt, Digger. Was mach ich denn überhaupt? Schau, ja. Oh, man hat eine Empfehlung. Ich bin wirklich beschreiben, keiner weiß es. Viele berichten davon, dass ein... Die Säme-Mode an beobachtet wird im Entebar. Die Säme vor mir steht. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Komma-Mode angeht. Wenn der Komma-Mode angeht. Er hat kein Dreh, wenn der Komma-Mode angeht. Komma-Mode, Komma-Mode angeht. Hans hat's Maul. Spaß. Spaß hierhin. Komma-Mode, Komma-Mode, Komma-Mode angeht. Kein Problem Du bist so ein Psychopath, dass du sowas aushältst Ich sag da gar nichts zu, ich lass es unkommentiert jetzt Killermiller, wie oft schreibst du Du hast jetzt, ich zähl jetzt Eins, zwei, drei, vier, fünf Mal gefragt Wie oft, wann jetzt ein Stream kommt mit einer Million Mal GOMMA-Mode Ich kann dir sagen, es kommt nicht, weil GOMMA-HD hat nicht kommentiert hier WELTIMATE! Man, oh GOMMA! Was soll das? GOMMA-MOD! Gleich geht's los Gleich geht es los Mit dem Rap-Part ohne brille ist es viel zu hell ich wieder die brille auf die brille ist definitiv dreckig geworden heute und natürlich mache ich nicht aus ihr müsst ihr auch kontrollieren können brah chris brah jetzt haben wir es abgesetzt ja alles fertig soweit ja text habe ich biet habe ich ja jetzt muss das mikrofon gut ja ja zwei drei vier die liebe zuschauer von luca gerade die kontrolle übernommen seine eigene server seine eigene welt weil die keiner mehr hält kein rumpeln nein nicht zynisch kein verprügeln seine güte reichheit bis zu neuen platneten was machen wir eigentlich wenn dann die zehn stunden vorbei sind was da denn dann ist still und dann und das liegt vor allem an seiner geheimlichkeit und der man aber leider bis er wirklich wenig weiß keiner kann es wirklich beschreiben keiner weiß es viele berichten davon dass ein licht aus ihm kommt welches jegliches leben von mir gomme sagt offline gehen ich sehe ich wie er vor mir steht jetzt ist es wohl zu spät lauf um dein leben wenn der gomme mode angeht Wenn der Gommemode angeht Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht Seh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht Hier ne Runde PvP Ne, die Iron, würde ich nicht Kannst du mal ein Lied durchgehend mitsingen? Das letzte Lied singen wir durchgehend mit Es gibt jetzt noch ne Wette, die gerade läuft 46 gegen 119.000 Punkte sind drin Wenn der Gommemode angeht Mann, ich sag's dir doch Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht Seh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht Da hilft kein Red, wenn der Gommemode angeht Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht Gommemode angeht Tschüss, tschüss ohne Name, tschüss. 10 Stunden Gomme-Style, ne. So, seid ihr bereit gleich? Gleich machen wir nochmal einen Rap-Part. Und dann, der letzte Durchgang. No, I don't think so, David. Go on the mode, go on the mode. Also nochmal ehrlich, danke, dass ihr das hier alles mit mir überstanden habt heute, ne. Ich bin ehrlich zu euch, ich hätte nie gedacht, dass überhaupt Leute hier zuschauen. Ich hab mich schon längst gesagt, Flo. Keine Ahnung, Chat tot. Keiner bitte sein. Ist anscheinend interessanter, als ich dachte, digger. Fresse, halt small faster. Selber fresse, legit. Es hat gestern auch jeder mit mir dasselbe predicted. Wir haben gestern alle predicted, dass, 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 der, das ist der langweiligste Kackstream. Aber ich bin ehrlich, der hat Spaß gemacht bis jetzt. Tage wir die vorlos. Er hat sein eigener Server, seine eigene Welt. Ich kann schon gar nicht mehr eure Namen lesen, die verschwimmen schon in meinem Kopf. Irgendwie 10 Stunden, feister Statement dazu, dass Lukas der Rapper sich anhört wie du. Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben verrichtet. Und schon sehe ich, wie er vor mir steht. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Hier nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Da hilft kein Reh, wenn der Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Hier nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Da hilft kein Reh, wenn der Gommemode angeht. Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Jede Runde PvP Kein Problem Ist der Modus aktiviert Wird nur einer stehen Lauf um dein Leben Wenn der Gommemode angeht Zieh nicht daneben Tja, ich sag's dir doch Lauf um dein Leben Wenn der Gommemode angeht Zieh nicht daneben Wenn der Gommemode angeht Ja Wenn der Gommemode angeht Wenn der Gommemode angeht Ey! 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 Tja, und du müsstest dem Discord und der Community immer immer Gommemode singen lassen Und der Erste der Fehler falsch hat gezappt Ich hab Angst euch mit singen zu lassen GOMCHD Nice try Lauf um dein Leben Wenn der Gommemode angeht Zieh nicht daneben Wenn der Gommemode angeht Eins in den Chat Wenn ihr euch gemerkt habt Dass um 22 Uhr Finale ist Wie viele von euch jetzt wiedergekommen sind Na ja und Digga, alle die jetzt einschreiben Ihr habt doch wirklich einen Schuss Ihr habt doch wirklich einen Schuss Ich bin deswegen wiedergekommen Also Kommen wollte ich jetzt nicht Aber Ja, okay Kannst ruhig wieder da sein So Wie viele Minuten sind noch verbleibend? Ja, alles fertig soweit 21 Minuten Song durchschnittlich Oh Gott Nein! 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 Wie alt ist fein ist das denn jetzt? So Ich mach Ich mach's ein paar Sekunden drauf Ich mach fünf Sekunden drauf Okay, zehn Sekunden drauf Ich ähm Ja, jetzt muss ich was Ach ja Ins Mikrofon Jetzt muss ich los Ins Mikrofon Alles klar Dann kann ich jetzt loslegen Ich muss jetzt nicht neu starten Zwei Drei Vier Ja, okay, wenn ihr bis null erwacht seid Lach bleiben wollt, gerne So meine Freunde Der leichten und seichten Unterhaltung Das geht jetzt bis Ich hab jetzt zehn Sekunden draufgepackt Schaut um rechts Seine eigene Welt Der Typ ist fly-wein Keiner mehr hält Kein Rundfüll Was geht? Ich bin fair Ich bin Sportsmann Zehn schon drauf Hahaha, shit so Ja, es warlich ein Gott Und das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß Keiner kann es wirklich beschreiben Keiner heißt es Viele berichten davon Da ist ein Licht aus dem Komplekt Der sich endlich das Leben vernichtet Und schon Seh ich wie er vor mir steht Shit Jetzt ist es wohl zu spät Doch um dein Leben, wenn der GOMMA-MOD angeht Zieh nicht daneben, wenn der GOMMA-MOD angeht Da hilft kein Reden, wenn der GOMMA-MOD angeht GOMMA-MOD, GOMMA-MOD, GOMMA-MOD angeht Doch um dein Leben, wenn der 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 GOMMA-MOD angeht Wenn der GOMMA-MOD angeht GOMMA-MOD, GOMMA-MOD, GOMMA-MOD angeht Jede Runde PVP Kein Problem So jetzt war es das komplett Ich kann jetzt keine Nachricht mehr lesen Also an alle die was schreiben Macht einfach Schreibt es hier an in die Nachricht Weil dann werden es rot markiert Wenn der GOMMA-MOD angeht Zieh nicht daneben Um, wenn der GOMMA-MOD angeht Dass hilft kein Reden Mann, ich fags dir da Ähh.. message nicht ne, wenn dann den GOMMA-MOD angeht Wenn der GOMMA-MOD angeht Da hilft kein Reden Ja о Schweiz ich hab dann den GOMMA-MOD angeht schweiz ich hab dann den GOMMA-MOD angeht Vielleicht geht das geht lá Ich hab dir embaixo gelesen GOMMA-MOD TROLLT Ich halte davon aber nix Digger, ihr schreibt alle nur irgendeine Kacke rein Wenn der Gommamode angeht Warum habe ich so viel Spaß in diesen 10 Stunden? Ich meine das komplett ernst Ich habe diese 10 Stunden enjoyed bis jetzt Ihr glaubt es mir Ich hatte Spaß heute Ich lade das ganze Video die ungeschnittenen rein Äh hoch auf den Zweitkanal Und ihr könnt es nachschauen Ich hatte Spaß Ja Walkthrough, das kann sein, dass du die bekommst dadurch Äh Walk, ich walk, was habe ich Meine Freunde, wir machen noch 6 Durchläufe Ne, warte mal 5 Durchläufe Und dann, ja das muss schon luken Wie viele Durchläufe machen wir noch Wir machen Wir machen Wir machen noch Wir machen noch 3 Durchläufe nochmal Dann einen Rap-Durchlauf Dann einen Chill-Durchlauf Und dann ein Letzchen Ja liebe Zuschauer von Lukas Der Gommamode hat gerade die Kontrolle übernommen Gotcha Na also Girl Wu muchos TROLOLOLOLOLOLOLOLLe Keiner Weißes. Viele bereichen davon. Ja, Xani, das ist halt, weil GOMM International geht. Ja, Jinox, also das Interesse an GOMMOD werden wir niemals verlieren. GOMMOD angeht. GOMMOD angeht. GOMMOD angeht. GOMMOD angeht. Jede Runde PvP, kein Problem. Ist der Modus aktiviert. Ich weiß nicht, ob wir uns mehr schon kommt. Ich glaube nicht. Wie gesagt, ich entscheide euch heute Abend. Ich glaube nicht. Ehrlich gesagt. GOMMOD angeht. Wir machen jetzt noch zwei Durchläufe. GOMMOD angeht. GOMMOD, GOMMOD, GOMMOD angeht. GOMMOD, GOMMOD angeht. GOMMOD, GOMMOD angeht. Alter, ohne Brille ist ganz komisch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. GOMMOD! GOMMOD... Trollala! Trollalala! Lauf um dein Leben, wenn der GOMMOD angeht. S어요! Lauf um dein Leben, wenn der GOMMOD angeht. Hier nicht daneben, wenn der GOMMOD angeht. Da hilft kein Red, wenn der GOMMOD angeht. GOMMOD, GOMMOD, GOMMOD angeht. ja alles fertig so weit ihr text haben wir haben 57 mal gezählt glaube ich oder 51 mal in dem letzten auto waren es 21 mal wir haben jeden frame in diesem video analysiert wir haben auch zwei fehler gesehen im video zwei fehler die nicht beachtet wurden beim video ähm und haben uns auch ein bisschen mit den links befasst ich habe heute mit euch komplett diesen stream über komplett alles ähm ich habe alles mit euch heute ja alles analysiert kein rüppeln nein nicht zynisch kein verprügeln seine güte reicht weit bis zu neuen platten zu denen die da leben das ganze universum kennt ihn alter fragt jeden er wird von gar nichts geschockt ich stelle mir grad krusty vor wie er vor seinem pc sitzt und spät shit jetzt ist es wohl zu spät und 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 Wenn der Gommemood angeht, zieh nicht daneben Wenn der Gommemood angeht Mann ik faks dir doch Lauf um der das Winter Die Gönne courts Der G Ochsnis wird zu fett Alter Wenn der Gommemood angeht Wenn der Gommemood angeht Wenn der Gommemood angeht Wenn der Gommemood angeht Gommemood thrill la 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 Wenn der Gommemood angeht Geh nicht daneben, wenn der Gommamot angeht. Gommamot, 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 Gommamot. So, letzter Chill-Durchlauf. Du machst so ein Hemd an, weil man sich zu solchen wichtigen Anlässen auch ordentlich kleidet. Bist oben zugeknöpft, bei der Hitze. Das tue ich mir nur an wegen Gommahd. So, ja alles fertig soweit. Ja, Text habe ich, Beat habe ich. Ja, jetzt muss ich, ach ja, ins Mikrofon. Jetzt muss es los, ins Mikrofon. Dann kann ich jetzt loslegen. Ja, ja. Eins, zwei, drei, vier. Tja, liebe Zuschauer von Lukas. Der Gommamot hat gerade die Kontrolle übernommen. Gommamot, trollolololololol. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist Flywein, keiner mehr hält. Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zu neuen Planeten, zu denen, die da leben. Ich kann eure Nachrichten nicht mehr lesen, ich komm nicht mehr hinterher. Er wird von gar nichts geschockt. Dopamin, Overdose, ich krieg nichts mehr hin. Seine Geheimfähigkeit. Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben. Keiner weiß es. Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet. Und schon sehe ich, wie er vor mir steht. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Das ist der letzte Durchlauf, den wir normal machen. Wir machen jetzt nochmal einen Rap-Part. Dann machen wir nochmal einen Chill-Part. Und dann der letzte Durchlauf, glaube ich. Was? Bis oben zugeschnöpft. Sieht unentspannt aus mit Krawattejahren. Noch nen Knopf auf. Kranken liegt nicht ganz richtig an deinem Hand, ist nicht gemügelt. Ja, dann hat es nicht so bestimmt. Ein paar Lansinn-Geld, ja, stimmt. Jetzt fühl ich mich wie so'n großer Streamer, Digger. Und ich muss sie ganz loskommen, um Nachrichten zu lesen. Wie nervig muss das bitte sein. Naja, zum Glück gibt's sowas in Deutschland nicht. In der Art und Weise, dass man seine Chat nicht mehr verfolgen kann. Einen Grund, glücklich zu sein, in Deutschland viel mehr zu sein. Wenn der Koma-Mode angeht. Wenn der Koma-Mode angeht. Wenn der Koma-Mode angeht. Wenn der Koma-Mode angeht. Koma-Mode. Wenn der Koma-Mode angeht. 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 Ihr Spanzt seit 10 Stunden durch. Und seit einer halben Stunde so krass, dass ich nichts mehr seh. Was ist denn das überhaupt? Koma-Mode. So, jetzt ein Rap-Part oder? Koma-Mode. 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 GOMMO-MOD So, ja alles fertig soweit, ja Text hab ich, Beat hab ich, ja jetzt misch ich, ach ja, ins Mikrofon, hey jetzt muss das nur ins Mikrofon, gut, alles klar, dann kann ich jetzt loslegen. Äh, ja, eins, zwei, drei, vier. GOMERO, tja liebe Zuschauer von Lukas, der GOMMO-MOD hat gerade die Kontrolle mal noch, GOMMO-MOD! Trolololololol! Er hat sein eigenes Server, seine eigene Welt, der Typ sieht zwei, weil ihn keiner mehr hält, der Typ will da nicht zynisch, keinem Vögeln sein, der Güte reicht weit bis zu einem Planeten, zu dem wir da leben, da du dann in Unterfragen gehen, ja, das ist gar nicht so schockt, ja, er ist zwar nicht ein Gott und, das hat seine Reimfähigkeit, der leider wirklich wegen ich weiß, keiner kann es wirklich beschreiben, keiner weiß es, viele berichten davon, dass ein Licht aus mir noch kommt, Siehst du schon, siehst du schon, hier vor mir steht, Shit, jetzt ist's wohl zu spät! Wenn man, wenn da GOMMO-MOD angeht, nicht an ihm, wenn da GOMMO-MOD angeht, NICHT LIEBEL, wenn der GOMMO-MOD angeht, GOMMO-MOD angeht, GOMMO-MOD angeht, nicht an ihm, wenn da GOMMO-MOD angeht, Elf kein Reden, wenn der GOMMO-MOD angeht, GOMMO-MOD angeht! Hier ne Runde PVP, kein Problem. Ist die Runde aktiviert. NICHT LIEBEL, Keiner stehen. Häuf kein reden. Sieh nicht daneben. Oder so. Ach, ich sag's dir noch. Gommemode, 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 Gommemode. Weiß ich gar nicht. Freunde, wir machen jetzt nochmal auf normaler Laufgeschwindigkeit, wie auch immer. Und dann haben wir noch, warte mal, stopp, 8 Minuten 12. Bro, komm doch mal, was geht. Der letzte Durchlauf ist gleich. Wir haben 200.000 mal Hashtag Gommemode heute im Chat geschrieben. Wie findet ihr das? Ist gut, oder? Ihr seid so verrückt, Digga, ich tf. Ja, ich würde sagen, wir machen den letzten Durchlauf einfach als, äh, also, wenn's nicht aufgeht, dann machen wir... Wenn's nicht aufgeht, dann machen wir, dann hören wir einfach am Ende den Song nochmal zu Ende. Ein letztes Mal. Aber nochmal richtig genießen, wisst ihr? Also, einen Durchlauf, der noch safe zu Ende geht, den hören wir nochmal, den singen wir richtig durch. Der zählt dann, auch für die Wette. Und den allerletzten Durchlauf, lassen wir nochmal auf uns genießen, einfach einrücken. Ja, er ist wahrlich ein Gott und das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit, von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben, keiner weiß es. Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet uns schon. Der ist hier vor mir steht, jetzt ist es wohl zu spät. Ich muss jetzt mal den Text, mich kurz vernotieren. Wenn der Gommemode angeht, zieh nicht daneben. Wenn der Gommemode angeht, da hilft kein Red. Wenn der Gommemode angeht, Gommemode, Gommemode, Gommemode angeht. Jede Runde PvP, kein Problem. Ist der Modus aktiviert, wird nur einer stehen. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Zieh nicht daneben, wenn der Gommemode angeht. Da hilft kein Red. Mann, sag's dir doch. Lauf um dein Leben, wenn der Gommemode angeht. Ich werde sowas von nichts fehlerfrei schaffen. Es sind ein paar Passagen, die einfach nicht in meinem Kopf bleiben. Seit 10 Stunden. Das ist eigentlich peinlich. So Leute, wir schreiben jetzt Geschichte. Was geht los? Respekt. Ich mute jetzt auch Soundeffekte und TDS während des letzten Durchlaufs und während des Endes. Wenn der Gommamode angeht, da hilft kein Red, wenn der Gommamode angeht. Gommamode, 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 Gommamode. Bitte Gommamode und Sohn, Dankeschön. So Leute, passt auf. Bereit? Das hier zählt jetzt. Das hier zählt für die Wette. Wie viele Punkte sind drin? Das wird jetzt echt blöd. Los geht's. Letzter Durchlauf. So. Ja, alles fertig soweit. Ja, Text habe ich. Beat habe ich. Ja, jetzt muss ich. Ach ja. Ich werde verkacken. Ich weiß manche Passagen nicht. Oh, gut. Alles klar. Dann kann ich jetzt loslegen. Ja, ja. Eins, zwei, drei, vier. Ja, liebe Zuschauer. Lukas, der Gommamode hat gerade die Kontrolle übernommen. Gommamode. Trolololololol. Jetzt geht's los. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt. Der Typ ist fly, weil ihn keiner mehr hält. Kein Rübel, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln. Seine Güte reicht weit bis zum neuen Planeten, zu denen, die da leben. Und jetzt unten, wer so kennt ihn, alter Frag jeden. Ha, er wird von gar nichts geschockt. Ja, er ist wahrlich ein Gott. Und das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit, von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann das wirklich beschreiben, keiner weiß es. Viele berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt, welches jegliches Leben vernichtet und schon seh ich, wie er vor mir steht. Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Lass uns ein Leben, wenn der Gommamode angeht. Zieh mich daneben, wenn der Gommamode angeht. Da hab ich kein Reden, wenn der Gommamode angeht. Gommamode, Gommamode, Gommamode angeht. Lass uns ein Leben, wenn der Gommamode angeht. Zieh mich daneben, wenn der Gommamode angeht. Da hab ich kein Reden, wenn der Gommamode angeht. Gommamode, Gommamode, Gommamode angeht. Jede Runde PVP, kein Problem Ist der Modus aktiviert, wird nur Einer stehen weiterhin Lauf um dein Leben, wenn der KommerMode angeht Lauf um dein Leben, wenn der KommerMode angeht Lauf um dein Leben, wenn der KommerMode angeht Zieh dich daneben, wenn der Gommamot angeht, da hilft kein Reden, wenn der Gommamot angeht, Gommamot, Gommamot, Gommamot angeht, wenn der Gommamot angeht, wenn der Gommamot angeht, Gommamot, tralalalalalai! Lauf um dein Leben, wenn der Gommamot angeht, zieh dich daneben, wenn der Gommamot angeht, Gommamot, Gommamot, Gommamot angeht! Gommamot, 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 Gommamot. Und jetzt nochmal einmal zum Genießen, bis wir fertig sind. Wir sind jetzt zwar schon 10 Stunden live, aber den Song haben wir noch nicht ganze 10 Stunden gehört. Wir haben aber leider keine Fehler gemacht, deswegen müsst ihr auf den einen auflösen, es tut mir leid. So und jetzt die letzten zwei Minuten, die letzten zwei Minuten. Alles klar, dann kann ich jetzt loslegen. Und eins, zwei, drei, vier. Gommamot, 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 Gommamot. Er hat seinen eigenen Server, seine eigene Welt, der Typ ist Flywein, keiner mehr hält. Kein Rümpeln, nein, nicht zynisch, kein Verprügeln, seine Güte reicht weit bis zu 9. Ich hab die Sounds und TTS ausgemacht, weil ich wusste, dass ihr stören werdet. Er wird von gar nichts geschockt. Er ist wahrlich ein Gott und das liegt vor allem an seiner Geheimfähigkeit. Von der man aber leider bisher wirklich wenig weiß. Keiner kann es wirklich beschreiben, keiner weiß es. Wir berichten davon, dass ein Licht aus ihm kommt. Meine Freunde, vor mir steht Shit, jetzt ist es wohl zu spät. Zehn Stunden, Gommamot von Lukas, dem Rapper aka Lukas Nitt. Danke Lukas Nitt, dass du mir es erlaubt hast zu machen. GOMMHD, du bist eine Legende. Du hast meine und viele Tausende, hunderttausende Kindheiten geprägt. Danke für alles. Und danke GOMMHD.net. Ist der Modus aktiviert. Lauf um dein Leben. Noch eine Minute. Gleich gibt es absolute Stille nach 10 Stunden. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. GOMMHD. 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 20 Sekunden. GOMMHD. Holy shit. Wir haben es. Wir haben es. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Ich kurz Stille. Die Stille tut mir gerade nicht gut. Das ist ganz komisch gerade. Well. Well, well, well. Well. Das war's.